So, das läuft, das läuft, das läuft, das läuft auch, Fenster ist jetzt auch geöffnet, weil es hier echt warm drin ist und weil man hier keinen Sauerstoff kriegt, ooooh. Boah, das war so, so, gut, dann haben wir das auch. Diverse Produktplatzierungen habe ich vorbereitet. Gutschein über einen Grog im Hotel Regina Maris, das fröhliche Privathotel. Ja, ach ja, ich frag mich, ob dieser Gutschein immer noch gültig ist, der ist schon zwei Jahre alt, heute wieder gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den noch einlösen kann, aber für den Grog fahr ich auch wieder nach Regina Maris. Gut. Jo, das war's, dann würde ich sagen, wir können ja theoretisch schon mal rüberschalten, oder? Pass auf, ich muss ganz kurz, eine Sache muss ich ankündigen. Ähm, weil Twitch ja jetzt diese ganze Musikgeschichte umgestellt hat, ne, also man, ne, also die sind ja jetzt hier strenger mit den Regularien und dann darfst du auch nicht mehr jede Musik spielen. Ganz selten sollen angeblich Channel geclosed worden sein, so mit Takedown Notices, keine Ahnung, ob das wahr ist, da gibt es diese Urban Legenden. Ich würde das Risiko ungern eingehen und sind wir ganz ehrlich, Final Countern würde ich gerne lizenzieren, aber ich hab gelernt, 15 Sekunden kosten 750 Euro. Ham, Ham, weiß nicht genau, ob das ne gute Idee ist, ähm, plus noch GEMA oben drauf übrigens, äh, also insofern, hab ich mir gedacht, ich lizenziere vielleicht einfach wieder, äh, etwas anderes, eventuell. War vielleicht, war vielleicht ne bessere Idee. Okay, also, ich hab jetzt, ich hab jetzt einen offiziellen Intro-Song, ich hab kein offizielles Intro, aber einen offiziellen Intro-Song. Ich habe ein offizielles Intro angefragt, bei einer Firma, die sowas macht, aber ich hab noch keine Antwort, also vielleicht, äh, die haben wahrscheinlich kein, die haben wahrscheinlich nicht so viel Interesse an mir, kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass noch was kommt, aber ich schau mich mal um, dass wir vielleicht auch ein offizielles Intro kriegen, hätte ich voll Bock drauf. Wobei ich das eigentlich, das jetzige eigentlich auch mag. So, äh, genug gequatscht, und ich würde sagen, gucken wir uns jetzt mal, und übrigens, dieses Lied, das folgende Lied, habe ich mit einer TV-Lizenz lizenziert, lizenziert, ja. Das hat eine TV-Lizenz, äh, hat keine YouTube-Lizenz oder auch keine, äh, Creator-Lizenz, sondern wirklich eine offizielle TV-License. So, deswegen, ich schau mal kurz rüber, ich hoffe, das Lied gefällt euch, es ist leider kein Final Countdown mehr, es ist mehr, es passt jetzt mehr zum neuen Stil. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, und für Leute, die keine 8-Bit-Mucke mögen, ist es auch ein bisschen rockig. So, also ich hoffe, ja, ich, ich schalte mal kurz rüber, ich bin gespannt. Let's go! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 E-Autos find ich sehr spannend, muss ich zugeben, ich find E-Autos sehr spannend und dann kommen natürlich wieder Leute an mit Lithium-Batterien, klar, stimmt auch, ähm, aber ich persönlich bin der Meinung, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Jahre ein Auto fahre, was einfach die ganze Zeit Abgase rausbläst, ist das dann besser? ist das die bessere Alternative? 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 wenn ich das dieiggles 101 Jahre einweilen, oder? find ich ganz nuggets? generatet wir plastrufen void Mmhm Mmhm, mmhm, mmhm Oh jetzt.. Hä? W-w-w-w-w-wat? Hä, irgendwie scrollt das heute ganz komisch durch Hab ich zwischendurch Chetty ausgemacht seit letzter Woche, wo wir das Gewinnspiel hatten? Oder die Gewinnspiele? Hm. Okay ich weiss, ich weiss halt nicht hin Wo ist meine Maus? Oh Gott. Ich weiß halt überhaupt nicht, inwiefern solche Aussagen belegt sind. Ich lese gerade, E-Autos sind wegen der Produktion nach etwa 100 Kilometer gleichauf mit Diesel vom CO2-Ausstoß. Danach sind E-Autos umweltfreundlicher. Ich weiß halt, es gibt halt so viele Argumente. Es gibt so viele Argumente, dass du dich, du kannst dich jahrelang damit beschäftigen. So, JP fährt auch E-Auto. Ja, auf den Mann würde ich aber auch eher hören. So, nicht böse sein, auf den Mann würde ich eher hören, weil ich glaube, der hat Ahnung von Autos. Ah, sind 100.000 Kilometer. Ich hab grad 100 Kilometer gelesen. Okay. Ähm... Ja, hol dir einen Bulli. Ich werd sowieso, ich guck einfach, ich guck einfach, äh... Ich schau mir Autos an, die müssen mir gefallen. Wenn ich mich reinsetze, muss ich mich wohl drin fühlen. Das ist für mich das Wichtigste. Bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube... Ich glaube tatsächlich, dass wir alle das eher emotional auswählen. Wenn, du hast ein E-Auto. Ja, du willst unbedingt ein E-Auto haben. Und dann ist aber so ein, so ein Fiat... Fiat 100. Gibt's den überhaupt? Ich hab keine Ahnung. So ein Fiat 100 E. Weißt du, wo du quasi... Wo du quasi mit dem Kopf zuerst einsteigen musst, damit du überhaupt reinpasst. Schwierig. Bei 5000 Kilometer in zwei Jahren ist es völlig schnuppe, was man fährt. Kauf, was du willst. Ja, da denk ich auch. Diesel, wie gesagt, ich würde auch weiterhin Diesel fahren. Ähm... Aber... Also ich hätte den Mazda Range gerne übernommen. Sehr gerne sogar. Äh... Aber... Ich bin momentan ein bisschen verunsichert. So wie viele andere von uns auch. Und... Ähm... Ich erzähl gleich noch ein bisschen. Bitte nicht Böseheit, ich muss gleich noch ein bisschen was erzählen. Auch wegen Youtube und so. Ähm... Und was wir noch gefunden haben, hinten im Auto... Unter der Klappe, da ist ja unten im Auto immer Klappe mit Werkzeug und sowas. Und da haben wir dann noch ähm... Ah, da haben wir noch Beatles Hundedecke gefunden. Die hatte ich extra gekauft fürs Auto, damit er auf der Hundedecke immer liegen kann. Damit er so eine bequeme kleine Hundedecke hat hinten. Haben wir auch noch gefunden. Das war gestern kein schöner Tag. Ja... Und deswegen... Weil wir dann nicht so richtig gut drauf waren, tatsächlich. Ähm... Sind wir einfach dann spontan. Normalerweise hätten wir wieder nach Hause gemusst und einfach weiter robotten. Aber dann sind wir einfach spontan auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm... Sind da ein bisschen rumgebummelt. Ich hab mir eine Bommelmütze gekauft. Weil ich wollte einfach mal eine haben. Ähm... Und... Ähm... Dann waren wir... Spontan auch essen. Ja, wir wollten auch was essen. Sind wir etwas essen gegangen. Und wir waren in einem Würzhaus. Weil bei einem Würzhaus gibt's ja richtig mal was Traditionelles. Eine leckere Haxe, sowas halt, ne? In dem Würzhaus... War aber ein Grieche. Ich weiß nicht genau warum. Es ist so ein... Es ist so ein... Ne? So ein... Wie heißt denn das? War früher eine Brauerei. Ist ein Würzhaus. Ist aber ein Grieche drin. Also... Ne? Ein Wirtshaus, Mann. Nicht ein Würzhaus. Ein Wirtshaus. Mann. Was ist mit euch los? Ein Wirtshaus. Ja. Ein zünftiges... Eine zünftige Einkehr haben wir da getätigt. Und sind wir rein. Und wollten... Leckere Haxe. Irgendwas so in der Richtung. Wie gesagt war ein Grieche drin. Ein Grüche. Und ähm... Im Würzhaus war ein Grüche drin. Und ähm... Der Grieche... War aber komplett weihnachtlich eingerichtet. Wunderschön weihnachtlich. Ne? Weihnachtsdeko, Weihnachtssterne, Weihnachtsbäume. Sah überhaupt nicht griechisch aus. Sah aus wie im Würzhaus. So. Und ähm... Ne Schenke. Das kennt doch keiner. Und jedenfalls... Ähm... Haben wir dann geguckt, was es gibt. Und das Spezialangebot war leckere Gänsebrust. Gänsekeule, Gänsebrust. So richtig weihnachtlich. Mit Rotkohl und Klößen. Und da haben wir gesagt. Oh, geil! Und Maron. Und dann haben wir gedacht. Ja, geil. Ähm... Dat nehmen wir. Haben wir beide genommen. Mit einem Glas Cola. Weil wir cool sind. Und äh... Und ähm... Dann haben wir... Im Würzhaus. Beim Griechen. Den... Mit Weihnachtsseko. Und griechischer Musik. Einen Gänsebraten gegessen. Der aber irgendwie nach Krabben geschmeckt hat. Das war das seltsamste Essenserlebnis, was ich jemals hatte. Das seltsamste Essenserlebnis. Ich... Ich... Das war alles... Das hat alles... Das hat nix zusammengepasst. Überhaupt nix. Gar nix. Aber... Der Betreiber war super freundlich. Der war... Ich hab's trotzdem gegessen. Und die Knödel waren übrigens so Supermarktknödel. Du hast sogar noch... Du kennst das ja. Wenn die so links und rechts diese Zipfelchen haben. Weil die so eingepackt waren vorher. Von diese günstigen... Diese günstigen Supermarktknödel. Die dann auch irgendwie nach... Schmecken dann halt so... Kann man essen. Ist aber eher immer Füllmaterial. Ja... Also das war... Ähm... Essen war nicht so gut. Sagen wir mal so. Das war eigentlich eher... Komisch. Aber der Typ war halt super nett. Der Betreiber war super nett. Wir haben uns auch gut unterhalten. Und da hat er uns einfach noch zwei Uso gebracht. Jedem. Und dann war sowieso egal wie das Essen geschmeckt hat. Das hat ja erstmal alles schön ausgebrannt. Und hast schön nach Anis alles. Äh... Und dann mal Weihnachtsmarkt. Und dann wieder... Und dann sind wir nach Hause ohne Auto. Naja... Das war nicht so schön. So. Jut. Jut, Jut. Bei den Knödeln aus dem Supermarkt schmeckt die Verpackung besser als der Inhalt. Das ist wohl wahr. So. Was ich aber... Ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Ich war gerade noch dabei wegen Youtube und so. Ich habe diese Woche eine einsame Entscheidung getroffen. Wobei... Umstände haben mir die Entscheidung eigentlich begünstigt. Ähm... Man hat ja glaube ich auf dem Channel wieder gesehen. Es fehlten Thumbnails. Teilweise waren die eigentlich eingespeichert. Aber wurden nicht gespeichert von Youtube. Und teilweise fehlen die momentan auch. Deswegen auch auf dem GrogTV Channel ist momentan Stillstand. Weil ich müsste eigentlich Thumbnails machen. Und dann wieder hochladen. Aber... So. Deswegen habe ich die Woche jetzt eine... Ich habe eine einsame Entscheidung getroffen. Ähm... Ich werde wahrscheinlich... Den Großteil der Thumbnails... Abgeben. Und ich werde die Zeit lieber nutzen... Um hier am Stream weiter zu arbeiten. Vielleicht andere Sachen zu erarbeiten. Ähm... Solche Dinge. Ich habe mich schweren Herzens dazu entschieden. Folgentitel will ich alle weiterhin selber machen. Aber diese Thumbnails wurden dann teilweise einfach wirklich... Du sitzt einfach einen Tag dran und hast nur Thumbnails gemacht. Und das ist... Ähm... Ja... Na endlich. Das war... Das war für mich... Hattest du das nicht bereits? Nein, 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 nein. Ich habe die Harvey's Q-Thumbnails abgegeben. Ähm... Und habe dann auch immer nochmal nachgefisselt. Ich fissel da sau oft nochmal nach. Ähm... Weil so bin ich einfach. Und ähm... Und da habe ich gedacht... Eigentlich wäre es doch viel sinnvoller, wenn ich die regulären Thumbnails... Ich habe die Vorlagen und alles mögliche... Habe ich ja immer. Ähm... Und ich habe jetzt einfach... Ich habe einfach gesagt... Ähm... So... Der Corwin... Wird also quasi... Äh... Der Corwin wird integriert. Also... Der Corwin wird jetzt fest in die Firma integriert. Der hat jetzt Fußketten, sind schon angelötet. Der weiß es noch nicht. Ähm... Ja... So... Und ähm... Ich würde auch gerne ein paar Sachen auf dem Channel... Jetzt bin ich einer dieser YouTuber. Ich lade aber... Ich... Ich muss deswegen noch ein Video hochladen. Die Zukunft meines Kanals. Ja, weißt du? Oder GONG 2.0 oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich bin da... Noch nicht so richtig. Ähm... Assimiliert. Genau. Er ist assimiliert. So. Ähm... Und ähm... Ist er jetzt fester Mitarbeiter? Ja. Also noch nicht. Aber... Er wird. Wieso ist die Mistfolge nur in 360p? Frag YouTube. YouTube ist momentan einfach... Ich... Es werden momentan bei mir so viele Videos demonetarisiert. Wegen Musik, die gar nicht drin spielt. Und dann lege ich Einspruch ein. Und der wird dann mal abgelehnt. Weißt du? So einfach so... Binnen von Minuten quasi. Und der Einspruch abgelehnt. Die Musik spielt überhaupt nicht in dem Video. Und dann... Ja, ja, sorry. Die haben dann wahrscheinlich irgend so ein generisches Stück. Ja, die haben wahrscheinlich irgend so ein generisches Stück. Was da irgendwie ähm... Was irgendwie vielleicht da drin erkannt wird. Irgendwann. Oder ein Instrument. Oder ein Soundeffekt. Oder sonst irgendwas. Und dann... Ja, abstrafen. So. Ich hör auf. Mit Thumbnails. So, und ähm... Und das ist momentan... Ich bin... Ich bin momentan ein bisschen am Göbeln mit YouTube. Und natürlich auch mit der Geschichte, dass ähm... Durch Red Dead und durch Assassin's Creed... Alle anderen Folgen kaum noch in Feeds auftauchen. Das ist so ein bisschen... Das ist... Das ist einfach so traurig. Es ist... Ja. Der Eos Andy! Ja! Und wir schauen uns tief in... Uh... Andreas! Oh, Andreas! Ich hab gehört, wir haben auch ne Küche. Wir könnten auch was kochen. Ich weiß noch nicht, ob das jemand essen wird. Ich hab jetzt zum Beispiel bei Fallout gelernt, wie man äh... Wie man... Heißes Wasser zubereitet. In einem halbstündigen Monolog hab ich das... Hab ich das gelernt bei Fallout. Heißes Wasser. Mach ich für euch. Richtig, äh... Gibt's nicht überall. So. Ähm... Bist du wieder Synchronsprecher bei Just Cause 4? Nein. Bin ich nicht. Und... Ich muss zugeben, ähm... Moritz bleibt treu, ist es auch nicht. Mehr. Der war ja in der Rolle des Rico bei Just Cause 3. Wo alle irgendwie voll gegen waren. Und ich fand das voll gut. Und ich wünschte, er wäre es bei Just Cause 4 wieder gewesen. Das ist nicht böse gemeint. Ich wünschte einfach nur, er wäre es, äh, gewesen. So, was ich sagen wollte, ähm... Ich würde... Mein automatischer Weißabgleich dreht durch. Ja, wegen meiner Stirn, weil die halt sehr viel Fläche bietet. Wenn ich mich ins Licht drehe und wenn ich dann runtergehe... Guck. Meine Stirn beeinflusst den Weißabgleich der Kamera. Das ist echt bitter. Das... Das macht mich traurig. Oh. Okay. Das ist doof. So. Ah... Anamanaguchi. Sehr geil. So. Jedenfalls... Was wollte ich sagen? Achso, genau. Und, ähm... Ich würde gerne... Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Aber ich würde es jetzt wirklich gerne durchziehen. Und ich muss das irgendwie vielleicht ein bisschen auftrennen. Dass ich im Stream mehr so Sachen mache, die langlebiger sind. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Ähm... Sowas wie Red Dead. Sowas wie, ähm... Assassin's Creed. Lalala. Und dann würde ich auf dem Gronk Channel vielleicht eher ein Let's Test machen. Ja, so ein bis drei Folgen. Wie bei Just Cause 4. Ist jetzt quasi so ein Probe-Paket. Und, ähm... Bei einigen... Das ist nichts im Vergleich zu Funks Atomstirn. Wir können hier mal zusammenhalten. Da können wir vielleicht ein CERN 2 gründen. So. Jedenfalls habe ich so überlegt, dass diese... Dass diese sehr langen Let's Plays. Ne? Also so 500 Folgen, was weiß ich. Also für RPGs haben wir sowieso den RPG Channel. Das geht. Aber dass ich auf dem Gronk Channel vielleicht wieder mehr... Ein bisschen mehr Abwechslung. Weil diese langen... Diese ganzen langen Projekte. Die, ähm... Die killen mich. Zeitlich. Killen die mich. Ja? Und dann natürlich auch Leute, die wollen dann von ihrem Ding lieber 40 Minuten sehen. Was ich verstehen kann. Aber trotzdem. Ich werde dann gucken, dass ich auf 20 komme wieder. Ähm... Und die killen aber auch durch den YouTube Algorithmus den Channel. So. Normalerweise wäre es mir scheißegal. Wenn Videos nicht oft geguckt werden. Weißt du? Das wäre mir scheißegal, wenn eine Reihe nicht viele Views hat. Ihr wisst. King is of Amalur und so habe ich super gerne gespielt. Hat kaum jemand geguckt. Schade. Underdog. Ähm... Aber wenn diese wenigen Views den Gesamt-Channel beeinflussen, dann wird es halt kritisch. Wenn alle anderen Videos deswegen gar nicht mehr geguckt werden. Oder gar nicht mehr angezeigt werden. Weil YouTube denkt. Ja, der Channel wird ja nicht so geschaut. Ja, dann lassen wir die mal weg. Ähm... Dann habe ich ein Problem. Und das... Ähm... Das ist halt doof. Deswegen würde ich gerne einige Sachen auf den Stream verschieben. Und die dann lieber, wenn wir Thumbnails haben... Und ähm... Die dann lieber auf GrongTV veröffentlichen lassen. Elfling. So... So. Ähm... Sodass wir da quasi... Sodass ich mich da quasi nicht wirklich drum kümmern muss. Sondern... Sodass die Sachen, die wir hier auf Twitch spielen zum Beispiel auch automatisch einfach auf YouTube erscheinen. Ähm... Also ich muss die natürlich durchrendern und hochladen. Das muss ich machen. Aber danach... Ähm... Ist das aus dem... Aus... Aus der Verantwortung entschwunden. Und das Rendern muss ich sowieso machen. Um Glatte leer zu kriegen. Das mache ich eh. So. Der Bobby Bobmann. Nein! Wir haben noch gar keine Weihnachtsdekoration. Leider noch gar keine Zeit dafür gehabt. Also... Und die Zeit anders genutzt. Meister Soda hat gerade gegiftet. Lieber Meister Soda hat 5 Subs verschenkt. Meister Soda viel Dank. Ham. So. Also auf jeden Fall ähm... Bekommst du bei alten Videos von dir noch Geld für Klicks. Ähm... Lieber Hunter natürlich. Da spielt ja überall aktuelle Werbung. Ich glaube ich... Verdiene... An alten Videos mehr als an aktuellen Videos. Bin ich mir... Ich bin fast sicher. Da Phoenix. Auch dir Dankeschön. Hm... Mein Einspruch an meine eigene Musik wurde auch schon mal abgelehnt. Aber habe ich in einem Video sogar gezeigt wie ich das Lied produziere. Es ist so dämlich. Es ist einfach so dämlich. Ich verstehe es einfach nicht. So. Und ja Zeit für den Podcast habe ich dann hoffentlich auch wieder. Also ich versuche mich momentan freizuschaufeln. Und ich muss momentan Verantwortlichkeiten weitergeben, abgeben. Ähm... Das hätte ich all die Jahre vielleicht schon lernen sollen. Aber... Ich bin einfach furchtbar starkköpfig. So. Deswegen... Aber jetzt momentan bin ich grad so ein bisschen... Äh... Liegt nicht daran, dass du 10.000 Videos als alt auf Gronkh hast? Ja doch. In der Menge halt. Wahrscheinlich. Weil Leute gerne alte Let's Plays nochmal durchgucken. Minecraft zum Beispiel wird immer wieder gerne geguckt. Ähm... Joa. Ich gucke regelmäßig. Das ist die Blue Let's Play. Oh. Das war schön. Oh. Womit bist du eigentlich abhängiger? YouTube oder Twitch? Ähm... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Twitch inzwischen YouTube überholt hat. Ich bin mir... Ich weiß es gerade aktuell nicht. Es kann sein. Wenn man Donations mit dazu zählt. Aber nur. Ähm... Müsste ich mal... Das Problem ist, du kannst bei Donations keinen Schnitt errechnen. Weil zum Beispiel... Ähm... Ich hab oft Alerts aus während der Spiele und so weiter. Und dann weiß ich zum Beispiel, wenn ich Alerts aus habe... Dann... Passiert kaum was. Dann kommen kaum Resubs, kaum Donations, bla bla bla. Ähm... Wenn ich sie anhabe, funktioniert es besser. Wenn ich vorlese, noch besser. Ähm... Aber wenn ich so vorlese, mach ich nichts anderes mehr im Stream. Dann wird der Stream vielleicht uninteressant. Weil es ist immer so... Nee... Schwierig. Also ich weiß es gar nicht. Also momentan hält sich glaube ich beides die Waage. Aber ich bin mir fast sicher, dass Twitch YouTube überholen wird. Bin ich ja fast sicher. Das heißt aber nicht, dass ich YouTube gerne... Äh... Oder vernachlässigen will. Ich hab sogar... Für Leute... Ganz kurze Frage. Interessiert sich jemand hier für Cry of Fear? Weil da ja Folgen... Zig Folgen fehlen auf YouTube. Interessiert sich jemand für? Könnte ich inzwischen auf dem Retrochell wieder hochladen übrigens. Ich guck mal kurz. Erstens der Tobi soll er spielen. Äh... Zweitens... Zweitens hab ich mal was ausprobiert. Ich werd das nicht aktiv verfolgen. Ich wollt's nur mal ausprobieren. Ähm... Ich bräuchte jemanden, der das aktiv verfolgt wahrscheinlich. Ich würd das nicht selber machen. Ich hab äh... Testweise Cry of Fear und 2 und Kingsverse 1 und 2. Cry of Fear und Kingsverse 1 und 2 hab ich testweise... Oder den dritten Teil auch. Weiß ich grad gar nicht. Hab ich testweise mal auf archive.org hochgeladen. Da kannst du jetzt inzwischen Videos und alles hochladen. Die Abspielqualität ist leider grotte. Ähm... Ich verdiene nix dran. Es gibt keine Werbung und gar nix. Ähm... Aber ich wollt einfach mal gucken, ob man das vielleicht als Alternative... Um wirklich die Displays zu archivieren. Falls YouTube mal irgendwie nur noch Pay wird oder bla. Man weiß es nicht. Dass man das vielleicht noch irgendwo... Dass Leute das noch irgendwo gucken können. Cry of Fear hab ich hochgeladen, weil viele Folgen fehlen. Und ich sonst nicht wusste auf welchen Channel ich das sonst mal re-uppen kann. Ähm... Deswegen hab ich das auf archive.org einfach mal spaßeshalber hochgeladen. Dauert ne gefühlte Ewigkeit. Ähm... Ja. Risen 3 fehlen auch Teile. Also momentan lädt Risen 2 komplett hoch aufm RPG-Channel. Das ist ein Re-Up. Einfach deswegen, weil bei Risen 2 ungefähr mehr... Da fehlt mehr als die Hälfte einfach. Da fehlen fast alle Folgen. Deswegen hab ich Risen 2 aufm RPG-Channel gehabt. Bei Cry of Fear konnt ich's nicht. So. Seh los! Nja. Ah naja. Wir wussten ja, dass er ein Ablaufdatum hat. Das wussten wir ja. Hm. Komm auf dem Retro-Channel noch neue LPs. Ja, wenn's an mir geht, sehr gerne. Ich hab mein Spielstand von Larry5 nicht mehr. Ich hatte ja fast durchgespielt. Na, also ich hab schon einige... Wie viele Kandidatinnen gibt es? Drei, glaub ich, die man besuchen muss. Zwei hab ich schon abgefrühstückt. Äh... Spielstand ist weg. Huch, Tails bewegt sich nicht mehr. Hä? Warte mal. Und hier? Warum bewegt er sich nicht mehr? Okay, warte mal. Ähm... Übrigens die Laufleiste hier oben, ne? Diese, diese Laufleiste. Einige von euch haben die ja schon komplett durchgelesen. Das Problem ist... Ähm... OBS begrenzt den Text. Eigentlich ist die Laufleiste doppelt so lang. Da steht noch, da steht noch viel mehr Text drin da oben eigentlich. Ähm... Ja. Bei Diablo 3 fehlt auch gefühlt die Hälfte. Das könnte ich auch auf dem RPG-Channel wieder re-uppen. Aber ich würde halt auch gerne auf den anderen Channel mehr, mehr Stuff haben. Ach, der Tails bewegt sich aber sehr langsam. Okay, warte mal. Piu! Hä? Guck mal, die Grenze. Hier bewegt er sich schnell. Da kommt er wieder. Und wenn ich jetzt ein bisschen den Regler nach rechts drehe, bewegt er sich kaum noch. Ah, ist aber gerade ein Bug. Das sieht sehr buggy aus. Okay. Warum legst du das nicht auf Twitch hoch? Metapher, das kann ich ja sagen, weil Twitch leider die Upload-Funktion voll verkackt hat. Jeder einzelne Upload, jede Folge auf Twitch wird gehandhabt wie ein Stream. Und das ist total scheiße. Das heißt, jeder Zuschauer kriegt immer eine Benachrichtigung. Etc. pp. Dann läuft eine Folge für 15 Minuten. Das reißt mir... Da guckt kaum jemand. Und das reißt mir dann mal eine Statistik komplett in den Arsch. Also... Twitch, bitte. Wenn ihr On-Demand machen wollt, ernsthaft. Wenn ihr YouTube-Konkurrenz machen wollt mit On-Demand. Bitte, bitte, bitte. Macht das nochmal neu. Das war vorher besser. Die haben das verschlimmbessert. Ich weiß nicht warum. Und ich würde gerne auf Twitch auch alles hochladen. Würde ich echt gerne. Twitch VOD sind noch total scheiße zum Abspielen. Also ich hoffe, die werden das nochmal überarbeiten. Ich bin momentan so ein bisschen am rumspielen. Ähm, auch mit... Ein bisschen mit... Ähm... Mit Ubuntu bin ich momentan so ein bisschen am rumspielen. Und Debian eigentlich auch. Ähm, um mich zu entscheiden. Einfach ein bisschen... Weil mir ja viel Know-How einfach verloren gegangen ist in den 8 Jahren jetzt. Weil ich schon ewig... Also für Leute, die nicht wissen, was es ist. Linux-Derivate. Und ähm... Bin da gerade auf Servern am rumspielen. Macht mir momentan so ein bisschen Spaß zwischendurch. Ähm, wenn ich irgendwie auf was warten muss. Und dann ähm... Versuche ich gerade... Ubuntu gleich Debian. Ich bin da... Ich bin doch kein Profi-Mann. Debian besser als Ubuntu. Aha. Streitet ihr euch mal. Ich halt mich da raus. Jedenfalls bin ich momentan so ein bisschen am... Am rumbasteln. Ähm... Und würde dann gerne mal mit Peertube ein bisschen rumgucken. Würde mir ja gerne Peertube ein bisschen anschauen. Oh Mann, Ubuntu ist nicht gleich Debian. Okay, dann habe ich doch recht. Gott sei Dank. Ubuntu ist bestimmt nicht gleich Debian. Ich habe es gerade nur aus dem Chat vorgelesen. Und gehe natürlich davon aus, dass Leute wieder mehr wissen als ich. Das war mir gerade voll peinlich. Deswegen bin ich gerade rot geworden. Man sieht es aber nicht, weil hier gut ausgeleuchtet ist. Ja. Ubuntu basiert auf Debian. Aha. Ja gut. Wie gesagt. Mit Linux Distros ist es definitiv wie mit Autos. Ja Mann. Genau das. So. Jedenfalls. Ich bin da ein bisschen am rumspielen. Wieder ein bisschen am anlernen. So ein bisschen am rumgucken. Probier mich da wieder ein bisschen aus. Nicht, weil ich alles selber machen will. Sondern einfach nur, ähm... Weil ich gerne... Graue Haare an der Seite. Gronkh wird alt. Lieber Tektor. Mein erstes graues Haar hatte ich mit 18. Ich habe jetzt nur eine bessere Kamera. Man sieht die Haare besser. Spiel zu Fortnite. Nein. Und das wird auch nicht mehr passieren. Ich wollte gerne den Singleplayer-Modus bei Fortnite ausprobieren. Den Survival-Modus. Und dann kam Battle Royale. Und ähm... Plötzlich war Fortnite nur noch Battle Royale. Nichts anderes mehr. Schade. Warum fehlen so viele Let's Play-Folgen? Weil YouTube immer mal wieder seine Phasen hat. Und in dieser Phase haben sie mir sau viele Folgen... runtergenommen. Wegen... Ähm... Ich weiß gar nicht. Verstoß gegen Community-Richtlinien. Alles mögliche. Ähm... Obwohl das teilweise halt... Edna bricht aus. Das waren halt teilweise... Adventures für junge Menschen. La la la. Also hat... ne... FSK 6. Keiner weiß es. Nicht mal YouTube weiß es. Sollten Linux-User nicht gegen den Mainstream zusammenhalten. Das tun sie immer nur, wenn es gegen Windows geht. Aber intern sind die alle zerstritten. So... Nein, es gibt auch viel Hilfe gegenseitig. Intern natürlich. Seh ich immer wieder auf den... äh... in den Foren. Lest mich momentan durch... durch viele Foren. Wirst du irgendwann mal Rings auf Elysium spielen? Das sieht tatsächlich echt lustig aus. Aber alleine möchte er es nicht spielen. Das würde ich gerne mit jemandem zusammen spielen. Ähm... Vielleicht mit dem Tobi. Wenn er Bock hat. Der ist auch PUBG immer vorne mit dabei, oder? Spielt der immer noch PUBG? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. Din, din, din. Cool. Ah ja, das geschürt. Übrigens. Gestein kam mein Paket an. Ich hatte ja auch bestellt. Gestern kam es endlich an. Das war... Ganz knapp war das. Sonst hätte ich die Adventskalender nicht mehr naschen können. Hab ich mir geholt! Friendly Fire 4 Merch. Hab ich mir selber geholt. Hab ich selber aus eigener Tasche bezahlt. So. Heute würde ich auf jeden Fall... ähm... Was? Mac mit VM ist nicht so deins. Also Mac... Weiß ich nicht. Da ich ja viel spiele... Hab ich natürlich Windows hauptsächlich. Und für Server... halt Linux. Also Mac... Brauch ich gerade nicht so wirklich. Mhm. Ach so. Heute übrigens... Heute Geschmacksrichtung... Drachenfrucht. Sieht komisch aus im Bierglas. Aber ich trinke aus dem Bierglas, weil da schon viel reinpasst. Übrigens vom Roadtrip... Das Ding ist von unserem Roadtrip mit Mazda Range. In Bayern gekauft. Ah... RMF Glasinhalt. Skybird! Dankeschön lieber Skybird! Vielen vielen Dank! Ah ... Was spielt sie heute so? Also ich würde jetzt gleich erstmal eine Runde Just Cause 4 spielen. Wir steigen mittendrin an... Wenn das für euch okay ist. Also quasi nach dem letzten Test. Aktualisiert mal wieder eine Hardware Setup auf Pace Bin. Ich weiß momentan nicht aktuell, was in dem alles drin ist. Aber sobald der richtige Rechner kommt, ich muss mal nachfragen, was los ist momentan. Und ich habe auch noch einen kleinen Sonderwunsch, um mehrere Kameras anzuschließen. Soweit ich da wieder mehr weiß und ich aktualisiere auch die Hardware dann wieder. Sprichst du wieder in General bei Just Cause? Nein. VM ist eine Virtual-M-M? Ich weiß, was VM ist. Aber warum soll ich mir denn Windows auf Mac emulieren, wenn da auch nicht alles läuft und ich hauptsächlich Windows brauche, weil ich natürlich auch aufnehme und streame, also, ne, also weißt du schon, also Spiel-Streamer. Es macht für mich einfach keinen Sinn, einen Mac zu haben. Macht es nicht. Vielleicht für Videobearbeitung. Selbst da weiß ich es nicht. Wird ein Rechner von Casekin gesponsert? Ja. Jawohl. Benutzt du immer noch Wokoda? Ja. Benutze ich immer noch. Und zwar, Wokoda kann ich immer noch sehr empfehlen. Ist der beste Codec, den ich bis jetzt, oder das beste, ist ja kein eigener Codec, äh, das beste Plug-in. Was genau war mit Mazda-Range? Äh, Leasing-Vertrag ist ausgelaufen. Heeeh. Kannst du auch Webseiten designen? Lieber J-Row, ich komme ursprünglich aus dem Bereich. Also ich hab, bevor ich jetzt mit Let's Plays angefangen habe, hab ich die Playmassive, die alte Playmassive-Seite gemacht, quasi. Die, wie ich übrigens finde, immer noch extrem, oder eine, eine der geilsten Versionen war. Finde ich. Vielleicht nicht mehr, vielleicht nicht mehr aktuell, aber ist immer noch eine der geilsten Versionen. Ich fand die Seite an sich echt schnieke. Gut hinbekommen. Hm. Und denk an die MDO-Seiten damals. Ah ja, die MDO-Seiten, aber die gibt's heute alle nicht mehr. Die hab ich alle noch hier auf, äh, hab ich alle noch auf Platten. Hab ich alle noch, äh, hier archiviert. Der Entwickler von Omno hier, Kickstarter. Lieber Studio Inkyfox, liebe Grüße. Es war mir ein Pläsier, ganz ehrlich. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich wollte die Demo auch noch spielen, tatsächlich, von Omno. Omno auf Kickstarter. Omno auf Kickstarter. Ein Entwickler aus Deutschland. Wenn ihr deutsche Entwickler supporten wollt und einen Account auf Kickstarter habt, schaut doch mal nach Omno auf Kickstarter. Sieht vielversprechend aus. Ähm, hab ich auch einfach mal gebackt. Freue ich mich drauf. Würde ich gerne, müsste ich mal die Demo mal runterladen. Wie gesagt, und ich würde gerne, warst du Informatiker? Ich war Informatiker. Ich bin's eigentlich immer noch. Ähm, so hauptberuflich. Obwohl inzwischen halt nicht mehr. Inzwischen bin ich hauptberuflich. Keine Ahnung, wie man das nennt. So ein Typ. Hab ich schon erschützt. Verfolge ich schon lange auf Kickstarter. Omno, die Demo war sehr schön. Omno ist deutsch, was? Ja, Omno ist von einem deutschen Entwickler. Influencer. Ja. Ich bin... Also, naja, Influencer ist... Influencer ist kein Beruf. Ganz ehrlich, Influencer ist jemand, der Fotos auf Instagram postet. Guck mal an, wie gut ich influenze. Also, ich bin... Ich würde sagen, ich nenn mich immer selber Content Creator. Oder Geschäftsführer. Ich weiß nicht, ich will kein Geschäftsführer sein. Ich bin lieber... Ich bin lieber kreativ. Ich bin... Head of... Master Chief... Creativity... Distortion... Associate... Minister of Porn. Watching. While working. So. Kennt ihr das? Diese Firmen? Mit den Visitenkarten? Wo immer diese ewig langen Berufsbezeichnungen draufstehen. Und dann wird immer... Bitte kurz den Kindern die Ohren zuhalten. Und dann wird immer mit diesen Visitenkarten auf irgendwelchen Events wird immer so ein Kreiswichsen veranstaltet. So, oh, guck mal mein Titel. Guck mal mein Titel. Weil es immer sehr wichtig ist, in der Firma möglichst krasse Titel haben zu müssen. Weißt du? Und möglichst wichtig zu klingen. Und dann werden Leute teilweise auch mit einem wichtigen Titel bezahlt. Die werden... Das ist kein Scherz. Leute fragen dann eine Gehaltserhöhung und kriegen einfach einen anderen Job. Also eine andere Berufsbezeichnung. Machen aber das gleiche, was sie vorher gemacht haben. Es ist... Man kann sich nicht ausdenken. Läuft wirklich so. Head of ist immer wichtig. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Weil das Coole ist, wenn du nämlich so einen wichtigen Titel hast, ne? Und bist angeblich aufgestiegen, obwohl du das noch das gleiche machst. Und auch das gleiche Gehalt kriegst. Ähm. Dann hast du vielleicht später, wenn du dich woanders bewirbst, mehr Chancen. Aber ich würde doch gerne bei der Firma bleiben. So heißt es. Hm. Hm. Gronkh, du bist ja Programmierer. Warte mal, warte mal. Die Frage finde ich interessant. Ähm. Ich wüsste gern, wie deine Meinung zu heutigen Game-Engines ist. Findest du, dass Branchengiganten wie EA, Bethesda und so weiter moderne neue Engines entwickeln sollten? Oder ist alt bewährt es doch zeitgemäß? Lieber Mantis. Ich glaube, auf der einen Seite unterschätzt man sehr, wie viel in so einer Engine steckt. Und was die alles leisten muss. Und wie die funktionieren muss. Ähm. Um wirklich verschiedene Genres auch abzudecken. Und bla. Ja, die Frostbite ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Aber, ja, ich bin der Meinung, immer wenn man mit einem Softwareprodukt, sage ich mal, eine bestimmte Versionierung erreicht hat, wäre es manchmal vielleicht sinnvoll, wenn man sich hinsetzt und überlegt, hm, wir sollten vielleicht nochmal, die Engine ist den Ansprüchen nicht mehr gewachsen, die ist jetzt vielleicht ein Flickenteppich und das funktioniert alles noch irgendwie. Aber ganz ehrlich, wenn wir weiterhin unsere Spiele in dem Ausmaß verkaufen wollen und nicht irgendwie hinterherhängen wollen und sonst was, dann sollten wir vielleicht ein bisschen der Einnahmen, nicht nur ein bisschen, das wird teuer, dann sollten wir einen großen Teil der Einnahmen in eine neue Engine stecken, um zukunftsfähig zu bleiben. Das heißt, dass du, dass du dich vielleicht immer mal wieder hinsetzt und dann vielleicht mal wieder, weil sonst, die Engine ist halt sonst ein Flickenteppich. Das ist wie bei Windows. Windows, jede neue Version wurde immer, wurde immer größiger, mehr, äh, größiger, wurde immer größer, mehr Features, aber dadurch auch immer klobiger. Und immer anfälliger. Und das ist so der Punkt, wo man sagen muss, okay. Und ich bin ganz ehrlich, das habe ich auch schon öfter gesagt, ähm, mir macht Fallout 76 Spaß. Ich weiß, es gibt viele Sachen, die sich da umranken, aber nur Singleplayer. Es gibt, ich will gar nicht darüber diskutieren, wie es ankommt, aber meiner Meinung nach, ähm, sollte Bethesda, und ich liebe Bethesda, ja, das ist kein Geheimnis. Ich liebe es auch, mit dem Bethesda-Deutschland zusammenzuarbeiten, weil die sind wirklich, wirklich, wirklich superlieb und denken immer an die Spieler. Aber die können halt auch nicht beeinflussen, was in Übersee passiert. Das können die halt auch nicht beeinflussen. Ähm, und die müssen es halt aber immer ausbaden, natürlich auch mit. Ähm. Ja, die Creator, Create, Creator Engine? Sollte ganz dringend mal neu aufgerellt, äh, neu aufgerollt werden. Ganz dringend muss die, muss die neu aufgerollt werden. Ah. Ich wünsche mir das einfach, aber ganz ehrlich, das habe ich auch schon, ich, ich glaube, das habe ich im Fallout 4 Let's Play schon erwähnt. Das ein oder andere Mal. Ich fand auch Fallout 4, als es rauskam, war kein schönes Spiel. Es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber es war, als es rauskam, schon kein schönes Spiel mehr. So, deswegen muss ich, ich habe das ja zwischendurch heavy gemoddet. Deswegen auch die ewig langen Ladebildschirme. Ja. Ich habe, ich bin ganz ehrlich, pre-recorded, yeah! Ähm, ich bin ganz ehrlich, mir hat Fallout 4 Spaß gemacht, vor allem durch die ganzen Mods. Ja, wie gesagt, Fallout 4 hat mir Spaß gemacht. Aber es war wirklich kein schönes Spiel, als es rauskam. War es nicht. Es war lange nicht auf der Höhe der Zeit. Ähm, ich habe, du hast Fallout 4 versaut. Das ist die Wahrheit. Ja, ach so, schade. Das ist natürlich doof. Ja, habe ich halt gemacht. Klar. Ähm, ich habe Angst davor. Ich habe ganz große Angst davor, dass Bethesda das nicht tut, mit der Engine und weiterhin auf die Creator Engine setzt und weiterhin auf bewährte Rezepte setzt und mit dem nächsten Spiel sich eventuell... Das hat natürlich mehr Entwicklungszeit, als ein Fallout 76. Das weiß ich selber. Ähm, aber eventuell wird es schwierig. Es wird vielleicht eine sehr schwierige Zeit, weil man wird ganz genau hinschauen. Man wird ganz genau hinschauen. Und ihr kennt die Leute, die sind gnadenlos und die werden Dinge suchen, die sie zerreißen können. Und vor allen Dingen natürlich auch Spielezeitschriften werden sich an Sachen aufhängen, um Klicks zu generieren, wie es ja jetzt schon ist. Ähm, es wird schwierig. Und wenn das dann nicht... Ich weiß, ich weiß, Elder Scrolls 6 soll dieselbe Engine bekommen. Wenn man lange genug dran rumdoktort, kann man natürlich auch polischen. Wenn genug, Fallout 76, noch ein Jahr Entwicklungszeit, kann ich mir vorstellen, wäre anders gelaufen. Ähm, und ich bin ehrlich, die Skyrim Bugs, die Fallout Bugs, die Bugs, die sowieso immer auftreten, Bethesda wäre nicht Bethesda ohne die ganzen Bugs. Also war der Creator Engine aber nur, ne? Also Doom zum Beispiel hatte ich nie Probleme. Ähm, ja. Es sollte aber ein Weckruf sein. Es sollte ein Weckruf sein. Ähm. Es liegt nicht an der Engine. Eine Engine besteht aus vielen Modulen, Bethesda hat gewisse... Ich weiß nicht genau, wie die Engine funktioniert. Ich fasse die jetzt alles als Engine zusammen. Auch die Module. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die aufgebaut ist. Ich hab mich damit nicht, äh, auseinandergesetzt, aber... Ja. Doom ist aber auch ID Tech Engine, nicht Creator. Sag ich ja. Ist ja eine andere Engine. Spielst du noch eine Runde Hitman 2? Ja, vielleicht nicht heute, aber würde ich gerne machen. Hat mir Spaß gemacht. Schwatter, Dankeschön. Vielen Dank, lieber Schwatter. Hm. Och, nicht schon wieder. Och, please. Warte. Eine Sekunde. Äh. So, ciao. So. Hm. Creation Engine. Naja, ihr wisst ja, ihr wisst ja, welche Engine ich meine. Ich mach mal ganz kurz, die Musik ist anstrengend. Ich mag diese 8-Bit-Musik, passt auch gut zum Layout. So, das Problem sind unsere optischen Wünsche. Ein Spiel darf auch 8-Bit sein, wenn der Inhalt immens ist. Lieber breitlegen, das stimmt schon, aber wenn ein Spiel so reell aufgebaut ist, das Problem, das Problem ist nicht, das Map-Design bei Fallout 4 finde ich total geil. Ja, also was die, was die Map-Creator und so, das ist halt das, das ist halt das Bethesda-Ding. Die Welten zu erforschen, liebe ich. Die ganzen Geschichten zu finden, liebe ich. Die ganzen Map-Designer, fliege. Die ganzen Map-Designer, huldig ich gerne. Ähm, Aber das Problem ist, wenn du irgendwo hinguckst, wenn du irgendwo hinguckst oder auf den Boden guckst und die Texturen sind einfach so übervermatscht oder laden viel zu spät nach oder, oder du guckst in die Ferne und da ploppen Sachen erst dann nach und nach auf. Das war schon bei der IT-Tech 5, war das fürchterlich damals. Ähm, das geht nicht. So, deswegen habe ich bei Fallout 4 dann halt auch diese, äh, die 4K-Texturen eingefügt bei mir. Und dann war ich halt auch sehr happy damit. Und das heißt ja nicht, dass die Spiele nicht, wie gesagt, Map-Design-technisch nicht ausgearbeitet wären, sondern einfach nur, dass man wahrscheinlich die Konsolen-Power auf dem PC portiert hat, ohne dann vielleicht noch mal einen draufzusetzen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe keine Ahnung. Lieber Gronkh, wie ist das mit deinem Shop, wenn mir ein Artikel nicht passt? Wegen der Rückgabe. Äh, schick sie zurück. Sollte kein Problem sein. Also Performance hatte ich bei der Engine kein Problem. Auch nicht auf dem anderen Rechner. Aber gut, da bin ich vielleicht wegen der Rechner ein bisschen außen vor. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, dass sich da Telltale so ein bisschen wiederholt. Wenn man auf ein bewährtes Rezept setzt, wieder und wieder. Wie ist denn die Shop-Adresse? http-gronkh.shop Ich sollte vielleicht wieder einblenden hier. Aber ich habe keinen Platz. Machst du nächste Woche Freitag noch einen Mini-Stream? Was ist denn nächste Woche Freitag? Was ist denn nächste Woche Freitag? Wieso soll ich einen Mini-Stream machen? Ich mache doch jeden Freitag normale Streams. Ist da irgendwas besonderes? Der siebte, zwölfte. Ähm. Warum soll ich denn da keinen normalen Stream machen? Ach, ja, stimmt. TTT, Entschuldigung. Am 8. ist TTT. Ne, da werde ich nicht streamen. Stimmt. Hast du recht. Warum soll ich denn? Ja, da strebe ich ganz normal. Bis 6 Uhr morgens. Kein Problem. Also ich glaube, da werde ich, äh, ja. Ich glaube, da werde ich aussetzen, weil Friendly Fire ist. Da bin ich mal vernünftig. Warum ist ein Shop nicht über HTTPS zugänglich? Ist er? Das ist nur die Weiterleitung. Die sollte ich mal, äh, die sollte ich mal auflösen, dass die nicht geframed wird oder so, was da gerade eingestellt ist. Am 8. ist TTT. Hab ich mir da was vorgelesen. Ich lese wieder Chat und sage wieder Worte, die im Chat stehen. Am 8. ist Friendly Fire. FF4, nicht TTT. Ich habe wieder TTT gelesen und automatisch wieder gesagt. Ich bin wieder diesen Nachrichtensprecher. Egal was da steht, ich lese es vor. Weißt du? Gronkh ist ein schöner Mann. Gronkh ist Traitor und tötet Pete Smeet. Was? Nein. Aber doch, die fahren gerade durch die Berge. Ich hasse die. Mitm Cabrio. Bei dem Wetter. Funk hatte vor paar Tagen erwähnt, dass wenn du mit ihm Red Dead Online spielen willst, es erstmal nur morgen gehen würde. Also ich hätte Bock das mal zu testen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir angeschaut. Bei einigen anderen Streamern habe ich es mir angeschaut. Ich hatte überlegt, ob ich an dem Tag streame, als Red Dead Online irgendwie sehr schnell rauskam. Sehr überraschend. Habe ich dagegen entschieden. Ähm. Und... Habe mir das aber trotzdem so parallel mitlaufen lassen bei anderen. Und ich finde Red Dead Online momentan... Es ist lustig. Aber es ist halt einfach... Es ist halt sich zusammentreffen und ein bisschen rumreiten, ein bisschen Scheiße bauen, aber das war es doch, oder? Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Da gibt es noch nicht so viel zu tun, oder? Ja, finde ich auch. Da fehlt der Content. Und während alle bei Fallout 76 haten, wegen anderer Sachen auch, aber halt auch komischerweise wegen Content, obwohl wirklich viel Content drin ist. Ähm. Bei Red Dead Online alle wieder am Kreis wichsen. Heute mein Lieblingswort. So. Komisch. Kleinere Missionen gibt es. Hm. Aber es gibt da eine Charakterstellung! Wow. Genau. Das ist ja... ...was ganz Besonderes. Hm. Findest ein bisschen komisch. Hm. Red Dead Online ist nur ein Bonus gegenüber dem Hauptspiel. Sind wir mal ganz ehrlich. GTA Online... ...mit GTA Online... ...hat, ähm... Rockstar wesentlich mehr verdient als jemals zuvor mit irgendeinem anderen Produkt. GTA Online war dat Ding. Und genau das gleiche soll Red Dead natürlich auch werden. Also die wissen schon, warum sie es machen. Hm. Du sagst doch selber mal. Man soll Spiele nicht so platt vereinfacht beschreiben. Ne, ich sage einfach nur, dass Red Dead momentan leer ist. Das sage ich doch einfach. Das mehr sage ich ja gar nicht. Das Spiel an sich, Red Dead Redemption, mag ich sehr gerne. Hab auch mal ne... Also, ganz ehrlich, ähm... Die Steuerung bei Red Dead, da hab ich geflucht. Aber die Steuerung erfordert 76. Übersteigt das Fluch nochmal um... Ganz ehrlich, die Steuerung erfordert 76. Wer das verbrochen hat, der hat noch nie ein Spiel gespielt. Oder der hat es selber nicht auf dem PC getestet. Never ever. Also, die Steuerung erfordert 76. Das ist einfach... Brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber auch mit der Red Dead Steuerung hab ich Probleme. Und dieses Pferd, was dauernd überall gegenläuft. Immer. Bei jedem übrigens. Wirst du eine Liste veröffentlichen, wann du was. Livestreams zwecks Chat und so. Lieber Topsa weiß ich noch gar nicht genau. Das weiß ich noch nicht genau. Lord Kalf, auch dir Dankeschön. Sagitarium. Ähm... Weil vor der 76 muss ich erstmal diverse Tasten umlegen. Das CZ ist so ganz komisch. Naja. Ja. Das ist ne Beta-Gronk, what the fuck please. Ja, natürlich. Das wird auf einmal sehr viel mehr werden. Ach komm, bitte. Aber da siehst du halt diese Gewichtung, weißt du? Diese Gewichtung bei der Überzeugungsverteilung. So. Ich seh das ja auch wirklich objektiv. Ich sag jetzt, ich sag ja nicht, dass es ein scheiß Spiel ist, um Gottes Willen. Ähm... Aber ich seh es halt ein bisschen objektiv, dass bei dem einen wird gerne... Also, ne, man läuft bei jedem Trend dann gerne mit. Das eine ist Trend, das eine niederzumachen in jedem Bezug. Und wenn es schlecht ist, dann muss es auch in allem schlecht sein. Und das andere, wenn es gut ist, muss es in allem gut sein. So. Ist komisch, ist komisch. Sind Streams für dich genauso entspannt wie für uns als Zuschauer? Ähm... Oder es ist anstrengend zum Beispiel nicht zu popeln oder so. Ja, ich hab hier die ganze Zeit... Mein Finger ist schon in Position und ich muss immer... Schwierig. Ne, natürlich, aber ich muss natürlich die ganze Zeit quatschen. Ähm... Und mich auch konzentrieren auf mehrere Sachen gleichzeitig. Was beim Spielen dann auch nicht so gut klappt. Ich hab übrigens, ich hab gelernt, ich hab beim... Beim Masel. Ja, beim Tenendo. Hab ich sein Schlaflaborvideo gesehen. Die... Die Pan hat mich jetzt reingezwungen. Und... Ich muss, glaub ich, dringend ins Schlaflabor. Weil, so wie er das beschrieben hat, Und... Hab ich nie drüber nachgedacht. Wenn du aufstehst morgens... Sollte man ja eigentlich erfrischt sein. Aber jeden Morgen, wenn ich aufstehe... Fühl ich mich eigentlich genauso, als hätte ich mich gerade erst hin... Ne, als als... So wie ich mich beim hinlegen gefühlt habe eigentlich. Immer so... Immer, immer total erschlagen. Wer ist Pan? Kennst du nicht? So... Ähm... Und... Ich kenn das aber gar nicht anders. Und meine Nase ist halt auch immer zu. Und tatsächlich setze ich auch öfter mit dem Atmen aus in der Nacht. Das hat mir Pan auch ein paar Mal gesagt. Ähm... Dass ich mich immer anstupse, damit ich wieder atme. Weil ich einfach aufhöre zu atmen nachts. Ich krieg das ja selber nicht mit. Hm... Normal in deinem Alter. Das hatte ich schon immer. Das hatte ich wirklich schon immer. Und wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich läuft es bei mir auch aufs Schlafapnoe raus oder so. Ich hab keine Ahnung. Die Pan sah gerade mit anklagendem Zeigefinger. Zeigt die auf mich und sagt, du erstickst immer. Äh... Und dann wache ich auch davon auf, wenn du erstickst. Das... Hau ab jetzt. Gott, was geht los? Muss ich mal wieder verprügeln hier. So... Ja... Also vielleicht, das ist glaube ich... Das ist glaube ich nicht so gut. Und deswegen bin ich vielleicht auch mal so unkonzentriert. Hm... Vielleicht bin ich deswegen so unkonzentriert auch immer. Das kann natürlich sein. Lass mich ständig ablenken. Und jetzt stell mir vor... Jetzt stell mir vor... Dann ist es wirklich das. Und jetzt wird mein Gehirn mit Sauerstoff versorgt. Und plötzlich bin ich konzentriert. Und bei der Sache. Und wach. Was soll denn mit meiner Karriere werden? Die Leute hauen doch alle ab. Hm... Ja, das ist schwierig. Du bist unkonzentriert? Ich bin dauernd unkonzentriert. Hm... Hm... Direkt die Abo. Also ich bin... Ich bin gespannt. Also... Hm? Hm... Was? Nicht mehr ständig einen Anfall bekommen, weil du irgendwas nicht hinkriegst? Guck dir mal die Zuschauer an, wenn ich was nicht hinkriege, alter. Super hartes Rätsel. Zuschauer nach zwei Minuten so... Boah, furchtbar. Da fühlt man sich natürlich unter Druck. So... Frag mal die Paaren, die gerade Wimmelbild gespielt hat. Roxas, dankeschön lieber Roxas. Tschuldigung, hab ich grad nicht gelesen. Ach so, was ich machen wollte. Hab ich ganz vergessen. Ähm... Vielleicht bist du nicht unkonzentriert, sondern nur aufmerksam. Ne, ich bin unkonzentriert. Ich bin immer unkonzentriert. Und ich lass mich auch immer sauschnell ablenken. Aber das Problem ist auch immer, wenn ich hier irgendwas mache... Und dann kommt von allen Seiten Input. Ich will irgendwas machen. Auch konzentriert gerade, ne. Irgendwas jetzt durchziehen. Seine Thumbnails oder sonst irgendwas. Und du hast wirklich... Alle... Alle fünf Minuten kommt wieder irgendein anderer Input. Musst dir noch dies. Und du kannst noch da. Und du hast noch da. Und... Und... Oh, ich hasse das so sehr. Ich kann's gar nicht sagen. Anonym! Nö, kannst du machen. Das kannst du machen. Das ist okay. Solange sie wieder hochlädst. Auf deinem Channel. So lange ist das völlig okay. So, nochmal Roxas. Dankeschön, Roxas. Hm. Hat jemand von euch die Erfahrung mit Schlaf ab Null gemacht? Und hat dann so ne Maske bekommen? Und ähm... Leute sterben daran. Ich hab auch Atemgerät. Oh. Soll ich vielleicht machen? Ähm... To-Do-Liste... To-Do-Liste hilft nicht. Also ich kann die To-Do-Liste versuchen abzuarbeiten. Was das Problem ist, wenn du irgendwas machst auf der Liste. Und du hast wirklich tausend Sachen, die dauernd auf dich einprasseln. Es ist einfach... Und dann musst du das mal kurz machen. 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 Du bist halt einfach raus. Und das geht halt wirklich... Täglich. Hm. Du wolltest noch einen Tisch... Ja, ich zeig... Ich wollte gleich ein paar Sachen zeigen. Ähm... Atemgerät hilft sehr. Ich hab ne Maschine. Ähm... Was für einen Unterschied hat das bei euch gemacht? Habt ihr das über den Tag gemerkt auch? Also wenn man sich den Tag über so immer abgeschlagen fühlt. Ähm... Hat das dann wirklich so einen Unterschied gemacht, dass man... Dass man danach einfach... Viel fitter ist, viel wacher, viel aufmerksamer? Den zerstreuten Professor Merkmann vermisst schon sehr. Ja, das ist wahr. Eine immense Verbesserung. Das merkt man hart. Ist wie ein neues Leben. Ganz anderes Leben. Viel besser drauf. Ja, vielleicht ist es das. Man ist leistungsfähiger. Oh Gott. Bitte nicht. Gereiztheit war auch weg. Ähm... Wa... Was? Was? Sowas hab ich nicht. Nie. Viel ausgeruht da viel besser drauf. Hm. Okay. Wir sind nur random Zuschauer hier. Am besten suchst du den Arzt. Ja, ich wollte nur die... Ich wollte nur die Erfahrung so ein bisschen screenen. Aber ganz ehrlich... Ich glaube, ich soll das vielleicht noch dieses Jahr. Ich würde wahrscheinlich keinen Termin kriegen. Aber... Anstatt ich so wie ein Erdmännchen auf Speed. Ja, pass mal auf, Alter. Shooter King. Geh gleich los. Hm. Mal ne Frage. Machst du eigentlich noch Kickstarter für Games, die dich interessieren? Oder ist das mittlerweile nicht mehr so wichtig? Ähm... Lieber der greift. Du kannst gerne mein Profil schauen. Die letzten Kickstarter-Dinger müsste ich vor ein paar Tagen gehabt haben. Da hab ich zwei Projekte unterstützt. Ich bin da... Also ich kann nicht immer gucken. Ab und zu schau ich halt mal rein. Und wenn ich denke, oh, das ist krass, dann mach ich das natürlich. Hm. Also ich hab gesehen, das kann man inzwischen auch zu Hause machen. Die kommen dann nach Hause. Oder die liefern dir was nach Hause. Oder du musst es abholen, machst es zu Hause. Also auf jeden Fall, dass du zu Hause schlafen kannst. In bekannter Umgebung. Ähm... Das wär mir glaube ich auch wichtig. Vor allen Dingen, weil ich diesen komischen Bio-Rhythmus habe. Ähm... Und dann würde ich das glaube ich... ...lieber gestern als morgen... ...ausprobieren. Und dann, wenn ich das gemacht habe... Bin ich auf einmal voll abgehoben. Obwohl, ne, der Hype ist ja vorbei. Ah, Mist. Schade. Darfst du doch nicht darüber sprechen, wie so der Deal zwischen dir, Tobi und Blizzard mit WoW am Ende doch nicht zustande gekommen ist. Also wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Ähm... Tobi hatte mega Bock. Ich hatte auch mega Bock. Ähm... Blizzard hatte anfangs auch. Ich weiß, ich weiß. Keine Ahnung, was da passiert ist. Kann sein, dass, äh... Das ist tatsächlich auch so eine Sache. Es gibt Mitbewerber am Markte. Ja. Und die versuchen natürlich auch, dann Deals abzugreifen. Und die... Wir wissen halt zum Beispiel... Wir wissen zum Beispiel von einer Firma, die versucht uns dauernd schlecht zu reden. Die versucht uns bei allen Publishern schlecht zu machen. Um sich selber besser zu verkaufen. Ich verrate natürlich nicht, wer es ist. Man würde es nicht glauben. Aber ich weiß es. Weil ich einen guten Draht zu einem Publishern habe. So. Der Stereo. Oh, 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 ja. Das wäre vielleicht eine Idee über Stereo. Den 2017 Adventskalender. Ich hoffe, da sind Fische drin. Ich hoffe, da sind Fische drin. Nein, es ist nicht Playmassive. Es ist nicht Playmassive. Ich sag aber auch nicht, wer es ist. Ich sag nicht, wer es ist. Leute, ihr könnt fragen, wie ihr wollt. Ähm. Ja. Also richtig... Schon richtig arschlochig, muss ich sagen. Und ich kann mir... Ich kann mir vorstellen... Also, auch schon bei mehreren. Ich habe das schon von mehreren Seiten gehört. Ist also kein Einzelfall gewesen. Ja. Doch, sag's! Ich hab schon den Vorker rausgeholt. Hast du vor, beim Mist ein Mäusefell zu machen? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Hm. Hm. Also, was ich vorhin sagen wollte... Ich würde gerne... Manchmal ein bisschen mehr Zeit wieder für Sachen haben, die ich so nebenbei vielleicht gerne mal mache. Und wenn es so Sachen sind, wenn ich sage nebenbei, dann ist es sowas wie das Streamlayout hier zum Beispiel zu ändern. Oder mal da ein bisschen dran weiterzubasteln, was ja vier Jahre brach lag. Ähm. Was ich gerne... Das würde ich gerne hinkriegen. Mir da einfach ein bisschen Zeit zu nehmen. Und dann vielleicht auch weniger auf YouTube, weil das können Leute auch gar nicht gucken. Und dann vielleicht ab und zu lieber mal streamen. Nicht ganz so lange. Wir haben das aber schon mal ein paar Prompten. Nicht Red Dead Redemption mäßig, sondern einfach mal so drei, vier Stunden zwischendurch. Einfach mal irgendwas. Hätte ich Bock drauf. Und dann, ähm. Wenn Leute das dann gucken wollen, die Spiele, wenn sie dann gucken wollen, ähm. Dann vielleicht einfach aufm GrogTV-Channel hochladen. Nicht unbedingt aufm GrogChannel. Da würde ich lieber... Da würde ich lieber wieder ein bisschen mehr Abwechslung haben. Und lieber mehr wieder so Ausnahmeprojekte. So. Bisschen Indie-Games. Sims 4 hätte ich auch wieder Bock. Das würde ich aufm Hauptchannel gerne weitermachen. Ähm. Ja. Halt nicht mehr unbedingt immer diese Triple-A-Dinge. Da würde ich, glaub ich, eher Let's Test machen. Ja. Mach es doch wie Funk. Ne, der Funk macht das Haupt... Also der Funk streamt nur. Der hat nichts bei YouTube. Der hat sonst, ne. Der streamt wirklich nur. Ähm. Bei dem ist das... Auf der Couch ist noch Platz. Für die nächstes hab ich mir zehn Projekte... Und... In die Lurchtasse passt mehr rein als ins Bierglas. Ja, aber die Lurchtasse hab ich natürlich... Die benutze ich nicht. Weil ich möchte die nicht abgrabbeln. Ich möchte, dass sie bleibt, wie sie ist. Ich hab ne Lurchtasse bekommen. Richtig... Hab ich, glaub ich, auch gezeigt. Ähm. Ja. Ja, genau. Vor allem die Endlos-Dinger. Die Endlos-Dinger würde ich halt... Lieber komplett auf den Stream legen. Und dann vielleicht... Auf dem YouTube-Channel... Ähm... Auf dem YouTube-Channel würde ich dann, glaub ich, eher... Ja, wirklich Let's Tests machen vielleicht. Ein bis drei Videos. Und dann sagen, hier auf dem GronkTV-Channel geht's weiter. Vielleicht bei einigen Sachen. Das wär ganz cool. Ich hab nicht gesagt, dass ich kein Triple-A mehr mache. Doom Eternal werd ich auf jeden Fall machen. Ich werd mal... Ich werd da mal ein bisschen selektiver sein. Also Doom Eternal ist ja auch übersichtlich. Da machst du halt... 20, 30 Folgen bist du durch. Aber... Jetzt so parallel... Red Dead, Assassin's Creed... Ich weiß gar nicht, was... Was ist denn noch momentan... Ah ja, Just Cause werden auch ewig viele Folgen. Das ist alles parallel. Das kann keiner gucken. Das... Das guckt auch keiner. Und wie gesagt, es reißt halt den kompletten Channel runter. Und das ist dann so ein bisschen schwierig. Ja. Ham! Würde das dann nachdem die aktuellen zu Ende... Ich glaube... Ich glaub ich würds auch lieber Lola Key... Ich glaub ich würds mittendrin schon ändern. Also bei Assassin's Creed versuche ich momentan die ganze Zeit... Ich hab ja 30 Stunden aufgenommen, die immer asynchroner wurden. Ähm... Und ich versuche die ganze Zeit die Folgen hinzukriegen. Aber du brauchst halt pro Folge brauchst du... Mehrere... Ja teilweise mehrere Stunden hin und her schieben. Einfach nur. Cutten, cutten, cutten. Alle... Ich weiß gar nicht... Fünf bis zehn Minuten musst du schneiden. Also pro Folge... Ich weiß gar nicht wieviel man pro Folge braucht. Ich weiß auch gar nicht wieviel Folgen das werden insgesamt. Das hab ich... Das weiß ich gerade nicht. Aber es ist halt... Es ist furchtbar. Und ich hab überlegt ob ich dann lieber... Vielleicht weiter Assassin's Creed im Stream mache. Ich weiß aber nicht was ich mit den 30 Stunden machen soll. Ich weiß aber nicht was ich mit den 30 Stunden machen soll. Wie gesagt... Ich würde auf dem Wrong Channel lieber wieder ein bisschen mehr Ausnahmespiele haben. Aber das hab ich glaub ich schon tausendmal gesagt. Ich würds aber auch gerne mal durchziehen. Inzwischen. Ja... Ich glaub wenn ich... Wenn ich nen YouTube Channel nicht hätte, würd ich glaub ich auch nur streamen. Schlabber, dankeschön, Schlabber! Da würd ich vielleicht auch die Streams nicht mehr... Äh... Cut das du selber? Ja. Ähm... Da würd ich die Streams glaub ich auch nicht aufm GrongTV-Channel hochladen. Sondern einfach... Stream. Fertig. Hm... Anox, dankeschön Anox! Die möcht ich trotzdem sehen. Egal ob asynchron. Aber die sind wirklich... Die sind teilweise wirklich so furchtbar asynchron. Das ist teilweise Minute verschoben. Du musst bei jeder Folge wieder neu gucken. Wo passt welches Geräusch überhaupt hin. Das ist... Also bis du... Bis du jede Folge erstmal anfängst zu synchronisieren. Bis du irgendeine Übereinstimmung hast. Und dann musst du ja noch Feintuning machen. Damit das genau passt. Das dauert halt Ewigkeiten. Ah, ich hasse das. Lass das schneiden. Dann da Videos andere übernehmen und dann hast du mehr Zeit. Das Ding ist einfach ich mach das jetzt zu Hause. Und ich kann das... Larry ist ein Ausnahmespiel. Jawohl. Äh... Und ich kann die ganzen Aufnahmen nicht irgendwo hochschieben. Hm. Komm mal wieder Trash Games. Ja. Ich hab äh... Sehr viele Trash Games inzwischen wieder. Die ich immer noch nicht aufgenommen habe. Ich hab wieder ganz viele rumfliegen. Hab grad... Bin ja die Sammlung immer noch ein bisschen neu irgendwie umschwurm inzwischen durch mal. Ähm... Bitte lade Agatha Knife als LP hoch. Haben wir das nicht als... Als... Auf GronkTV hochgeladen? Ich bin mir fast sicher. Zumindest hab ich's... Äh... Hab ich's gerendert. Und... Lass doch Pan deine Videos... Ja genau Pan hat nix zu tun. Weißt du? Die gammelt ja auch den ganzen Tag rum. Die macht ja nicht das gleiche wie ich. So. Wie gesagt. Ja. Die Sammlung habe ich jetzt outgesourcet. Welche Trash Games? Also ich hab ein Reitspiel habe ich schon wieder. Ich hab da... Ich hab da so ein paar Sachen rumfliegen. Mhm. Du erzählst doch schon seit zwei Wochen. In der Zeit hätte ich eine externe Platte die Post schon fünfmal irgendwo zugestellt. Lieber Elektron... Es sind ja auch immer wieder neue Aufnahmen. Du glaubst doch nicht... Hä? Es ist ja nicht so, dass in der Zeit nix passiert. Die werden ja trotzdem geschnitten und gerendert. Hä? Mhm. Also Simulatoren. Simulatoren haben wir auf jeden Fall eine Menge noch rumfliegen. Bauernhof-Spiele... Wimmelbild-Spiele hab ich noch ne ganze Menge. Außer Grim Tales. Breath Edge. Hab ich aufgenommen, hab ich nie rausgehauen. Ich hab das noch in der Beta aufgenommen. Oh Mann. Und ich hätte es so gerne rausgehauen. Aber irgendwie... Ja. Die, 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 die... Der Rotlicht-Simulator aus dem G-Log. Ja, den haben wir auch noch nicht gespielt. Mannu. So, was ich zeigen wollte. Und ich hab überlegt, ob ich diese Unboxings nicht vielleicht auch lieber... ...auf den Channel packe. Lieber, lieber WAMC 2017. Ja, ich weiß. Ich hab auch schon geguckt. Ich hab Angst davor, wie der Preis bei Ebay bei neun... ...in neun Tagen ist. Habe ich Angst davor. Ich hätte das so gerne. So, pass auf. Ähm... Warum färbst du deine Haare an der Seite Grau? Weil's cooler ist. Also ist cool. Ist so ein bisschen Witcher-mäßig, weißt du? Hab ich überlegt. Und oben wollte ich dann blau machen, jetzt. Aber so ein tiefes Blau. Nicht dieses dreckige Blau, was alle haben, sondern wirklich so ein tiefes Blau. So ein Weltmeer-Blau. So, pass auf. Ähm... Ich hatte überlegt, eine Sache, die ich machen wollte. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ähm... Eigentlich wäre doch aus Gründen nochmal ein Telltale-Spiel angebracht. Weißt du, warum ich mit Telltale-Games aufgehört hatte? Also auch mittendrin bei Minecraft. Weil ich einfach... Weil ich mir diese... Weil es einfach so billig produziert ist. Und einfach nur auf ne Lizenz aufgesetzt hat. Ähm... Und es war mir einfach viel zu lieblos und viel zu billig, äh... umgesetzt. Und man hat sich einfach nur drauf ausgeruht, dass Minecraft draufsteht. Und dann bei einer... Es war aber genau wie bei King's Quest. Ich konnte an einer Stelle... Bei King's Quest war aber nicht Telltale. Bei King's Quest konnte ich an einer Stelle nicht weiterspielen, weil die Episode einfach so lieblos gemacht wurde. Äh... Und bei Minecraft... Bei den Minecraft-Stories war es genau so. Und tatsächlich... Sind die deswegen ja dann auch letzten Endes... Pleite gegangen. Das tut mir sehr leid. Aber... Ich bin damit halt auch überhaupt nicht d'accord gegangen. So gar nicht. Ich fand's... Es war furchtbar. Hmm... So, was ich... Was ich bekommen habe diese Woche... Oh, hat man jetzt schon gesehen, ne? Das fand ich voll lieb. Der Tommy... Der Tommy Krabbeis, ne? Den ich sehr schätze und der ein unglaublich kreativer und sehr lieber Mensch ist. Ähm... Ich hatte mir damals... Mara... Hatte ich mir damals gekauft, die Buchreihe. Mit so Specials dabei und so konnte man... Da gab's so ne zeitlich begrenzte Aktion. Jetzt hab ich mitbekommen... Es gab ne Collectors Edition davon. Und... Ich hätte mir die gerne geholt, aber da war irgendwie zu spät. Oder ich hab's wieder verpeilt. Ich weiß es nicht. Eins von beiden war... Eins von beiden war der Fall. Und dann hab ich auf... 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 Twitter gesehen, so... Ah, Collectors Edition, voll geil, bla... Und... Der kann... Der wusste das nicht. Der wusste das nicht, ne? Ich hab das mitbekommen, aber der wusste nicht, dass es... Dass ich dann da saß und... Und... Das kam heute hier an. Einfach so. Ohne... Ohne, dass ich irgendwas gesagt hätte. Ohne, dass ich irgendwas gemacht hätte. Hat er einfach... Hat er mir ne Version geschickt. Und zwar hier. Guck mal. Das ist so lieb einfach. Also... Spaß. 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 Ich find das... Ich find das so lieb. Das ist so cool. Guck mal hier. Da sind sie alle nochmal drin. Dann hab ich die zwar doppelt, aber das macht nix. Als Sammler... Ich sammle übrigens auch Bücher. Da halt ich mich stark zurück normalerweise. Das ist halt schon... So, ich hasse Werbung in Livestreams. Um was geht's? Ja, dann mach ich aber gerne Werbung. Auch wenn ich dafür gar nicht bezahlt werde. Muss man aber auch gar nicht. Hier, kauft Mara und der Feuerbringer. Kauft das. So. Der Tommy ist wirklich ein super Typ. Ist wirklich ein super Typ. Ich habe nichts als Respekt und Bewunderung für diesen Mann übrig. Guck mal, ich hol mal ganz kurz ein Buch raus. Das mach ich jetzt auch nochmal. Das hab ich vorhin noch nicht gemacht. So. Hier. Kann man das sehen mit so nem gravierten... Gravierten Einband. Da. Edition Roter Drache. So. Das Buch ist so... Da. 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 Das passt. Das passt ja. Spürst du die lockene Lust? Ich hab immer Glück mit meinen Büchern. Spürst du die lockende Lust? Ach ja. So, immer frei... Was? Oh, ich sollte mal Werbung für einen Stream machen, war? Redstone Army, herzlich willkommen! Oh, warte mal, hier ist ja noch was drin. Guck mal. Hier ist noch was drin. Also hier ist Anhang und Bonusmaterial. Und hier... Okay, hier sind noch so Zeichnungen drin. Ich weiß nicht, sieht man das? Oh, warte. Guck mal. Ich zeig das hier mal. Da... und... Und ein Hammer! Hilfe, hey, der Hammer! So! Der Marmeladen-Gronkh. Die Rechnung. Entschuldigung. Oh, da ist noch was. Oh, da ist noch was. Guck mal hier. Vogel-Experten werden... Kamera. Kamera. Ja, die Kamera stellt sich immer scharf, das ist sehr gut. Jetzt aber. Vogel-Experten werden sehen. Das ist eine gotische Brieftaube. Zack. Ist da noch... Vorsichtshalber? Nein, jetzt war's aber. So. Guck mal ganz schnell hier rein. Anhang und Bonusmaterial. Die Relevanz moderner deutscher Jugendliteratur im Bereich Fantasy für den Deutschunterricht an weiterführenden Schulen. Das ist etwas, das lesen wir alle gerne. So, warte. Hier sind noch Erklärungen von Runen. Runen sind germanische Schriftzeichen. Ah, da werden alle Worte erklärt, die vielleicht noch missverständlich sind. Und hier auf der Leipziger Buchmesse 2018. So. Mach schon Platz, ich bin der Landfurt. Edna! Hallo Edna! Äh, graue Haare. Ja, Level up. Da bin ich dabei. Liebe Edna, da bin ich sofort dabei. Ich müsste vielleicht den, den Körper noch ein bisschen trainieren. Oder vielleicht bin ich, vielleicht bin ich auch der Wein-Geralt. Der Weingut-Geralt. So, warte. Ich steh jetzt mal ganz kurz. Ich meinte grad die Werbung von Twitch selbst. Ach so. Ich mach aber auch grad Werbung. Mach ich aber gerne. So. Gut, warte. Äh. So. Stimmt, Edna HD kommt bald. Da sieht man die grauen Haare auch besser. Hab ich gehört. So. Kommen denn noch HWSQ-Folgen auf Gronkh? Die kommen natürlich trotzdem weiter. VR Chat würde ich auch gerne ein bisschen weitermachen. Ähm. Aber ich würde halt gerne diese, diese ewig langen Serien. Da würde ich vielleicht eine, aber selbst das, ich weiß noch nicht genau. Vielleicht doch mehr auf, äh, vielleicht doch mehr auf, ähm, auf den Stream fokussieren, was das angeht. So. So. Gut. Ähm, 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 ähm. Witcher's Thronebreaker weiß ich noch gar nicht. Müsste ich mir erst mal vorher noch angucken. Identity. Können wir nachher auch mal spielen. Identity kommt irgendwie raus heute Nacht, glaub ich, ne? Für Leute, die nicht wissen, was Identity ist, das ist so ein... Second-Life-Next-Generation-MMO-mäßiges Ding. Es ist ein MMO, was wirklich darauf, was wirklich auf komplettes Roleplay der Leute ausgelegt ist. Nicht irgendwie mit Missionen oder sonst irgendwas, sondern wirklich so ein bisschen, ähm, wie so eine virtuelle Welt. Um 22 Uhr kommt das raus. Ja, dann können wir das natürlich... Ich würde mir das natürlich kaufen, dann testen wir das mal aus. Ich bin noch nicht sicher, ob das gut wird, weil es gibt nur einen Server und wenn alle Menschen auf einem Server spielen, dann werden wahrscheinlich auch, ähm, interessante Menschen dabei sein. Ihr wisst ja, wer das ist. Wenn ganz viele Menschen auf einen Ort kommen, dann sind natürlich auch ein paar Menschen dabei, die vielleicht, ähm, ihre eigene Vorstellung von Sozialisierung haben. Oder von sozialer Interaktion. So rum. Sozialisierung ist vielleicht das falsche Wort. So. Hoffentlich kommt der Bugtruck nicht mehr in Just Cause. Ähm, ne, aber ich hatte andere. Was, Kommunisten? Ja, da kommen die Kommunisten. Ist das das, was so ultra realistisch sein soll? Ja, genau ist das. Und das soll ja auch modbar sein und so weiter. Privatserver sollen kommen später. Ähm, aber jetzt erstmal gibt's nur einen großen Server. Später soll's auch einzelne Server geben. Und ganz ehrlich, da hätte ich voll... Ich hätte da richtig Bock drauf. Und vielleicht wird das ja auch der Nachfolger von GTA RP. Ich weiß es nicht. So. Was ich noch bekommen habe. Oh. Also, es gibt eine Sache, die wollte ich übrigens immer mal machen. Ähm, und ich glaube, da haben wir vor vier Jahren schon drüber geredet. Als die Streams angefangen habe. Ich wollte, glaube ich, immer, ähm, Zuschauerpost in Videos auspacken. Na, also ich kriege auch immer mal Pakete und sowas. Ähm, und Leute fragen immer, wie ist denn ein Update im Gameraum? Das ist vielleicht nicht immer so spannend. Oder vielleicht auch die Sachen, die man so zugeschickt bekommt. Oder die man sich selber bestellt hat auch. Da kommt auch eine Menge an. Ähm, für die Sammlung. So. Redstone! Nochmal! Dankeschön, Redstone! Ähm, jetzt gibt er noch mehr an! Ich zeig ja, ich zeig ja vieles gar nicht im Stream. Sondern nur, nur Collectors Editions und sowas. Ähm, dass man vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht, einmal die Woche... Ist das zu viel? Ich weiß es gar nicht. Dass man einmal die Woche so ein bisschen so ein Quatschding macht. Und ich hatte überlegt, wenn man das am Freitag macht und einfach sagen, wir sehen uns heute Abend 18 Uhr im Stream. Hätte ich vielleicht noch Werbung für den Stream mit dabei. Ich weiß es nicht. Was für Pakete? Getragene Männerunterwäsche. Ja, genau! Ich hab nur Angst, wenn ich sowas mache, dass dann zu viel ankommt. Ähm... Aber ich würd's halt... Weiß ich nicht. Das wollte ich halt schon seit tausend Jahren mal machen. Für mich war das früher mal Life is Feudal, jedoch hat sich das mit der Zeit verworfen, da ich in Life is Feudal ein riesen RP-Potential gesehen habe. Oh, okay. Hm. Gronkh lässt sich durch Zuschauer-Post einkleiden. Nein, lieber nicht. Ich würd... Ich würde wirklich nicht gern... Ich weiß nicht genau, was da ankommt. Mietzman! Dankeschön! Gibt's noch ein Video zum neuen PC? Ähm... Ja, wenn er da ist, könnte man das zum Beispiel perfekt in so ein Video einbetten. Das wär natürlich perfekt dafür. So ein Wochen-Update einfach. Die ganzen GTA-Roleplayer sind auf Identity sehr gehypt. Wenn man alles machen kann, was derzeit in GTA oder AMA leider nicht machen kann. Die vermuten alle, dass es eine Revolution sein wird beim Roleplay. Ein Second Life quasi. Ich glaube, das wird aber erst gehen, wenn man wirklich die Server auftrennen kann. Weil sonst hast du... Das wird so ein riesiges... Gemäsche und Gebäsche, glaube ich. Ich bin noch nicht ganz sicher. Kommandationus, Dankeschön! Und nicht böse sein, wenn ich nicht alle vorlese. Ich quatsch am Anfang immer so viel. So... Darf man Post überhaupt im Stream öffnen? Wegen der DSGVO. Erstens bin ich im Fernsehsender. Und zweitens... In den Paketen drin sind nicht die Menschen, die es verschickt haben. Und ich lese auch nicht unbedingt private Briefe vor. Nja. Lieber Vantica, ich habe sonst... Ich kann mich nicht absprechen mit Sendezeiten, weil ich habe sonst keinen anderen Abend, wo ich streame. Freitag ist bei mir der feste Termin. Wenn der andere da streamen, kann ich nichts dafür. Ich werde diesen Platz nicht räumen. Das tut mir wirklich leid. Und das Problem ist, die anderen Leute streamen ja wirklich täglich. Das heißt, ich müsste ganz aufhören zu streamen. Oh, ja, 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 ja. Du musst mich so warm. Du musst noch ein bisschen offen, du hast den Pony an. Zieh deine Jacke an. Er zieh Handschuhe an. Wie kann dieser Frau kalt sein? Es ist sau warm hier unten drin. Es gibt keinen Sauerstoff. Ich habe Fenster aufgemacht. Ja. So, ich habe gerade einen Kaffee bekommen. In der Lemmings-Tasse übrigens. Die ist schon... Die ist inzwischen schon ein bisschen abgegrabbelt auch. Deswegen trinke ich die aus der Leuchttasse. Weil ich möchte nicht, dass die so abgegrabbelt wird. So. Wir spielen gleich... Wir spielen gleich in der Runde Just Cause 4. Und wir werden auch nicht pünktlich um 22 Uhr Schluss machen, wenn Identity rauskommt. Ich muss ja eh erstmal runterladen. Sondern wir spielen erstmal, solange wir Bock haben. Und danach spielen wir Identity. Also testen wir es mal an. Grong sollte auch samstags regelmäßig streamen. Wie gesagt, ich würde auch gerne öfter streamen. Würde ich sehr gerne machen. Einfach so zwischendurch. Ah. Weniger YouTube mehr Twitch. Bei YouTube würde ich aber auch gerne alle Kanäle bespielen. Ich würde das so gerne machen. Ich würde das so gerne hinkriegen. Alles. Oh Mann. Und ich fühle mich so doof einfach. Es ist die ganze Zeit so scheiße. Weil ich weiß, die Leute... Beim RPG-Channel und beim Retro-Channel sind die Leute wahrscheinlich auch schon inzwischen so desillusioniert. Da kommt ja sowieso nichts Neues mehr. Äh. Und ich verstehe das ja. Ich verstehe es ja auch. Und ich würde es auch gerne schaffen. Ähm. Hm. 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 Inzwischen streamen doch jeder Hans und Franz. Nachher was soll man sich denn richten? Achja. Das hatte ich ja auch schon ganz oft, dass ich kleinen Streamer an die Viewer wegnehme. Das ist immer so bescheuert. Ist einfach. Aber das hatte ich auf YouTube auch. Als der Kanal größer wurde erst so. Ja Gronkh. Wir gönnst dir. Go, go. Und dann als ich größer wurde. Du nimmst klein... Du nimmst klein Let's Play an die Views weg. Das ist immer die gleiche Geschichte. Achso. Übrigens. Ich wollte es nochmal sagen. Was denn? Wie gegen dich? Hä? Was? Nee. 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 Da komm ich natürlich gleich. Ähm. Warum nähst du nicht alles auf deinem Hauptchannel hoch? Lieber Talinom, weil mir das den Hauptchannel zerstören würde. Und vor allen Dingen, weil ich RPG-Channel habe ich für Leute für Rollenspielliebhaber. Und Klugscheißer. Ähm. Was äh. Ja ist egal. Was Skillung angeht. Ähm. Und der Retro-Channel ist für Retro-Liebhaber. Damit da nicht dauernd andere Leute reingrätschen, die das mies machen. Oder sonst irgendwas. Oder Werbung machen und bla. Ähm. Einfach nur. Das sind Nischen-Channel. Weil ich beide Nischen sehr schätze und liebe. Ähm. Und ähm. Ich finde du nimmst Panienplatz im Bett weg. Weißt du wie die Frau schläft? Die lacht gerade selber. Die nimmt neun Zehntel vom Bett weg und ich liege auf so einem schmalen Seitenstreifen. So. Weißt du? Und die liegt wirklich. Die liegt QUER überm Bett. QUER. Ich weiß nicht wie man so schlafen kann. So. Das ist einfach. Ach ja. Und dann als die Katze noch hier gepennt hat. Äh. Das war schön. Ich hab die Nacht fast kein Auge zugemacht. Das Leid hat jedermann in der Beziehung. Ja. Ach. Ich find's ja süß. Aber wenn die Katze dann auch noch hier pennt. Was sie inzwischen weniger macht. Also unser Plan geht auf. Wir entwöhnen sie langsam. Die Nachbarskatze. Die nicht unsere ist. Ähm. Und äh. Äh. Ja. Da war's. Und ich dann wirklich nur so mich einrollen muss. Weißt du? Und ich bin keine gute Rolle. Als Zimtschnecke wäre ich die, die immer so ne offene Wurst bleibt. So. Was ich sagen wollte. Ähm. Hä. Wenn du Bi wärst. Wärst du dann mit einer Frau oder Mann zusammen? Wie soll ich das wissen? Das ist das könnte ich. Wenn ich Bi wäre. Das könnte ich doch gar nicht ahnen. Da wo ich halt mein Herz verliere. Ne. Aber Bi ist ja. Bi ist ja glaube ich sexuell. Ne. Das andere ist ja dann Pan. Oder? Also nicht die Pan. Sondern Pansexuell heißt es ja. Oder ich. Keine Ahnung. Also ich wüsste es auf jeden Fall nicht. Ich sag immer Schlaf ab Nö. Weil das OE geschrieben wird. Sag ich mal ab Nö. Nein. Ich glaube nicht, dass es Sargent Rumpel wäre. Tut mir leid. Ich glaube nicht, dass es der Rumpel wäre. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm. Ja. Funk und ich. Wir sind. Wir sind. Wir sind ja zusammen. Aber das Ding ist einfach. Der Funk ist mit so vielen Menschen zusammen. Da wird es halt schwierig. Nein. Ich wüsste es nicht. Vielleicht wird dann da Günther sitzen. Ich habe keine Ahnung. Das kann man doch nicht. Das kann man doch nicht. Man sucht es sich doch nicht aus. Ja, Funk. Ja, Funk. Ich habe ein paar von hinten auch. Ja, Funk. Ich wäre mit Funk zusammen. Wir hätten eine offene Beziehung. Wir hätten eine offene Beziehung. Und die Wände würden wackeln. Wir müssten alle zwei Jahre umziehen. Weil die Wand Stabilität abnehmen würde. Es würde rieseln. Das ist mein erster Kaffee heute, deswegen trinke ich gerade so angeregt. Angeregt. Hm. Warum nicht einfach Paaren? Wenn du Bi wärst, wäre sie doch trotzdem eine Option. Ja, aber sie hat ja selber gesagt. Funk. Hat sie ja gesagt. Von sich aus. Was soll ich denn da sagen? Soll ich meiner Frau widersprechen? Geht nicht. Hab ich probiert. Kommst nicht weit. So, Studio Inky Fox. Dankeschön. Kann man bei YouTube kein Assassin's Creed mehr schauen? Äh, doch, kann man momentan. Also die Folgen laufen. Aber ich glaube, die haben ja auch schon. Wir haben gerade keine Thumbnails. Ähm. Das wird glaube ich das erste, wo der, wo der Corwin ran muss. Ich muss ihm die Fonds noch schicken. Scheiße, ich wollte das gestern noch machen. Ähm. Ja. Wenn du deiner Frau widersprichst, endest du wie ich darfst aus der Couch schlafen. Ist mir aber so schon ein paar Mal passiert. Ich bin schon ein paar Mal auf der Couch eingeschlafen. Ähm. So. Wollen wir gleich mal... Andrew Ryan! Was ist denn los? Der Andrew! Andrew Ryan hat gerade 20 Subs verschenkt. Wie? Der hat doch schon mal, oder? Andrew Ryan hat insgesamt 120 Subs verschenkt. 120! Was ist denn los mit dir, Andrew? Ja, ich weiß, ich darf nichts sagen. Ich weiß es ja. Aber... Mann! Dankeschön! Und ja, wenn ich mit Paaren Streit haben will, dann mache ich irgendwas mit Comic Sans. Das ist richtig. Boah! Torben! 2210! Dankeschön! Was wolltest du erzählen? Keine Ahnung, wieder vergessen. So. Lieber Andrew! Ganz lieben Dank. Ich muss... Ich muss diese Alerts unbedingt umstellen. Wie machen die anderen Streamer das? Die haben das immer alle schon. Aber die machen das glaube ich auch... Die machen das glaube ich auch... Die machen nur Streams, ne? Die machen glaube ich wirklich nur Streams. Ähm. Comic Sans ist aber nur wirklich Entscheidungsgrund. Ja, finde ich auch. Ganz ehrlich. Und Luna 98! Legt auch wieder los! Luna 98! Ganz lieben Dank! Kann ich ja sehen, wie viel das inzwischen ist. Luna 98 hat inzwischen auch schon 75 Subs verschen... Luna 98 hat inzwischen auch schon 75 Subs verschenkt. Luna 98, ähm... Das ist glaube ich sehr übertrieben, oder? Ich glaube das ist sehr, sehr übertrieben. Uff! Snackle auch dir Dankeschön! Heieiei! Ich werde natürlich am Ende der Streams dann, äh... Alle neuen Subs vorlesen. Oh Gott. Ah hier... Warte mal... Die Frage ist... Ich weiß gar nicht, wie wir halt jetzt zurückhängen gerade. Ähm... RP Performance, Dankeschön! Ich... Ich kann gerade hier nicht genau sehen. Ich habe jetzt hier links... Habe ich jetzt... Stream Labels offen. Da kann ich jetzt reinschauen. Da sehe ich jetzt auch die letzten Donations und bla bla bla. Aber ich weiß nicht genau, wie aktuell das hier gerade ist. Das kann ich jetzt leider nicht erkennen. Das dauert glaube ich noch ein bisschen, bis ich... Bis das aktuell ist, ne? Aha... 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 Drong, du alter Hühnererschrecker kam glaube ich gerade. 19.40? Jaja, ich weiß, dass es 1940 ist. Das sehe ich ja gerade. Verrottet auch dir vielen Dank! Verrottet hat inzwischen 23 Subs verschenkt. Lieber Verrottet, Dankeschön! Verrottet. Kannst du für uns bei eine Million Subs? Ja, das mache ich gerne. Das dauert bestimmt noch ein bisschen. Ja, ich würde die Alerts wirklich gerne... Würde ich wirklich gerne überarbeiten. Das hier finde ich passt eigentlich ganz gut hier ins Design. Und ich würde die Liste auch gerne behalten, weil man da immer so ein bisschen... Aktuell ist. Ähm... Äh... Wohl... Hat der Donald jetzt auch noch. Donald Sadak hat inzwischen 17 Subs verschenkt. Lieber Donald... Jetzt hat er gerade eben... 10 Subs verschenkt. Und Anon Freak hat auch verschenkt. Anon Freak hat jetzt 22 insgesamt verschenkt. Donald Sadak ist bei 17. Ich meine Top-Liste. So, mir reicht's. Vielen Dank. Manno. Dankeschön. Und Evil Regal. Evil Regal. Hat auch... Oh, Evil Regal. Ich erinnere mich immer an. Ich erinnere mich immer an. Steht immer noch hier, äh... Bei mir. Herr Regal. Iber Regal. Ganz lieben Dank. Red Dead Online mach ich kein Let's Play zu... Oder? Hm... Ich glaub Let's Play momentan eher nicht. Im Stream würd ich's machen. Vielleicht sogar, äh... Vielleicht sogar schon morgen. Ist... Ne. Morgen nicht, nein. Morgen geht nicht. Morgen geht leider doch... Ah, scheiße. Ich muss Funk leider absagen. Nein, der Funk hat ja gesagt, äh... Er würde Red Dead Online spielen gerne mit mir. Aber es geht leider nur morgen. Ich kann morgen kein Red Dead Online spielen. Ich hab's wieder vergessen. Ich brauch dringend diese... Ne... Schlaf... Geschichte. Ah, dann hört mal auf jetzt. Power Heavy Metal. Dankeschön. Ich kann doch... Ich weiß gar nicht, wer ist denn wo. Power Heavy Metal hat grad fünf Subs verschenkt. Dankeschön, Power Heavy Metal. Udo Heidmann. Was? Udo Heidmann. Hat inzwischen... Udo, ich schäbe mich das vorzulesen. Ich schäbe mich das vorzulesen. Udo Heidmann hat inzwischen... 670 Subs verschenkt. 670. Nicht alle heute natürlich. Aber insgesamt 670 Subs. Alter. Und Donald... Hört auf jetzt. Ich komm doch zu nichts. Donald... Donald hat gerade 50 Subs verschenkt. Lieber Donald... Drauf jetzt, Mann. Lieber Donald... Viel, vielen Dank, Alter. 67... Es ist einfach... Ach, Manno. Das ist einfach unglaublich. Ich würde das wirklich gerne irgendwo einbauen mal. Dass man das sieht. Man sieht es momentan noch gar nicht. Das ist so doof. Ich muss das mal manuell wollen. Ja, ja. 670 Subs. 670. So. Und Fluttership. Fluttership hat... Ich kann es gerade nicht sehen. Fünf Subs verschenkt gerade. Fluttership, Dankeschön. Hört auf jetzt. So. Und Rotkehlchen auch nochmal fünf Subs. Rotkehlchen, Fluttership, Dankeschön. Reise. Gut. So, was ich sagen wollte. Ich kann morgen leider keinen... Ich kann morgen leider keinen Stream machen. Weil... Morgen... Und... Die Zeit will ich mir unbedingt nehmen. Wir haben morgen Jahrestag... Andrew! Wir haben morgen einen Jahrestag, Mann. Das wollte ich gerade erzählen. So. Andrew hat gerade auch nochmal 20 Subs verschenkt. Wir sind jetzt bei 140 bei Andrew rein. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht zugeschlagen dabei sein? Vielen Dank, Andrew. Ist aber gut. So. Das hatten wir schon mal, ne? Ich erinnere mich daran. Tulipano, Dankeschön. Tulipano. So. Ja, Funk und ich haben einen Jahrestag. Deswegen wollen wir uns morgen halt ein bisschen Zeit nehmen für uns. Da muss die Pan zu Hause bleiben. Luna, ich seh das. Es scrollt gerade durch wie Sau. Luna hat gerade auch nochmal 10 Subs verschenkt. Luna, ganz, ganz lieben Dank. Ja. Ich... Ich hätte gern... Alter, Udo, hör auf! Udo hat gerade nochmal 30 Subs verschenkt. Und Udo ist jetzt... Udo ist jetzt bei 700 verschenkten Subs. Diese Pornomusik ist für dich, Udo. Hör auf! Hör auf! Ich hab hier bei Flash Gordon mit E. Ähm... Äh... Ach du Scheiße. Ja... Ja komm, die Rest nicht... Nein, nein, das sag ich nicht. Das sag ich nicht mal. Sobald es nicht einfach jeder Sub... Das glaub ich auch. Wenn wir jetzt Sub-Mode machen... Es hat einfach gar keinen Effekt mehr. Alter Schwede. Luna... Jetzt hör auf! Luna hat nochmal 5 rausgehauen. Ist jetzt bei 90. Dankeschön, Luna. Aber hör auf jetzt. So, ähm... Ich würde es trotzdem gerne irgendwie noch hier verewigen. Das Problem ist nur, dieser Bildschirm hat nur begrenzt platt... Mann! Ähm... Äh... Wo steht das? Äh... Was? Balileo Balilei. Balileo Balilei hat auch noch 5 Subs verschenkt. Dankeschön, Balileo. Ähm... Und Rüttel. Rüttel hat 10 Subs verschenkt. Ist jetzt bei 26 insgesamt. Rüttel 26... War das glaub ich, ne? Scroll ich immer so schnell durch. 82. 26 Sub. Rüttel 82. Ganz, ganz lieben Dank. So, jetzt aber... Hör doch auf jetzt! Ich will auch JustCore spielen. Reisen hat auch nochmal 20 verschenkt. Klar, warum nicht? Reisen. Ganz, ganz lieben Dank. Wie... Warum machen wir nicht so ein Auktionsding hier? Einfach draus. So. Warte, Mann! Hör auf zu scrollen. Und Atralux 289 hat nochmal 10 Subs verschenkt. Atralux, ganz lieben Dank! Mann, jetzt! Ich kann nicht mal nach unten scrollen den Chat. To... To... Todwave. Todwave hat wieviele? 10 Subs verschenkt. Todwave, vielen, vielen Dank. Das scrollt hier einfach nur so durch gerade. Und Luna natürlich auch nochmal... Luna auch nochmal 10 Subs verschenkt. Ist jetzt bei 100... Jetzt ist aber wirklich gut. 100 ist aber auch... Da musst du Break machen. Das ist so schön richtig gerade. Luna, Dankeschön. Ganz lieben Dank. Ganz, ganz, ganz. So, jetzt aber gut. Ähm... Ich starte gleich einfach Just Cause. Dann hört das alles auf. So, warte. Was? Update, Lillys Wahnsinn. Was? Anonymous User hat gerade... Ich weiß nicht. Es scrollt so schnell durch, dass es einfach so auseinandergerissen ist. Ich weiß es gar nicht. Hat gerade 5 Subs verschenkt. Und... Donator. Viel Spaß beim Vorlesen. Donator. Auch nochmal 10 Subs verschenkt. Dankeschön, Donator. Ich starte schonmal Just Cause 4. Ähm... Mach hier mal kurz Pause rein. Ich mach die Musik mal kurz auf Pause. Komm. Wir starten aber mal Just Cause. Dann hört das auf. Cesareal! Du auch noch! E2 Brutus! Äh... Cesareal ist jetzt bei... 11 Subs. Hat 10 Subs gerade verschenkt. Cesareal, Dankeschön. So, was auf. Ähm... Ich schalte jetzt einfach runter. Warte, warte, warte. Ich kann jetzt hier... Den Bildschirm muss ich ausmachen, ne? So. Ich würde... Äh... Steam... Ich starte jetzt einfach mal... Ich schalte schonmal rüber. Komm. Da hat dieser Wahnsinn einfach ein Ende. Äh... Hab ich alles eingestellt bei Games? Müsste eigentlich alles richtig sein. Ding, 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 ding. Overlay Cam. Das muss nur nach oben. Äh... Ich glaube, sonst war da... Sonst war sowas safe. Okay, pass auf. Ich geh mal kurz auf Overlay Cam. Äh... Auf... auf Games. So. Übrigens ganz kurz. Das hier... Das hier ist ja Games. Das kennt ihr schon, ne? Warte, ich mach mal ganz kurz Vollbildprojekte auf die Null machen. Das... Diesen Bildschirm kennt ihr ja, ne? Das ist... Dr. Happypilz. Dankeschön, Mann. Hör auf! Zehn... Zehn Subs von Dr. Happypilz. Dankeschön, Dr. Happypilz. So. Ähm... Und... Diesen Bildschirm kennt ihr ja. Und woran ich jetzt grade bastle, auch noch nebenbei... Ähm... Ist dieser hier. Man sieht vielleicht, was... Äh... Was das Vorhaben ist. Ich weiß nicht genau. Das Logo ist jetzt natürlich... Das Logo ist nur ein Beispiel da links gerade. Ähm... Das hier wäre das Overlay für DOS-Spiele, glaub ich. Ähm... Ach für... Ach, Super Nintendo hab ich noch nicht drin. Okay. Das wäre das Overlay für DOS-Spiele. Das ist so ein bisschen Retro-Bildschirm. Da bin ich grad am Basteln. Anonymous User, nochmal ganz lieben Dank. Wieder fünf Subs verschenkt. Dankeschön. Lieber Anonymer. So. Ähm... Ich bastle grad am Retro-Bildschirm. So. Wollte ich nochmal kurz sagen, dass man hier vielleicht ab und zu auch mal ein paar ältere Spiele machen kann. Ähm... Ja. Sieht aus wie eine Kreuzung zwischen Patrick und einem Kondom. Black Fox, du weißt, du kennst das Purport Tentakel nicht. Uh... Das ist aber Bildungslücke. Uh... Das ist aber schon... Uh... Das ist schwierig. So. Okay. Ähm... 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 Lad mal... Lad mal starten. Okay. Ähm... Spielen. Achso. Die mach ich aber... Die mach ich aber an. Und... Die scheint auch wieder zu gehen. Okay. Die muss ich vielleicht noch verschieben. Okay. Wie spielt man denn einen Denial of Service? Äh... Kein D-DOS. Sondern äh... DOS wie Disk Operating System. Okay. Ich starte schon mal. Erinnert ein bisschen an Manic Mansion. Das Tentakel ist aus Manic Mansion. Also die Version aus Manic Mansion 2 natürlich. Day of the Tentakel. So Ja, wenn das weiter so geht, dann ist das Ist dieses Verhältnis zwischen YouTube und Twitch dann wahrscheinlich irgendwann so Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon Ja, warte, warte, warte Ihr müsstet jetzt gleich Bild haben, hoffe ich Da ist das Bild Wichtiger Gesundheitsnimmer ist, ich weiß, das wolltet ihr unbedingt sehen, das war genau das Ding Ultima 9, warum nicht 8 Das war Ultima 6, nicht 9 9 ist ix Das war gerade vi Ultima 8 ist besser Das sind ja genau die beiden Perlen, die du dir rausgesucht hast So, es ist sehr laut Achso, was ich noch sagen wollte Ich hatte ja mit Weltwirtschafts ein bisschen abgenommen Kokos Makron über Schlank sein bei Friendly Fire oder vor der Kamera Ist mir ganz egal Da werde ich lieber fett, aber dafür habe ich geil gefressen So Das habe ich mal gesagt Preach it Okay, ich spiele übrigens erneut, nö, ich mach Offline-Modus Ich mach nie Online-Modus, ich mag Online-Modus nicht so gerne So Online-Modus heißt immer nur kompetitiv mit anderen und das will ich gar nicht Ich will ja für mich spielen, also für euch, also für uns So Mh, 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 mh Mit WW jetzt 30 Kilo runter, jetzt kommt die Adventszeit Ja, uns wurde gestern im Autohaus auch Kuchen angeboten Übrigens, äh, liebe Grüße an, äh, an die freundlichen Mitarbeiter im, äh, im Autohaus Ähm Da wurden uns auch Kuchen angeboten Da habe ich dann gesagt Ja, nee Und ich will ja wegen Friendly Fire auch so ein bisschen Wieso fliegt da ein Boot? Ähm Wieso flog da, oh, da flog gerade ein Boot durchs Bild Das ist unser Auftakt zu, zu Just Cause 4 Dass ein Boot durchs Bild fliegt einfach Selbst im Hauptmenü Gut, ja, ich mein Ja, warum nicht? Klar Das fasst es eigentlich, äh, zusammen So Jedenfalls im Autohaus wurde uns Kuchen angeboten Ich habe ihn abgelehnt Weil ich meinte, ich habe ja schon die Wampe Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen, ne, und bald ist Weihnachten Und jetzt zwischendurch mal wieder Und dann kamen, dann waren wir halt auf dem Weihnachtsmarkt Da habe ich aber nur ein Glas Honig gekauft Für meinen linken Arm So Bio-Honig vom Bauernhof Angeblich, wahrscheinlich umgefüllt von Schlecker Ähm, keine Ahnung Da flog kein Boot Natürlich flog da, da flog ein Boot hier so runter Das ist so runter, das hat doch alle gesehen Hier läuft da auch jemand, guck mal da Das ist kein Boot Hier ist grad Krieg und das sieht sehr grün aus, das ist im Grund Warum sind die Farben hier so komisch? Okay, ich mach mal fortfahren Wie gesagt, auf dem Gronk Channel läuft grad das Let's Test zu Just Cause 4 Drei Folgen, nicht mehr Und ich bin ganz ehrlich, ich, ich nehm's mal vorweg Euch verrate ich's, die auf dem Channel werden's sehen Ähm Die dritte Folge Weil ich, ich wollte bei drei Folgen bleiben Und ich wollte keine vierte Folge machen Ich wollte da ganz eisenhart bleiben Deswegen ist die dritte Folge zwei Stunden lang Ciao Watch Time War schön mit dir, tschüss Wieder schön den Channel runtergezogen Ähm Ja Ich hab eigentlich das Maximum eine Stunde pro Folge Plus minus paar Minuten vielleicht Ähm Die dritte Folge ist zwei Stunden Ich konnte nicht aufhören Ich konnte einfach nicht aufhören Ja da nochmal kurz, dann will ich das nochmal probieren Dann da vielleicht nochmal kurz Zwei Stunden Standard jetzt Mach schon Platz Ich bin der Landvork Ja Mann Aber immerhin, ich hab mich an die drei Folgen gehalten So, GT, Dankeschön GT Total konsequent Ja, ich hab drei, drei Folgen Wie ich, wann soll ich die anschauen? Weiß ich doch nicht Ich wollt's doch auch gar nicht So, deswegen Rest lieber im Stream Ja Wird die Watch Time natürlich richtig schön Ah, da sind wir ja schon Ich find die Maus Ich hätte die Maus gerne ein bisschen verschnellert hier Die ist schon aufm Maximum Jetzt muss ich erstmal wieder, ich muss erstmal wieder gucken Truppenbereit Also Ganz kurz, Just Cause, für Leute die es nicht kennen Die Steuerung ist ein bisschen komisch Just Cause zusammengefasst Das im Bild ist Rico Rodriguez Rico Rodriguez Ist ein ganzer Mann Ja, der ist richtig, äh, knallharter Typ Und, äh, in jedem Land, in das der kommt Ist grundsätzlich immer Krieg Und Unterdrückung Egal wohin der fährt, ja, der setzt sich in die Straßenbahn Fährt irgendwo hin, Krieg und Unterdrückung überall Egal wohin Äh, Endhaltestelle, Krieg und Unterdrückung Ganz, ganz Wurst Hallo, ein Undercoveragent der schwarzen Hand wartet in deiner Umgebung Darauf abgeholt zu werden Wie wärs, wenn du dir das Auto schnappst und ihn damit abholst? Seh ich nicht Jedenfalls, ähm, Krieg und Unterdrückung Und wir müssen dann quasi alle Länder bereinigen So, pass auf Und, ähm, diese Die Map sieht hier dann so aus Ich hab schon ein bisschen gespie- Okay, die Steuerung ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig Das ist die Map momentan Ich kann leider nicht weiter rauszoomen, so groß ist die gerade Ähm, da haben wir hier überall Weil, ich hab schon so ein bisschen was befreit Das hab ich halt, das hab ich alles im letzten Test geschafft Also ich war, ich war schon ein bisschen fleißig So, diese Truppen kann ich die Ich, ich, muss mal gucken Hamparas Wir müssen jetzt Fronten avancieren Und wir müssen gucken, wir haben immer Truppsreserven übrig Das ist der strategische Teil hier Äh, der Rest ist einfach nur, der Rest ist einfach nur Bash und Kloppen und Explosionen und alles auseinandernehmen Wir kommen gleich zum vergnüglichen Teil Das hier ist mehr so der strategische Teil Wir haben bestimmte Truppeneinheiten übrig Und müssen gucken, wo wir die Grenzen besetzen können Was wir einnehmen können Ähm, zum Beispiel würde ich als nächstes gerne hier rein Damit wir hier diese Truppen abziehen können Dann haben wir wahrscheinlich da neu, ich weiß noch nicht genau Oder hier Also ich würde mich da unten gerne weiter ausbreiten Das heißt, und hier haben wir wieder was mit Befreiung Mhm, mhm, mhm Die Story Bei Just Cause Von wem befreit? Sind die nun unbelebt? Nein, nein, die sind, die sind unterdrückt von einem, von einem Diktator Die sind immer von einem, ne, irgendein Diktator In jedem Spiel wieder ein Diktator, lalala Ähm, und äh In diesem Fall schwarze Hand Das Spiel ist komisch Also im Grunde genommen, das hier ist der Teil, der ist okay Den kann man machen, also sollte man auch machen Aber im Grunde genommen, ich zeig euch gleich worum es eigentlich geht Ähm Haha So, und Fortbewegungsmöglichkeiten Gibt es natürlich wieder eine Menge So Und das Gleiten und Fliegen Klappt diesmal auch viel besser, man legt sich aber trotzdem immer noch Aufs Maul So zum Beispiel, weil man nicht gegen das Verkehrsschild Deppern will So Moin Jungs Das sind die Bösen So sehen die aus Die halten hier eigentlich die Grenzen Und im Grunde genommen geht es darum Darum geht's So, kann ich mir mal Waffen aussuchen Ist natürlich nicht schlau, weil hier die Grenze ist So Es gibt Sachen, die würde ich bei Just Cause Air nicht machen Weil, also beim neuen Teil Das kann ich auch gleich mal zeigen Ähm, es gibt jetzt überall so Befreiungssachen Zum Beispiel hier Das ist eigentlich keine Befreiungssache Das ist eine Komplettierungssache 0 von 7 abgeschlossen, da musst du ja Stunts machen Lalala, das werde ich auslasten Das ist quasi wie Fragezeichen Aber du musst dann quasi immer irgendwelche Stunts machen Oder mit dem Wingsuit irgendwo rumfliegen Ähm, das lassen wir mal aus Ich bin vernünftig So Okay, aber Grund, das tötet Menschen Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen Weil ich erstmal gucken muss Natürlich wieder Ist schon ein paar Tage her, dass ich wieder gespielt habe Oh, da ist Muni Muni nehme ich mit So, habe ich noch was anderes außer Granatwerfer? Sturmgewehr habe ich momentan, das ist sehr gut So, ich hau erstmal wieder ab So Und natürlich Fallschirm haben wir auch wieder dabei Mit dem Fallschirm kann man sehr gut an Höhe gewinnen Und hier ein bisschen an Speed Dann wieder an Höhe Und dann kannst du theoretisch immer so weitermachen So, also Das ist sehr viel einfacher als bei Just Cause 3 Er könnte uns vielleicht helfen Noch nicht, aber mach ich Okay, hier drüben ist ein Tempo-Stunt Das sind die Sachen, die ich da nicht mache Ich habe jetzt eine Quest gerade angenommen Ähm, die habe ich auch schon im Let's Play gemacht Also im Let's Test, Entschuldigung Höh Das passiert öfter mal Da können wir mal kurz rüberdüsen Mir wäre es lieber, wenn ich ein Heli hätte So Du, 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 du So, warte Ich sage mir, mir fehlt wirklich, mir fehlt wirklich Äh, Moritz bleibt treu als Sprech Oh Mist Ich habe eine Sache vergessen Okay, zum Glück können wir hier länger fliegen jetzt Mit dem Wingstude auch Aber ich habe eine Sache vergessen Äh, ja, damit kommen wir gar nicht vorwärts Ich hätte ein Boot nehmen sollen Na gut Wir schwimmen nochmal kurz hin Das war keine gute Idee Kannste die Kamera irgendwo anders hin Ich mache die Kamera Pass auf, das wollte ich eh noch einstellen Ich mache die Kamera mal kurz Ähm, weg von da oben Ich mache die mal wieder hier drüber, ne Ich glaube, da stört die auch nicht, oder? Warte Kurz mal einstellen So, mach ich mal Ich hoffe, ich hoffe, da hängt die nicht irgendwo drin Okay So Ich habe keine Synchronrolle bei Just Cross 4 Habe ich nicht Hä? Hab da gerade einen riesigen Schatten gesehen Oh, Helikopter Oh, Luftschiff, okay Luftschiffe kann man auch kapern Alles, was man hier sieht Kann man natürlich wieder mitnehmen Oder, oder selber fliegen Hätte ich gerne So Ich finde, der Sprecher Hört sich zu brav an für Rico Weißt du, was ich meine? Zu, zu nett Ist eine gute Synchronstimme Also gut, der Synchronen Sprecher Aber die Stimme ist einfach Achso, vielleicht mache ich mal das hier Achso, vielleicht mache ich mal das hier Aber die Stimme finde ich einfach Ich finde die persönlich zu nett Ich finde die persönlich zu nett So, ich düse mal ein bisschen rüber So Mach dir keine Sorgen, du stürzt immer Okay Aber Mist, jetzt steht da noch die Luftbremse Okay, das ist auch noch nicht so optimal gelöst gerade, ne? Ja, bei Just Cross 3 war ich War ich Heat Da war ich diese Ansagestimme, die man immer hört Was auch Ich schnapp mir mal ein Auto und fahr da hin Das war nicht so schlau Achso, warte, komm Was wir auch gleich mal machen können Pass auf Also für mich ist Just Cross halt einfach nur Chaos und Zerstörung Ich weiß nicht, wie ihr das gespielt habt Wow Lenkt sich super Schwimmt ein bisschen Immer Abkürzung Mit den Fluentsatz Immer eilig Das habe ich auch noch nicht gemacht Einfach über den Berg fahren Pass auf, was ich gerne mal machen würde gleich Das geht halt nicht, ne? Das geht halt nicht, ne? Also ich komme Ich komme mit dem hier halt nicht weiter Also probiere ich mal Folgendes Ich gehe mal ganz kurz hier Man kann jetzt seinen Haken konfigurieren Habt ihr bestimmt schon gesehen in Previews Weil es das Spiel euch interessiert Ähm Ich finde es eigentlich schön, dass ich gerade mal ein paar Sachen erklären kann Nicht immer wie sonst immer Wie geht das alles? Dass ich hier gerade ein paar Sachen erklären kann Ich muss selber auch wieder ein bisschen reinkommen So, wir haben einen Luftheber Einen sogenannten Schubrakete Ne? Wir können selber Konfiguration machen Für unsere Haken Ähm So, und dann habe ich hier Konfiguration B Ist automatisch drücken, halten Automatisch ist Ich schieße ein Ding ins dran Diesen komischen Greifer, den wir da haben Schieß ich dran Und dann funktioniert das schon Dann drucken Äh, drücken, wenn ich F gedrückt halte Und ne, wenn ich F drücke Und wenn ich F halte So, ich zeig euch das gleich mal Pass auf Ähm, ich mach mal ganz kurz Mittel sollte eigentlich Ich mach mal kurz Ich mach mal kurz hoch Komm, ich mach mal hoch Mal gucken, was passiert So Okay So Und wenn ich jetzt hier aufs Auto So ein Ding setze Ja Man kann den Haken jetzt konfigurieren Problem ist, ich kann mit dem Auto halt jetzt nicht mehr fahren Weil ich keine Bodenhaftung habe Aber theoretisch könnte ich mir jetzt noch ne Düse hinten dran machen Und könnte mit dem Wagen Und das geht übrigens auch bei Menschen Ähm, und könnte mit dem Wagen dann sonst was machen Wenn ich jetzt, wie komm ich aufs Dach? Da muss ich mal ganz kurz gucken Äh, Kamera wechseln hab ich noch gar nicht gemacht Oh, okay Das hab ich noch gar nicht gemacht Okay Fahrzeugposition wechseln Halten Dach nach oben Da steht L aus irgendeinem Grund Ich weiß nicht warum Und wenn ich jetzt noch so ein Ballon hier dran bin, ne Ja, dann ist natürlich vorbei Tschüss Welt Macht's gut Damit sind aber auch alle Parkplatzprobleme gelöst Drei Stück kann ich machen Leistung, punktgenaue Landung Hä, wieso krieg ich dann plötzlich Meine Bestleistung steigt Sekunde L gleich linken Stick nach oben Ich spiel mit Tastatur gerade Deswegen macht linken Stick nach oben gar keinen Sinn Das meinte ich ja L ist falsch Ich mach die Kamera noch mal ein bisschen weiter nach oben wieder Und die Dinger vielleicht Die mach ich mal ein bisschen weiter nach unten Weil die stören da glaub ich doch So Jetzt stören die zum Glück gar nicht mehr Vielleicht muss ich die ausmachen Okay, warte Warte, warte, warte Nicht böse sein, bitte Spiel geht ja immer vor Jetzt komm ich mal ein bisschen dahin So Ich hoffe das geht So So war immer mit Mazda Range unterwegs Deshalb so wenig Kilometer gefahren Das ist richtig Okay Ähm Wie kann ich die jetzt Wie kann ich jetzt nochmal poppen lassen Okay, das ist vielleicht nicht so gut Ähm Zurückschauen Wie komm ich nochmal raus Mit Falschem verlassen will ich nicht Mit E spring ich einfach nur raus, ne Mist ich hab's mir nicht gemerkt gerade Mist ich hab's mir nicht gemerkt gerade Jetzt muss ich vor immer hier oben bleiben Juhuuu Wie gesagt, also ich vermisse Moritz Bleibtreu ein bisschen Warte mal Warte mal So, da ist unser Auto gerade Äh, okay Ah, damit wechsle ich die Haken Okay Wie konnte ich nochmal Doppelverbindung trennen X Okay, pass auf Jetzt mach ich mal ganz kurz den hier Keine Parkplatzprobleme mehr Alles klar Ich habe JC3 gespielt und die nicht erkannt Also ich hätte eigentlich auch anders klingen müssen Hatten wir ja schon Pass auf, ich gleite da mal wieder hin Ähm Haben wir irgendwo ein paar Kühe eigentlich? Wenn ihr Kühe seht, sagt mal Bescheid gerade So Okay Okay Boah Das war nicht so blau So Ist immer so ein bisschen, muss man immer ein bisschen üben Da ist eine Straße, wir haben ja noch eine Karre Eine Kuh in der Felsgabe Ja weißt du was, leckt mich doch einfach Mit euren unqualifizierten Beiträgen Weißt du was? Dafür muss dieses Alpaka sterben Warte ich guck mal kurz A war Luft Ach sie sind alle Luftheber Schu- ah ne Schubrakete Die A ist Schubrakete Okay Ähm, dann mach ich mal ganz kurz Y war das Jetzt haben wir auf A Guck mal, das ist ganz langsam Das arme Tier ist langsam Und ihr habt das ja so gewollt, ja? Ihr habt das ja so gewollt Ihr Der Chat hat gerade dazu aufgerufen, dass wir das machen Ähm Ist jetzt halt ein Disco-Alpaka Man, man kann damit schon sehr interessante Sachen machen Ich dachte mit F kann man die wieder zünden Das lebt aber noch, ne? Keine Sorge Das ist nicht tot oder so Ahem Okay Dance Like nobody is looking Das ist mein fetten Breakdance Juhu Ich weiß, bei Tieren ist das echt grausam Lass mal Menschen suchen Da ist es dann viel lustiger Was auch Da drüben sind bestimmt Menschen Da ist doch ein Dorf Guck mal hier So Koksen, Alpakas So Morgen So So Ich schnapp mal gleich das Motorrad Die sind alle da oben Das Ding ist Ähm 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 Gut Das war nicht die beste Idee die ich jemals hatte Wo ist denn das Motorrad? Warte, ich hab, ich hab Fernsteuerung Ein Ufo, ich habe ein Ufo gesehen Diese Düsen sind so geil Und du kannst halt wieder zünden Du kannst die immer wieder anzünden Tschüss Da würde ich jetzt gerne drauf sitzen Mach es gut Mach es gut Okay, warte mal Ähm Ich nehme Wetten entgegen Kommt das Motorrad wieder runter Was würdet ihr sagen Kommt das Motorrad wieder runter Hä, was denn Oh Ähm Oh Wir können es immer noch zünden Es ist so gut Man kann es immer noch zünden Es ist einfach so schön So Warte, kann man das noch sehen? Jetzt kann man es sehen Ich hoffe, ich werde mich überfahren jetzt Habe ich noch nie ausprobiert Okay, pass auf Folgendes Schnauze Arschloch Busfahrer Pass auf Wir machen jetzt mal Keine Verbindung zum Servern Okay, ist mir egal Brauch ich nicht Okay, pass auf, pass auf Wie gesagt Es ist halt wirklich ein reines Spaßspiel Wer da jetzt irgendwie Realismus sucht Ist glaube ich auch fehl am Platze So Drei Stück können wir zünden Ich würde es mal probieren Wie wenig Interesse ich an der Story habe Eigentlich bei diesem Spiel Es ist Wahnsinn So Okay Und ich will einfach Sachen ausprobieren Bin ich ganz ehrlich Ich suche mal kurz eine gerade Strecke Da Mal gucken Zugestiegen dabei sein Hier im Flixbus Nach Gummersbach Ach Ach komm ich mach mal hier Also berghoch geht gut Ähm Also man sollte auf jeden Fall keine Kurven machen Okay, pass auf Ich probier's gleich nochmal Ich muss hätte ich gerne morgens Ich bin mir nicht sicher Entschuldigung Ähm 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 Muss mir mal die Beine vertreten Kann ich da noch draufsteigen? Kann ich da noch draufsteigen? Oh Gott Oh Boah Was? Ähm Bleib bei mir Bleib bei mir Das geht weg Wenn ich Wenn ich komme Geht es weg Das hat eine eigene KI entwickelt Aua Ah ich kann jetzt aber fahren Warte mal Ach schade Schade Ich muss dringend zwei Düsen probieren Ich muss dringend zwei Düsen probieren Warte mal Eine Sekunde Du Schwein Du Schwein Die hat die Kuh getötet Der Autofahrer hat die Kuh getötet Macht Fahrerflucht Schwein Okay warte Ich muss ähm Ich muss mal ganz kurz gucken Diese Kuh ne Die hat jetzt auf der einen Seite was Das heißt auf der anderen Seite ist natürlich ein Ungleichgewicht Wir müssen auf der anderen Seite auch noch was hinkriegen Das ist jetzt auf dem Boden Okay ähm Doppelverbindung trennen Wir trennen die Doppelverbindung Wie mach ich das am besten? Pass auf So Und dann aber noch von unten Leider steht die Kuh nicht mehr Aber mal gucken was passiert Ich will einfach nur mal Ich bin neugierig Wuuu Oh ähm Äh Alter Krasse Action Kuh Wuuu Und los geht's Guck mal sie fliegt mit den Vögeln Oh ist es zu schön Okay Ja das Spiel ist wirklich durch Das Spiel ist wirklich durch Ich sag ich hab Ich kann Ich konnte gestern nicht aufhören Ich hab Sachen einfach die ganze Zeit ausprobiert Und experimentiert Und so weiter Ja Aber die Kuh platzt nicht auf Die lebt halt noch Ne der geht's gut Geht's nicht wundern Was war das grad für ein riesiger Schatten Okay komm Wir gehen mal wieder weiter Wir haben immer noch die Düsen hier hinten Oh die kann ich mal nicht trennen komischerweise Achso Warte 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 Wir haben momentan glaub ich noch drei Dann mal los Was Okay ich muss zugeben Die Düsen hier am Bus Sind mich so wahnsinnig beeindruckend Okay scheiß auf den Entschuldigung Äh Au Au Ah Du machst noch ne Beule rein Du machst noch ne Beule rein Quatsch So warte Okay Die Frage ist Wenn ich jetzt hier oben was dran mache Dann müsste die Düse ja eigentlich Mich auf die Straße drücken Oder? Theoretisch müsste das doch gehen Theoretisch müsste das doch gehen Geiler Schlitten Uuaah Oh no Oh no Oh no Okay Okay Ich muss meine Bestleistung leider überholen Punktgenaue Landung Ich mach da keine Beule rein So Okay komm Wo ist die Straße? Ich wollte ja eigentlich so eine Quest Kerner? Hat er nicht Werbung für Gutfried gemacht? Ich würde echt gerne gerade mit dem Ding Also wir brauchen glaube ich eine gerade Straße Sonst In Querlage Zünden die Düsen sonst immer so komisch Okay Okay ich würde gerne mal was probieren Puh Das war nett Ich kann doch jetzt C Äh Hier Okay warte Wir haben glaube ich nur drei Drei gut Düsen hinten dran Und wir haben Ballon Ich mein was soll schief gehen Wir müssen in ungefähr diese Richtung Dahinten ist der Tornado Guck mal Man sieht den Tornado von hier Voll geil da müssen wir nochmal hin Den hab ich noch nicht gesehen Okay ich lenke wieder in die Richtung Und los gehts Ist der Ballon noch da? Die Fahrradtür ist aufgegangen Der Ballon ist Ich glaube der Ballon ist weg Ist der Ballon weg? So jetzt reichts aber auch Machen wir später weiter Okay Oh Entschuldigung ich hab grad auf den Wagen geguckt Okay pass auf Jetzt ähm Der Tornado ist halt voll geil Hab ihn schon mal in der Preview gesehen Die ich niemals raushauen durfte leider Ähm Aber da würde ich auch nochmal gern hin So wie groß die Map ist im Vergleich zu Just Cause 3 Ich weiß es nicht Ich weiß nicht wie groß Ich weiß nicht mehr wie groß die war Ähm Wirkt gleich groß Aber ich kann mich halt auch täuschen Das weiß ich gerade nicht So kann ich mich hier schon irgendwo festhaken Nein Nein Okay So einmal am Berg rüber Wir müssen da hinten irgendwo hin Ich muss zugeben das Fliegen macht mir manchmal am meisten Spaß Da Gronkh lässt sich nicht leicht ablenken Naja doch Aber hier bei Just Cause ist natürlich auch äh normal Was man feststellen wird Sagen wir so die KI im Spiel ist Experimentierfreudig So Leistung Profi Okay pass auf Ich brech mal meinen Rekord gerade Andere haben wir wahrscheinlich schon 2 Stunden oder so So Adrian Dankeschön Adrian Ich kann es leider gerade nicht Oder kann ich? Ich glaube nicht oder Mit JP machen Naja ich mache eigentlich keine Auto Vlogs oder so Ach nein Ich darf nicht wechseln Schade ich dachte das wäre die Luftzeit insgesamt Also man kann den Rekord easy auf der Straße brechen So Nicht in die Bäume Nein 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 Och ging nicht anders So Lädst du das Spiel auf YouTube hoch? Naja also ich würde gerne wieder auf dem GronkhTV Channel mehr hochladen Aber dann lassen wahrscheinlich Kann ich mich eigentlich auch im Baum festhaken? Sag mal Ja Ja Upsi Upsi Oh Das ist jetzt aber doof Ja wenn die Autos nur Ballons hätten Oben drauf Oh das ist ein Boot Vielleicht kann man mit dem Boot ja was reißen So Oh Drehen die jetzt hier auch um? Also fahren die jetzt noch über die Straße? Okay das ist ein geiles Tuk Tuk Die Tuk Tuks würde ich gerne mal mit Raketen ausstatten Ähm Komm ich mit dem Boot irgendwo hin? Kann ich das Boot rein schieben? Ja Okay das geht Ah fuck Warte 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 Boah hier dran wären ein paar Düsen aber auch ganz geil Soll ich Boot mit Rakete probieren? Ich bin doch nicht sonderlich viel Boot gefahren im Spiel Ich könnte das probieren Okay Machen wir doch mal Alles klar Alles klar Probieren wir mal aus Warte mal Nitrosch Ah das hat aber schon Nitroschuh Okay eine Sache würde ich gerne vorhin noch machen Okay das Boot fährt auch ohne Okay weißt du was Arschlochboot Das scheint sehr gerne zu rutschen Ähm Unten ans Boot Unter Wasser kann ich bestimmt auch dran setzen Aber ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist Ich würde die vielleicht eher hier an den Rücksitzen dran machen Oh das war die falschen Das war offenbar ein sehr empfindliches Boot Ich äh Würde dann vielleicht Mal Oh ist es weg Schade Entschuldigung Entschuldigung Ich freu mich einfach auch über die kleinen Dinge im Leben So die Steuerung ist halt so wahnsinnig komisch hier So Okay Die Dinger kennt ihr ja auch noch ne Also wer den vorherigen oder die vorherigen Teile kennt Der wird wahrscheinlich auch noch diese Gasbehälter und all diesen Kappes kennen So Da hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert Ich mach mal nicht den Granatwerfer Ich mach mal hier Explosionen Explosionen gibt es nach wie vor natürlich auch hier So In mehreren Phasen Mich würde interessieren kann man da einen Ballon dran machen eigentlich Ich weiß ob das ein Ja ist Ah die Ballons platzen leider wegen dem Feuer glaube ich Gut Ja ich überlege ob ich Diesel oder Benziner fahren soll für die Umwelt Hm So Oh da vorne ist ne Base Da würd ich gerne mal hin Ich glaub da war ich aber schon Haben wir die schon eingenommen? Ich glaub die hab ich schon eingenommen Ja du bist der Hammer Hä? Ich? Wat denn? Wat ist denn? Garland möchte eine coole Verfolgung Szene Kannst du das Fluchtauto fahren? Nein Nein Weil ich hab grad ne andere Quest Eigentlich nicht aber Was soll ich machen? Okay cool wir haben dich an die schwarze Hand verpfiffen Sie sind auf dem Weg Hängen sie einfach an Oh danke Ihr seid doch alle wahnsinnig Oh ich hab grad auf die Steuerung geguckt hab das Auto nicht gesehen Okay Verfolgung Szene Gut ich muss nur die schwarze Hand abhängen Boah die bremsen von dem Ding Ja so gelegt ist und so stimmt Was hat denn da gerade gebrannt? Doch nicht wir Moin Freunde Ich nehm euch mal mit Okay das ist immer nicht so gut Nein Okay das Auto fährt sich wie ne alte Wurst Und die KI ist sehr experimentierfreundlich Hab ich die schon erwähnt Okay Ich bin sicher wir hängen die gleich ab Ohne Fahrzeug zu verlassen Schade Weißt du was wir hätten machen sollen? Ballon dran abhauen So tschau Freunde Aufs Weg Setzen Verfolgung fort Jetzt haben sie wieder Sichtkontakt Ich guck mal ob ich das irgendwie hinkriege Jetzt haben sie keinen Sichtkontakt Und keinen Sichtkontakt weil der Zug gerade gestorben ist Schade Wir schicken noch Zielricht in Sicht Zentrale Herr bitte Befehle Verstanden Erfassen das Ziel neu Das Problem ist sie sind hier überall Ich weiß gar nicht wie weit ich fahren muss Damit ich die Quest hier hinkriege Warte mal Kann den Gegner nicht sehen Startesuche Aus dem Weg Oh schade Ich wollte ihn wegboxen mal Sichtkontakt zum Ziel verloren Gute Arbeit Ich habe gehört wir haben echte Highlights im Kasten Zurück auf eure Posten Das Ziel ist zerschwunden So okay dann haben wir das gemacht Äh Zentrale wir werden abgegriffen Keinen Kontakt Man hat's nicht leicht Ciao Hä? Hey du geh das nicht So Okay Warte ich wechsle Waffe Nicht schließen Danke schön Ciao So Also für Leute die sich fragen was das hier ist Das ist halt Just Cause in a nutshell Ballern, Explosionen, alles auseinander nehmen Oh und Sniper aus dem Helicopter Oh Helicopter Gegner befindet sich in einem Abfahrzeug Ähm So ich hoffe die Ballern jetzt nicht hier drauf Nummer eins Verzeihung Tschau Schnell weg So Ach das ist nur so einer Okay ich dachte der kann doch Ballern Normaler Helikopter So Wo müssen wir eigentlich hin? Hier hat was diese komische J-Quest ne Tempo-Stunt will ich nicht machen Ich schau mal kurz auf die Map wo wir eigentlich hin wollten Wir wollten ja ursprünglich hier hin So Zierdicht in Sicht Zentrale erbitte Befehle Machen wir das mal Verstanden Setze Verfolgung fort Lala Lala Luftballon an den Heli Suche nach Feind beenden Nehmt eure Patrouillen wieder auf Ich glaube es lohnt sich nicht weil der Heli kann ja eh Der Heli kann ja eh fliegen da macht ein Luftballon nicht viel Sinn Ich muss gleich pinkeln Joho Also ich lande mal hier auf dem Flugfeld Das wird mir bestimmt wieder gut gelingen So So Vielleicht soll ich abseits vom Flugfeld landen weil da ist nämlich auch ein Segelflieger So Jut Wir sind gelandet Und das Mikro bitte mit auf Klo Ja so spannend ist es nicht Warte Müssen wir hier ins Baumhaus irgendwo rein So Geht die Tür hier auf? Nein Okay warte mal Ich muss mal gucken wo wir da hin müssen Ähm Da unten hin So Die geheime Geschichte von Sully Hab ich im letzten Test leider schon gemacht Und das hier ist ein anderer Spielstand Ich muss einen neuen anfangen Weil mir ist das Game gecrashed als ein 7 GB Update kam Oder 4 ich weiß es gar nicht So Du musst Rodriguez sein Der Revoluzzer Du musst Javi sein Bin ich nicht Aber wir haben keine Zeit für Erklärung Javi meinte du kannst ihm den Kram bringen den er braucht Ach hat er doch Die schwarze Hand hat sein Zoll konfisziert Drüben beim Wasserfall So was bedeutet Just Cause in diesem Spiel eher guter Zweck oder einfach so Äh einfach so Einfach nur weil Wenn du sie erledigst kannst du seine Ausrüstung zum Grabmal vom Sumak bringen Hm So Stimmt Just Cause Hab ich nie drüber nachgedacht über das Über das Wortspiel So wir müssen jetzt wohin? Da oben müssen wir hin So Oben links Mauszeiger Wat? Ach ja Ja in den Zwischenszenen ist immer der Mauszeiger zu sehen Sorry Hab ich grad nicht drauf geachtet So Aua 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 Hey der lebt nur noch Arschloch Oh geil Muni Bleib stabil Also wie gesagt KI ist Ne und so Meistens macht es die Menge an Gegnern Das hier ist noch nicht schwer Aber manchmal hast du halt so riesen Angriffswellen Da wird es dann halt Schon sehr anstrengend So was haben wir denn hier Ah eine Kiste sollen wir holen Alle klar Nehmen wir mal Mh 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 So Herr Rodriguez Hier spricht Rabihuata Hi Tut mir leid dass wir uns nicht persönlich treffen konnten Ich hoffe Das ist meine Zeit wert mein Freund Das ist es Versprochen Fallkontakt verloren Neu vor So drücken Jetzt können wir nochmal erklärt das Enterhaken Oh wir konnten Ich Entschuldigung Wähle Konfiguration A und bearbeite Zugkraft Das ist noch ein bisschen Tutorial So jetzt kommen wir mit dem mit dem Zugmotor Wir bearbeiten das eben So Zugmotor Können wir jetzt nämlich auch auf stark stellen Also man kann diese drei Sachen kann man komplett durch konfigurieren Die Haken und so weiter wie man fröhlich ist Dankeschön Ich muss immer noch pinkeln Ähm Schubrakete brauchen wir dann nicht wirklich glaube ich Oh ich kann grad nichts machen Drücke 1 Öffne die Tür mit einer Verbindung Na gut Jetzt ist das ein bisschen falsch konfiguriert glaube ich Ah Aber scheint trotzdem zu klappen Das ist die Hauptsache Zugkraft ist halt das Ding was die Sachen zusammenzieht Vielleicht was KW Ein Aquädukt Mindestens 600 Jahre alt Und seit seiner Entdeckung von der schwarzen Hand unter Verschluss gehalten Aha Ich werde dir alles erklären Versprochen Im Flugzeug ist eine Karte Da findest du meine Position Ich habe eine Karte Wo muss ich hin? Fangen wir lieber damit an wo du her kommst Dieses Aquädukt ist nicht ohne Grund hinter verschlossenen Türen versteckt Seit Jahren sammle ich Beweise dafür dass die Ureinwohner von Solis sehr viel weiterentwickelt waren als man uns weismachen will Aber die Espinosas mögen es nicht wenn man ihrer Version der Geschichte widerspricht Ich kam ins Gefängnis Meine Frau redet kein Wort mehr mit mir Und mein Ruf ist ruiniert Dein zwielichtiger Freund schien dich für ganz in Ordnung zu halten Ich habe im Gefängnis Verbündete gefunden Leute die die Risse in der Fassade auch bemerkt haben Jetzt helfen sie mir die Wahrheit ans Licht zu bringen Und wofür brauchst du dann mich? Ich glaube ich habe den Weg zu Otto Rongos Grab gefunden Dem letzten Herrscher über Solis Bevor die Espinosas kamen Otto Rongo Laut den Geschichtsbüchern wurde Otto Rongo für zahlreiche Morde hingerichtet Aber ich glaube die Wahrheit ist viel Komplexer Und gefährlicher Für wen? Die Espinosas Und ihr Monopol Wenn dieser Teil der Geschichte nicht wahr ist Was könnte dann noch alles falsch sein? Geschichte Verbrechen Statistiken Wahlergebnisse Tschau Die Wahrheit ist für die Reichen nichts weiter als eine wahre Gibt man genug Geld aus Katsching Und schon wird die eigene Lüge zum Gesetz Nein ich muss da eben hier scheiße Du hattest eine Menge Zeit zum Nachdenken im Gefängnis oder? Du hast ja keine Ahnung Du findest mich am Eingang der Cenote wenn du da bist Der was? Ach das ist Da ist er schon C-Note Tach Javi Huerta Hast du alles bekommen? Ja Dein Versteck ist vorerst sicher Willst du nicht die Waffe weglegen? Das ist keine Waffe Senor Rodriguez Das ist ein Relikt Eine Figur von Otto Rongo Sechzehntes Jahrhundert Und damit wolltest du mich schlagen? Schlagen? Ich wollte weglaufen Um sie zu beschützen Sie ist sehr wertvoll Ja Die schwarze Hand war sehr interessiert an deiner Sammlung Ja nun äh Die Wahrheit ist eine mächtige Waffe Achso Entschuldigung Ich wollte gerade die Alerts ein bisschen Ne weil äh Oh die sind nicht mittig So und die sind natürlich auch mal ein bisschen hier drüber Ich mach mal so Ich hoffe Ne das störe die auch nicht bei den Untertiteln Oskar Espinosa befürchtet ich setze sie gegen ihn ein Und du glaubst wirklich Dass das Zeug in Otto Rongos Grab mir hilft Espinosa zu erledigen? Erledigen? Vielleicht nicht Diskreditieren? Mit Gewissheit Und das ist Otto Rongos Grab? Nicht doch Das ist nur das Grab seines Dieners Sumac Aber ich komme hier gerade nicht weiter ohne meinen Zugmotor Oh Hast du ihn dabei? Haha Verstehe Allzu gut Legen wir los Klar versteht er das natürlich Der guckt sich einmal das Ding aufm Arm an Na klar das ist ein Zugmotor So Otto Rongo So Okay Wir müssen da unten an den Hebel ran Oder machen wir das mal eben Dieses Objekt ist der Grund wieso wir einen Zugmotor brauchen Rico Ich glaube es ist irgendwie mit der unterirdischen Maschine verbunden Heftigst Das klang nach Irgendwas Da ist halt noch die Schubrakete dran Ich stehe rein Ein riesiger Kopf Rico fange ihm Ich weiß jetzt schon was das für ein Tag werden wird Ähm Hab ich den Ball gerade aufgehalten? Das wollte ich natürlich nicht De 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 Ich glaube ich hab Hab ich das Spiel kaputt gemacht? Nein Er rollt trotzdem noch Okay Los los runter Dieser Uma ist eine alte Statue einer wichtigen Persönlichkeit Vielleicht schauen wir gerade in Sumaks Gesicht Ravi Der große Typ und ich sind unten in der Höhle Was siehst du? Schwärze Im Boden ist dein Mechanismus eingelassen Hat etwa dieselbe Größe wie der Kopf Was ist das denn? Das ist ein riesiges Schloss Rico Hä? Und der Uma ist der Schlüssel Kannst du ihn irgendwie mit dem Motor zum Mechanismus schaffen? Wieso flog denn hier gerade eine Warum nicht? Wieso flog denn hier gerade eine Rakete? Okay Zugkraft Einfach reinziehen Ähm Wo bin ich denn? Rico benutzt den Zugmotor um den Uma ins Schloss zu schaffen Ja ja Ich bin gerade hingefallen Gib mir doch mal eine Sekunde So hier Zugmotor Zack Otto Rongo kommt Irgendwas ist passiert Eine Tür hat sich geöffnet Das muss das innere Heiligtum sein Dort schläft Zumak für alle Zeiten Bitte Rico Da ist ein menschlicher Schädel mit einer Kerze drin Zünde sie an Und sei auf alles vorbereitet Da steht etwas an der Wand Und begraben Es bleiben nur noch fünf Betten Kannst du damit was anfangen? Nein Klingt als wäre es eine Zeile aus einem längeren Text Es muss noch mehr geben Wenn wir damit Espinosa schaden können, bin ich dabei Gut Bei anderen, die Otto Rongo nahe standen, wird es vermutlich andere Zeilen geben Du solltest dir die Gräber seiner Familie und seiner Berater ansehen Ich halte die Augen offen Hilf Javi die Wahrheit aufzudecken Suche und öffne die geheimen Gräber von Otto Rongos Familie und Beratern Finde die alten Statuen und folge ihnen Also, ne, wie im vorherigen Teil, wo man dann quasi Werbetafeln alles kaputt machen musste Ist es hier quasi Äh, wie komm ich denn jetzt da hoch? Immer schön gegenpoltern hier überall So, da sind wir wieder draus Ah, Träumchen Autsch Ähm Geh bitte So, einmal raus bitte So, Otto Rongo Ähm Dann Das haben wir gemacht, aber eigentlich Wir könnten hier mal Drahtseilakt Ist halt in der Nähe, könnte man verfolgen Das sind halt diese, also teils Storyquests, teils ich weiß nicht genau was Ähm Gucken wir mal gerade Wir sind Wir sind eher Wieso steht denn hier einfach Ist das er? Ne, das ist nicht er von vorhin Der hatte ne Brille auf Ist das einfach irgendwer? Juhuuu Einmal durch den Dschungel Schlecht gegessen einfach Serbischen Bohneneintopf wieder direkt reingehauen Keine Sorge, der lebt aber nicht Siehste? Das war der Beweis Serbischer Bohneneintopf brennt immer zweimal Da musst du aufpassen So, wir müssen da hinten irgendwie hin Ähm, hallo? So, let's go Guuut Das wird echt nie langweilig Ich will das schon den ganzen Tag machen Hallo Ja, worum geht's denn? Während des Probelaufs ist der Gurt kaputt gegangen Wir müssen den Probelauf aufnehmen, du weißt das Hä? Weiß, 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 weiß Ich kenn dich gar nicht Wicco, kannst du sie an dem Fahrzeug festmachen, damit ich nicht gefeuert werde? Was kann ich? Ach so Ja Das kann ich schon Aber ob das ne gute Idee ist? Oh Okay, ich muss da vielleicht mal ganz kurz gucken Ähm, den Luftheber brauchen wir hier nicht, ne? Konfiguration bearbeiten Kann ich den Luftheber ausmachen? Aus, okay Und ansonsten einfach nur, ähm Die ist ganz voll dichter Rotor Ähm, was haben wir denn hier? Luftheber, Zugmotor Zugmotor, Schubrakete Ich mach Zugmotor Niedrig, ne? Hier kannst du noch Mods freischalten Für die ganzen Sachen hier Garland, ein Mod verfügbar Ich hab, das hab ich noch nicht gemacht Muss ich mal gucken, wie das geht Ich muss immer noch pinkeln So, mal gucken Danke, das hilft echt! Okay Tjaulung Ich hätt mich selber dran festbinden sollen Haben wir jetzt einfach so gemacht War ich hier grad in der Nähe Warum nicht? Okay Dann würd ich gerne noch eins so'n Ding befreien Guck mal hier Das bietet sich doch an Dann haben wir diese Front aufgehoben Ich glaub nach oben hätten wir keinen Wird denn eine Armee wieder übrig Ähm Um irgendwas zu machen Es sind mal verschiedene Sachen Die man machen muss Um die Sachen, um die Gebiete zu befreien Ich muss gleich aber vorher noch pinkeln Sonst, äh Gibt's bei mir ja auch gleich Serbischen Drohneintopf Heia! Warte, was? Ich bin leider grad nicht im Mod-Chat Ich muss das vielleicht noch irgendwo hier auf dem Bildschirm integrieren Oh, okay, dankeschön Die Harvey's Q-Folge ist raus Ich hatte kein Datum für die Veröffentlichung gesetzt Ich bin ein sehr schlauer Mann Aber wie gesagt, äh Ich hab dann ja endlich Hilfe bald So Gut, wir müssen glaub ich Das ist nicht hier, wir müssen glaub ich da rund Ne, wir müssen da hinten hin, oder? Ich glaub das ist die Insel da hinten Kann ich mir mein Boot klauen und dann da den Wasserfall runter? Ähm Gut, da war grad ein Boot Gut Ähm Ähm, was? Hä, was ist hier passiert? Achso Ähm Wo kommen die alle her? So, wer ballert denn hier noch? Wieso kann ich nicht ballern? Geht die kaputt? Nee, ne? Okay, was noch? Ich mach's anders So, machen wir das halt Du hast doch nichts dagegen, oder? Ciao Na, ist ja großartig Na, großartig Ehrlich? Die bims da einmal kurz dran Oh, okay, ich hab Probo-Boost Verstanden! Erfassendes Ziel neu! Okay, pass auf Ich versuch doch jetzt runter zu kommen Auch wenn man grad qualm ist ja egal Nein, bitte nicht brennen, bitte nicht brennen, bitte nicht brennen, bitte nicht brennen, bitte nicht brennen Ich will den Wasserfall runter Jaaaa Ohhhh Shit Okay, ich bin vorhin noch ausgestiegen und sehr realistisch runter gefallen Oh man, ich wollte einen coolen Stunt runter machen, aber leider Naja Hm Bestelldicht! Ziel ist auf der Flucht! Sichtskontakt wiederherstellen! Suche nach Feindbällen! Nehmt eure Patrouillen wieder auf! So Dankeschön Findest du das lustig? Jaa Geht's Bedingt Aber wir müssen eh da rüber, ne? Scheiße So, dann sind wir gleich rüber Oh, das Segelboot hab ich grad nicht gesehen, tschuldigung Ah, hab ich grad nicht gesehen Soooo Gut Wir sind gleich da. Oh, da drüben ist ein Zeppelin. Den könnte man da auch reinfliegen. Das ist natürlich auch schön. Ich hoffe, wir schaffen es darüber. Da ist die Base. Man sieht sie schon auf der Insel. Jetzt wird sie ein bisschen exotisch und ich habe kein Boot. Oder Helikopter. Wäre irgendwie besser gewesen. Zugmotor und Raketen hatten wir gerade schon miteinander verbunden. Also kann man alles kombinieren. Was ist denn mit dem Helikopter? Ähm. Rico, Oja de la Hungla ist ganz in der Nähe. Eine Einrichtung der schwarzen Hand. Große Radarschüsseln und große Raketen. Tatsächlich. Da sind zwei Dinge, die die schwarze Hand nicht haben sollte. Einer von Izis besten Leuten hat sich in die Basis geschlichen und wartet darauf, dass du dich bei ihm meldest. Ich glaube, du wirst ihn mögen, Rico. Er ist ein kleiner Adrenalin-Junkie. Sagento, ich bin bei Ojo de la Hungla. Ist ein Hacker bereit? Ich stelle ihn durch. Es geht los, Alejandro. Rico, ich habe einen Weg gefunden, die Raketenwerfer auszuschalten, die die Basis schützen. Mir egal. Okay, und wie? Wir müssen die Raketen in Abschussposition bringen und abfeuern. Sobald ich das System übernommen habe und die Raketen abgefeuert wurden, sind die Werfer nutzlos. Hacker. Und da komme ich ins Spiel. Ganz genau. Die Werfer sind gesperrt und der Schließmechanismus wird durch je zwei Generatoren mit Strom versorgt. Die müssen weg. Alles klar. Okay. Und wenn die Werfer erstmal in Position sind, finden wir vielleicht noch einen anderen Verwendungszweck für Sie. Dürfte lustig werden. Okay, eine Sekunde. Ähm, pass auf. Es gibt noch was anderes, was ich, äh, was ich neu habe. Ich bin sicher, es wird euch gefallen. Ich geh mal ganz kurz pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Ähm, und so lange habe ich ganz kurz zwei, drei Minuten Päuschen. Bin super wieder da. Eine Sekunde. Oh, ne, 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 ne. Mal gucken. Ich muss noch kurz die Reaktion abwarten. Bis gleich. Moment. Moment. So, sind wir wieder zurück. Mal schnell ein Erfrischungsgetränk konsumieren. Ah. So. Wo bekommt man günstig lustige alte Menschen? Ich glaube, da gibt es ganz viele. In jedem Altenheim. So, warte, warte, warte. Warte, warte. Kopfhörer grad verstellt. Gut. Bin fertig. Kann weiter gehen. Dann, äh, zurück zum Spiel. Ja, jetzt vorbei mit dem Spaß. Jetzt bin ich wieder da. Tut mir leid. Was haben wir gemacht? Ach ja. Wo war ich gerade? Ich brauche auch dringend, äh, hier Schlaf am Nö. Ähm. Jetzt kann ich alles darauf schieben. Moin, Freunde. Okay, euch ist hoffentlich klar, dass ich das tun muss, oder? Ja. Dann müssen wir mal die Flügel stutzen. Wow, was für ein Kesserspruch. Oh. Mann, bin ich gut. Ah, fuck. Sniper. Das Problem ist, äh, das Problem ist, du kannst auf der Base tausend Jahre überleben, sobald du zwei Sniper hast. Erstmal die Sniper ausschalten. Schade, ich wollte gerade die beiden Dinger noch, die beiden Dinger wollte ich gerade noch sehen. Also, Sniper sind wirklich das größte Problem einfach. Du kannst tausend Jahre überleben, sobald Sniper da sind. Moin! Feindlicher Flieger vor allen Dingen, weißt du? So. Ich brauche das Ding. Danke, Freunde, das ist so lieb von euch. Oh, ihr kredenzt mit denen. Okay, was machen wir zuerst? Ach, wir haben nur ne Ladefläche. Oh, fuck, wir haben gar keine Waffen. Okay, weißt du was? Fuck you. Ciao. Äh, der ist genauso schnell wie wir. Ähm. Hat der jetzt den anderen Helikop... Der hat den anderen Helikopter... Ich hasse alles. Ne, der andere Helikopter steht noch, Gott sei Dank. Das kann ich auch, Arschloch. Übrigens ganz kurz, ne, die haben ganz coole Waffen. Cool. Ah ne, das wollte ich auch nicht machen. Warte. Da, so. Zack. Das ist auch ganz nice. Wenn man das machen möchte. Aber ich bleib lieber beim Sturmgewehr. Das ist mir jetzt ein bisschen zu klobig. Oh, Gott sei Dank steht der noch. Oh, der sieht gut aus. Das ist aber ein Transport. Das ist kein... Das ist einfach... Ach, leck mich doch. Boah, ich hab gedacht, ich krieg hier einen richtig geilen Heli. Man kann über die Base fliegen. Was, was hab ich getan? So, die Dinger soll ich kaputt machen hier, ne? Aber ich brauch glaub ich echt einen Heli dafür. Das war zu spät. Okay. Ähm, was... Was war das? Puh, ich glaub ich brauch einen Raketenwerfer für die Dinger, oder? Ah, ich hab Granatenwerfer wieder aufgeführt. Okay. Mal kurz gucken, ob eine Granate reicht. Jo, eine Granate reicht. Sehr gut. Da bin ich ein bisschen geizig. Jo, eine Granate reicht. Sehr gut. Da bin ich ein bisschen geizig. So. Wo müssen wir jetzt hin? Warte, da ist noch einer. Klingel. Möeuh. Möeuh. Er ist wieder los! Bin ich gar nicht. Lügner! Also, man überlebt halt sehr, sehr lange. Außer, es sind Sniper in der Nähe. Dann ist nicht immer so geizig. Und ich brauch Muni Ich hab keine Muni mehr. Schießt ihr auf mich? Oh, hier sind Explosiver Richtig geil die Idee, die Granate leicht zu werfen. Richtig geil die Idee Richtiger Ehrenbratharm So Danke für die Muni. Ich sollte langsam mal ein bisschen in Deckung gehen irgendwo So Okay Ich meine Hotohue frittieren? Achso, das ist aber ein anderes Spiel Von denen kommen wir uns unheimlich viele. Ihr braucht euch gar nicht die Mühe zu machen hier die Base auszuräumen Ist halt schön, wenn man ein bisschen Muni sammeln will. Manchmal ganz praktisch Oh oh Ich bring mich mal ein bisschen in Sicherheit So, mal ganz kurz wieder durchatmen Und das Ding da oben vielleicht aber kaputt machen So, haben wir das jetzt ausgeschaltet? Ist das schon kaputt? Verdammt Jetzt ab So Dann, wo ist denn das Ding? Hä, da oben? Das ist doch das hier Habe ich irgendwas falsch gemacht? Muss ich irgendwas anders machen? War das nicht das Ding? Komm raus Ich hab hier aber irgendwas gesehen was ich nicht gesehen habe Entschuldigung, muss nachladen Kann ich nicht auch so mal, wenn wir schon mal hier sind? Uah Ich habe gerade Eigentlich habe ich gerade, na egal Ich habe 0 von 2 Sicherungsgeneratoren, aber das war doch der Generator hier Spielst du mit Gamepad? Ne, ne ich spiele mit Tastatur So, sieht man ja rechts an der Steuerüberlegung Die Zähler links oben, ja ja, aber normalerweise war das hier der Generator Du Penger Du Penger Seid mal nicht so Die sind echt gemein, die sagen gemeine Sachen Ich guck mal hier vielleicht, vielleicht finden wir hier mehr Ich kann gleich mal, ich werde gleich mal zum Eindringen hier Deine Mutter weiß Bescheid So, zum Muni sammeln ist halt echt gut Ähm Ist hier ein Generator irgendwo? Oder irgendwas was hier, was man sonst auch wo sieht? Nicer Typ Äh, rot markiert ist hier vieles Das da zum Beispiel Aber das wird nicht viel bringen Oh So, warte Ich muss hier irgendwas sein, ich verstehe es nicht Ist aber auch kein Generator Das ist auch kein Generator Da ist ein Generator Wann ist denn da drüben los? Kann man nicht mal in Ruhe Generatoren zerstören? Mann, Mann, Mann Oh shit Shit Oh Feuer Ja Irgendwann ein Raketenwerfer hier Schwarze Türen aufsprengen Okay, ich guck mal ganz kurz, ob ich da vielleicht irgendwo reinkomme Bei schwarzen Türen Ich schau mal eben Wir schauen uns das mal gemeinsam an einfach Hier sind schwarze Türen Und da ist noch dieses komische Ding Wobei mir das rot Das komische Ding ist dahinter Irgendwann liegt Jetzt ist aber gut, Mann Leute Oh, falsche Waffe Entschuldigung Ja Mensch Frohes Neues So, das Ding ist hier irgendwo oben drüber Aber da ist kein Generator Ich glaube auch nicht, dass wir da reinkommen Ne Kann man auch nicht rein Ach, dem Turm ist eine Luke Vielleicht kommst du da rein Ich guck mal grade Auf dem hier Na Na Ich bin grad unsicher Der neue Pro Gamer Herr Gronkh Ja komm, es weiß keiner im Chat Es weiß aber keiner hier grade Was wir machen müssen Wann das da? Warum ist hier so viel Wind? Ich muss intervenieren Ich muss intervenieren Der Wind gibt uns Auftrieb, das ist richtig schön Auf den Türmen haben wir auch nicht die gleichen Sachen, ne? Interagiere mit den Spielelementen Okay komm Wir diesmal rüber Da unten ist noch ein Generator So, aber ich glaube nicht, dass das hier irgendwas ist Wieso habe ich keine Muni mehr? Wieso habe ich keine Muni mehr? Auch nicht Auch nicht Den großen blauen Pfeilen folgen wir hier grade Aus diesem Hier guck Pass auf Da geht es vielleicht noch irgendwie rein, wir wissen es nicht genau Hier war ein Generator Genau unter diesem Pfeil war ein Generator vorher Den haben wir auch weg gemacht Oder muss ich da mit dem Helikopter hin oder was? Ja Das scheint mir Buggy zu sein Ähm Ja, rückwärts fliegen So, hier war kein Generator Wie die sich immer noch bemühen Und eine Handgranate nach dem Fallschirm zu werfen Ist auch so super sinnvoll Wer, wer flackt denn hier einmal? Ist die Gegend? Ach, du bist das Oh, tschau Oh Upsi So Die Türen können wir nicht öffnen, wir sind schon auf Hakenzug Sicherungsgeneratoren Also wir haben die Generatoren aber eigentlich schon zerstört Ich verstehe es momentan nicht Pass auf, ich guck mal ganz kurz auf Wir haben den Zug Schubrakete Zugmotor Auf B haben wir das gerade Okay, warte Wir sind aktuell auf B Ich schau mal eben Er ist echt schnell Strafe dich Okay, wir sind auf B Ich kann doch hier nochmal ausmachen Oder wegmachen Die Türen gehen halt nicht auf Nicht so rum Und ich glaube auch nicht so rum Also vielleicht so rum, oder? Nee, auch nicht Nee, gehen nicht auf Hast du sie auch genug zerstört? Ja, natürlich Türen sprengen können wir auch Geht auch nicht Und ich brauch dring Ich brauch dring ein bisschen mehr Muni Der hat keine Muni, schade Ich bin ein Rätsel B war auf leicht gestellt Guck ich mal ganz kurz Okay, gut Probier das mal Nee Kann die mal langsam aufhören Die sehen noch was ich hier Sachen ausprobier Nee Hält's aber nicht Jo mach mal Machen wir doch mal bitte Feuereröffnung Danke Hä der lebt noch Feuer Okay, ich probier einfach mal alle roten Generatoren zu zerstören Vielleicht aktualisiert sich's nur nicht oben links Kann ja auch sein Und die Pfeile bleiben einfach Wir können mal probieren alle Generatoren zu zerstören Hier war irgendwann noch einer in der Nähe Hier war irgendwann noch einer in der Nähe Da sind welche Wollen wir mal gucken Oh oh Okay Boah, Brödel Wir probieren's einfach mal, mal gucken was passiert Wir machen alles Wir machen alles Wir machen alles rote einfach kaputt Hä der ist gar nicht explodiert Hä? Gut Warte, warte, warte Munition Okay Dann mal los Das ist down 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 Alles klar Oh nein, das geht nur hier lang Oh man, das müsste nach hinten gehen irgendwo Hat leider nicht den Radius nach hinten So, alles wegrotzen Aber leider Oh, tschau Das Ding hat man schon Die Maus ist leider ein bisschen langsam Da hinten nennt man auch Generatoren, ich weiß aber nicht ob die das betrifft irgendwie Wir können mal bei den anderen Markierungen gucken Äh, wir haben aber nur noch Wir haben grad nur die beiden Markierungen hier, ne? Und das sind die gleichen, die von Anfang Oh, das ist ein Zaun Gewesen Boah Klöter M-m-m Also irgendwie hab ich das Gefühl Irgendwas Bei dem Pfeil sind Leitungen auf dem Boden Hier ist keine Leitung auf dem Boden Hier ist ein Pfeil, genau hier ist ein Pfeil, da ist aber keine Leitung auf dem Boden Oder es ist halt unterirdisch, wir müssen unterirdisch irgendwo hin Oder im Gebäude Das könnte sein, aber dann wären die Pfeile eigentlich drüber Hm Sicherungsgeneratoren des Ostwerfers, des Nordwerfers Das ist ja auch nix hier, ne? Oh Das hier sind ja nur... Ne Das ist doof Ich wollte mit euch ein bisschen Progress machen hier und nicht ratlos durch die Gegend fliegen Ich wollte mit euch natürlich ein bisschen mit euch natürlich spielen Das ist jetzt aber doof Was Urin-Gelbe sagen, was? Mission mal neu starten Häääh, starten Ich weiß gar nicht, wo das geht Geht das hier? Inhalt jetzt nochmal vorsetzen, Optionen Zurück zum Hauptmenü Neustarten geht glaub ich gar nicht Also wir raten hier eigentlich nur noch so rum Aber irgendwie scheint es nicht zu sein Der fliegt einfach mitten in der Luft Das macht doch gar keinen Sinn Gestorben sind wir hier ja auch schon Ich probier gleich mal was Ja, schieß in die Gascontainer, genau Ah, ich hab keine, ich hab keine Granaten mehr Warte mal So Okay, wir raten jetzt gerade eh nur noch alle Pass auf Bitte kurz weg Ich schäme mich Ich bitte nicht schießen gerade, ich schäme mich ein bisschen Okay Ich schau mal ganz kurz was Ähm, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken Drei Nachschublieferung Leistung und eine Boma Nachschublieferung Ähm Hier kriegen wir einfach einen Helikopter Pilot wählen Ich will gar keinen Pilot Schnellabwurf Zuladung bearbeiten Ähm Ich brauche einen Helikopter Aber eigentlich brauche ich einen Helikopter Der Was ist denn das? Angriffsdrohne Oh, auch cool Industriefahrzeuge Muss man alles noch freischalten hier Dann kann man sich alles mögliche liefern lassen Ich hätte aber gerne Ein Helikopter geliefert Ich weiß aber gerade gar nicht wie das geht Oh Warte, warte, warte Landleistung, das interessiert mich gar nicht Nachschub Schnellabwurf Der Ladung wurde nichts hinzugefügt Ähm, Ladung bearbeiten Warrior Geländewagen Okay, ähm Pilot wechseln Hallo? So Ah, ich konnte nur für die Mission Schade Ich konnte mir irgendwie Ah, hier, aber das ist nur ein Nutzhelie Shit, ich habe noch keinen Waffenhelie Also was man machen kann Ähm, man kann sich Bin ich noch im Bild? Ja Man kann sich halt Sachen liefern lassen Alles mögliche Ich kann immer testweise hier Abwurf anfordern Und dann kann ich sagen Okay, ich will hier einen Abwurf hinhaben Ist ganz praktisch Komm ganz bescheiden mit dem Flieger da an Und dann kriege ich hier ein bisschen Munition Ist natürlich für die Umwelt nicht so gut So Schade So Ich weiß Komm ich lass mich mal erschießen Ja Er schieß mich Pass auf Er schieß mich hier in diesem Ding Ja, Mann Ja, Mann Er schieß mich Wenn ich geh, okay Ich bin Bums Oh, ich geh mit Bums Oh, ich geh mit Bums Oh, ich geh mit Bums Macht's gut, Freunde Gut Vielleicht geh ich nicht so richtig mit dem Bums Ich stell mich mal hier in die Düse Ähm Das scheint jetzt nicht so beeindruckend zu sein mit der Düse Wie kann ich denn immer noch leben? Wie kann, wieso leb ich denn noch? Leichte Schürfwunde Und gebräuntes Gesicht Ja Das Einzige, was mich umbringen kann, sind Sniper Wir spüren uns auf normal Ich wollt's nur sagen Was ist denn das? Wieso? Okay Ich verstehe nicht ganz warum Schade, ich dachte das geht Okay Ähm Mitarbeiter bei Nokia gewesen Tja, na gut Ne, wenn ich hier irgendwelche Hebel umdrehen müsste, dann müsste eigentlich stehen Du musst Hebel benutzen Und dann wär das Ding eigentlich an den Hebeln dran Hä, ich hab noch einen einzigen Schuss in der Tasche Da ist noch irgendwas Ja, was ist denn das hier? Hab keine Muni mehr Da war ein Heli vor mir? Wat? Ich guck gleich nochmal, warte mal War das der Transport-Heli, den wir gesehen haben? Ich brauche eben ganz kurz nochmal Muni, warte mal Äh, Leistung Hier, nein, da 2, 10, okay Nimm ich den hier Schnellabwurf Ähm Der Nutze, lieber den brauchen wir nicht Hier mach ich mal ganz kurz Ladung Zubereiten Ich nehm mal Sturmgewehr Mehr können wir eh nicht machen Let's go Ne, Granatwerfer hat gar keine Muni mehr Der ist leer Ich kann Waffen gar nicht mehr wechseln Jetzt haben wir 35 Muni Jetzt haben wir 35 Muni Ne Alter, ernsthaft Ernsthaft Warte, ich sammel nochmal schnell Muni Scheiße, ich hab keine Muni mehr Geh mal los Oh, das wollte ich gar nicht Ich wollte eigentlich Ah, jetzt geht doch nicht immer aus dem Weg Verpestig Dankeschön Ah, das sieht schon besser aus So Das einzige, was nicht rot ist Ja, das stimmt So, Schnauze nach oben Okay, das Gute ist Jetzt wird's dunkel Jetzt sieht man die Dinger noch schlechter Das ist sehr gut Ähm, es müsste hier irgendwo sein Der Generator ist kaputt Aber Das spielt ja offenbar gar keine Rolle Die kriegen jetzt richtig Pfeffer im Arsch hier hinten, ne? So, Dankeschön Hat jemand von euch diesen Kasten gesehen? Das sieht interessant aus Na, sieh mal eine an Achso Ja Du bist das Entschuldige bitte Wollte ich nicht Der erste Werfer ist freigeschaltet Okay Was? Na, großartig Ähm 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 Au Aua Au Ähm Okay Ich weiß nicht, was es ist, aber es gefällt mir So, dann fliegen wir mal rüber Jetzt wissen wir's natürlich Eine Beta-Version, das komplette Spiel ist exklusiv halt wrong Äh, das ist schon rausgekommen gerade glaube ich, ne? Um 18 Uhr, oder? Oder zumindest Die NDA ist gedroppt Um 18 Uhr Deswegen dachte ich, wäre vielleicht eine gute Idee, wenn wir das heute im Spiel noch mal, im Spiel noch ein bisschen weiter spielen Autsch Sehr gut bewacht hier So, uuuuuh, Granatwerfer nehm ich gerne So, Scharfschützengewehr Achso, das war falsch Oh, ah, ich hab Waffen gewechselt, das wollte ich gar nicht Okay, aber Scharfschützengewehr ist hier glaube ich eher unbrauchbar Entsichert und geladen Ich bleib mal bei der Smart Rifle So, wir müssen da hinten hin Hallo mein Freund, mein kleiner Raketenwerfender Freund Der lebt noch, ne? Der lebt noch, ne? Ich hoffe jetzt nicht mehr So Okay, der lebt immer noch Der nächste Werfer ist bereit Aktiviere den Raketenwerfer Uff! Ist das Spiel gerade Uah! Da fliegen Raketen Warum? Ist das Spiel gerade zu laut? Ist das Spiel zu laut Für, äh So Oh Man kann sich leider nicht aus der Kanone schießen Das ist halt, das bemängle ich auch ganz hart Etwas laut, die Musik vielleicht ein bisschen, okay Ich guck gleich mal Das ist ein Heli, geil! Hier ist nichts, ne? Ne Doch, da Der letzte Werfer ist freigeschaltet Endlich Fahre ihn hoch Das wird super Was? Du kannst mich abholen Ich bin in der Garage im Südwesten der Basis Schnapp dir ein Auto und komm vorbei Wenn du da bist, mach einfach Aua 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 Bring ein Fahrzeug zur Garage Ja, Siggi Aber ist das da drüben das Fahrzeug oder ist das, äh Ja Ja Das ist ein Zeug Hilfe So Ich bin mal gespannt, ob man durchkommt gerade So Ja, das war wirklich ein bisschen Abfahrt Naja Äh, wo muss ich hin? Äh Achso Hierhin Hupe, um den Hacker zu rufen Ist das das richtige Fahrzeug dafür? Ich komme, ich komme! Ist das hier das richtige Fahrzeug, um durch die Base zu fahren? Wir müssen eine Konsole auf der anderen Seite der Basis erreichen Aber zwischen der Konsole und uns liegt eine Schlucht Über die müssen wir rüber Warum nicht? Ich hab mir den Grundriss der Basis genau angeschaut Wenn wir schnell genug über einen der Werfer fahren Könnte doch ein lustiger Weg sein, auf die andere Seite der Schlucht zu kommen, oder? Ja, sicherlich Es hängt auch nur das Schicksal der Menschen dran, so Naja Wenn man sonst nichts zu tun hat Kann man ja mal das machen Und los geht's Ähm, und wie soll ich, deiner Meinung nach Vorsicht Oh nein, jetzt haben wir noch nicht Oh nein, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände Oh nein, jetzt haben wir noch einen Helium im Arsch Die Scharfschützen sind doch nicht der Wahnsinn Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet Bereithalten Ich muss den Wagen gleich irgendwie gerade halten In der Luft Und los geht's Das ist schon besser Gegner hat Angriffe eingestellt Haltet die Augen nach dem Offen So Scheiße, ein Geschützturm Ich kann hier aussteigen Ja, Sigi kannst hier aussteigen Ich muss mir mal die Beine vertreten Hab ich gefunden Zeit gesichtet Achte auf feindliche Fallschirmjäger, Bruder Ja, Bruder Brudi Kein Problem Was? Hilfe? Ähm Was passiert denn? Was? Ist das nicht ein bisschen übertrieben gerade gewesen? Ist das... War das nicht gerade vielleicht ein bisschen over? Das irgendwie... Okay, klar Welt explodiert Ich kann hier aussteigen Hä? Wie? Du bist schon längst aussteigen Achte auf feindliche Fallschirmjäger, Bruder Ja, Bruder Da komm ich noch nicht dran Wer schießt hier denn ständig auf mich? Ich seh nicht von wo die Schüsse kommen Wahrscheinlich von oben Aber... Aber... Das ist das aber nicht Aber... 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 Oh. Ja sicher, lauf doch genau dahin, wo alles schießt du. Der Hacker mit dem Mega-Brain, weißt du? Die zweite Konsole hat dich... Okay, was ist jetzt? Decke den Hacker. Naja, nicht ganz freiwillig. Scheiße! Ein Geschützturm! Aha. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Feindkontakt, verstanden! Feuer nach eigenem Ermessen! Bis dann! Das Zielsystem ist unbrauchbar. Okay. Oh, Entschuldigung. Ja, das ist ja Zeit. So, Hacker, wie sieht's aus? Was? Zur Jucker! Ich kann's doch grad nicht lesen, Zur Jucker! Dankeschön, aber Alter, ich kann grad nicht lesen! Was muss ich denn jetzt hier... Der Hacker macht nix. Bring ein Fahrzeug... Ja natürlich, Taxi erstmal rufen. Warum nicht? Das Ding ist euch klar! Uff! W- 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 Aber noch nicht mit dem hier. Das lässt sich sicher einrichten. Okay, okay. Dann mal los. Tschüss. Oh Gott. Bringe ein Fahrzeug zum Hacker. Ich nehme das nächstbeste Fahrzeug. Ja, jetzt noch mal über die Schlucht. Ich hätte auch mit dem Flixbus, hätte ich auch drüber fahren können, über die Schlucht. Nein, ich will nicht mit dem hier. Nein, können wir nicht, Mann. Bist du doof? Das lässt sich überhaupt nicht einrichten. Jetzt muss ich mit dem wahren. Geht C. Hoch. Wir machen das jetzt. Ach so, oder? Scheiße, ein Geschützturm. Mal gucken, was passiert. Es wird furchtbar schief gehen. Let's go. Oh, Hilfe. Wir haben es geschafft. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben es geschafft. Okay, die Sniper nerven ein bisschen. Oh, die Sniper sind so ätzend. Einfach, die sind Helikoptersniper. Und hier sind mehrere Sniper. Das ist nicht nur der Helikoptersniper. Und hier sind auch andere. Oh, 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 oh. Ähm. Ciao. Ich glaube, das waren die. Jetzt müssen wir kurz gucken, wie ich da wieder hinkomme. Der Hacker ist stabil, oder? Der Hacker ist sehr stabil. Ich habe ein Heli auf dem Schirm. Haltet die Augen offen. Helikoptersniper, wir geben mich zum Einsatzgebiet. Spaß beginnt. Nein, ich komme da nicht hin. Jetzt. Danke, Heli. Stabiler Hacker. Ich muss den Scharfschützen dringend ausschalten. Ist schon kaputt. Ah, die sind schon kaputt. Haben wir schon gemacht. Stabiler Hacker. Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, wo ich das immer wissen. Aber ganz ehrlich, es sind doch eh schon wirklich viele. Ich komme nicht ran. Natürlich. So, Start und Dschungler, abgeschossen. Dschungler. Geiler Hacker. Richtig krass, wie er sich ein Auto schnappt. Heftiger Typ. So. Bisschen Mutti. Luftunterstützung unterwegs. Alles klar, brauchen wir aber nicht mehr. Wir haben eigentlich schon... Eigentlich haben wir ja schon die Base eingenommen, oder? Das geht jetzt anders als bei Just Cause 3. Wow, was für ein Mega-Stump gerade. Haben wir einen Helikopter? Nope. Schau mal ab. Zentrale, wir haben keinen Sichtkontakt mehr zum Feind. Zentrale hier. Finde den Gegner. Hier ist ein Flugfeld. Hier wird doch irgendwas sein, was fliegt, oder? Außer mir, meine ich. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft ausgerufen. So, Truppen bereit. Wir haben hier... Das Ding haben wir eingenommen. Und jetzt können wir da einmarschieren. Jetzt haben wir die Base eingenommen. Ist ein bisschen anders als bei Just Cause 3. Ich vermisse es ein bisschen, weil bei Just Cause 3 musstest du ja quasi alles erstmal auseinandernehmen. Und hier... Huch, hier oben haben wir auch eingenommen. Oh. Okay. Das heißt aber, wir müssten als nächstes hier nach Isla Kaupjes. Kaupjes, yes, 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 yes. Ähm, damit wir die hier loswerden, dann kommen wir nach Kunker nach oben. Aber eigentlich wollte ich dann hier unten... Da wollte ich eigentlich ursprünglich hin. In diesem Hafen werden Schiffe über die schwarze Hand produziert, beschafft vor dem Entsenden der Armee, des Chaos Blaupaus und alle Schiffstypen. So. Hm. So, Sir Yucca. Alter, 100 Euro. Bist du bescheuert? Entschuldigung. Ich meine natürlich, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, einen schönen Abend zusammen. Vielen Dank nochmal. Und Lari Safari, auch dir natürlich Dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank. Und Sophia aus Hildesheim. Mensch, da war ich mal. Liebe Grüße nach Hildesheim. Das liegt bei Braunschweig. So, okay. Das Ding ist einfach, es gibt viele Spiele, was ich ja sagen wollte. Es gibt viele Spiele, die sind ein bisschen größer, wie Just Cause natürlich auch. Ähm. Und wir würden es, wenn wir nur am Freitag streamen, würden wir es nie schaffen, ähm, die jemals durchzuspielen. Es sei denn, ich würde halt nur noch alle Let's Plays auf Twitch aufnehmen, aber das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht, weil es irgendwie komisch. So, alles nur noch auf Twitch aufnehmen, fände ich irgendwie merkwürdig. Deswegen würde ich das halt gerne in Zukunft trennen, dass man hier, ne, wie, wie zum Beispiel Just Cause, wenn man hier die größeren macht, vielleicht auf dem Channel dann so ein schönes Let's Test. Just Cause ist ein schöner Testcase dafür. Wow. So. Oh, ich glaube, ich hätte mir doch ein Auto schnappen sollen oder irgendwas, ne? Und ich glaube, das macht ja auch mehr Spaß. So eine Szene wie eben, wo man die ganze Zeit sucht, macht im Stream halt, naja, ich meine, die ist für alle, die stecken ja alle im selben Boot. Wenn ich das alleine mache und dann Let's Play, ist es halt nervig, weil man dann ewig lange rumsuchen muss. Ähm, aber zusammen im Stream ist halt immer was anderes. Deswegen. Das ist die KI. Das ist normal. Das ist Just Cause. Das ist jetzt nicht teilspezifisch. Ein Relikt zum Ruinieren in der Nähe. Okay. Da hinten kriegen wir ein Boot, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Red Dead Redemption wäre zum Beispiel auch so ein Stream-Spiel einfach. Spiel 5. Ähm, das wäre eher was für ein Stream als für, als für ein Channel. Da würde ich dann vielleicht ein paar Folgen machen, den Rest auf dem GrandTV-Channel. Aber dann hier ist ein Boot. Ja, Zigarillo wäre richtig schön. Ähm. Wie die Boote hier aufpoppen. Pech gehabt. So, let's go. So, Turbosprung. Ah, das war das. Nein, ich habe niemanden gesprochen. Turbosprung! Turbosprung! Ach, schade. Ja, ernsthaft? Ist das ein Panzer? Das ist auch ein Boot! Ach so! Ernsthaft? Turbosprung! Turbosprung! Ich fahre mit dem Boot, mit dem Boot. Turbosprung! Ah, es geht. Turbosprung! Zusätzliche Einheiten der schwarzen Hand sind unterwegs. Geil! Bin sehr dankbar. Ciao! Ist das ein Auto? So. So, let's go. Moin! Oh nein, ich fange mit Bombardierung an. Das ist nicht gut. Aus dem Weg, Mann. Bist du bescheuert. Oh, oh. Ich weiß nicht, wo die Straße hinführt, aber ich hoffe, die führt uns da hin, wo wir hinwollen. Nein, jetzt fahren wir doch nicht den Weg. Und bitte keine Bombardierung auf der Brücke. Das wäre echt ungeil. Oh, puh. Heute ist der Chill-Stream, ne? Man merkt das bestimmt ein bisschen. Oh nein. Wendekreis! Entschuldigung. Alte Angewohnheiten. Die Brücke zerlegen wäre sogar sehr schlau gewesen. Am besten vor mir halt. Das wäre eigentlich sehr schlau gewesen. Aber so gut ist die Karte hier leider nicht. Ziel nicht in Sicht. Zitane, er bitte Befehle. Also natürlich, unser Fahrzeug ist stabiler als die anderen. Es geht primär um Spaß. Es geht nicht wirklich um physische Relevanz oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur um Spaß. Oh, schade, ich wollte wieder Wendekreis sagen. Zurück auf eure Post. Das Ziel ist verschwunden. So, wieder gut entwichen. So. War ich ein Sprung? Nee, ne? Zu spät gesehen. Ich habe mich gerade auf die Steuerung konzentriert, dass ich rechts gucken kann. Wendekreis. Vorausschauend fahren. Moin. Wendekreis. So. Entschuldigung, Wendekreis. Gut. Die Leitplanken bringen natürlich nix. Sie sind nur, ne, damit es optisch ist und vielleicht man sich ein bisschen orientieren kann. Alter, wie die Autos hier fahren. Weicht einmal den Gegenverkehr aus. Das ist ein sehr langer Weg. Ich glaube, ich hätte doch fliegen sollen. Also, ich nehme mal ein paar Abkürzungen hier. Oh, ah. Oh, Gott sei Dank. Wieso ist der umgefallen gerade? Hä? Ich will tanken, Mann. Uuah. Hm. Ach, dieser Ort macht mich nervös. Ich brauche ein Zigarillo. Ich kann nicht glauben, was heutzutage los ist. Hm. Dankeschön. Ciao. Oh, der lenkt sich nicht mehr so gut. Der schwimmt. So. Oh, Entschuldigung. Ich wollte gerade ein bisschen die See bewundern. Mit unserem sehr neuen Auto. Ich dachte, dass wir mal schneller da sind. Habe ich ein Nitro mit dem Ding? Nee, ne? Einige haben Nitro. Ja, der Wendekreis ist auch ein bisschen höher. Uah. Ich glaube, ein Reifen... Nee, kein Nitro-Schub, leider. Generell ist es viel sicherer an der Küste, so zu fahren. Ist aber mega sicher. Der Weg ist aber ganz schön weit, wenn man mit der Straße fährt. Da siehst du mal den Unterschied zwischen Flugstrecke und Auto. Wir brauchen unbedingt fliegende Autos. Das ist doch Wahnsinn, was wir hier so... Uah. Da vorne ist schon ein Grenzgebiet, da ist Krieg. Man sieht es bereits. Alter, der ist echt so schwerfällig. Also, er ist schnell, aber... Lobig. Ja, der sieht schön aus. Vielleicht will ich den. Ich fahr mal gegen den Verkehr. Da ist gerade weniger los. Das ist besser. So. Da kann ich einfach umdrehen. Hier ist Kriegsgebiet. Ähm, was passiert? Hör mal, es kriegselt bei mir gerade. Es knackst echt übel. Oh, ich hatte, glaube ich, da... Oh, komm, ich fahr da. So. Alter. Sind die Reifen zerschossen? Nee, ne? So, wir sind jetzt im Feindesgebiet. Im Gebiet der schwarzen Hand. Und ich muss immer an Herr der Ringe denken. Ich weiß nicht, warum. So. Oh, Mann, ihr hört doch auf, auszuweichen. Ich hätte das so gut hingekriegt. Diese KI. Vertraut mir einfach nicht. Wir sind aber gleich da. Weißt du was? Ich hab gerade überlegt, ob ich einfach den Rest der Strecke fliegen soll. War das echt? Ach, komm. Das dauert mir einfach viel zu lange. So, let's go. So. Ah, viel entspannter. So. Ah. Und diese angenehme Stille hier. Oh, ich hab gerade Fallschirme. Ich schwöre, ich hab gerade Fallschirme ausgepackt. Aber wahrscheinlich ein Sekündchen zu spät. So. So. Lalalala. Wertvolle Ladung. Ja, das ist mir egal. Das ist mir jetzt eine Filmquest. Für diese komische Stuntfrau da. So. Das geht viel, viel schneller als mit dem Wagen. Eines Tages werden wir alle noch mit Wingsjuice fliegen. Und dann werden wir alle abstürzen, weil wir uns gegenseitig in die Quere haben. Ich bin wieder bei Puerto Malaga. Wo muss ich hin? Eins der Schiffe liegt an einem unterirdischen Dock vor Anker. Ich markiere dir den Eingang. Cool, danke. Puerto Malaga, ist das eine Eisorte? Eins befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Moin. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Elikopter im Anflug. Begebe mich zum Einsatzgebiet. Obwohl. Sieben. Zeit, was in die Luft zu jagen. Für euch wechsel ich das mal. So. Da, ein Gegner. Greife ein. Sniper-Arschloch. Wo ist er denn hin? Oh, nein. Autsch. Autsch. Wie er einfach umfällt. Lade nach. Oh, oh, oh. Oh nein, das ist schon wieder so ein komischer Granatwerfer. Ich hasse die. Okay, wir schauen gleich mal. Ich hab keine Ahnung was. Oh, 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 oh. Ich soll hier weg. Ciao. Reine nach. Der ist weg. Ach, das ist der Granatwerfer. Feinde im Übermaß. Das war echt schlecht gezielt. Lade nach. So, kurz Muni holen. Ich glaube, wir müssen eher aufs Boot, ne? Also, hier werden immer wieder neue nachspoornen. Egal, wie lange wir jetzt hier... rummachen. Wo kann ich das denn steuern? Äh, wo ist denn hier der Eingang? Das ist das Boot, aber wo ist der Eingang? Hallo? Jetzt aber. Ach so. Gut. So öffnet man also Türen, indem man Generatoren zerstört. Ich hab das Schiff aus der Höhle gebracht. Alles klar, Rico. Fahr raus aus dem Kanal und in den Wartungsbereich. Die Kanonen auf dem Ding hier sind nicht übel. Ich weiß. Wäre schön, wenn wir so ein Teil für uns hätten. Dort können wir das Schiff scannen und die Blaupausen hochladen. Das wäre echt schön. So, wo muss ich hin? Ach, das ist ein Helikopter. Ich dachte schon, wenn das Schiff brennt. Ja, wo muss ich das denn hinbringen? Da hinten? Kein weiterer Kontakt an alle Einheiten. Oh, das ist Mim. Oh, das wusste ich nicht. Boah. Ernsthaft? Wir haben eindringlich auf dem Gelände. Bestätigt. Eindringlich auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. So, wo muss ich hin? Bringe zum Wartungsbera... Oh, ich bin schon soweit. Scheiße. Habe ich es gar nicht sehen können. Ja, willst du mich verarschen? Oh nein, wehe. Vögel. Shit. Zum Wartungsbereich. Also, schon hier rein? Warum denn hier mit in der Feindbasis? Du bist zu weit weg vom Scanner, Rico. Ernsthaft? Jetzt bist du dran. Warum haben die denn so diese Ablautraten? Und das krieg ich den da hinten nicht. Alter, ernsthaft? Übertreibt halt noch ein bisschen. Und ich komm... Mit der Kanone komm ich an die nicht ran. Na gut. Scheiße. Was haben die für Ablautraten? Wie groß ist diese Blaupause? Komm ruhig, ich kann ihn nicht wegmachen. Das geht aber nicht. Vielleicht auch ganz gut so. So lange greift niemand anders an. Vielleicht warte ich einfach dann. Ich kann den Raketen auch nicht aufmachen. Ausfall. Ich arbeite drin. Und was machst du? Und was machst du? Ach, verdammt! Meine Verbindung wird von irgendwo in der Basis aus gestört. Ernsthaft? Ich kümmere mich um sie. Müssen wir jetzt mit dem Boot hier rumfahren. So... Quietsch, 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 quietsch. Ah, ich liebe das. Verbindung gestört, gut. Aber die Frage ist, ich muss jetzt auf die andere Seite. Soll ich das Schiff so lange hier lassen? Oder soll ich mit dem Schiff da hin? Ich verstehe es gerade noch nicht genau. So. Entschuldigung. Aus den Weg. Ich mach dir weg. Ich sehe das Ziel nicht mehr. Leiste zu klein. Das ist gelogen. Das ist gelogen. auf dem Gelände! An alle Einheiten! Schien angreifen! Ich frag nochmal. Ähm... Zerstöre die Störsender, aber nicht mit dem Schiff, oder? Ich steig glaube ich... Ich glaube... Ich lass das Stift mal... Stift... Gegner hat Angriffe eingestellt! Haltet die Augen nach dem Offen! Nein, geradeaus, Mann! Wieso wenn das... Hä? Bisschen schwerfällig... Okay, warte... Nee, die Textur ist nicht buggy, das Schiff ist schon kaputt, also ist schon angeschlagen. Dann sieht das immer so ganz komisch aus, hat diese mini-wiederholende Textur drauf. Ich weiß nicht genau warum. So, warte... Ich würde mal eben... Aussteigen... Und mal gucken, ob wir da vielleicht auch so hinkommen. So, warte, warte, warte... Lach die Safari! Dankeschön! Nee, nächsten Freitag ist kein Stream, weil Friendly Fire am Samstag ist. Ähm, da haben wir ja... Zwölf... Zwölf Stunden? Ich trau mich gar nicht mehr irgendwas zu sagen. Weil irgendwie immer alles falsch ist. So... Ja, das... Diese Kaputt-Textur sieht... ...nicht so gut aus. So... Alles klar, ich düse da kurz rüber. Und Mighty... Mighty Rathalos... Rathalos... Danke dir auch. Warte mal ganz kurz... Sekunde... So... Gut, das hätten wir. Dann haben wir da hinten noch eine. Der Düsenantrieb an dem Fahrzeug mit dem Hacker. Warte, warte, warte... So... Oh, Entschuldigung... Hat der Nachbar in die Wand geklopft. Finde ich aber gut. Feinkontakt! Verstanden! Feuer nach eigenem Ermitten! Nein, Mann! Wieso wechselst du die Waffe? Hier. Wir sind wieder im Geschäft. Du solltest vielleicht besser dafür sorgen, dass sie das Boot nicht zerstören, solange wir die Blaupausen noch nicht haben. Ja... Mensch... Aber du siehst doch, ich hab hier echt Probleme. Ja, ich mach den Fettsack fertig, hat er das gesagt? Ja, geil. Die greifen das Schiff jetzt schon wieder an. Aber ich muss erst mal ins Schiff wieder reinkommen. Boah, Alter, willst du mich verarschen? Das Schiff, der komm ich gar nicht rein... Willst du mich... was... was... Alter... Lecko mio! Hab sie! Die Blaupausen gerann uns! Gute Arbeit, Izzy! Das war zum Glück nicht knapp! Wenn wir die Dinger für uns herstellen können! Mann! Ich bin echt aufgeregt! So, wir können jetzt also wahrscheinlich Kampfkreuz aber auftragen. Die haben wir jetzt, äh, freigeschaltet. Warte mal. Da kommt man grad nicht dran, ne? Der ist so schön nah. Der hat Angriffe eingestellt! Haltet die Augen nach dem Offen! Ah, der ist so weit weg, Alter. Schade. Na gut. So... Also das sind halt diese Regionskämpfe, ne? Die sind halt immer sehr viel Geballer. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich... Just Cause, kann man sagen, ist es so eine Destruction-Sandbox? Wo es eigentlich mehr um Spaß geht, als... Was? Was ist denn... Äh, was ist denn... Boah! Ich will auch mal so einfliegen! Bestätigt! Eindringling auf dem Gelände! An alle Einheiten! Ziel angreifen! Zentrale, wir haben das Ziel verloren! Er bitte befehle! Oh! Verstanden! Setze Verfolgung fort! Kommt, mein Lieben, kommt! Kommt, komm, komm, komm! Wir haben das Ziel verloren! Kampfbereitschaft aufgehoben! Schade. Ah! Na gut. Ist die Flugsteuerung besser als bei Just Cause 3? Kommt drauf an! Also, manche Flugzeuge haben eine andere... ...Steuerung. Und da finde ich es schwierig. Aber ich habe schon mal ein Flugzeug gelandet. Das spricht schon mal sehr hierfür. Nicht, nicht heute, aber... äh, gestern habe ich einmal ein Flugzeug gelandet. Das war schon mal... Ja, geil! Jetzt kommt das schon endlich runter! Ja, ich habe noch Muffin bekommen! Ich krieg Essen! Freunde! Gut, damit die... Komm! Hier ist der kleine Wagen! Hm? Hm? Mhm? 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 Das war's für heute. Wie die so ins Bild guckt. Hab ich wahrscheinlich verdient. Bitte guck wieder ins Bild. Warte. Oh, schade. Jetzt kommt die hier hinten durch den Busch irgendwo. Naja. Gut. Ähm. Überzeugung. Ach, die Frau war noch drin. Alles klar. Gut. Ähm. Lass mal eine Karre nur. Äh. Hier fahren alle Kerne. Hm. Ähm. Was ist... Ich frage gar nicht, was da grad passiert ist. Ich bin unschuldig. Wie war das nicht? Okay. Okay. Das ist schon ganz cool, aber kann ich hier jetzt auch raus? Das würde mich interessieren. Mh. Mh. Lieber Raffel. Ich hab mein Windows 10 Key direkt bei Microsoft gekauft. Hab's auch direkt von da installiert. Mh. 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 Kannst du online machen. Okay. Wenn ich nach unten drücke, kann ich den Wagen so nach oben heben. Ich weiß nicht genau, warum das geht. Und wenn ich nach unten drücke, äh, also nach vorne drücke mit W. Dann mach ich so. Und wenn ich jetzt F drücke... Ne, das geht leider nicht. Sauber eingeparkt am Strand. Genau da, wo wir hinwollten. Guck mal, das sieht aus wie eine BMW Werbung hier gerade. So, nochmal schnell. Hapma. Haphappa. Mh. Pah. Mh. Mh, 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 mh. Falsch im Auto range? Wat? Oh, das war schlau. Das hier ist noch das Beste. Okay. Wir haben das Gebiet hier unten ja freigeschaltet. Also marschieren wir mal ein mit unserer... So. Mh, mh, mh. Ich verstehe nicht, warum die Grenze nach hier unten rot ist. Aber die ist gestrichelt. Das heißt, wir haben hier unten schon alles eingenommen. Also im Grunde genommen, wir kommen eigentlich gut voran. Es gibt noch eine Menge einzunehmen. Mh, mh. Ist eigentlich... Im Vergleich zu Just Cause 3 ist es mehr oder weniger? Ich hab ehrlich gesagt nicht so richtig... Es kam mir bei Just Cause 3 aufwendiger vor. Ich bin mir nicht sicher. So, Training Speziallieferung. Mh, mh. Hilft den Rekruten, die Nachschubwege zu unterbrechen. Das können wir natürlich gerne machen. Und hier ist noch... Äh, hier ist natürlich... Hier geht die Hauptquest immer so ein bisschen weiter. Und wir nehmen grad die ganze eigentliche Dinge ein. Ich würd dann eigentlich noch mal ein bisschen weitermachen. Wenn wir das einnehmen... Achso, hier können wir noch einnehmen. Cool. Cresta. Jetzt haben wir null Truppenreserven, weil wir das grad eingenommen haben. Wenn ich das jetzt einnehme, würden wir uns diese beiden Truppen sparen und würden wahrscheinlich hier nur eine brauchen. Ist glaube ich... Oder wir kriegen sogar plus 2 noch dazu. Das ist natürlich nice. Hm. Viel mehr, viel, viel weniger. Okay, die Meinungen sind geteilt. Viel weniger und schneller. Hm. Sturmgewehr schalten wir... Ich nehm noch mal ne Base ein. Ich weiß, das ist nicht das Spannendste am Spiel. Aber es macht mir trotzdem dieses... Sinnlose rumballern. Macht mir trotzdem ein bisschen Spaß. So. So. Story können wir dann ja auch wieder machen. Aber je mehr wir freischalten an Bases und Land, desto mehr Waffen und Zeug kriegen wir natürlich auch. Also ich hätte schon gern eingesprochen, natürlich. Klar. Aber ich nehme mal an, bei Just Cause 3 hat man da irgendwie mehr Budget investiert. Nicht wegen der Qualität. Um Gottes Willen. Ich bin jetzt qualitativ einer der Top Player. Klar. Weiß man ja. Ähm. Sondern war beim dritten Teil natürlich auch Moritz Bleibtreu. Ähm. Schwierig. Da Konkurrenz zu finden. Weil Moritz Bleibtreu ist einfach der Rolle wie auf den Leib geschneidert. Und ich habe einfach nicht verstanden, wie Leute bei Just Cause 3 wegen Moritz Bleibtreu meckern konnten. Weil der ist ja nun mal gelernter Schauspieler. Da stimmt einfach alles. Und der hat das echt gut gemacht. Wahnsinnig gut. Und jetzt passt einfach die Arsch auf einmal. Identity machen wir nachher. Ah. Die Map ist genau gleich groß. Die sieht aber mehr Landmasse. Okay. Ich bleibe auch immer gleich groß, aber ich krieg immer mehr Landmasse. Was ist denn da los? Zufall? So, ab ins feines Gebiet. Oder ist das hier unser Gebiet? Ich blick das nicht mehr. Ne, müsste eigentlich feines Gebiet sein. Ich weiß gar nicht. Oh. Ciao. Ach, Gehirnwäsche. Ich dachte Geld. Glaubst du da, du in der Öffentlichkeit stehst, dass du privilegiert bist? Ja genau, das ist meine Denkweise. Genau so haben die Leute mich hier auch alle kennengelernt. Ich bin sehr privilegiert. Ich hab die Umerziehungszentren auf dem Blaupausenhaus machen können. Ich lade dir die Koordinaten hoch. Es ist an der Zeit, diese Leute zu befreien. Wir schicken Fahrzeuge vor die Einrichtung, die die Leute abholen. Schaff einfach so viele von ihnen raus, wie du kannst. Alles klar. Zentrale, wir haben ein Reaktion auf dem Gelände. So was? Ja. Hä? Die kommt alles kaputt, weil ich gegengeramst bin. Alles klar. Maschinengewehr. Jo! Ich weiß nicht warum ich das mache. Just cross 3 feelings. So, der ist schon mal weg. Haben wir noch einen? Oh, oh, oh. Wir haben Scharfschützen. Wir haben noch ein Abwehrsystem. Oh ja, da haben wir noch ein Abwehrsystem. Oh ja, da haben wir noch ein Abwehrsystem. Und da ist es weg. Ganz kurz nochmal auf die Frage mit dem Privilegiert. Erstens finde ich die Frage scheiße, weil ich weiß nicht genau, was sie implizieren soll und warum sie gestellt wird. Oh, warte mal. Achso, wir sollen ja eh lagern. Pass auf. Ähm. Und zweitens ist natürlich die Frage, was glaube ich selbst, was ich bin und wie ist es wirklich? Das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Welten. Und ja, ich habe sicherlich Vorteile dadurch. Sicherlich. Also, es liegt ja auf der Hand. Die Frage ist natürlich nur welche. Und die andere Frage ist zum Beispiel. Habe ich mehr oder weniger privilegiert halt als ein Fußballspieler? Ach ja. So. Oh, warte mal. Oh, 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 oh. Zeit zu gehen, Freunde. Oh nein. Hey, vielen Dank. Los, verschwinden wir von hier. Ja, lauf mir, lauf mir am besten noch in Schuss weg. Das wäre ganz cool. Oh. Man darf nicht vergessen, die haben die gleiche KI. Wer ballert denn da? Ach er. So, let's go. So? Uh. Uh. Steh unter Feuer! Jaja, ich nehme Muni. Wieso schießt ihr auf mich? Okay, Freunde Äh, wo sind die? Hä? Könnt ihr mal Bescheid sagen? Voll die Stooges An alle Einheiten der schwarzen Hand Weitere Informationen folgen Ich muss irgendwo in Deckung gehen Nein, in die Deckung Nein, in die Deckung Ich muss die Deckung auf der Base Krass gesichert Boah, wie fett die am Bluchen ist Oh, das Munde Ähm Was passiert? Was passiert? Warum? Na, Hauptsache, die kommen durch Oh, oh, oh Da, danach Danke So Gut Also, mit Schlafmaske werde ich das Spiel noch drei Mal besser durchspielen Ich wollte es nur sagen Ja, hör mal, ihr seid frei Wir kümmern uns ab jetzt um sie, Rico Ja, wow Ihr seid so großzügig Okay, let's go Ich sehe ihn Hallo, Freunde So Oh, cool Ähm Ach Was? Ist hier jemand? Ich bin hier, hallo Ich bin's, dein Bastardi So Ja, die Base-Zerstörung mag ich ehrlich gesagt immer noch lieber Oh, Munition Ich helfe sofort Wo sind die Scharfschützen? Boah, dadurch sehe ich nichts Alles, alles, alles klar Alles klar, klar Ist eine ganz normale, harmlose Flucht So Sammeln Alter Aua Boah Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug Ich mein, wenn's schon mal da steht Moin Ist noch mal jemand Hä, der lebt noch? Das übernehme ich Alles sauber Also los Weiter, weiter Auf geht's Komm ich bis zum Turm da hinten Ne, ne Doch, ich kam bis zum Turm Cool So Das ist immer noch das Beste Alles kaputt schmöbeln Ja Schießt auf den Panzer Ja Geiler Typ Wollen wir mal drüber fahren Ich glaube, das war's, ne? War's das? Boah, das gefällt mir Oh Nein, was? Hä? Und gegen wen schießen die da? Warum ist der Zeppelin einfach verschwunden? Das ist so gemein Oh, Entschuldigung Dann im Weg So, die sind Die sind durch Sie sind bereit zur Abholung Natürlich Achso Ich will nicht drüber fahren Ich will nicht drüber fahren Wieso schickt mich der Weg jetzt ganz woanders hin? Das Lager ist doch da drüben, oder? Ernsthaft Junge, bitte Virtuplay, Alter So Ach, das ist da hinten irgendwo? Was? Gut, fahren wir da hin Tschau So Da, 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 da Der fährt sich übrigens sehr gut Fährt sich wieder eins Aus dem Weg Arschloch, Rico Hey, das sind unsere Leute, ne? Sichtkontakt verloren Leid die Suche ein Das sind doch die, die wir gerade gerettet haben, oder? Wieso Wieso War ich ne Abzweigung? Hab die Abzweigung nicht gesehen Zurück auf eure Posten Das Ziel ist verschwunden Ah, ich hasse Natur Scheiß Natur So, warte Ähm Okay Also, ich muss genau hierhin Hier Die automatische Wegfilmung sagt, ich muss jetzt Hier, hier Okay, gut Dann, äh Bull gespielt Oh, das schafft man nicht Das war nett Oh Das geht offenbar nicht Dann müsste ich vielleicht mal ganz kurz gucken Ob war eventuell Äh, Luftheber würde ich eher nicht machen Ne, so Warte Aus Und dafür vielleicht Schubrakete hoch wieder, oder? Machen wir mal Auf der C haben wir den Ähm Steuerung ist sehr komisch So, pass auf Dann machen wir mal, äh Da Da Ist ein Panzer, der wiegt was Der kann, der kann drei vertragen, glaube ich Mehr können wir gerade noch nicht machen Später gibt's mehr Ähm So Gut Ich nehme, ich nehme Wetten an Schaffen wir es mit den Schubraketen über den Berg Und zu unserem Ziel Ja oder nein Ich nehme Wetten an Ja oder nein Ihr müsst in den Chat schreiben Ich esse heimlich Komm Mh 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 Okay Ich wette einen Sub dagegen Ähm Die Meinungen sind sehr gemischt Ich drücke F D Mh 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 D Mh 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 Oh nicht Mh Wir sind nicht beim Ziel Wir sind wieder zurück in der Base Okay Aber 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 Ja, ja, sie Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal So, warte mal Ich bitte noch kurz was Ähm, hä, was war das denn? Hä? Hä? Was passiert? Scheiße, was ist passiert? Guck mal hier Ernsthaft, Junge Bitte Also, warte Ich bin zu schnell Man kann jetzt aber auch übertreiben Gegner befinden sich in einem Landfahrzeug Ach, ich hab jetzt War Helikopter? Nie, ne? Ich dachte gerade, wer Helikopter Achso Sicher müsst ihr das Gegner hat Angriffe eingestellt Haltet ihr auch gleich Ähm Wieso fährt er weiter? Wieso? So Lager öffnen Let's go So Da Was die mit uns gemacht haben Mann Bitte Hol uns hier raus Okay Das werden wir Erschießt jeden, der versucht, euch aufzuhalten Hm? Immer noch So So, Leute, geht's Handbremse? Achso Kein weiterer Kontakt An alle Einheiten Wachsam bleiben Den geht's gut Was war das denn für den Schatten? Was war das denn für den Schatten? Uh Alles klar Bestätigt Eindringling auf dem Gelände An alle Einheiten Ziel angreifen Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet Bereithalten Ziel gesichtet Greife an Hä, wer? Uh Ernsthaft? Oh geil, Muni Sammel ich auf Voll zuis So, leben die noch? Die brauchen noch ein bisschen Ich bin ein bisschen zu weit vorgeprescht jetzt Das war jetzt aber nicht so schlau von denen Ich bin froh, dass wir ein Panzer behalten haben Angriffe eingestellt Alter, die Augen nach dem Offen Alles klar Die stehen hier immer noch Na sicher So, das heißt Wir werden gleich nochmal angegriffen hier Von irgendwas So, das war's Die letzten Kein Angriff Das war die letzten Okay Geil Ciao So Jetzt ist natürlich die Frage Auf der Karte Haben wir das jetzt eingenommen? Ja Gran Batalla Front avanciert Und wir haben zwei Restreserven Sehr, sehr gut So war's geplant Es ist erstaunlich Wie wir das alles einnehmen können Oh, hier wäre noch eine Quest Ich glaube, wir müssten eigentlich In diese Richtung gehen Aber aus irgendeinem Grund Hab ich mich hier unten ausgebreitet Und irgendwie Ich hab einfach Spaß daran Diese Gebiete freizuspielen Ich weiß nicht warum Diese Explosion Und bum 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 Ohne Sinn Macht mir irgendwie Spaß So Gut Ja, für Just Cause 3 Hatte ich einen Charakter gesprochen Ist aber nicht wirklich ein Geheimnis Aham Hier aber nicht Ja, Story Gibt es halt Aber Manche Fragen Entschuldige mich für die Schmatzgeräusche Ich heiße das selber So hier Diese Autofabrik ist vollautomatisiert Hecke das System Um das Netzwerk zu übernehmen Und die Verteidigung der Fabrik zu deaktivieren Machen wir das vielleicht auch mal Ich sehe das Ziel nicht mehr So Ja, wir spielen nachher noch was anderes Wir spielen nachher noch was anderes Aber jetzt momentan Wir müssen Ein bisschen Destruction Suche nach Feindwellen Näht eure Patrouillen Wieder auf Ehhhhh Döde..de-döde Döde.. Okay Unvollopfer Ich hab' leider die Düsen hinten nicht mehr dran Ah TRAS Unvollopfer Den verfolge ich mit'm Panzer Klingt vernünftig Ich muss eh nie andere richtigrico So. Oh, der Panzer dampft aber schon ein bisschen der Wuse. Ich hasse alle, die ein besseres Auto haben als ich. Ich hasse alle. Warum habt ihr so gute Autos? Was soll das? Meine Mutter hat mir nur ein Panzer geschenkt. Ich habe einen Ast. Was ist denn hier noch? Ist das aber ernsthaft? Also, was soll das denn jetzt? Die Verstärkung wird gleich eintrifft. Das ist so ein Just Cause, wie ich mir das vorstelle. Genau das. Da muss eine Heli. Noch jemand. Panzer sind unterwegs. Wir sind in der Luft eintrifft. Oh, das war unsere. So. Wir müssen eh hier landen. Ja, ich glaube, jetzt möchte ich mit dem Panzer privat auch fahren. Oder auch mit der Schlitzung ist nichts. Finde ich irgendwie schön. So. Upsi. Uff. Hier ist gerade Kriegsgebiet. Wir sollten hier mal weg. Okay. Da hat der Panzer, äh, da hat der Heli uns wahrscheinlich. Na gut. Na gut. Krieg bleibt immer gleich. Na, dann brauchen wir mal. Gronkh. Verschlinger der Basen. Du hast das selbst gesagt, Rico. Treffen wir Espinosa da, wo es ihm weh tut. In seiner Geldbörse. Er lässt den Prisa Auto Fahrzeuge für Solis Einwohner produzieren, die sich die Importe nicht leisten können. Betrete die Fabrik von Prisa Automobil. Diese Fabrik ist weitgehend automatisiert. Ohne Computer kann man da gar nichts herstellen. Aber Izzy hat einen Weg gefunden, um, äh. Ach, lass mich einfach rein. Wir überladen das Stromnetz und verschlüsseln dann alle Systeme. Dann ist die Fabrik nutzlos. Ja, sicher. Wie überlade ich das Stromnetz? Die Fabrik wurde schon mehrere Male erweitert. Hä? Wenn du sämtliche Stromkreise auf einmal aktivierst, wird das Stromnetz in die Knie gehen. Startet das System dann neu? Okay, schalte ich es aus. Du hast von drei verschiedenen Qualitätssicherungsabschnitten Zugriff auf das Stromnetz. Ich dachte, wir reden jetzt noch. Jetzt häng ich hier mit meinem Dingens. Lieber Gekko Nietz, ganz, ganz lieben Dank auch für die Worte. Vielen Dank. Mh. Larry Safari, auch dir nochmal vielen Dank. Meinst du, es gibt auch wieder Roboter und die sind Geleiter mit Schriebwerk wie ein 3? Das weiß ich nicht. Mh. Ich weiß, wir wollten nochmal zum Wirbelsturm. Mh. Entschuldigung, ich habe echt Hunger heute. Ähm. Wir müssen nachher nochmal zum Wirbelsturm. Den müssen wir uns nochmal angucken. Also, das ist heute Pflicht. Mh. So. So. Sieht aus, als wären die Gebäude versiegelt. Irgendeine Art Scanner. Öffnet sich vermutlich nur, wenn ein Fahrzeug vorfährt, das für Testzwecke freigegeben wurde. Die Konsole sollte dir verraten, nach was du suchst. Hier braucht man einen Prisa Sol. Prisa Sol. Sol, 21, Sport, Sedan. Ich weiß überhaupt nicht, wie der aussieht. Ist das hier einer? Woran? Meint er, meint er mich? Ist das ein Prisa Sol? Pff. Wie sieht denn der aus? Weiß das jemand? Och, Jungs, ernsthaft. Ich hab dir echt Liebe und Frieden gepredigt, weißt du? So, weißt du, wie der aussieht? Das war der? Das war einer? Nee. Wer hat gesagt, ich soll wechseln? Wer hat gesagt, wechsle Wagen? Da drüben sind Autos, aber... Jetzt werde ich ja gejagt. Da kommt ein X und da steht dann, wechsle zu. Leute, guck mal, da kommt ein X oben links. Und dann steht da, wechsle zu. Das war nicht der richtige. Warte, der ist markiert. Ah! Der ist markiert. Ich seh die Markie... Da hinten irgendwo. Ernsthaft, da muss ich hin? So, warte. Nein, der erste, in den ich eingestiegen bin. Da kam ein großes, fettes X und da stand wechsle in einen Sedan Pipapo. Da stand genau das gleiche wie jetzt bei den anderen Wagen. Es sei denn, die sind alle der gleiche Wagen. Oh, ein Autohaus. Moin, ich bin Kunde. Scanner sollte ich übrigens öfter mal nutzen. Scanner Nord, Scanner Süd, Tempo-Stunt, lalalala, aber hier erkenne ich nicht genau. So, wer von euch ist es denn? Ähm. Warum stehst du, warum stehst du im Boden? Ist bestimmt der hier, oder? Ah, der ist Solvian Diono. Ein schickes Teil. Na, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte gar nicht mit dem Pfeil schirmen. Hallo? Oh, nee, das ma... Wieso? Nein! Ah, ich muss von der Beifahrerseite aus einsteigen. Alles klar. So. Gut. Hat gut geklappt. Easy first try. So, zum Scanner im Westen. So. Da hinten ist der Wirbelsturm übrigens. Moin! Ich fahre ein bisschen vorsichtiger, nicht so ganz so schnell. Ich möchte nicht sterben. Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Ja, das ist richtig. Ist das hier der Scanner? Ja. Das hat funktioniert. Jeder der Schaltkreise versorgt einen anderen Bereich in der Fabrik mit Strom. Du musst die Versorgung in allen Bereichen aktivieren. Hm. Das krieg ich schon irgendwie hin. Ähm. Ernsthaft? Ja, böser Spiegel. Ich erschieße dich. Ja, der Na... Oha, das gibt's auch nicht. So. Hier war noch einer. Äh, aktiviere den Schaltkreis. Wie kann ich aktivieren? Achso, okay. Ja, klar. Äh. Okay. Ähm. Ernsthaft? Oh, ne, warte, warte, warte. Ich mach das wieder... Ich deaktiviere das wieder und dann benutze ich wieder die Konsole. Dann müsste es klappen. Das war die falsche. Da noch die hier. Jetzt ist es aber richtig. Helikopter im Anflug. Begebe mich zum Einsatzgebiet. Helikopter im Anflug. Ich versteck sie mit dem Kopf hinterm Spiegel. Ich glaub, es hakt. So, bisschen Muni sammeln. Erstmal ein Puzzle. Genau. Erreiche den Scanner am Norden. Das heißt, wir müssen jetzt für jeden Scanner ein eigenes Auto holen. Wahrscheinlich. Äh, wo ist der Scanner am Norden? Da. Der Heli ist ja auch noch da. Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet. Bereithalten. So. Hole ein. Rieser Arschohr. Na dann holen wir mal ein. So. Ziehe nicht in Sicht. Zentrale, er bitte Befehle. Verstanden. Setze Verfolgung fort. So. Na, das sieht ja schon mal gut aus. Guten Tag. Ich bin hier, um ihre Autos zu stehlen. Ein Priser Arschohr. Das ist bestimmt ein Priser Arschohr, oder? Das wird bestimmt lustig. Entschuldigung. Ich hab noch keiner. Boah, der Wagen. Boah, der rotzt auch richtig. Alter, wie der rotzt. Okay, ich muss gleich mal gucken. Kann der nicht allzu viel Stoff geben? Auf den Straßen. Das ist nämlich seine Straße. Muss ich auch mal füllen. Boah. Boah, ich krieg hier die ganze Zeit... ...krieg die ganze Zeit Speichel ins Gesicht von dem Auto. Autospeichel.de Boah, alter. Hohoho. Die Steuerung ist sehr empfindlich. Mit Tastatur ist das ein Traum. Moin. Ich guck mal, dass ich durchkomme. Keine Ahnung, was der herkommt. Und los. Hallo. Wer liegt denn noch? Wow. Na ja. Der Shit ist am Happening. Okay. Easy going. Bin drin. Jetzt aber. Checken. Weiter reinhalten. Habe ich noch? Habe keine Granaten mehr. Ja, sehr schlau. Genau, park da, obwohl wir mich nicht treffen können. Moin. Moin. Grrrrinnnnn! Hä? Der war das gerade. Jo, los geht's. Gut. Dann wollen wir mal... Wo ist denn hier das nächste Ding? An alle Einheiten der schwarzen Hand, weitere Informationen folgen. Da, da, da... In diesem Gebäude wird die Vivesa getestet, ein Motorrad. Ich muss eins finden. Ein Motorrad, Vivesa, ja klar. Ähm, da hinten. Und ich weiß, dass das Rocky war. Aber Rambo ruft ja nix außer... Da macht er sonst nix. Und das Motorrad ist natürlich nur da hinten. Das war knapp. Hä? Wer schieß denn? Hä? Das ist Rambo. So, okay, ein Motorrad. Ähm, oh Gott, mit Motorrad bin ich nicht so gut beim Fahren hier. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Das hier bestimmt, ne? Ah, das gefällt mir. Dann mal los. Oh, okay. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Steuerung. Okay, sorry, ich muss es probieren. Kann sein, dass die Motorrad gleich kaputt ist, aber da steht noch ein weiteres. Ich muss es probieren. Ihr wisst, dass ich es muss. Es hilft nix. Es hilft nix. Ziel angreifen. Hart am Anfang sah es gut aus, aber dann ging es scheiße weiter. Okay, bei dem Ding muss ich auch ein bisschen aufpassen. Oh, ich hab Nitro. Ah, das hätte ich noch machen sollen. Oh Gott. Moin. Ab heute Schicht. Hab Nitro nicht gesehen, leider. Das hätt ich natürlich auch gemacht. Können wir später nochmal wiederholen. Aber jetzt erstmal ganz kurz die Base einnehmen. So, wenn man die ganze Zeit kein Nitro hat, guckt man natürlich nicht, ob man jetzt Nitro hat. Boah, Alter. Alter. Motorrad, hör auf. Ach, wir sind ja schon da. Das sieht so klein aus. Ich bin drin. Ist ja nichts Schlimmeres als die Motorradsteuerung in Just Cause. Ja, ja, nun. Okay, will noch jemand wat? Ah, die machen schon. Die gönnen sich. Okay, nice. Erstmal den Puzzle. Ah, ich weiß aber nicht genau. Ich merke mir gar nicht, an welchen Dingern das geht. Das ist das letzte hier, ne? Oh, gut. Sicher. Ähm, okay. Let's go. Hä? Scheiß. Nein. Ah. Nein, Mann! Wir haben es bestimmt gleich. Und sonst so? So. So. Ne, 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 ne. Okay, ja, die Kabel anschauen geht natürlich auch. Ähm, allerdings... Ich weiß zum Beispiel bei dem Kabel nicht. Wo kommt das aus dem Knoten da raus? Ich drücke wild alle Knöpfe. Gucke. Ich bin kein Wunsch. Warum ist das so gemein zu mir? So. Farben anschauen bringt relativ wenig. Das sieht alles grün aus. Hier ist das Einzige mit Rot. Aber hier, guck mal, die Farben sehen bei allen Kabeln gleich aus. Da bringt mir Farben anschauen nix. Es muss grün sein. So. Irgendwas ist schiefgelaufen. Das System ist aus, aber ich sitze hier fest. Was zur Hölle? Hey, such nach Schaltkreisabdeckungen an den Wänden. Und pust du sie vollbleib? Hab verstanden. Ach so. Mach du nur. Die Verstärkung wird gleich eintreffen. Und ich bin raus. Was jetzt? Stöpsel dich an der Konsole ein. Den Rest erledige ich. Ja, Moment. Erstmal hab ich das Leben. So. Alles klar. Gut. Fahrzeuge mit Tastatur oder Aimee mit Gamepad? Beides furchtbar. Beides. Also gut, beides furchtbar. Sigi. So. Uuuuh. Ja, das ist gut. Ja, natürlich. Dann nimm es doch einfach. Ja, wenn es gut ist, gefällt mir das ganz gut. Ähm, okay. Was startet das System neu? Wo muss ich da hinten? Wir haben aber noch Besuch hier. So, Freunde. Ciao. So. Kurz mal System neu starten. Gegner hat Angriffe eingestellt. Halte die Augen nach dem Offen. Du bist drin, Izzy. Das System gehört mir. Bleib in der Nähe. Mh, das System gehört mir. Die schwarze Hand hat sich in Bewegung gesetzt. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Na, wo kommen die denn auf einmal wieder her? Ein Dringling auf dem Gerät. Ich kann alle einhalten. Ziel angreifen. Ich gehe in Deckung. Ich gehe in Deckung. Was ist da los? Wie läuft das, Izzy? Ich arbeite noch dran. Bleib in der Nähe. Und halt die Klappe. Was ist denn verkackte Schafelze? Verkackte Schafelze? Geil, Muni. Aber, wo ist der Scharfschütze? So, warte mal ganz kurz. Eine Sache. Eine Sache mal ganz kurz. So, alles klar. Let's go. So. Wo ist der Kollege? Izzy. Boah, die Maus ist so lahm, leider. Okay. So. Hacken bei Prisa. Prisa-Studie, kennt ihr ja. Gut, das haben wir abgeschlossen. Dann sind wir eigentlich so weit durch. Autofabrik haben wir jetzt auch mitgenommen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz eben. Wir lassen mal die Truppen. Wir haben wieder Trupps erhalten. Zwei Stück ist sehr geil. Das heißt, wir können die jetzt hier einziehen lassen. Flumps. Prisa-Automobil befindet sich hinter deiner Front. Nachschublieferungen werden plus 15% schneller wieder verfügbar. Träumchen. Aha. Kerner Serpente S haben wir jetzt. Den Kerner kriegen wir jetzt immer geliefert. Den kennen wir ja schon, mit dem wir schon noch ein paar Mal gefahren. Ähm. Und ich geh nochmal hier hin. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich gerade die ganze Zeit einfach Zerstörung mache. Ist das okay für euch? Ich frag mal, ich frag für einen Freund. Hab ich gerade irgendwie Spaß dran. Wir haben keinen Sichtkontakt mehr zum Feind. Verstanden. Erfassen das Ziel neu. Alle klar, cool. Äh. Tornado kommen wir gleich hin. Den Tornado, wie gesagt, den gucken wir uns heute auf jeden Fall noch an. Entspannend. Zerstörung super. Ja, geil. Cool. Nice. Dankeschön. Freu ich mich. Hm. So. Ich würde generell alles anders machen. Eher das weiß ich natürlich. So. Tornado. Wir können ja... Oha. Wir können als nächstes zum Tornado gehen. Oder uns hocharbeiten zum Tornado. Konnte nichts finden. Kehre auf meinen Posten zurück. So. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. So. Blablabla. Ehrlich gesagt. Ich möchte gar kein Fazit geben. Also ich. Muss zugeben. Also momentan mache ich nur Zerstörung. Ich mache keine Story. Ich muss zugeben. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen sentimental bin. Aber ich hatte Just Cross 3 schöner. Also vom Aussehen her irgendwie schöner in Erinnerung. Geht's denn um mir so? Oder täuscht das gerade, weil ich da jetzt den Tipps war mal so sentimental zurückgebe. Story-technisch kann ich nichts dazu sagen. Aber das ist ja bei Just Cross zum Glück auch völlig egal. War bunter. Ja, habe ich auch so das Gefühl irgendwie, ne? Aber wie gesagt, das kann man mir jetzt gerade auch täuschen vielleicht, weil Just Cross 3 ein bisschen her ist. Und wir natürlich einen sehr geilen Endscreen auch hatten damals. Ich erinnere mich dran. Hm. Also es macht halt, von der Steuerung muss ich zugeben, das mit dem Fliegen finde ich irgendwie einfach. Warte. Pass auf, beim Hafenbecken ist eine Konsole. Izzy kann die Aufzeichnung der schwarzen Hand scannen und so rausfinden, wo die Bomben sind. Dann bist du dran. Du musst sie schnell ins Wasser schaffen. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Hm. Feinkontakt, verstanden. Vorher nach eigenem Erwenden. Hm. X. Muss ich da überhaupt hin? Und da hin. Hm. Synchro, fand ich bei Teil 3 auch besser. Vor allen Dingen Heat. Nein. Ohne, ohne Flachs. Hat wie gesagt Rico, fand ich halt, aber Moritz bleibt treu. Okay. Ist halt schon sehr cool. Der lebt natürlich. Wenn das einer überlebt, dann ich. So, wir sind abgesichert nach hinten. Juhu. Let's go. Racing Team. Da scheinen noch ein bisschen mehr zu brennen. Okay. Na, lass sie machen. So. Oh. 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 Das war ich aber nicht. Was ist denn das hier? Scharfschützengewehr. Alles klar. Der A. Der A. Schnauze. Granatwerfer. Oh, 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 yeah. Nehme ich mal mit. Oder warte mal. Panzerfaust. Hm. Hm. Falsche Waffe gewechselt. Sturmgewehr. Ich bräuchte noch mehr Muni für das Ding. So. Smart Rifle. Ich könnte auch Smart Rifle erstmal nehmen. Ja. Benutze die Konsole, um Bomben zu füllen. Wir müssen aber erstmal. Dann da rüber zur Konsole. Shit. Kein Headshot? Kein Täuschen. Bewege dich noch nicht. Rückgefuhren. Ich sehe momentan nur schwarz gerade. Das war gerade ein Blindshot. Ich sehe momentan nur schwarz gerade. Oh. 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 Ich habe noch einen Galater. So, alles ruhig. Was hat denn der für eine Rüstung an, sag mal? Oh, ich kann mich nicht mal zu dem hin gleiten. Herr Munoz nehme ich an. El Maniaco ist tot. Herr Munoz nehme ich an. Was? Ich habe mich schon darauf gefreut, Herr Rodriguez. Ist das der Tote gerade, der nicht mehr redet? Ist er zu schnell gestorben gerade? Redet er deswegen nicht mehr? Oh nein. Was? Was soll ich machen? Was? Es sollte die Schäden begrenzen. Was? Klappt super. Ähm. Das Fahrzeug hier fährt aber nicht mehr. Der Fahrzeug ist eine Bombe. Dann schaffen wir es mal ins Wasser. Ja. Ja, ich kann es aber nicht fahren, Mann. Das brennt. Ich habe fünf Minuten Zeit. Für alle jetzt, oder was? Oh, ich hasse Timer-Aufgaben. Ähm. Kriege ich das überhaupt runter? Das wird alles nicht ausreichen. Ich muss glaube ich alle. Das ist an die Zehn. Zehn Stück. Noch eine Bombe! Schafft das Ding ins Wasser! Ah! Ah, sag mal. Das ist reifer Wand. Und... Okay. Ich glaube, die werde ich nochmal normal machen müssen. Die Quest. Wie ich auch immer noch Quest sage. Gefällt mir das Ding. Ich dachte gerade, der Pfeil wäre da drauf. Boah, ist das ätzend. Eine richtig beschissene Quest. Soll ich mich gar nicht mit aufhalten eigentlich? Die muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Boah, da wo sind die denn? Versteckt die halt auch noch irgendwo hinter. Nein. Geile Autos. Du hast etwa die Hälfte. Mach weiter und beeil dich. Muss ich nochmal machen. Kein weiterer Kontakt an alle Einheiten. Wachsam bleiben. Wie weit ist das denn? Okay. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel an allem. Zentrale, das Ziel sitzt in einem Landfahrzeug. Das macht's weg. Hä? Das ist explodiert, bevor ich... Warum? Explodieren gilt nicht. Weißt du, wenn das Auto explodiert, dann gilt die Bombe noch als scharf. Es macht doch gar keinen Sinn. Und warum ist das gerade explodiert, als ich über die Rampe fahren wollte? Warum sind die Rampen dann überhaupt da? Eine Minute bis zur Detonation. Ja, achso. Ja, danke. Na ja, schaffe ich ihn nicht mehr. Komm. Ähm. Ähm. Nur noch 30 Sekunden. Komm schon. Ich hasse Motorräder. Ich hasse Motorräder. Ich hasse Motorräder. Also in Just Cause. Okay, komm, wir machen nochmal. Zehn Sekunden. Du siehst bei den Pfeilen nicht, wie weit die weg sind. Das siehst du nicht vorher. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hier, pass jetzt. Hm? Hm? Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Abfahrt. Feindkontakt verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Helikopter, natürlich, warum nicht? Das Problem ist, wenn ich jetzt zu dem Dreieck gehe, ich weiß nicht genau, wie weit es weg ist am Anfang, wenn ich da hinwiese. Ich gehe halt dahin, wo ich viele Pfeile sehe, weil ich denke, hm, da ist wahrscheinlich am einfachsten, schnell Autos zu finden. Ist aber leider nicht so. So, Hauptsache, es gilt. Der Rest ist mir egal. Eine Minute bis zur Detonation. Ja, danke, mach mir keinen Druck. Und jetzt weiß ich halt auch nicht, wo muss ich jetzt wieder hin. Jetzt ist da hinter dem Haus nochmal. Verstehst du, was ich meine? Jetzt ist hinter dem Haus nochmal. Das mit den Pfeilen ist echt doof. Ich würde gerne wissen, wie weit es in den fährt. Wo lohnt es sich jetzt, beim nächsten hinzufahren? Ja, wäre doch schade, wenn ich mir noch zustoßen würde. Ach, fickt doch die Hölle! Ach komm, scheiß drauf. Ganz ehrlich. Ja, krieg ich aber nicht mehr. Weil die hier alle 30 Jahre entfernt sind. Zehn Sekunden. Ach, leer. Natürlich. Wenn ich nach oben fliege, brauche ich noch länger, um da hinzukommen. Bis ich nach oben bin und so, das ist so ein bisschen doof. Ich hab's hier einfach fertig. So. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Luftunterstützung ist unterwegs. Zentrale Aszier sitzen in einem Landfahrzeug. Nein, bitte keine Musik. Ah, jetzt muss ich Radio ausmachen gleichzeitig, damit ich kein Problem mit der Musik auf Twitch und, äh, auf YouTube kriege. Moin, ihr Wichs. Ihr Dreckigen. Hab ich's mal geguckt, wo das nächste gerade ist. Ah, Alter. Nein! Ah, das ist mega ätzend. Ich, es ist einfach mega ätzend. Und dann explodieren die Autos halt sofort bei, bei jedem Impact. Und dann geht es nicht mehr. Eine Minute bis zur Detonation. Auf dem Weg. Ja. Ja, stell dich aufs Auto. Ja. Das Auto schwimmt. Elikopter im Anflug, begebe mich zum Einsatzgebiet. Komm, wir müssen es nochmal machen. Oh, warum denn das Zeitlimit, Mann? Zeitlimits, eine der tollsten Erfindungen der Spielebranche. Kann lustig sein, Zeitlimits können lustig sein. Also wirklich, wenn du wirklich so ein bisschen so, aber, Alter, in dem Fall. Zehn Sekunden. Hätte nicht gereicht. Ne, ne, wir hätten noch zwei Autos sind es ja noch. Hätte niemals gereicht. Hätte niemals für zwei... Leute, ernsthaft? Ihr seht das doch. Das hätte niemals für zwei Autos noch gereicht. Ah. Zentrale, wir haben ein Eindringling auf dem Gelände. Zentrale, wir haben ein Eindringling auf dem Gelände. Eindringling auf dem Gelände. Das Problem bei dem Zeitlimit, es muss wirklich alle sitzen jetzt. Die Unterstützung ist unterwegs. Gebner befindet sich in einem Landfahrzeug. Naja, Hauptsache, das ist... Hauptsache. Und guck mal, was hier sonst so los ist. Das ist so bescheuert alles. Ja, moin. So, lass mich den Fehler mal jetzt nicht nochmal da hoch. Das ist so bescheuert. Alter. Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Nur noch eins, Rico. Eine Minute bis zur Detonation. Ja, wenn ich jetzt noch eins finden würde. Oh Gott, jetzt bin ich übernervös. Nein, was war das denn gerade? Jetzt macht er denn... Jetzt müssen wir mal den Flügel... Was macht er denn? Du husten Sohn. Mann, dieser Verpickterscheiße. Entschuldigung, ich reg mich einfach auf. Weil es hätte alles so gut klappen können. Nur noch 30 Sekunden. Komm schon. Wer sich über das Spiel nicht aufregt, hat nie gespielt. Aus dem Weg. Das war verdammt knapp. Gute Arbeit, Rico. Lieblingsaufgaben. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Motivation. Ist ich jetzt mal gut hier? Arschloch. Ich habe keine Muni. So. Das ist mir so. Gut, jetzt Truppen bewegen. Alles klar, das ist ja die Hauptsache. Einmal. Nochmal. Und hier nochmal. Äh. Oh, wir haben keine Trupps mehr. Oh, oh, oh. Wir brauchen zwei Trupps hierfür. Da und da. Haben aber nur noch eine Truppreserve. Okay. Deswegen ist es wichtig, hier zu haushalten. Was man, wie man weitermacht. Ähm. Hierfür brauchen wir eine Truppe. Machen wir mal ganz kurz. Machen wir mal ganz kurz gucken. Achso. Bestätigt. Ziel ist auf der Flucht. Lichtkontakt wiederherstellen. Hey Flynn, okay. Ich dachte nur, es wäre wieder einer der Kandidaten, die reinkommen, um zu beleidigen. Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. So. Pfüüü... Nein, nein. Ich schmeiße, also Controller und sowas schmeiße ich nicht in den Bildschirmen. Höchstens mal hier auf den Tisch. Mehr mach ich nicht. Ragequid mach ich auch, aber ich mache nichts kaputt Und ich rege mich kurz mal auf, aber dann versuche ich mich wieder zu fangen So Hier die gute Aral Hä, der ist nicht sofort abgeschmiert? Hä? Was ist denn da los? Vor Bäumen, wenn wir den Fallschirm machen, dann zieht man mich automatisch nach oben oder hier gerade Das ist ganz praktisch So Hätte man schaffen können, aber So, remember Grim Tales Na gut, bei Grim Tales, aber das war die CD Aber das war auch die Enttäuschung einfach über die Spielereihe, was daraus geworden ist Da war wirklich sehr viel Enttäuschung mit dabei Frust vom Spiel natürlich, aber auch gerade Enttäuschung Weil Grim Tales eigentlich echt immer Hat mir Spaß gemacht mit den Zuschauern Aber vielleicht sollte ich das auch nicht mehr unbedingt Durchspielen in einem Stream Weil das doch schon auf die Kondition geht Und das merkt man vielleicht auch Ich weiß es nicht Haaaa So Nnäaah Entschuldigung Oh na, Helik- ach, pfff, die Helikopter sind jetzt immer woanders. Ich würd' mir gern so'n Helikopter schnappen. Ach, warte mal. Ja, dann machen wir doch, wir können so'n Helikopter schnappen. Pass auf, äh, 3-3, ähm, Sturmgewehr brauchen wir nicht unbedingt, aber hier, Schnellabwurf. Let's go. So. Dankeschön. Ähm. Wehe. Och, Gott sei Dank. Ich dachte schon, der ist umgekippt. So, let's go. Warum nicht gleich so? Hätten wir viel öfter schon machen können. Ich weiß, ob ich fast da bin. Hm. Mann. Nicht immer die fucking Leertaste. Ich will mit der Taste nach oben. Ich hasse das. Entschuldigung. Ja. Leertaste ist die ganze Zeit jumpen, ne? Also, Leertaste ist die ganze Zeit jumpen. Du gehst mit der Leertaste immer nach oben. Außer, auch mit dem kleinen Flugzeug gehst du mit der Leertaste nach oben. Außer im Helikopter und den Flugzeugen. In den normalen. Da ist es dann aussteigen. Du bist bei Mina Vendaval. Auf den ersten Blick ist das nur eine Mine, aber tief unter der Anlage ist eine Einrichtung der schwarzen Hand. Was ist das für eine Einrichtung? Die Hauptstadt wurde vor ein paar Jahren von einem Tornado getroffen, der große Schäden angerichtet hat. Danach hat Espinosa die Anlage gebaut, die Tornados mithilfe von Windkanonen vom Pass fernhält. Seitdem hat das kein Tornado auch nur in die Nähe der Stadt geschafft. Oh, okay. Kommt mir halt so bekannt vor. Wir erreichen Mina. Hallo Mina. Wir erreichen dich jetzt. Oh, cool. Er nimmt mich gerade an den dritten Teil. Hier ist Mina Vendaval. So. Ich kann aber keine Soldaten der schwarzen Hand sehen. Es ist ja auch eine geheime Einrichtung. Nimm dir diese Treibstofflager vor und sorge für etwas Chaos. Damit solltest du die schwarze Hand aus ihrem Loch locken. Und dann gehe ich durch die offene Tür einfach rein. Wenn du drin bist, müssen wir die Konsole finden, über die Izzy die gesamte Anlage übernehmen kann. Ähm, wie sie erkundieren? Die nicht so richtig. Hey, die sind doch schon da. Habt ihr gerade schon gehört, verteilt euch. Voll die geheime Base. Nein. Habt ihr nicht. Das ist ja gelügert. Oh. Moin. Oh. Oh, wie geil. Ups. Oh. Ja, dann mal go. Eins weniger. So. Aber die Tür ist immer noch zu. Versuch's nochmal mit einem anderen Depot. Ja, ja. Dann machen wir natürlich gleich. Moin, Freunde. Wir kommen immer ganz persönlich vorbei. Gegner hat Angriffe eingestellt. Ja, Hada. Hada. Macht euch keine Sorgen mehr. So. Das wärmt wohl ich am Weihnachtsabend. Ähm, das war keine gute Idee. Das wären zwei Depots. Immer noch nichts. Mach weiter, Rico. Mach ich. Alle klar. So. So. Schauen wir doch mal hier. Niemand von der schwarzen Hand hier. Oh, das ist nämlich gerade voll an GTA 5. Oder GTA Online. So. Moin, Freunde. Da. Ach, was soll's. Komm. So. Oh. Jemand zerstört die umliegenden Treibstoffdepots. Nein. Schickt eine Einheit los. Und wir haben einen Gewinner. Gute Arbeit, Rico. Die Tür der Einrichtung ist offen. Ab rein mit dir. Oh, wir brauchen dringend Muni. Die Tür der Einrichtung da hinten. Okay. Sekunde. Ähm. Was? Hä? Ich bin doch nur abgestür... Ich hab doch... Was? Wie kann man denn... Das hab ich noch nie gesehen bei GTA, dass man so... ...abstürzen kann. Ähm. Ähm. Das geht doch gar nicht. Hab ich gesagt GTA bei Just Cause. Das war Absicht. Jaja, ich will das Let's Bay in die Länge ziehen, dass keins ist. Ähm. Ich hab noch nie gesehen, dass das geht. Ich glaub, ich hab mir gerade... ...das Genick gebrochen. Das erste Mal in Just Cause. Achso, wir müssen... Wir müssen da hin. Ich seh ne Base. Ich fahr zur Base. I'm a simple man. I'm a simple man. I'm a simple man. Na dann mal rein. Moin! Du musst zum Kontrollzentrum. Von dort aus solltest du easy Zugriff auf den Transmitter geben können. Oh! Ach so, Lampe. Feindkontakt. Verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. So, ich wollte nämlich den Scharfschützen ausschalten. Deswegen hab ich mich hier erstmal in die Ecke gestellt. So. Und wir können mal kurz hier werden. Oh, Panzerfaust. Ja, ja, ja. Zeit, was in die Luft zu jagen. Oh, ciao! Boah! Das war ja gemein. Find ich ehrlich gesagt nicht so nice. Feuer, Feuer! Feuer, Feuer! Okay. Die Tür ist zu. Mach einfach weiter Druck. Irgendwann wird die schwarze Hand die Tür öffnen müssen. Die Tür ist offen. Hey, der lebt ja noch. Ich mach immer gerne Headshots. Was? Die Tür ist doch... Die Tür ist doch offen. Versteigt ihr Zugang zum Kontrollzentrum? Oder meint ihr die andere Tür? Wie hätt ihr die gesehen da hinten? Hm. Das Kontrollzentrum sollte gleich nebenan sein. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Dass es keine günstigeren Telefone gibt? Was? Ja, das wundert mich aber auch. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Okay. Kontrollzentrum. Okay. Finde die Konsole. Dann kann sich EZ durch den Haupttransmitter reinhacken. Gut. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Ne, sehe ich aber anders. Feindkontakt. Verstanden. Feuer nach Eigenverlitten. Ich glaube, der hat nicht überlebt. Ich bin mir nicht sicher. So. Gegner hat Angriffe eingestellt. Halte die Augen nach dem Offen. Hab ich wirklich. Wir können jetzt Freunde sein. Bin auf eurer Seite. So, warte. Ja, Granatwerfer. Ich bleib erstmal bei meiner. So. Gehört ganz dir, Izzy. Dankeschön. Spring in den Aufzug und fahr nach oben, Rinko. Ja, warte. Nicht autorisierter Zugriff vom Haupttransmitter. Trennt die Verbindung um jeden Preis. Wir müssen den Aufzug. Sie wollen mich aufhalten. Ist das der hier? Niemand hält dich auf, Izzy. Nicht solange ich was dazu zu sagen habe. Ist zu dunkel, ich sehe nichts. Zentrale. Wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Nee. Das kann man auch differenziert betrachten. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. So. Hat mir das gerade mal gespart. Oh, geil. Ein Zeppelin von denen. Cool, warte. So, warte. Komm ich da hin? Okay, pass auf. Ich mach mal folgendes. Hä? Ja. So, ein Zeppelin von der schwarzen Hand. Kann man übrigens auch fliegen. Ich weiß nur nicht genau, was die Dinger so bringen. Ich kann ihn auch nicht drehen glaube ich, oder? Kann ich ihn mit C und Y drehen? Also, man kann ihn... Ich kann ihn nicht... Doch, okay. Jetzt geht's. Also, man kann die irgendwie nicht lenken. Ich weiß nicht genau. Oder ich hab's noch nicht rausgefunden, wie es geht. So geht's auf jeden Fall nicht. Ich hab's drauf angelegt. Ich hab's drauf angelegt. Ich hab's drauf angelegt. Ich wollte mal gucken, was passiert. Hatte gerade noch überlegt, ob ich aussteige. Aber dann dachte ich, ne, komm, ne. Machst du mal weiter? Ja. Ne, ich hab noch nicht rausgefunden. Y und C hab ich schon probiert. Ging auch nicht. Okay. Ich springe in den Aufzug und fahr nach oben, Rico. Schau, Freunde. War schön mit euch. Liebe euch alle. Nicht autorisierter Zugriff vom Haupttransmitter. Trennt die Verbindung um jeden Preis. Sie wollen mich aufhalten. Niemand hält dich auf, Isi. Nicht so lange ich was dazu zu sagen hab. Hast du nicht. Zentrale, wir haben ein Eindringling auf dem Gelände. Haben wir nicht. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Hubschrauber der schwarzen Hand. Hubschrauber der schwarzen Hand. Hülle. 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 Hülle Schieder gefunden. Ja, großartig. Hülle. Hülle. Nein, jetzt hab nichs mehr! Oh, ich hasse, ich hasse das. Turm. Ich musste schon mal einen Turm verteidigen. Das war so scheiße. Oh, das wollte ich nicht. Oh Gott. Treffen ist drauf. Hä? Was wenn er still hält geht. Wir sind auf dem Weg zu dir, Rico. Der Transmitter ist stark beschädigt. Das verlangsamt meine Arbeit. Für dich strenge ich mich gern noch etwas mehr an, Izzy. Helikopter im Anflug beginnt. Oh, das ist ein Gebiet. Oh, da. Ich wollte da hinten den Linger treffen, aber leider. Der Transmitter ist fast hinüber. Komm schon, Rico. Ich glaube, ich werde das erst starten. Ne. Boah, das ist, äh, uff. Nein, ich habe keine Synchronstimme. Ich muss gleich mal gucken, wie ich das Maschinengewehr benutze, weil mit der Rakete zu treffen ist echt... Ich flink. Hm, hmm, 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 hmm. Ähm. Hubschrauber der schwarzen Hand. Mhm, 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 mhm. Die Kissaura- systematende Absch picksumu. Wir geben mich zum Einsatzgebiet. bacteria言. Abfahrt Nein Mist Aaaaah Hä? Was denn? Hä? Was denn hier passiert? Wieso steht der hier? Wieso die Treffen immer Boah Maus Aaaaah Komm hier her Alter Ich mach nichts anderes als die Maus hier die ganze Zeit zu drehen Etwa die Hälfte ist geschafft Fallschirmjäger sind auf dem Weg zu dir Rico Natürlich, was auch sonst Oh Aaaaah jetzt treffe ich selber den Turm Boah Gott dieser Fitsch die Fallschirmjäger Nein tu ich nicht Alter ist das nervig Boah Boah ich hab schon gar keinen Bock mehr Also grad hab ich wirklich keinen Bock mehr Also grad hab ich wirklich keinen Bock mehr Das ist so nervig gerade Und dieser Turm ist so fragil Und es sind einfach viel zu viele Wo die Fallschirmjäger sind, ich hab keine Ahnung Die waren winzig, die konnten ich gar nicht treffen Das sind doch viel zu viele, Mann Jetzt haben wir's lassen, Gott sei Dank Oh Boah Ha ha Geschafft Die gesamte Anlage steht unter meiner Kontrolle Ich kann sogar die Bergbaugeräte steuern Haha Izzy, du bist die Beste Das weiß ich doch Wir hören uns, Baby Luftunterstützung ist unterwegs Tod, normal Rechtschiff meldet Einsatzbereitschaft Wir nähern uns dem Kontaktpunkt Hey Zentrale Er ist in einem Helikopter Hilfe Ich bin schon lange nicht mehr im Helikopter Was? Wir haben verstanden, Feind ist in einem Helikopter Was? Aber ich bin doch grad nicht mehr im Helikopter Zentrale hier Findet den Gegner Suche nach Feind beenden Nehmt eure Patrouillen wieder auf Ich würd so gerne Da komm ich nicht hin, ne Schade Das wär so cool auf den drauf Naja, naja Gut Aber wir haben uns eingenommen Ah, das können wir grade nicht Wir können hier mit einer Truppe hin Und dann bei Valerio brauchen wir jetzt nur noch, äh, null Truppen So, Front ist erweitert Der Süden gehört eigentlich bald komplett uns Wenn wir das hier noch mitnehmen Hallo? Ja, Träumchen Treibstoff fast Nachschublieferung Also wir haben eigentlich bald die Karte eingenommen Aber die Frage ist Wenn die Karte eingenommen ist Gegen wen kämpfen wir dann eigentlich noch? Hm Ja, sie ist die beste Nachdem du im Alleingang 20 Helikopter zerstört hast Ja man Das verstehe ich auch nicht Okay Gut Ähm Mit dem Heli zum Flugzeug fliegen Das wär auch ne Idee So, wir müssten jetzt in Richtung Tornado Oder? Was immer da los ist, ich hab keine Ahnung Achso, da ist jetzt Krieg Okay, komm Wir arbeiten uns jetzt in Richtung Tornado vor Wunderschöne Oh Tornado Plattenplatz sagt ja So, gute Nacht, alle die schlafen gehen Ich weiß gar nicht wie spät es ist Ding Ding Der Tornado ist weiter im Norden. Ich weiß, wir sichern grad nur den Süden. Ach, ich mag es trotzdem. Ich find das schon sehr nice. Auf die Kampfstätze, um auf die Kampfstätze zu kommen, da brauchst du wirklich eine sehr hohe Position und sehr viel Glück. Weil die sind halt wirklich sehr schnell. Und hohe Position ist hier aber ein bisschen schwierig, in den Bergen oder dahinten in der Stadt. Und die Städte sind, naja, nicht so spannend, ehrlich gesagt, wie man denkt. So. Hm. Just Cause 4 Roleplay. Es gibt ja von Just Cause 3 gibt's ja Multiplayer-Mod. Die soll ja auch ganz schön abgehen. Aber es gibt keine Story oder sonst irgendwas, Mission oder sonst irgendwas. Man muss halt, ähm, selber sein Spiel finden, sag ich mal. Hm. Echt? Ich fand Just Cause 3 hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also mit Just Cause 3 hatte ich echt Freude. Hab ich auch hier und da mal geflucht, klar. Aber das gehört natürlich dazu. Das ist ja jetzt ein Weilchen. Vielleicht sollten wir einen Helikopter nehmen, den wir dann gleich wieder verschrotten. Hey Rico, wir haben einen Schläfer in Ojo de la Bradera platziert. Einen Schläfer? Mit? Ja. Er ist der Cousin des Manns meiner Cousine oder so. Auf jeden Fall kann er die Raketenwerfer der Basis ausschalten. Und ohne die ist die Basis praktisch schutzlos. Wenn wir sie erobern, können wir sämtliche Bewegungen der schwarzen Hand in der Region überwachen. Uh. Dann lass es uns versuchen. Dann lass es uns versuchen. Ja, na gut. Ja, wenn du das so sagst, dann bin ich der Meinung, das könnte mich überzeugen. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Nicht wahr, mein Freund? Ich mache mich sofort auf den Weg. So. Okay, ich tue sie mal. Warum die Straße nehmen? Oh, ein Helikopter, das gefällt mir ganz gut. Ojo de la Bradera. Hey, da ist unser Maulwurf. Okay Rico, es gibt drei Raketenwerfer. Ich habe einen Weg gefunden, sie dauerhaft außer Gefecht zu setzen. Cool. Was muss ich tun? Die Werfer werden durch Generatoren unter Verschluss gehalten. Als Sicherheitsmaßnahme. Zerstöre die Generatoren, um die Werfer hochzufahren. Wir fahren die Werfer hoch? Ja, und wir feuern sie ab. Dann war's das mit den Raketen. Dann gefällt mir die Einstellung. Helikopter im Anflug, wir geben dich zum Einsatzgebiet. Okay, kann mal los. Ähm. Was? Okay. Vielleicht soll ich doch nicht so schnell... Das war der Helikopter? Ne, doch nicht. Ich dachte gerade. Okay. Tschau, Freunde. War schön. Oh, ich hab was falsch aktiviert. Entschuldigung. Kommt. Oh, ich hab was falsch aktiviert. Ähm. War grün das Richtige? Jo. Ciao. Er hat überlebt. Ne, doch nicht. Hä? Ähm, nicht schon wieder. Das kommt mir bekannt vor. Haben wir sowas heute schon mal gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also hier ruckelt's übrigens nicht. Wenn's ruckelt, dann liegt's entweder am Stream oder... Weiß ich nicht. Wie sind die denn hier gerade? Hä? Den hab ich gerade umgebracht. Den hab ich gerade umgebracht. Na? Granatwerfer. Könnten wir machen. Das... Nein! Scharfschützen. Hä? Na, nein. Sturmgewehr behalten. Panzerfaust weg. Okay, läuft. Das brauch ich nicht. Das brauch ich. Das brauch ich auch. Kontakt! Kontakt! Ich hab ihn! Kontakt! Oh! Komm, wir halten Kontakt. Lass uns Brieffreunde sein. Okay. Da drüber geht's. Diese Aufgabe kommt mir gerade verdächtig bekannt vor. Jo, gerne. Hm. Guck mal, wie der in Bewegung bleibt. Da lebt man viel länger. Bleib in Bewegung! Hab's dir gesagt. Immer in Bewegung bleiben. 0,1 Sekunden länger. So, let's go. Das war Nummer 1. Das war Nummer 1. Halt Abstand! Der Werfer fährt hoch! Ich muss in Deckung! Ah! Ah! Da hinten ist es. So, hier müssen wir mal lang. Tschau Freunde, ich düse mal weg, muss zum Aldi, hab Kroketten vergessen, zum Hirschbraten für Weihnachten. So, Mutter kocht immer Elch, aber eigentlich weiß ich nicht, wie ein Elch aussieht, deswegen gibt es immer Hirsch. Mit Kroketten, das ist wie Kartoffel, mit Hülle. So, gut. Nein, bitte nicht. Ach guck mal hier. Das hat gut geklappt. Oh, hey, hey Freunde. Ich muss Lars nahmen, nahmen, nahmen. Ich hab keine Ahnung, was da gerade passiert. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Ja, jetzt hab ich schon wieder so ein Kaspar. Kaspar, wo bist du? Der kommt gleich wieder. So. Ein Hirschbraten im Würzfall, ganz genau. So, tschau. Noch jemand? Das waren die nächsten zwei Generatoren. Mh-hm. Das ist richtig. Hast du eine richtige Sause gemacht. Das ist ein richtiger Sause-Win. Das Gebiet kommt mir auch sehr bekannt vor hier gerade. Ich hab, was? Ich bin, was? Ich schwöre, ich hab... Assakiere Ziel! Geil, machst du echt gut. Coole Frau. Bin Fan. So. Ach, so süß. Ach, alles Gute zum Jahrestag. Genau. Guck mal, ich krieg ein Geschenk zum Jahrestag. Na, die wollen sie jetzt aber ein bisschen, oder? Geil, Muni. Ich krieg mal die Dinger aber kaputt. Ich bin mir dies sicher. Ich glaube nicht. Boah, was ist denn? Was musst du? Urlaub machen. Entschuldigung, ich muss den auch mal Seiten wechseln. Ah, auch von hinten. Keine Chance. Okay, ich wollte mal gucken. Ah. Ach, das ist immer einfach. Oh, das war doch nicht. Oh nein, ich häng fest. Oh nein. So, ich glaube, jetzt haben wir's. Jo, dat war's. Alles klar. Abdeckung entfernen, dann geht's. Wollen wir uns richtig viel sparen können, gerade. Okay. Okay. War hier nicht irgendwo? Da. Hätten wir wahrscheinlich auch gar nicht machen müssen. So. Und ich hab keine Muni mehr. Dafür reichen. Was sind die letzten? Okay, dann mal los. Roll dich bei der Garage beim nördlichen Eingang ab. Die Werfer sind jetzt hochgefahren. Und ich kann die Raketen endgültig stoppen. Ich hoffe, wenn ich da bin. So, was? Bring ein Fahrzeug zur Garage. Das kommt mir alles so bekannt vor. Ich hab das bestimmt schon mal gemacht in diesem Leben. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Juhu. Jahrestag, Jahrestag. La, 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 la. Adventskalender sind für Kinder. Das sagt nur jemand, der selbst nur noch eins ist und gerne erwachsen wirken möchte. Ich sag's nur. Aus eigener Erfahrung. Und jeder Erwachsene wird mir recht geben. Ich hab mir echt wehgetan. Ich hab's mir echt wehgetan. Oh, hab ich mir wehgetan. Bitte mitleiden. So, Schrotflinte. Brauch ich mich. So. Oh, 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 oh. Warte, warte, warte. Da drüben geht's wieder los. Wenn ich hier mal ein Fahrzeug bringe, bringe ich vielleicht etwas schnelleres als letztes Mal, oder? Ich weiß nicht, was hier... Ich weiß nicht, was machen die hier? Kollegen, ernsthaft, komm hier. Nimm erstmal einen Wig. Das hilft dir. So, wen haben wir denn hier? Äh. Da liegt doch jemand. Hab ich doch gesehen. Oh. Bin ja geil. Bin ich richtig gut entkommen gerade. Ich hasse Sniper. Die Sniper in diesem Spiel sind so over einfach. Alles andere, weißt du, Helikopterabsturz, riesige Gastank-Explosion, kein Problem. Sniper, klopp, fast tot. Wo ist er? Einen Robocop haben wir wieder. Warte, warte. Ich seh dich doch mal. Ich seh, ich seh dich doch. Komm, komm zu Papa, hm? Setz dich mal auf den Schoß, sag dem Weihnachtsmann, was er dir wünscht. Weiß nicht. Lkw-Fahrer. Der fährt ganz normal. Hä? Da kommt er einfach aus dem Lkw rausgescheißert. Wieso kommt er mit dem Lkw hier rein? Ich würde sagen, wir fahren den jetzt, ne? Ne, ganz ehrlich, was fahren wir denn jetzt für einen? Wir brauchen irgendeinen schnellen. Läuft es darauf hinaus, was ich vermute? Ähm. C ist es. Okay. Entschuldigung. Ähm. Scheiße. Okay. Wo haben wir einen Wagen der Heile? Jetzt hier. Das sind drei zu viel. Wo ist die Garage? Wie komme ich am besten hin? Hä? Hup! Ein ausgezeichneter Wendekreis. Boah, steu hier rum. Boah, bla 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 bla. Ähm. Hä? Was ist denn die fucking Garage jetzt wieder? Ich bin mal bei der... Ich bin noch bei der Garage. Komme. Freut mich, dich zu sehen. Der sah gerade aus wie beim ADAC-Simulator. Sag's nur. Wir müssen ins Kontrollzentrum im Osten kommen. Dann schnall dich mal an. Ich werde das Raketensystem infiltrieren. Dann werden sie in den Himmel geschossen und explodieren. Das war so klar. Das war vielleicht ein bisschen zu viel ins Gute. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Hallo. Ich will parken. Ja. War doch kein Problem. Haben wir ganz souverän geschafft. Also wenn das jetzt nicht effizient war, dann weiß ich nicht was. Let's go, let's go, let's go, mein Freund. Wie können die mich treffen? Oh, 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 oh. Nein, nein. Hilfe. Hallo Freunde. Ich flieg hier nur mal kurz vorbei. Entschuldigung, kleiner Breakdance. Ganz normale Tackerling. Sind wir gerade in die Tonnen rein? Ich steig mal aus. Hab gut eingeparkt, finde ich. So, ich fahr ein bisschen andere klarer. Moin. Hallo. Na, das gehört jetzt aber nicht. Wie geht der dahinter im Auto lang? So, sag mal. Was war das denn? Also, das war... War ich nicht. War jetzt nichts Besonderes. Ist einfach... One day in my life. So. Was ist das da hinten eigentlich? Das sieht eindrucksvoll aus. Ein anderes Fahrzeug sollen wir holen. Kehre zurück oder holen. Ja, komm. Komm, Hacki. Hacki, komm. Hacki. Komm her. Wo läuft denn der hin? Hol den der Hacker ab. Wie läuft... Jetzt steig doch mal rein, Mann! Oh nein, ich hoffe, wir müssen nicht nochmal springen. Ich hab nämlich jetzt... Ähm... Ich hasse alles. Komm ich zurück? Aaaaaaahhhhhh... 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 Muss... Diese atemberaubende Musik, die ich den Wagen reparieren muss. Okay, let's go. Jetzt schaffen wir's, wirklich. Ja, wir schaffen's. Wuuuuh! Kein Problem. Nein, falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Oh nein, was? Wieso? Ich will... Jetzt kann ich auch nochmal machen. Ich roll den Berg einfach wieder hoch. Setz, hau ei rollen. Ähm... Hab die Mission fast gelöst. Jetzt nur noch sauber landen. Zier, nicht in Sicht. Zentrale, noch mit Befehle. So. Gut. Ist ja auch mal schöner, so ein bisschen in der Natur. Man muss ja nicht immer nur in diesen komischen grauen Häuser schluchten. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. So, guck mal hier. Kühl gibt's hier auch. Ist auch sicherer. Kampfbereitschaft aufgehoben. Es geht nicht immer nur um Kampf und Krieg und Explosion. Man kann hier auch mal an so einem Ausflug aufs Land. Das ist ja auch viel wert. So. Mal die Tiere den Kindern ein bisschen näher bringen. Ach, eine Straße. So. Die Natur ist mir wichtig. Das war schon immer ein essenzieller Bestandteil meines Lebens. So. Wie kann ich denn noch bei der Mission ge- Wie war ich denn jetzt bei der Mo- Hä? Ich war noch bei der Mission. Oh, hier sind wir 60er laufen. Doof. Wenn du dir selbst ein Auto leisten könntest, hättest du vielleicht mehr Respekt. Ja, sicher. Leid ich mehr Respekt. Boah, Alter. Komm rüber, Junge. Hab unorganisiert. Die Frage ist aber, wie komm ich denn jetzt zur Konsole dahinten? Lass mich raten, wir müssen die Mission normal machen, ne? Ich komm doch da jetzt nie wieder hin. Wie komm ich denn jetzt da wieder? Ich wünsche, ich hätte jetzt so eine Wegmarkierung. Das wird mir echt helfen. Ja, müssen wir normal machen. Hilft dies. Ich bin in der Mission. Ich bin wirklich in der Mission. Okay. Aber ich komm doch jetzt mit dem Auto da niemals. Ich muss mir mal die Beine vertreten. Okay, pass auf. Wir probieren mal folgendes. Ich will die, ich will die normal machen. Und ich würde gerne gucken, ob das geht. Wo ist denn hier? Da. Äh, hier. Mal schauen, ob das funktioniert. Hallo, mein Freund. Komm rüber. Es funktioniert. Jetzt muss ich nur noch gleich wieder aussteigen. Ja, rufen Heli. Hab ich doch grad, äh, hab ich doch. Und jetzt schön. Oh Gott, jetzt muss ich Leertaste drücken. Ja, hier mit dem Auto hoch wäre schwierig geworden. Oh Gott. Nicht zu schnell. Ähm, das ist nicht gut. Bodenlustrakete, davon will ich nichts hören. Ja, Mann. Ich geb dir Deckung. Alles klar. Ja, ich wüsse. Oh, fuuuh. Ja, endlich. Konne ich ihn grad nicht treffen. Okay. Was passiert dir gerade? Ähm, was passiert mir hier gerade? Ähm, wer schießt denn da? Bist du das? Ähm, was ist das? Wo kommt das her? Das war er nicht? Ich brauche Deckung! Hier, laden! Hier, laden! Hier, laden! Hier, laden! Hier, laden! Hier, laden! Lustige Mörser. Ich weiß aber nicht, wo ich hin. Ja, halt den Kopf unten. Das geht sehr gut. Okay. Zielerfassungscomputer gehackt. Jetzt zu den Zugangsschlüsseln. Von hier, irgendwie, ne? Äh, was macht denn der? Alter, jetzt lauf doch nicht einfach los. Bist du bescheuert? Ich weiß nicht, ich sag schon gar nichts mehr. Wir sind die schwarze Hand. Ist das nicht? Lade nach! Warte! Ich brauche Deckung! Ich brauche Deckung! Röppel E-Ger! Röppel E-Ger! Halt die D-Ger! Röppel E-Ger! Lade nach! Oh, ich hab keine Munnie mehr. Halt! Weg da! Weg da! Ja! Ich schieße! Hallo, kleiner Freund. Boah, wie lang braucht der der zum Hacken? Ganz ehrlich. Arbeit mit Profis. Arbeit mit Profis. Okay. Ähm, was war das denn? Hä? Ähm, was? Was machen die denn da hinten? Geil vorgerückt. Okay, das war's. Feuer! Feuer! Fehl Deco! Hab ein paar Truppen zu deiner Unterstützung losgeschickt, Rico. Hm. Fällt er früh ein? Ach, das ist für mich okay. Cool. So, der Typ ist jetzt da oben. Der Spaß beginnt. Das sind die Lieben, ne? Ja, das sind Liebe. Moin! Da komm ich nicht hin. Ey, wie geht der noch? Hier, kannst du spielen. Oh, hallo. Hallo, Granate. Kommt der Hacker klar? Der Hacker kommt klar. So. Oh, warte, ich kann grad nicht. Ich bin grad mit in der Schieße rein. Warte mal. Steht aber die Pan aufgemacht. Ja. Sag mal, wo ist ja unsere Unterstützung eigentlich abgeblieben? Das, das war alles? So. Oh. Oh. Ich kann auf dir selbst. Und, das war's. Siehst du, ich hab keine Scheiße gebaut, Kumpel. Geil. Hör mal. Hey, schalte sie einfach aus. Feuer die Raketen ab. Alles klar, das war's. Okay. Okay, das ist das. Hä, das ist das. Ist das. Wä, wä, wer läuft denn da? So. Gut. Das haben wir. Das heißt, wir können jetzt hier einmarschieren. Uuuuh. Front avanciert. Und uns gehört... Uns gehört der gesamte Süden und jetzt arbeiten wir uns vor in Richtung Wirbelsturm. Ich hoffe, der ist nicht... Ist der hier erst? Treffen mit Lanza Mortales. Laut Mira. Sichere Region. Könnte sein, dass er da erst ist. Also wir müssen uns hier durchkämpfen. Ich bin noch nicht ganz sicher. So, das haben wir auch gemacht. Unsere Truppen nehmen hier langsam ein. Jetzt haben wir... Also wir haben schon ein Stück vom Spiel irgendwie weg. Also zumindest von dem Einnehmen hier. Sehr einnehmendes Wesen. Wir sind gerade hier unten. Training, Datensammlung. Hilft den Rekruten, die Informationen zurückzuholen. Gegenüberwachung. Hm. So, pass auf. Ich mach mal ganz kurz eben zwei, drei Minuten Pause. Was ist das letzte Spiel? Ich würde gerne nachher noch Infinity ausprobieren. So. Ich würde gerne noch Infinity gleich ausprobieren, aber ich würde noch mal ganz kurz eben ein Päuschen machen, wenn das okay ist. Ganz kurz eben ein Päuschen. Weil es ja... Wir haben ja Jahrestag heute, ja? Und natürlich werden wir das nachher noch feiern. Nachdem wir geschlafen haben natürlich, aber... Mal ganz kurz eben jetzt ja... Also was schließe, ja? Also mal Hallo sagen. So. Ich bin also ganz kurz da. Zwei, drei Minuten. Zwei, drei Minuten bin ich wieder da. Ganz kurzes Päuschen. Ich würde noch... Ich würde noch eine Runde warten. Nein! Ähm... Ach doch, Identity. Nicht Infinity. Entschuldigung. Identity. Ja, hört sich ja genau gleich an. Ist doch egal. Identity. Da kann man schon ableiten. Ähm... Was ich meine natürlich. Also, ähm... Ich würde dann... Gleich wiederkommen. Ich würde aber noch ein bisschen... Das Spiel ist immer noch nicht erschienen. Okay, Identity ist immer noch nicht raus. Ja gut, dann spielen wir eh noch eine Runde Just Cause 4 weiter. Ich würde auf jeden Fall gerne noch zum Wirbelsturm. Da kommen wir noch hin, ne? Ich würde gerne diese Front einnehmen. Da haben wir drei Dinger. Nehmen wir diese Front ein, arbeiten zum Wirbelsturm hoch. Und dann können wir bestimmt Identity spielen. Ich hoffe, wenn das bis 6 Uhr morgens mal irgendwann raus ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm... Wir sehen uns... Wir sehen uns gleich wieder. Pass auf. Ganz kurze Pause. Und, äh... Ihr wisst ja, wer euch heute erwartet. Schön updancen. Ihr wisst Bescheid. Alles klar. Und, äh... Die DJs legen auf. Listberg, vielen Dank. Bis gleich! Oh, endlich höre ich die Pausenmusik mal wieder. Oh, ich bin so happy, dass ich OBS ein bisschen unkonfiguriert habe, dass ich jetzt auch die Pausenmusik endlich mal wieder höre. Vorher habe ich ja nichts mehr gehört. Eine ganze Weile lang. Da ging es ja irgendwie nicht. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Mit ein bisschen Glück bin ich sogar synchron. Ich weiß es gar nicht. So. Moin! Wir haben uns grad zur Feier des Tages. Haben wir uns beide jetzt nochmal schnell einen Kaffee au lait gemacht. Und, äh... Ich muss ganz kurz sagen, ich liebe diesen Haushalt. Ja, also... Und diese Beziehung auch. Weil... Meine Frau quasi, ähm... Geht jetzt, äh... Nach oben und spielt Fallout. Ja, Tati spielt Fallout 76 freiwillig, in ihrer Freizeit und gerne. Das ist möglich. Es gibt Menschen, die tun das. Und, ähm... Ja, sie geht nach oben und spielt Fallout. Ich geh nach unten und spiele Just Cause. Es ist einfach geil. Sie hat gestern gestreamt. Ich streame heute. Ich mag das. Ich mag das einfach. Ich weiß nicht. Es ist einfach... Es ist schön. Es ist einfach schön. Es ergänzt sich einfach sehr gut. So. Achso. Äh... Das hier ergänzt sich übrigens auch sehr gut. Wo muss ich denn nochmal hin? Ah, Fallout 76 teilweise Serverwartung. Das sehe ich ja, wenn sie gleich wieder runterkommt. Und Identity funktioniert ja auch super. So. So. Ihr seid schon verheiratet? Sie ist ja auch ohne, dass wir jetzt schon verheiratet wären, ist sie ja trotzdem meine Frau. Verstehste? Ähm... Das ist ja schon über die Freundin hinaus. Wir sind ja... Partner... Lebensgefährten... Beste Freunde... Wir sind... Alles. Deswegen, äh... Kann ich auch sagen, meine Frau. Außerdem sage ich gerne meine Frau. Wer spielt denn freiwillig Fallout 76? Ich spiel's auch gerne. Ich würd's auch gerne wieder im Stream weiterspielen. Ähm... Hast du denn die eigentlich schon gekauft? Ich glaube nicht. Ich mach das mal ganz kurz. Pass auf, ich geh mal ganz kurz auf den Talk. Ich mach mal hier... Ähm... Ich geh mal wieder raus. Ich geh mal ganz kurz auf den Talk. Talk! Ist die Farbe irgendwie komisch? Oder ist jetzt der Monitor? Warte mal. Mal kurz gucken. Ich seh so weiß-gelb-rot aus. Guck mal, ich hab hier schon wieder diese gelbe... Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht. So! Was? Die Klogrenze auch schon überschritten? Nein, wir pieseln nicht voreinander. Das machen wir nicht. So. Ähm... Also nicht, dass ich's schlimm fände, aber... Also wär jetzt nicht so, dass ich sagen würde... Oah... Oah... Eine Frau, die pinkelt. Das gibt's ja sonst nur im Film. Den... Ich nicht gucke. Dann hab ich gehört. Äh... Ne, aber ernsthaft. Nein. Ähm... Ähm... Hab ich das schon? Hab ich noch nicht gekauft, glaub ich. Ich mach das mal ganz kurz eben. Äh... Dann hab ich's... Dann muss ich das gleich nicht machen. Ah... Cool. Hab ich mich verschrieben. Äh... Hatt ich nicht, aber... Egal. Ach, man kann's ja noch gar nicht kaufen. Ich kann's ja noch gar nicht kaufen. W-w-w-wieso fragst du's denn dann? Man kann's noch gar nicht kaufen. Kaufen! Ich folg dem Spiel schon seit tausend Jahren. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Bald bei Steam. Und eigentlich stand vorhin da in sieben Stunden. Um 15 Uhr ungefähr stand, in sieben Stunden kommt das raus. Ähm... Und jetzt steht da gar nix mehr momentan. Also... Sagt Bescheid. Guuuu... Quest... Du 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 du... Die Seite ist eh down. Alles klar. Würst du das neue ANHODs oder SIDLA mal austesten? Bestimmt! Bestimmt, bestimmt. Sooo... Ich vermisse sehr die Streams... ... in denen Gronkh dir Spaß 5 Games gezockt hat. Ich weiß nicht genau was das heiht. Wahrscheinlich AUS SPAAS 5 Games. In den Gronkh aus... ...spaas Oza 5 Games gezockt hat. Nicht nur AAA-Titel. Mir fehlt der Spaß und das Feeling. Komischerweise habe ich gerade sehr viel Spaß an Just Cause. Ich weiß gar nicht, wenn dir der Spaß fehlt, das tut mir sehr leid, aber nicht jedes Spiel wird für dich sein. Und wir spielen auch verschiedene Spiele, aber manchmal suchte ich mich an Spielen fest und dann spiele ich halt ein bisschen länger. Aber bitte überlass das doch mir, woran ich gerade Spaß habe. Ich streame ja jetzt nicht exklusiv für dich, auch wenn ich das vielleicht gerne würde, aber hier sind ganz viele Leute und ich habe vorhin gefragt, ob ich weiter die Gebiete freiräumen darf und Leute haben Spaß dran. Und mir macht es auch Spaß. Und ich kann sogar Spaß an AAA-Titel haben, tatsächlich. Das ist wirklich wahr. Aber wir spielen auch Indie-Games und sowas. Just Cause ist aber auch kein AAA-Titel. Ja, das stimmt. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Der ist vielleicht etwas wahrscheinlich ein bisschen kostspieliger, aber AAA ist es jetzt nicht. So. Ich fand es gerade mega lustig und ich stehe nicht mehr auf Actionspiele. Siehste. So. Also im Grunde genommen, ja. Und wie gesagt, ich kann natürlich nicht jedem sein Spiel, sein Lieblingsspiel oder das, was er gerne sehen möchte, es ist, das wäre ja gar nicht möglich. Deswegen heute, Just Cause haben wir noch nie gespielt und es macht mir gerade Spaß und ich hatte ehrlich gesagt sehr Bock drauf, nachdem ich das letzte Test gemacht habe, hatte ich sehr Bock drauf, das heute im Stream zu spielen und ich freue mich ehrlich gesagt, um was zu machen. Und ich bin ganz ehrlich, Leute, also ich spiele auch gerne Indie-Games. Wimmelbilder, kommt drauf an. Angst am liebsten, es ist sehr laut. Aber ich stelle mich halt nicht aus Prinzip gegen gegen AAA. Ist ja auch so eine Modeerscheinung irgendwie, sich aus Prinzip dagegen zu stellen. Und das will ich natürlich auch nicht. Achso. Szene umschalten. Ups, hab ich vergessen gerade. Ahem. Ja Mensch, und sonst so? Einfach Anna, nein. Lass doch mal die Scheiße. Okay, wichtige Grundregel für Twitch, und die gilt nicht nur bei mir im Channel, sondern wirklich bei einem Channel, geh nicht in den Stream und sag dem Stream, also was anderes spielen. Mach es nicht. Das gehört sich nicht. Stell dir vor, deine Mutter macht dir Essen, und du bist halt so jemand, du sagst immer nicht mehr was anderes. Niemand mag das. Niemand. Niemand mag solche Menschen. Mach es nicht. Bitte sei nicht böse deswegen, aber das ist genau, ist im Grunde genommen das Gleiche. Nur, dass ich Just Cross selber nicht zubereitet habe. So, huch. So. Genau, wird gegessen, was auf den Tisch kommt. So sieht's aus. Jetzt werden wir jede Woche Just Cross 4 spielen. Jede Woche gibt nichts anderes mehr. Hab das eingekauft für 10 Wochen, dann ist noch gut. Das ist nur ganz leicht über Mindesthaltbarkeitsdatum. So. Da denke ich eben auch, Leute schalten hier grundsätzlich eigentlich nur ein, ähm, für die Pausenbildschirme. Leute, die hier in den Stream gucken, sind eigentlich mehr an den Pausenbildschirmen interessiert, als an dem Rest. Anders kann ich mir das aber auch nicht erklären. Ich bin ganz ehrlich, das hier mag ich... Im Prospero Ballistica werden die neuesten Hightech-Waffen hergestellt. Wenn wir davon was in die Finger bekommen könnten, würde uns das den Kampf gegen die schwarze Hand sehr erleichtern. Kann man auch mit Vögeln zusammenstoßen? Ich glaube nicht. Im letzten Test habe ich diverse Bugs ausprobiert. Aus Versehen. Das kennt man nicht von mir. Ähm, da hingen Vögel plötzlich einfach aus der Luft. Da habe ich mal geguckt, ob man die abschießen kann, was dann passiert. Ich verrate natürlich nicht was. So. Ich vermisse Spuh-TV. Ach. Also wenn ich mehr, nicht Triple-A-Titel zeigen soll, dann werde ich natürlich auch gleich mit PUBG und Fortnite anfangen. So. Cool. Moin Heli. Da kommen wir easy rüber. Gibt es auch Gleitmissionen? Ganz viele. Es gibt ganz viele. Hä, Zelda? Ne, Zelda ist mir nicht Mainstream genug. So. Das mit PUBG und Fortnite meine ich natürlich nur. Ne, also. Ich glaube, das wäre, ja. Ich glaube, man kann sich mal ein Triple-A-Test machen. unterirdisch. Aber wir kommen nicht an den Kanonen vorbei, die die ganze Anlage schützen. Es sollen sich ein paar Piloten bereithalten. Schick sie rein, um die Waffen zu holen, sobald ich die Kanonen deaktiviert habe. Alles klar. Moin. Diese Kanonen sind praktisch unzerstörbar. Aber du kannst sie abschalten. Wir glauben, dass sich die Sicherungen für die Stromversorgung der Kanonen unter der Einrichtung befinden. Zettel. Wir haben ein Rindringling auf dem Gelände. Wir glauben, weißt du? Wo bin ich hier? Bei der christlichen Armee? An alle Einheiten. Achso, die kann ich ja nicht abschalten. Und was macht die jetzt, die Kanone? Du bist so doof, Kanone. Mega doofe Kanone. Wo ist die Kanone? Schieß! Schießt nicht mehr. Okay. Ähm, findet ihr den Eingang zum Keller in der Fabrik? Wir müssen erstmal da hinten irgendwo hin. Der bist du hier. Kont... Das war nicht so schlau. Ah! Ich komm nicht weg! Ohohohohohoho. Wollt nur ein bisschen Action machen. Ich hasse diese Sniper, ne? Also, das hasse ich bei Just Cause mit am meisten... ...ten. Okay. Damit kann ich leben, aber die Sniper bei Just Cause... aus. Brrrr. Wett. Ja, Glückwunsch. Wasch dich mal. Oh, wollte ich gar nicht. Na ja, mach ich da. Da ist sie ja. Jetzt bleibt die Hand auch schwarz. Oh. Das kommt davon. Das ist Karma. Instant Karma. So. Karma Elektra. Ähm... Fragee. Ich muss noch mal kurz gucken, wo ich hin muss. Ähm... Wisst ihr, wo ich hin muss? Ich weiß grad nicht, wo ich hin muss. Finde ich den Eingang zum Keller. Hier oben. Das heißt, wir müssen hier wieder was runterziehen. Ich guck mal kurz. Höh. Sie haben die Levitation erfunden. Heftig. An alle Einheiten der schwarzen Hand. Weitere Informationen folgen. Finde den Eingang. Aber ich soll ja irgendwas dafür deaktivieren, ne? Ich glaube, das hier macht nix. Wir können zwar immer noch Sachen zerstören, das ist aber kein Auftrag mehr. Was ich schade finde. Das hier sieht aus wie ein Eingang. Aber den muss man erst mal öffnen können. Ich schau mal. Hier ist wieder so ein Ding. Aber ich glaube, das kriegen wir wieder nicht auf, ne? Ne. Ich geh mal kurz hier rein. Oh, was war das? Achso, das war hier. Hat jemand zugehört? Warte mal. Hast du erst heute im Stream angefangen, Just Cause 4 zu streamen? Nein, ich hab auf dem Channel angefangen. Auf dem Channel kommen drei Folgen, jetzt testen und den Rest mach ich dann im Stream. Sooo. Hat hier, hat niemand zugehört, was wir machen müssen? Ich dachte, ich bin immer derjenige, der nicht zuhört. Ihr stellt mich immer hin als so'n Typen, der nie zuhört. Und jetzt stelle ich fest, wir sind uns alle sehr ähnlich. Kann man das noch nicht wegreißen? Im Keller deaktivieren. Aber wie komm ich denn in den fucking Keller? Finde den Eingang zum Keller der Fabrik. Unter die Anlage. Okay, ich guck mal ganz kurz, ob ich vielleicht hier hinten irgendwo drunter komme. Nee, ne? Wie komm, wie soll ich... Da, da ist ein Eingang zwar, aber der geht nicht auf. Gegner hat Angriffe eingestellt. Halte die Augen nach dem Offen. Erst Eingang, irgendwas mit Kanonen ausschalten, Eingang finden zum Keller. Was ist das da? Was ist das? Bin ich jetzt im Keller? Ich dachte, wir müssen wieder irgendwas Tolles machen. Das war jetzt fast schon zu einfach. Was haben wir denn hier? Dahinter muss was verdammt Wichtiges sein. Wieder Generatoren zerstören, ne? Jo, zerstöre die Generatoren. Ach, ich hab wieder Düsen eingeschaltet, deswegen. Okay, warte, warte. Ist das hier? Jo. Ciao. Oh Mist, hier ist ja, hier ist ja Abluft. Das war nicht die schlauste Idee. Nein, das geht nicht. Äh, was, was? Die saufen die Schutzanzüge an, das ist nicht gut für mich, oder? Sekunde, ich muss mir kurz mal in Sicherheit begeben, weil ich glaube, oben sind Selbstschussanlagen. Wir machen gleich weiter draußen mit. Ja, sag ich doch. Ja, jetzt warte doch mal. Okay, ein Hebel. Kann ich noch nicht machen. Deaktiviere die Sicherung der Kanone, aber sind das nicht, ist das nicht diese, Entschuldigung, hab dich gar nicht gesehen. Ich wollte nicht unaufmerksam sein. Das war super unsensibel von mir. Hey, wer schießt denn da? Die sieht man da gar nicht mit ihrem Anzug. So. Eigentlich sind das hier doch, eigentlich sind das hier doch so ne Hebel. Ach, jetzt geht's. Jetzt guckst du, Moin! Jetzt geht das mit dem Hebeln. So. Da, da. So. Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Broschüre. Den haben wir noch nicht. Alles klar. Gut. Sagento, die Kanonen sind deaktiviert. Ich komme wieder nach oben. Ich hab die Konsole markiert, mit der du die Waffenlieferungen an die Oberfläche transportieren kannst. Mhm, 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 mhm. Die ist jetzt aber wieder da oben. Ich dachte, ich kann jetzt, ich dachte, ich komme durch die andere große Tür. Schade. Na, dann ab nach oben. So. Die Konsole ist wo? Dort drüben. So, let's go. Und dann muss ich wahrscheinlich noch beschützen. Ich hab die Lieferungen hochgefahren. Schick unsere Truppen rein. Die Jungs sind unterwegs. Feindliche Kräfte versuchen, eine Waffenlieferung zu kapern. Sie muss sofort vernichtet werden. Hä? Wo ist denn alle in den Waffen runden? Ich halte die Gegner fürs Erste auf. Ja, sehe ich noch nicht. Alle einhalten. Position halten. Nein. Zu spät. Juhu. Ich habe das Ziel gefunden. Ich habe das Ziel gefunden. Nein. Hä, die schießen auf die Kiste? Seid ihr bescheuert? Ja, ne, die war nicht. Oh, das war keine gute Sache. Bleiben unsere Soldaten. Sind fast da. Ah, scheiße. Nein. Okay. Hä, wieso wirkt denn da noch? Jetzt bin ich verarschen. Was ist denn hier los? Warum so viele? So, kommen die alle von der Seite. Shit. Geil. Munition. Keine Munition. Ah, hier ist Munition. So. Hä? Wir können diese Lieferung schützen, Rico. Ähm, 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 aua, mein Kopf. Okay, ich hab den Weg. Ja, das übersteuert vielleicht manchmal ein bisschen. Ach, das ist unsere, ne? Du hast doch nichts dagegen, oder? Nein, ich wollte das, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte eigentlich runter. Ja gut, ciao. Das war doof. Das war echt doof. Das war 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 doof. Na, großartig. Moin. Entschuldigung, komm zu spät zur Party. Shit. Jetzt geht's los. Schrotflinte. Na ja, geht so. Was ist hier los? Ich würde den Helikopter gerne rausschießen, wenn man geht. Alter, was ist denn? Boah, was ist hier los? War wahrscheinlich unsere, keine Ahnung. Was passiert hier? Voll am übersteuern. Noch eine Lieferung, alles klar. Okay, das ist ein bisschen geklappt, wie ich wollte. Es sah nicht so heldenhaft aus. So. Was aber die Gespräche da mitkriegt, weißt du? Ja, kommst du an und dann wird natürlich schon mit Raketen beschossen. Geil. Geil, kommst du an, das Ding ist schon zur Hälfte runter. Verdammt. Keine Helikopter fliegt so. Ernsthaft. Alter, willst du mich verarschen? Das Ding ist schon fast runterrasiert. Kommst du an, schon halb runter und dann drehst du dich einmal um und das Ding ist fast kaputt. Ja, alter. Ich hab die Lieferung hochgefahren. Schick unsere Truppen rein. Guck mal. Der Raketentyp ist schon am Ballern. Ist jetzt schon am Ballern. Versuchen eine Waffenlieferung zu kapern. Sie muss sofort vernichtet werden. Oh, verflucht. Ich halte die Gegend für's erste Mal. Hä, warum bin ich nicht umgelebt? Nein, du Arschlisch. Oh, was für eine Zicke. Schick einfach eine weitere Einheit, um die Lieferung abzuholen. Ist unterwegs. Geil, jetzt krieg ich aber nicht mehr den Raketenwerfer. Na, Sigi. Verbindete Truppen sind in der Nähe, Rico. Warte. Was heißt für Warte? Ich hab meine Zeit zu warten. Mann, ich hab heute Waffe. Ich hab keine Raketen mehr. Pech gehabt. So, ist mir ganz egal. Ich bin so, ist mir ganz egal. Die Lieferung haben wir gesichert. Ich glaube, mehr können wir aus der Fabrik nicht rausholen, solange sie nicht erobert ist. Mit diesen Waffen sind wir einen Schritt näher dran, der schwarzen Hand in den Arsch zu treten. Danke, Rico. Aber heb ein paar für mich auf, Sargento. Wechsel die Position. Gib mir Denkungsdruck. Ja, wechsel mal die Position. Mach mal. Ist gut für dich. So. Dann haben wir das. Ja, der Ton ist leider ein bisschen übersteuert hier im Tag. So, die Front haben wir. Und wir müssten uns jetzt eigentlich in Richtung Wirbelsturm aufmachen. Eigentlich, ich glaube, das ist der Wirbelsturm, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber eigentlich müsste das sein. Wir können sogar schon rü- Uh, wir können sogar schon... Ich wollte erstmal hier rüber und dann da rüber. Ne, wir können noch nicht rüber. Hier ist noch gesperrt. Okay. So. Da hinten der Panzer. Fliegt da hinten einfach ein Panzer durch den Bildschirm. Warum auch nicht? So. Und weiter geht's. Oh, ich muss... Oh, okay. Weißt du was? Das ist mir zu weit. Ich mach das anders. Das dauert sonst noch tausend Jahre. Was machen die da? Hauptsache, die haben Spaß. So. Okay, pass auf. Wir machen folgendes. Ähm. Wir rufen uns mal ganz kurz eben ihn hier. Brauchen wir noch etwas dazu? Vielleicht Sturmgewehr-Monnie? Ja, warum nicht? Okay. Aber... Ne, warte. Sturmgewehr? Nein. Ne, ich hätte ja lieber... Was? Nein! Ich wollte... Ich wollte was anderes. Ich würde gerne... Schnellabwurf. La, la, la. Schnellabwurf. Ist alles gerade. Zuladung. Ich hätte gerne irgendwie hier oben. E. Stuntfahrzeuge? Was? Industriefahrzeuge? Ich hätte gerne einen Frachtcontainer. Ich würde mir gerne einen Frachtcontainer leisten. Schienenkanone-Artillerie. Okay, das ist ja cool. Okay, Panzerfaust. Wir machen Nutz-Heli. So. Und dann hier. Schnellabwurf. Let's go. Und dann muss ich aber auch schnell weg. Weil wir hier offenbar unter Angriff stehen. Ist das Feindliche? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, ich hoffe, die ballern uns nicht gleich weg. So. Let's go. Ich bleib mal unter dem Radar. Käffchen trinken. Es gibt ein Ausbildungslager der schwarzen Hans in der Gegend. Campo Inferno. Cool. Klingt echt nett. Weiter? Sie bauen da ein Indoktrinierungsprogramm auf. Die Einwohner von Solis, die ihre Schulden bei den Espinosas nicht bezahlen können, werden in die schwarze Hand gezwungen. Wir müssen dem ein Ende setzen, Rico. So. So. Gute Nacht, allen, die schlafen gehen. Schlaft. Tschüss. So. Warte. Das ist leider der Low-Bob-Helikopter. Mit dem dauert alles etwas länger. Feindlicher Flieger entdeckt. Feindlicher Flieger entdeckt. Pfaff bereit machen. Oh. Okay, fliegen wir da mal hin. Komm, wir fliegen zum Würdesturm. Ich hätte gedacht, der war im Norden. Der wandert, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber die Schienenkanone kann ich, glaube ich, nur auf Schienen benutzen, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe da wirklich noch keine Ahnung. Ich könnte die mal ordern. Spielst du gerade mit dem Controller? Nein, guck doch mal rechts. Da steht B, Tab, C. Also, also hier unten. So. Ich glaube, der Wirbel schon wandert. Da ist er. Sieht richtig schön aus. Richtig schöne Windhose. Auch, Wetter hier sieht richtig schön aus gerade. Mhh. Lecker. Im Wintergebiet waren wir noch nicht. Ne. Ich weiß, dass welche geben soll, aber... Ich war noch nicht drin. Übrigens... Ich glaube, ich werde vom... Äh, ich glaube, ich werde vom Beryl schon angezogen, ne? Ich weiß noch nicht genau, aus welcher Entfernung. Ja, der wandert. Ah, der wandert. Alles klar. Ja, ich werde reingezogen. Lalalalalala. Ähm. Ja. Der Helikopter hat nicht lange gehalten. Das Richtigste, was man machen kann, ist mit dem Fallschirm springen. Wenn ein Wirbelsturm in der Nähe ist. Boah, bin ich hoch. Muss ich so hoch sein? Bin ich... Ich bin erstaunlich ruhig dafür, ne? So. Ne, ne. So klein ist er nicht. Da sieht es vielleicht klein aus. Der ist aber wirklich nicht klein. Ich kann immer spaßeshalber... Pass auf. Boah. Und dann geht es gleich wieder rum und Fallschirm. Ach cool. Guck mal, der zieht die ganzen Bäume. Oh, ich habe meine Fallschirm kaputt gemacht. Oh, nice. Komm ich da wieder rein, wie, ne? Okay, der hat mich echt gleich weggebasht. Hier sieht man es leider gerade nicht. Es gibt eine Mission, da fliegt er halt direkt durch die Base. Also durch so eine feine Base. Und das ist halt mega eindrucksvoll. Hier fliegt er gerade übers Land. Das ist okay. Genau, auf dem Kaktus. Sehr gute Idee. Oh, da ist ein Helikopter. Moin. Und der ruppt hier halt alle Bäume auf dem Weg aus. Guck mal. Die ganzen Bäume, die da stehen. Au. Aua. Ja, das war vielleicht keine gute Idee. Au. Nein, ich kann nicht landen. Aua, Hilfe. Ich, ähm, weiß nicht genau, wie ich dem Wirbelsturm nahe kommen soll. Ich kann daneben einfach nicht landen. Ich müsste zu Fuß hinlaufen. Und trotzdem fliege ich wieder. Ich muss denn da... Das ist doch scheiße. Ich komme da nicht hin. Also na klar, zum Wirbelsturm kann es halt nicht gehen. Nein, kein Fallschirm. Mann, ich bin so doof. Ja, das ist nicht so gut. Ja, das ist nicht so gut. Hilfe. Ich mache trotzdem immer mit dem Fallschirm aus Gewohnheit. Was ich immer machen könnte, pass auf. Also der ist schon relativ eindrucksvoll. Das Beste ist immer noch, wenn Flugzeuge da entgegen fliegen. Oh, der hält gerade auf eine Stadt zu. Oh, ein Auto. Ja, gute Idee. Ja, tschüss Auto. Okay, das war echt lau. Ich dachte, das Auto fliegt weg. Normalerweise sollten die mitfliegen, aber das ist einfach explodiert. Ja, gute Idee. Tschüss. Tschüssken. Ja, der fliegt gleich weg. Wooo. Naja, oder auch nicht. Hey, und ich kriege Punkte dafür gut geschrieben. Nice. Weiter so. Ach, das Auto wird reingezogen. Und jetzt fliegt's. Ja. Hast du gesehen, das Auto ist weggeflogen. Kommt's da gleich wieder mal wieder? Da ist so viel, was da fliegt. Ich kann das gar nicht sehen. Ich weiß nicht, ob es... Ich weiß nicht, was aus dem Autofahren geworden ist. Da ist das Auto. Ja! Aua. Ich freue mich nie wieder über... Den kennen wir ja. Ob ich da vorkomme, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der ist zum Glück nicht ganz so schnell. Problem ist halt, wenn ich davor bin. Oh. Ich hoffe, der fährt jetzt hier... Ist noch so weit weg. Na, das dauert noch ein bisschen. Ich würde ihn echt mal gerne in der Base sehen. Oh. Tschüss. Alter. Ja, 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 ja. Tschüss. Oder auch mit der Tui. Also cool wäre es natürlich, wenn die Häuser da reingezogen werden. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Oh. Ich glaube, irgendwas ist explodiert. Keine Ahnung, was da gerade reingezogen wurde. Das war der Baum. Cool wäre es, wenn die Häuser reingezogen werden. Aber ich glaube nicht, dass das eine Möglichkeit ist. Da vorne ist eine Tankstelle. Mal gucken, was passiert. Strommasten fliegen da gerade rein. Ein Auto haut ab. So, mal gucken. Boah, die ganzen Container. Alter. Uff. Ach, schön. Ich glaube, der ist schneller als ich, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ganz ehrlich, ich würde da nicht reinfahren. Wenn ich so ein Ding vor mir sehe, ich würde da nicht reinfahren. Boah, ich wünschte, wir könnten den da hinten hinlocken. Das wäre so schön, aber ich glaube... Das wäre so schön, aber ich glaube... Gut, gut, gut. Komm her. Ja, komm her. Komm her. Vielleicht kommt er uns hinterher. Oh, hi, Helikopter. Der ist tot. Der weiß noch nicht, aber... Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das wäre. Ich bin mir nicht sicher. Der kommt aber nicht hier lang, oder? Jetzt zieht er random einfach nach vorne weiter. Tankstelle ist nicht mehr viel geblieben. Okay. Ja, der geht aber nach vorne weiter. Tornadojäger. Oh, das war auch Helikopter. Tschüss. Tüsken. Ähm. Es gibt eine Mission mit dem Tornado. Die ist halt ziemlich nice. Weil der da durch eine Base fliegt. Ah, schade. Komm, ich grad mal... Hä? Zentral, jungen. Ich muss da vorne lang. Böser Tornado, böser Tornado. Ja, gut. Noch sind wir... Noch halten wir uns. Ah. Okay. Hat nicht so gut funktioniert. Ähm. So. Okay, let's go. Ähm. Ähm, 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 ähm. So. Ich muss nur zu dieser Isle dort drüben, dann kommen die da hin. Die Mission mit dem Tornado habe ich noch nicht gemacht. Ich habe die während der Preview gesehen. Die ich leider nie raushauen durfte. Damals, als alle ihre Previews rausgehauen haben, durfte ich auch eine aufnehmen. Aber ich durfte die leider nie raushauen. Aber ich durfte die leider nie raushauen. Ich weiß bis heute nicht wirklich warum. da da da. So. Ich versuch mal da vorne hinzukommen. Ich versuch mal da vorne hinzukommen. Also den, den Haken. Da müsste er eigentlich auch gehen. Hm. 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 Ich muss durch den Mond zoomen. So. Das war doch, das war doch ne Baumkohle. Das war ein Blätter. Das war sonst nichts. Hm. Toll. Das hätte ich locker schaffen müssen. Wollte ich gerade mal ein bisschen Speed machen hier. So, warte. Ich zieh mich einfach über den Berg. Oh. Und achte auf den Chat. Das ist immer ne gute Sache, wenn man bei sowas auf den Chat achtet. So. Okay. Uuh. Oh, 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 oh. Gut. Moin, Freunde. So, Entschuldigung, wenn ich gerade nicht alles vorlese. Lieberndock49, viel Dank. Oh, 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 oh. Äh. Achso. Lieber Racener Steve, Dankeschön. Da schau ich mal. Und Larry Safari, auch dir nochmal ganz lieben Dank. Teil ist mit der Pan? Nö. Kauf dir Snickers. Ich hab grad ne riesen Packung Snickers oben. Das ist echt ein Problem. Also, in der Küche. Das ist echt ein Problem. Soll ich nicht haben. Ist das hier das Camp? So voll low aus. Was ist hier? Ich bin im Camp. Hallo. Hä? Ich schau mir das mal an. Ah, ich hab momentan keinen, äh, keine Granate, kein nix. Ha. Umerziehungsplätze. Hallo Kinder. Kommt in unser Unerziehungscamp. So. Ähm. Puff. Ach, jetzt geht's. Moin. Ich wollt mich immer hinlegen. Ich muss da hinten hin? Feinkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Ähm. Warte mal. Wir haben hier... Wir sollten hier zum Camp. Das eine Lager ist... Ach, Maus. Da hinten. Und das andere Lager ist wo? Ist das das hier? Nee. Weil ich hab hier keine Markierung. Ich muss erstmal nach da hinten. Warum muss ich so weit weg? Warum muss ich jetzt so weit weg? Camp der Toleranz. Oh Mist. Ziel nicht mehr. Leite Suche ein. Hab grad auf den Chat geachtet. Zentrale. Wir haben das Ziel verloren. Erbitte Befehle. Verstanden. Setze Verfolgung fort. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. So. Hier ist das andere Camp. Moin Freunde. Hallo. Ich hoffe es geht euch gut. Was mach ich da eigentlich? Wollte gar nicht E drücken. Ja. Natürlich sinnlos da rein zu ballern. Aber jetzt macht die Kirre und dann fangen die an zu ballern. Und dann explodiert alles. Wir haben einen Eingringling auf dem Gelände. Wir haben einen Eingringling auf dem Gelände. Wir haben einen Eingringling auf dem Gelände. So. So. Hätte mir sehr gut vorstellen können, da wieder einzusprechen. So. Achso. Hups. Ach ja. Ach ja. Hatten wir auch noch nicht. Nee, in diesem Teil bin ich leider nicht dabei. Hätte gerne eingesprochen. Wurde aber auch gar nicht gefragt. Keine Zeit für Fragen Leute. Lauft einfach zum Helilandeplatz. Ich gebe euch Deckung. Danke. Ach, danke Mann. Guck mal da rüber rutschen. Mag ich gerne. Hab ich doch noch nicht gesehen hier. Wer ballert denn hier? Ich seh... Ich hätte vielleicht vorher schon so ein bisschen... Ernsthaft. Ähm. Was passiert denn da? Warum... Warum passiert das gerade? Was habt ihr gemacht? Ich werde nicht... Ciao. 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 So, fertig. Geht das doch weiter? Wo geht das hin? Schoki. Schoki für Elflinnen. Kauft ihr am... Ich glaube... Keine Verbindung unterbrochen. Keine Verbindung zu den Steam-Servern. Wachsam bleiben. Okay. Ist das schlimm? Ähm. Die Mods wurden heute ein bisschen gemästet. So. Du hast doch nichts dagegen, oder? So. Gut, da hab ich die Leertaste vielleicht ein bisschen zu spät gedrückt. So. Ah, jetzt häng ich hier irgendwo fest. Jetzt versuche ich gleichzeitig Chat zu lesen und aufs Spiel zu gucken. So. Was? Was machen die? Ich frag einfach gar nicht, was dahin passiert. Es liegt hinter mir. Oh nein. Noch jemand? Moin! So. Ich bin's. Die Mutti von der Tupper-Party. Der Aufseher. Sigi, der Aufseher. Oh, da bist du. Du bist nicht der Aufseher. Der Aufseher ist Geschichte. Also los, weiter! So. So. Wer, wer schießt? Wer hat denn hier... Wer ist das? Von wo kommen die denn? Sicher. Der hat natürlich so'n Mega-Aim von da hinten, weißt du? Voll das Fliegen... Ja, natürlich. Ich komm da gar nicht hin. So. Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Oh, wollte ich gar nicht. Hä? Stört ihn aber auch nicht. Steh unter Feuer! Boah, was für ne Reiseagentur wir hier haben einfach. Da war doch grad jemand. So. Ziel erfasst, aber wer? Was? Warte, 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 warte! Ich kann gerade... Warte, 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 warte! Ich lees gleich vor. Warte, warte, warte! So, ich lees gleich vor. Entschuldigung. Ach, Steve schon wieder. Kauf Elflin gleich den ganzen Karton-Schoki. Okay. Elflin, wie sieht's aus? Karton-Schoki für Elflin. Aber man darf nicht vergessen, Elflin ist ja auch nicht die einzige Mord hier. Wir müssten den Karton fair zwischen allen aufteilen. Wir müssten... Was war's? Alle Mods mästen. Hashtag Mods mästen. Schoki mit Igel-Geschmack. Mhhh. Ach, schön. So, wir haben keine Muni mehr für diese hier. Das hier ist ne Shotgun, die will ich... Ne, ach, Stumgewehr. Okay, die will ich. Ja, ich will. Wo gerade weniger los ist, was? Schafft man es denn immer alle Streams zu schauen? Nein. Also man schafft's generell nicht alle Streams zu schauen, glaube ich, weil die Streams immer relativ lang sind. Die kann man sich vielleicht nur über die Woche aufteilen, aber wenn man öfter streamen, ist das, glaube ich, eher... eher... äh... weniger möglich. Ja... Wir haben erstaunlich wenig Mods dafür, dass wir so viel... so viele Zuschauer haben, ne? Ist... Also wir brauchen hier gar nicht so viele Mods. Andere Streams haben da echt viel... Wir sind noch nicht fertig. Viel mehr. Ach ja, wir haben ja noch ein Internierungslager. So... Na, das kann ja dauern. Hast du gesehen, wie elegant das war? Hast du gesehen? An alle Einheiten der schwarzen Hand! Weitere Informationen folgen! Weitere Informationen folgen! Ach, Mann, ist der... Scheiße! Der ist auf unserer Seite! Hilft nur nix, glaube ich. Wer hat denn hier geschossen gerade? Ah! Hä? Wieso hat der nur ein Sturmgewehr? Wo hab ich... Oh nein! Hab das falsche Ding ausgepackt. Scheiße! Ja, ja, ja! Raus aus der... Wer? Ich? Aua! Wahrscheinlich er selbst. Gut, machen wir mal gerade hier. So... Das war schon der Steve. Boah! Jetzt reicht... Jetzt reicht's aber! Lieber Steve, ganz lieben Dank, aber... Nicht übertreiben! Ist das wieder ein Trick? Ist das wieder ein Trick? Ist das wieder ein Trick? Kein Trick! Zeit dir den Weg freizukämpfen! Ja, sicher! Äh... Granatwerfer, nämlich... Ach, weißt du was? Fuck! Bestätigt! Ein Dringling auf dem Ganäte! An alle Einheiten! Ziel anhalten! Just for fun, komm! Aber ich bin ganz ehrlich, das hier funktioniert immer noch besser. Wie hat der Granat geworfen? Ja! Sieh den Blick bald! Juhu! Wie hat der Granat geworfen? Hm... La 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 la... Let's go! Let's go! Let's go! Jo, haste! Ich brauche Deckung, sofort! Kriegsdeckung! Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet! Bereithalten! Ich brauche Deckung, verdammt! Ich mach mal Just for fun! Warte, das steht doch nicht im Weg rum, Mann! Oh! Ist da noch einer! So, wo ist der Raketenwerfer? Okay, das war's! Ich muss in Deckung! Ich fliege! Ich fliege! Verdammt! Die latscht natürlich immer easy neben dem Auto rum! Ja! Wechselposition! Sehr gut! Guter Mann! Moin, Freunde! Kein weiter! Weiter kommen wir nicht! Jaja, das geht schon! Immer weiter! So... Boah, ist die Entfernung ernsthaft! Mein feindlichen Eindringling! Greife an! Hä? Wieso krieg ich hier Schaden? Hä? Okay... So... Was ist denn hier los, Freunde? Achso, der war lieb! Naja... Oh, ein Zug! Ich will mit dem Zug fahren! Das fand ich halt in Just Cause 3 so geil, durch diese geile Gegend! So! Bisschen Schwund ist immer! Wer schießt? Ernsthaft? Was ist denn hier? Hat grad einer Donnerwetter gerufen? Moin! Ähm... Wo? Ah! Ah! So, ich glaub wir sind aber durch! Wir haben es ja eh gelöst! Also ich guck mal kurz auf der Karte! Wir wandern jetzt nach oben! Ach, wir brauchen drei Truppen dafür! Ei, ei, ei! Okay! 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 Also müssten wir theoretisch hier wieder befreien! Dafür brauchen wir zwei! Das können wir machen! Okay! Jaja, ich will doch was anderes spielen! Um Gottes Willen, ja! Tschau! So! Lalalala! Lalalala! Helikopter im Anflug! Begeben mich zum Einsatzgebiet! Kriegsschiff meldet Einsatzbewirtschaft! Wir nähern uns dem Kontaktpunkt! Ein bisschen düster! Zielricht in Sicht! Zentrale! Erbitte Befehle! Okay, interessant! Verstanden! Erfassen das Ziel neu! Suche nach Feind beenden! Nehmt eure Patrouillen wieder auf! Hallo! Ich muss kotzen! Okay! Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll während Heli fliegen! Hat der gerade geballert eigentlich? Ne, ne? So! Wir machen echt gar keine Story-Mission! Wir räumen nur raus! Hm! Was willst du vielleicht spielen? Ich würde gerne Identity spielen! Hieß doch Identity, oder? Nicht, dass ich wieder... Ich glaube, Identity! Nicht, dass ich das wieder verwechseln! Ne, vor allem hab ich gesagt Infinity! Ich meine natürlich Identity! Wenn es denn geht! Das könnten die Dinger für die Tempel-Nebenquests sein! Jaaa! Na gut! So! Leicht nebelig heute! Wir fliegen über England! In der Region liegt ein Geheimlabor namens Sona Tress! Dort werden Luftströmungen und Wind erforscht! Klingt vielversprechend! Irgendwas brauchbares? Laut meinen Informanten gibt es dort eine Maschine namens Windnest! Der Hauptprozessor der Maschine dürfte uns einige gute Daten liefern! Okay! Jetzt hätte ich aber gerne lieber einen anderen Helikopter dabei! Boah, sie im Biodom! Im Biodom wohnen muss so geil sein! Das ganze Jahr über haste quasi nur Grün um dich rum! Oh, das muss so gut sein! Okay, warte! Helikopter-Landeplatz da drüben! Wir wollen das ja richtig machen! Wir wollen ja kein... Ne? Für Kinder muss man ja auch ein Vorbild sein! Wenn die Helikopter fliegen, dass sie natürlich immer an vorgegebenen Landeflächen! Wir sind ja in Deutschland! Da muss man schon ordentlich sein! So! So! Morgen! Hallo! So! 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 So, bisschen Muni sammeln! Ich danke ihnen! Das ist super lieb einfach! Das sind die Nachbarn! Das ist einfach... Wow, ich bin gerne hier! Und der kommt dann gleich nochmal runter! Da fliegt schon wieder alles kaputt durch die Gegend! Ach nee, das ist das da! Untersuche das Windnest! Ich bin auf ein Labor gestoßen, das um eine Art runde Maschine gebaut wurde! Sie bewegt eine Menge Luft! Das muss das Windnest sein! Kommst du an den Hauptprozessor ran? Sicher! Da muss ich erst den Luftstrom abschalten! Klar! Sind da irgendwelche Generatoren oder Sicherungen zu sehen? Sichtkontakt zum Ziel verloren! Sicherung! Was passiert, wenn ich mich hier in den Weg stelle? Hallo! Au! Au! Okay! Ich wollte nur mal gucken, was passiert! Kann ich mich da drauf stellen? Au! 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 Ich wollte es mal testen! So! Hm! Ja, da gucken wir mal da drüben ganz kurz! Ich mach mal eben kurz nen Gleisflug! Ja! Das hat gut geklappt! So! Kollege Schnürschu! Was ist los, hm? Denk mal drüber nach! Über deine Fehler! Wo bist du im Leben falsch abgewogen, dass das passieren musste? Hm? So viel Mord, so viel Blut! Es ist einfach so traurig! Äh, wir müssen da oben zur Sicherung! Machen wir das mal gerade! Die ist natürlich nicht hier, sondern irgendwo weiter noch hinten! Sekunde! Erstmal ist Weihnachten! Äh, Panzerfaust! Wir haben momentan... Kannabwerfer... Kannst du in die Luft zu mir an! Äh, kurze Frage! Wo geht's denn hier zum Sliper? Ist der da oben? Jetzt nur noch... jetzt nur noch einer! So! Moins! Das war ein sehr cooler Headshot drüben! So! Dann haben wir auch durch seine... Durch sein Geschütz durch! Wieso treffst du den Helm nicht? So! Wo bist du denn? Hallo! Das ist nicht... Moin! Wo kommen die denn jetzt her? Moin! Was für'n Schäppigen! Das muss doch alles nicht sein! Wir können doch Freunde bleiben! Höh! Die arme Zivilisten! Arschloch! So! Äh... Diese Sicherung ist... Wo ist die denn? Muss hier irgendwo sein? Ich sehe gar keine Sicherung! Da ist ja die Sicherung! Ja moin! Du bist nicht die Sicherung! Du bist auch nicht die Sicherung! So! Ups! So warte! Hier! Together forever! Lalalalala! Ich muss mal ganz kurz... Okay warte! Ne, muss ich nicht! Ich wollte eigentlich gerade wieder... So! Einen Trendschalter! Schalter! Es gibt bestimmt noch mehr! Dieses Windnest verbraucht sicher viel Energie! Wer ruft den da schon wieder? Da ist ja unser Granat... Da ist ja unser Granat... Da ist ja unser Granat... Da war eigentlich gerade eben... Wo ist er hin? Ja, ich sehe den nicht! Ich höre den, aber ich sehe den nicht! Hat er überlebt? Ich! Da komm! Let's go! So! Ich würde ehrlich gesagt gerne wieder... Ja warte mal, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz! Kann ich? Tschüss! Verschwinde! Naja, das hat er nicht so gut gelaufen... Okay, ich muss gerade mal ganz kurz gucken... Wo der ist... Hä? Auf geht's! Los, los, los! Aber der ist hier einfach nicht mehr! So! Hier müssen wir mal ganz kurz helfen! Habt ihr die Sicherung? Ah, die Sicherung haben wir schon gesehen! Haben wir ja gemacht! So, hier ist die nächste! Okay, ich muss wieder... Auf C! Ouch! Okay... Oh, lade nach! Nehme Muni! So... Da haben wir nichts spannendes! Moin mein Freund! Hallo! Oh, das war aber ganz daneben! Kann ich nicht? Jo, kann ich! Ach, das sind immer noch die falschen! Fuck! Y! Oh, das ist nicht gut! Autsch! Okay, der ist ja echt beschissen positioniert! Oh! Das ist schon auch! Kein weiterer Kontakt! An alle Einheiten! Wachsam bleiben! Alles gut? Noch jemand wach? Äh, wir haben hier oben noch eine Sicherung. Irgendwo da oben oder hier unten, ich weiß es nicht genau. So. Ist denn hier eine Sicherung? Hat denn hier jemand... Haben Sie eine Sicherung gesehen? Ach, das ist der falsche. Ach, das tut mir natürlich leid. Das war auch falsch. Entschuldigung, ich bin Buhn. Ah klar, alle super wach hier, finde ich gut. Ähm, wenn ihr so wach seid, habt ihr die Sicherung gesehen? Ich frag für einen Freund, der nicht ich bin. Nee, nehm ich nicht. Moni, hab ich noch? Ja. Ähm, ist sie vielleicht da oben im Gang irgendwo? Oh. No, hier ist Moni. Okay. Ich weiß nicht genau, wo die ist. Links. Ja, toll. Vielen, vielen Dank. Das hilft mir wirklich sehr. Wow, was würde ich ohne dich tun? Ähm. Macht das hier eigentlich was? Okay. Ne, die Turbinen sind es nicht. Die Sicherungen sind so kleine Kästen. Rote Sachen müssen wir gar nicht mehr kaputt machen. Was ich schade finde eigentlich. Das mochte ich in JustCross 3 eigentlich, dass wir alles Rote kaputt machen müssen. Aber hier ist es mehr so... Sachen mit gelb gestreiften Markierungen, die sehr schwer zu finden sind, kaputt machen. Am Geschützturm unten. Das ist ne gute Idee. Das könnte hier sein. Ja, hier ist es. Danke für den Tipp. Das ist jetzt der Fall. Bisschen Gewöhnungsmittel. So, let's go. So. So. Geht's aber kurz da rüber. Jut. Hat sich viel... Im Gegensatz zu Teil 3 getan. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so beantworten. Es spielt sich halt ein bisschen anders. Geiler Typ. Geiler Typ. So. Ups. Nein, die Muniz runtergefallen. Ärgerlich. Äh, wo muss man hin? Da. Was mich hier wirklich ein bisschen stört. Das ist die sehr langsame Maussteuerung. Und ich hab die schon so hoch gestellt, wie nur geht. Äh, wir müssen da runter rein. So. Ja, jetzt ist es oben. Oh, okay. Ja, hallo! So. So, wer... Warum schießt ihr denn noch nicht? Ich bin eigentlich voll der nette Kerl. So, wir haben wieder einen mit Granatwerfer. Hat er. Ciao. Okay. Ja, geil, Muniz. Das Ziel wird dich schnell! Guck mal, jetzt gar nicht mehr. Lade nach! Jetzt nicht mehr. Okay. Da oben irgendwo. Was ist denn hier? Was passiert denn hier gerade, Mann? Der Tornado! Es ist der... Es ist der fucking Tornado, der kommt hier lang! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ähm... Ich bring mich hier mal ein bisschen in Sicherheit. Das war nicht geplant, dass er hier langkommt. Oh mein Gott! Tschüss! Der räumt ja mal ein bisschen auf. Das finde ich ganz gut. Boah, alter, 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 alter! Boah, schön. Schön einfach nur. Ich hätte gedacht, die Antenne da erwischt es noch. Boah, krass hier mit dem fliegenden Stein. Heftig. Tornados können echt viel bewirken. Das war die Satellitenschüssel, die sich gerade da rein aufgelöst hat in Kekskrümel. Ha! Ich bin mir nicht sicher, ob der hier erzeugt... Kann sein, dass er hier erzeugt wird, aber wenn der hier erzeugt wird, dann hätte er doch die Base schon vorher auseinander genommen, oder? Aber so, wie er hier durchs Tal pfeffert, also so richtungsweisend. Hm. Also würde man vermuten, dass sie ihn hier erzeugen, in ihren Windturbinen, Gedingse da. Aber ganz ehrlich, dann hätte er doch vorher schon alles weggeräumt da, oder? So, auf jeden Fall ist er schon sehr alleine, ähm... Ernsthaft im Berg, da drüben. Wie soll ich denn da... Entweder von hier oben... Entweder von hier oben... Was ich nicht glaube. Oder wir müssen wirklich mal in den Tunnel unten rein. Hm. Sandstorm. Das Reck... Ja, ja, Sigi. Feindkontakt, verstanden! Feuer nach eigenem Ermessen! Ich vermisse diesen Synchronsprecher aus dem letzten Teil, der war sehr sympathisch. Also der war, muss ich aber sagen, ich weiß nicht warum. Hatte viele Sympathie für den. Vermisse ich ein bisschen. Okay, ich probier mal da unten durch. Mal gucken, wo da hinkommen. Und was ist das denn hier? Da haben wir noch so eine Windturbine. Mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt durchgehen. Ja, das war vielleicht keine... War vielleicht keine so gute Idee, da geht's noch irgendwie... Ne, da geht's nirgendwo hin. Ne, geht's auch gar nicht weiter. Schade. Ich dachte hier unten vielleicht durch. Das war nix. Ja, der hat irgendwie so gesprochen, als wäre er der Freund von Rico. Voll der Nette! Ja, Mann! Ich frag mich, woran das gelegen hat. So ein netter Sergeant! So. Ähm. Okay, Freunde. Erstens, unser Helikopter ist weg. Die haben den geklaut. Das find ich echt arschig. Und zweitens, ich weiß nicht, wie ich da jetzt hinkommen soll. Ich hör den Helikopter aber noch, die fliegen ihn noch. Das Ding beim Kanten... Oh, okay. Ich geh noch mal hin. Ich geh noch mal hin. Bin gleich da. Gleich hab ich's geschafft. Es kann nicht mehr lange dauern. So. So. Ist die Sicherung im Turbinenschacht? Oh, oh, oh. Ja, ich seh sie gerade. Ähm. Walau. Holu, 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 holu. Ähm, aber wie... Ähm. Ähm. Wär genau die Sicherung reingedreht? Freie ich mich gerade? Ich weiß nicht genau, wie ich die Turbinen zerlegen kann, wenn ich ehrlich bin Oh! Ah! So! Guck mal hier So, wenn er wieder aktiviert, ist er tot Ich sag's nur Ich bin eigentlich guter Freund, aber irgendwas auch Nein Klingt, als hätte es aufgehört So Sie ist bereit, dir beim Hauptprozessor zu helfen Begib dich jetzt dahin Huuu Entschuldigung, lade nach Hab aber direkt Zeit für dich Feinkontakt, verstanden! Feuer nach eigenem Ermissen So, ich düse mal hier rüber Da rechnen die nicht mit So Wir müssen nach der unten Dann gönne ich mir mal einen Freiflug So Was war das denn? Ähm, was soll ich hier? Nimm das Laufwerk Wir haben kein Sicht Rico, bevor du Was? Okay Schließ es an den Transmitter an den ich markiert habe Schnell Wo ist der Trans... Bin schon auf dem Weg Jaja, sicher bin ich auf dem... Die schwarze Hand nutzt oft gekühlte Laufwerke für ihre Systeme Ist eine Sicherheitsmaßnahme Wenn das Laufwerk zu heiß, ist es unbrauchbar Bring es zu diesem Transmitter, dann komm ich an die Daten Ja, klar, wie komm ich da rein? Der Transmitter Aber wie komm ich da rein? Gegner hat Angriffe eingestellt Alter, die Augen nach oben Ähm, wie soll ich denn da reinkommen? Bring es zu dem Transmitter Bring das Laufwerk zur Konsole Wie komm ich da fucking noch mal rein? Und jetzt muss ich die Mission natürlich immer wieder machen Okay, ich komm da einfach so rein Weil hier ist ein großes offenes Loch So, Entschuldigung Keine Panik, Freunde Also ernsthaft Ich beruhige euch doch mal ein bisschen Ist angeschlossen, Isi So Okay Ich arbeite dran Okay An alle Teams Nicht autorisierter Zugriff am Forschungskuppeltransmitter Haltet sie um jeden Preis auf Das Loch war so groß, das habe ich gar nicht gesehen Wie bei deiner Mo... Finsternis neulich So, verteidige das Laufwerk Äh, Frage ist Greifen die von hier an? Ne, ne? Das fragen die sich nicht Verteidige den Transmitter Oder fährt da wieder irgendwas raus? Das ist der hier Was kommt hier auf einmal her? Hä, wo kommen hier her? Ganze Base war was leer Leider nach Die kommen aber nur über die Treppe hier, ne? Eine andere gibt's doch nicht Hoff ich Der kriegt mal noch Damage Aber warum? Von dir nicht Ich habe hier einen Heli auf dem Schirm Haltet die Augen offen Ja, wie soll ich denn jetzt... Von wo? Ich komm doch gar nicht... Oh, der Transmitter wird so sterben Hä? Wo ist der Heli? Ach da... Ja, großartig Hä? Wer, wer schießt denn jetzt noch auf den? Ich seh hier keinen Oh, Moment... Hier ist nur ein Strauchwurst Ich seh den gar nicht Oh, Alter Viel zu übertrieben! Wer schießt denn jetzt? Shit Willst du mich verarschen? Oh, ich hasse das so sehr So Die muss ich nur freigeben Okay Boah, ich hasse diese Verteidigungsquests Hasse ich übrigens Genauso wie diese Zeitquests Ja, wo ist er hin? Vielleicht hier? Ich würde gern wissen, wer da die ganze Zeit Die Raketen wir... Und wieso greifen die jetzt das Ding nicht mehr an? Oh, die greifen das Ding noch an Oh, gut Weißer, brauche ich jetzt auch nicht mal weitermachen Kontakt! Kontakt! Ist von mir! Ja... Okay Kann ich mir auch grad schenken, das Ding ist eh schon passiert Aber wenn die das weitermachen, wie soll ich denn die Störsende dann... ...deaktivieren? Wenn die weiter auf das Ding schießen, wie soll ich die Störsende aktivieren? Guck mal, das Ding ist jetzt fast im Arsch schon Irgendwann ballert da noch... Ich warte jetzt einfach nur bis es kaputt ist Wie soll ich die Störsende aktivieren, wenn die weiter drauf ballern? Mit Raketen und so... Das ist eh... Schwierig Ich weiß, dass sie die Störsender zerstören muss, das weiß ich ja, aber wenn die weiter drauf ballern, bringt mir das nix, verstehste? Hm... Ja, es ist repetitiv, weil ich dauernd die Befreiung mache, ich befreie halt wirklich nur die Landdinger Ist angeschlossen, Izzy Okay, ich arbeite dran An alle Teams, nicht autorisierter Zugriff am Forschungskuppeltransmitter Haltet sie um jeden Preis auf Pass auf, dass der Transmitter nicht zerlegt wird Ich hab die Verbindung verloren, dabei hatte ich es fast Schlau! Rico, die schwarze Hand hat Störsender aktiviert, ich markiere dir ihre Position Ja, das hat dann gut funktioniert Ach... 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 So... Was ist denn... Was ist denn los gerade? Hallo? Ich komme mit diesem Berg grad nicht weg Bestätigt! Ein Dringling auf dem Gelände! An alle Einheiten! Ziel angreifen! So... Kann mir... Der Rest kann mir egal sein, das interessiert mich nicht So... Lass mal gucken Äh... Waffe weg, nur bitte einmal Hat... Das war's, ich hab nichts mehr Gegner hat Angriffe eingestellt Haltet die Augen nach ihm offen Verbindung steht wieder! Sehr gut! Okay, halt den Transmitter nur noch ein bisschen am Laufen Das war dumm Jetzt werd ich unkonzentriert grade, ich merk das schon Ja, natürlich, 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 natürlich Ich brauch das Ding Eigentlich überhaupt nicht, ciao So... Von wo kriegt der Ranch schon wieder Damage? Werf eine! Achso, von da Ich hab kein... Nein, ich hab gar nichts mehr! Ich hab gar nichts mehr! Ich hab null Moni! Und ich komm nicht rein! Shit! Ähm... Das ist nicht so gut Ich... Komm hier auch nicht rein Och, das ist doch kacke jetzt! Willst du mich verraschen? So, jetzt... Ich hab nur noch so einen übrig Hab leider keinen... Ich hab leider... Okay... Easy! GG, first try! Bring die Daten zu Mira! Hoffentlich sind wir damit der Vernichtung von Iyabba einen Schritt näher Iyabba Yabba Dabba Du! Dankeschön, bisschen Moni noch sammeln Und... Zeit für ein Duell! So... Man darf eben nicht unkonserviert sein Hashtag Schlafapnoe, Hashtag Labor, Hashtag alles machen Na, aber nicht bewegen, wenn ich schieße, sonst treff ich doch nicht mehr Das ist doch gemein So... Bist du das da oben? Seh ich nicht mehr So, wie komm ich denn hier wieder raus? Geh jetzt überhaupt nochmal wieder raus? Wo ist denn die Front? Und so... Ich wollte hier grad richtig heldenhaft raus, weißt du? So... Okay... Ah... Na ja, gut hier... Front avanciert Und damit haben wir jetzt vier Truppenreserven Können wir die irgendwo reinschicken? Hier zum Beispiel brauchen wir drei Truppen Hier bräuchten wir null, hier bräuchten wir eine Also wir könnten da noch... Front avanciert... ja... So, ich glaube wir haben ungefähr die Hälfte vom Land erobert Naja, sogar ein bisschen mehr, glaube ich Ich bin mir nicht sicher Also wir haben schon eine Menge vom Land erobert Aber wir haben noch keine Mission gemacht Also hier zum Beispiel sowas hier Caesars Theorie Ähm, hier haben wir noch Training, Speziallieferungen Da trainieren wir unsere Einheiten Die werden dann wahrscheinlich besser und kriegen Sachen dazu und so Haben wir alles noch nicht gemacht Also wir haben bis jetzt immer nur... Ja Toll! Schön, dass alles klappt So... Was ist das für ein rotes Wandlauf? So, mehr müssen wir hier nicht machen So... Oh, diese Stille, ne Ich vermisse ein bisschen unsere Experimente Mit dem neuen Hook Muss ich zugeben, vermisse ich ein bisschen So... Do, 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 do So... Oh, ich höre Sportwagen Das sieht auch aus wie ein Tornado-Symbol, ne? Also es könnte sein, dass es da gleich mit dem Tornado weitergeht Ich weiß nicht Vielleicht ist das ja die... Quest, von der ich die ganze Zeit gefaselt habe Ach komm, hier ist so ein großer Teich Ich mach mal folgendes So... Ich mach mal folgendes Ähm... Ich hole das mal ganz kurz eben hier Sooo... Schnellabwurf Einfach auf die Straße, warum nicht? Ja, ich werde noch was anderes spielen Ich wollte jetzt eine Mission, wollte ich aber noch machen Ich hab Just Cause 3 genauso wie du gespielt Erstmal alles freigeschaltet an Missionen Versteh ich aber auch gut Warum man das macht Ähm... Es schnetzelt sich halt ganz gut Also... Wenn man einmal in diesem komischen Gebietseroberungsding drin ist Dann macht man das... Dann kann man es auch durchziehen einfach Von einem Land zum anderen Das geht ganz gut Sollte es nicht mehr Naturkatastrophen geben Naja, wir haben in der Story bis jetzt noch nichts gemacht Also... Da kommt bestimmt noch was So, oder? Nein! Oh, ich hab schon eine Leertaste gedrückt Oh, ich hasse das! Warum? Ich drücke immer die Leertaste um mit dem Heli nach oben zu fliegen Das ist so bescheuert Aber ich glaube, wir sind auch schneller als mit dem Heli Erstmal eine Beruhigungs-Makrone Komm Mist, die Reihenfolge war doof Die hätte vorher lachen sollen Ahem Liebe Jessie Bitte überlasst doch mir, wann ich ins Bett gehe Die Pan spielt gerade vor 176 oben Privat Und Freitags ist immer Stream-Tag Noch einmal Freitag Erst wenn ich schlafen gehe, ist am Samstag So... Hä, die Guerillen lachen mich aus Wieso? Die lachen mich an Ich dachte gerade, ich klatsch hier voll in die Vögel rein Oh Mist, jetzt fang ich an zu sabbern Boah Oh, Kokos-Makrone, ne? Ich liebe Kokos-Makrone Das ist die Sünde, die es immer wert ist Ich sollte Werbesprüche schreiben Die Sünde, die es immer wert ist Approved by the Papst Boah, da oben, die Hütte ist ja ganz geil Das ist aber ne gute Aussicht Ich bin Batman Cool Danke Rico, dass du das unterstreichst Ah, ich glaube wir haben keinen richtigen Auftrieb mehr Was ist denn mit den Bäumen da unten los? Ähm Wir haben es sicherlich gleich geschafft Stunde oder drei Hm, 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 hm Ich kann beliebige Gegenstände in die Cam halten Und Leute kaufen das Ähm Okay, warte Kauft Muffins Da ist Muffin drin Aber den werde ich der Pan schenken So Oh, das erste Türchen öffnen Ich glaube ich habe sogar vier Adventskalender Ach, Schweingang Ich habe vier Kalenzadbänder Äh, Kalenzadbänder Ich habe vier Kalenzadbänder Wir sind gleich da Autsch Die Laterne habe ich nicht mehr berührt Ganz ehrlich Das war, das ist fake Ähm What the fuck Das war extra Ich will da nicht durchschwimmen Ähm Komm ich zu den Booten irgendwie Warum sind die Boote alle auf dem Wasser? Warum sind sie nicht am Strand? Ich brauche ein Boot bitte Ei, ein Boot Mnnhmh,Mmmh,Mmm' mhm, 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 mhm Was war das schrecklichste Weihnachtsgeschenk, das ich je bekommen habe? Das weiß ich nicht mehr Also ernsthaft, weiß ich wirklich nicht mehr Weil wir feiern Weihnachten ja... Das hört sich mal so doof an, aber wir feiern es halt immer ein bisschen anders Ähm Weniger mit... also unser Geschenk ist quasi... Wir schenken uns immer die Zeit für einander Und da kann es kein schlechtes Geschenk geben So, warte, Boot, 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 Boot! I'm on a boat, bitch! Komm! Komm zu Papa! Komm zu Papa! Schnell, 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 schnell! Ja, Mann! Hallo! Hello, my friend! This is your boat! I know the way! Let's go! So, weiter geht's. Zurückschauen will ich nicht mehr. Ich schau immer nach vorne. Die Zukunft liegt vor mir, aber soll ich zurückschauen? Na gut, ganz kurz. Oh, ne, gefällt mir nicht. Lieber nach vorne gucken. So. Für mich ist das ein schreckliches Weihnachtsgeschenk, wenn das eine große Verpackung ist, aber sich drinnen nur Wäsche befindet und das alles wahr. Ich mag Geschenke, ich mag so Fake-Geschenke. Auch mit riesen Verpackungen und dann irgendwas komisches reintun oder irgendwas hässliches reintun und dann aber mit doppeltem Boden und dann unten aber noch irgendwie so'n Zettel. Guck mal da und da. Und dann ist dann aber noch ein anderes Geschenk versteckt, irgendwo anders. Das irgendwie, das ist wie Ostern und Weihnachten zusammen. Du musst es erst suchen, ups, erst suchen und dann krieg's aber noch was ganz anderes. Das ist nicht das schnellste Boot, das ich hier habe, ne? Ähm, ich wollte doch gar nicht, hä? Ich wollte doch nur... Moin! Ich bin Bikini-Inspektor. Nein! Vorsicht! Abfahrt! Ja, Mann! So wird ein Schuh draus. So lobe ich mir das. Nitro-Schuh! Ja, hallo! Nitro-Schuh! Okay, Nitro lädt voll. Klingel ist wieder aufgeladen bis dahin. Ja, ne? Wuuuuh! Wuuuuh! Ahhhh... Schön aufm Rollfeld. Ha! Verteile im Haus einen roten Faden und entlang diesen Faden sind kleine Geschenke. Das ist auch voll schön. Hä? Man kann nie richtig sehen, wo diese Icons sind. Jetzt ist das doch noch viel weiter. Ich dachte, das wäre jetzt hier aufm Rollfeld irgendwie, aber... Ja, das ist doch wieder noch ein bisschen. Hm... Das mit dem roten Faden finde ich grad auch voll schön. So, hier muss aber sein, ne? Hangar 1b. Im Hangar. Ich mach aber auch Landungen. Naja... Nicht mal das kann ich. Okay, let's go. Mal gucken, ob ich das... Ach ja... Ich gönn mir mal. Ham... Hey! Rico! Hör zu. Caesar... Er... Er verbringt einfach nicht mehr viel Zeit. Unter Menschen. Ist das der Geheimagent? Ja. Das ist Rico. Mira sagte, du willst mir was zeigen. Beweise! Beweise dafür, dass das Wetterphänomen in Solis nicht natürlich ist. Hey! Hier! Kommt nach hinten bitte! Da ist... Wer hat das da hingestellt? Äh... Einen Augenblick, ich hab's gleich... Oh, das hab ich schon gesucht. Okay, genau. Hier, einstecken und dann... Okay, will nur... Aber bitte denk dran, Caesar. Halt dich an die Absprache. Ja, okay, okay. Die Augen... Was mit den Augen? Hey... Ähm... Der Tornado, der die Stadt Nürve Vos vor zehn Jahren getroffen hat? Und Mina Vendaval ein paar Monate später. Mein Flugzeug. Alles zerstört von Tornados. Die kontrolliert werden von... Den Reptiloiden. Scheiße, Caesar. Oder den Nordics. Ganz sicher nicht von den Greys. Keine Entführungen. Mira? Caesar! Ja, warte, 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 warte. W-was? Schau dir... das an. Wie erklärst du dir das, hä? Taucht einfach so auf und kurz danach bildet sich ein Tornado drum herum. Erkennst du das? Spiel's nochmal ab. Du hast es auch gesehen, oder? Mhm. Fahr fort. Gesehen habe ich es... Hier... Und hier. Das ist bei Iapa und das ist Sonatres. Ein Alienwetterlabor. Eine Wetterforschungsstation. Sowohl Iapa als auch Sonatres werden finanziert von... Oscar Espinosa. Warum sind die Charaktere so ugly? Wenn er überhaupt ein Mensch ist. Gehen wir mal davon aus, okay? Dieses Ufo ist also ein Kern, mit dem wir uns ins Iapa-Netzwerk hacken können? Wenn wir es erreichen? Ja. Unmöglich! Es ist in einem Tornado! Was wäre, wenn ich rein... springe? Rein... springen? Ins Auge eines Tornados? Also, wie können wir das schaffen? Fangen wir mit denen hier an. Diese Zwischensequenzen sind nicht schön. Ich bin... Normalerweise sage ich selber, hört auf damit, aber... Was ist denn da los gerade? Gehen wir es noch ein letztes Mal durch, okay? Okay. Wir fangen und vergrößern einen Tornado. Dazu... Benötigen wir die Windkanonen aus dem Alien-Wetter-Labor. Sona Tres. So steuern wir ihn zur Hauptstadt. Die genauen Positionen für die Windkanonen... Ermittle ich mit der Radarausrüstung in Ojo de la Pradera. Und wir müssen den Tornado orten und verfolgen. Ich fahre den Sturmjäger. Für den Bau des Sturmjägers. Ja, ja. Dafür bringen wir die Alien-Wetterverfolgungstechnik aus dem Alien-Wetter-Labor. César. Aus Sona Tres. Zuprise-Automobil. Und zum richtigen Zeitpunkt schaltet die Armee die Windkanonen rund um Mina Vendeval aus. Auf diese Weise zieht der Tornado danach Nueva Boss. Dass die Armee vorher evakuiert. Wir bauen einen Ring aus Windkanonen um Torre Espinosa. Dort lassen wir den Tornado wachsen, bis er groß genug ist. Dann springe ich rein, lande auf Césars UFO und mache... irgendwas. Was denkt ihr? Und deshalb funktioniert das. Okay, bin gespannt. Das war bei Just Cause 3 aber nicht so, ne? Ich guck mal ganz kurz was. Warte mal. Optionen. Grafik. Das sieht beinahe aus, als hätte ich es noch schlimmer gemacht gerade. Okay, warte mal. Grafik. Einmal. Aber wir haben doch Anti-Aliasing haben wir noch drin. Ich... ich verstehe es aber nicht. Jetzt... ach, jetzt ist es aus. Okay. Temporale... Performance geht. Ich muss mir einen neuen Bildschirm holen übrigens. Also ich hole mir jetzt demnächst noch einen neuen Bildschirm. Das wird sich auch nochmal verändern. Ähm... Weil das hier noch so eine alte 60 Hertz Kiste ist. Und jetzt werde ich mir endlich meine 144 gönnen. Ähm, ich glaube... Das wäre vielleicht mal langsam an der Zeit. Okay, ich hab mal ne Frage. Ist das ne gute Idee? Dann mal los. Wir werden es herausfinden. Dann biennial. tires und basalt und gelagere alles. Und dann haben wir noch eine andere... ... und dann haben wir noch mal einen anderen 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 anderenDennis. Und dann... Achso, mit shift. Nee, 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 nee. Noch nicht. Noch nicht. Ist das ne Startbahn, dann ne Bahn? Wir werden es da herausfinden. 60 Hertz, warum so lange gewartet? Ich weiß, ich hab nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich hab wirklich nie drüber nachgedacht. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ach, ich fliege schon. Ups. Oh. Aber wo muss ich jetzt hin? Ähm. Ähm. Äh. Ich hab Fragen. Ist das deutsche Lufthansa da hinten? Wahrscheinlich eher Ryanair. So. Ähm. Ähm. Und jetzt? Ähm. Was macht der? Ach, der landet wieder. Äh. Huch. Oh, ich fliege vielleicht ein bisschen hoch. So. Kann ich eigentlich? Ich will mal gucken. Kann ich das? Ja, es geht. Okay. Okay. Das geht. Und das hier. Das geht auch. Man könnte eventuell ein bisschen an Höhe verlieren. So. Ich muss mit C oder Y, ne? Genau. Das ist so komisch. Die Steuerung mit Tastatur ist sehr komisch. Die Sichtweite ist auch irgendwie nicht geil, ne? Der lädt hier dauernd nach. Das ist irgendwie so. Weiß ich nicht. Was ist denn da passiert? Bei Just Cause 3 war das doch nicht so. So. Äh. Frage. Was machen wir jetzt eigentlich? Ich guck mal ganz kurz. Los. Selve. Dim. Können wir hier noch was bewegen? Achso. Wir müssen jetzt hier hin. Okay. Ähm. Ansonsten hier alles ruhig. Na dann. Guck mal. Das können wir jetzt aber nur machen, weil wir die Region schon freigeschaltet haben. Aha. Gut gemacht. Haben wir sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf uns. Ähm. Lass mal kurz gucken. Wo müssen wir da hin? Man gönnt sich ja sonst nichts. Warum nicht mit dem Flugzeug hinfliegen? Platte. Platte sagt. Okay. Gut. Ne. Die Engine ist ja glaube ich nicht neu. Das müsste. Ne. Das ist immer noch dieselbe Engine. Und die ist eigentlich echt gut. Das hat man bei Generation Zero. Hatten wir die Engine hier auch im Einsatz. Und das war halt echt geil. Also. Super geil. Ich weiß nicht genau was hier gerade los ist. Wo kommen wir zu den Bergen da hinten? Just for fun. Komm wir fliegen mal just for fun zu den Bergen. Wir können die Mission natürlich machen. Die können wir gleich noch machen. Ich flieg mal einfach hin. Benzin haben wir glaube ich. Ja. Gut. Ich trau mich nicht was zu drücken hier. Ne. Kein Nitro. Beim Flugzeug wäre das auch eher unüblich. Grab der drei Kinder. Hallo Kinder. Hallo Kinder. Ja. Schön. Fleißig. Hm. Geil. Finde ich toll. Gerade die Umas. Die haben es mir richtig angetan. Bin großer Umafreund. So. Also bei Just Cause ist Schneegebiet glaube ich immer am Ende. Also man kommt zum Schluss immer in die Schneegebiete. Und da ist dann meistens die Base. Guck mal da oben im Nebel. Da ist so eine riesige Base glaube ich. Wenn ich jetzt richtig sehe so ein Turm. Kann sein dass das dann quasi last. Der last stand ist sozusagen. Momentan geschützt durch eine Wolke. Wir können mal gucken ob er da. Guck mal die Ränder vom Flugzeug. Jetzt sieht man ihn. Hm. Ne ne das war kein Nitro beim Starten des Flugzeugs. Da hab ich einfach. Was ist denn jetzt los? Da hab ich einfach hier. Kette gegeben. Was ist das? Was ist das hier oben? Moin. Ich bin's. Okay. Ich glaube hier werden wir bald nochmal vorbeischauen. Ich hoffe wir kommen mit dem Flugzeug jetzt noch hier raus. Ähm. Schauen wir das mal an. Da ist er weggeflogen. Da fliegt was von meinem Flugzeug weg. Das ist nicht gut. Ich sehe nichts. Ganz normales Flugzeugfalten. Nichts sehen. Irgendwohin fliegen. Pilot. Tut so als wäre kein Problem. Hat aber selber schon drei Abschiedsbriefe hinter sich. Ach jetzt sind wir ja wieder hier. Ach jetzt kommen wir wieder hier. Jawohl. Ich würde sagen wir landen hier in dem Biodom. Okay das war sehr cool. Das war gerade sehr cool. Boah nice. Hier ist mal alles weggecrashed. Abgeglitten und dann da in die Schlucht rein. Das sah schon beeindruckend aus. Guck mal da ist der Tornado schon wieder. So ein Zufall. Ähm. Wo müssen wir denn hin? Hier unten. Hallo Freunde. Ach da. So. Let's go. Windläufer der Sturmjäger beginnen. Mal gucken was passiert. Was soll schon passieren? Wurden wir das Ding bis 5 Uhr früh rein ja? Gut. Wir sind bereit. Legen wir los. Das Rad. Was mit dem Rad da vorne? Ähm. Die restliche Sturmjäger-Ausrüstung wird gerade verladen. Die Daten, die ich gezogen habe, waren sie aufschlussreich? Cäsars UFO? Ich hatte recht. Das ist einer der Prototyp-Kerne, aber er ist beweglich. Er stört die in der Umgebung befindliche Lufttemperatur und dadurch erzeugt die Maschine einen künstlichen Aufwind und... Sekunden später... ...rollt ein Tornado durch Solis. Espinosa testet seine Wetterwaffe an seinem eigenen Volk. Und erzählt uns, Iapa wäre unsere Rettung. Aber von hier können wir den Tornado-Kern nicht steuern, außer... Du schaffst es, das hier in seine Flugsteuerung zu stecken. Dann kann ich das System übernehmen und ihn vom Iapa-Netzwerk trennen. Dafür musst du aber dicht ran. Warst du schon so nah an einem Tornado? Oder in einem drin? Wo ist Cäsar? Er hätte längst hier sein sollen. Ach, ich bin mir nicht sicher, ob er schon bereit für das alles ist. Ich bin immer nicht sicher, ob er schon bereit ist. Hast du bekommen, was ich wollte? Klar doch, hier. Ultraschall-Windbesser? Ja. Bildkonsole? Cäsar, alles, was du haben wolltest, steht bereit. Hm? Ich fliege. Da fühle ich mich gleich viel sicherer. Ich fliege den Helikopter nach Brisa-Auto. Auf geht's! Klingt sehr sicher für mich. Okay. Aber du bist noch nie mit ihm geflogen. Weiß er, wie mich Rico hier erinnert? Bauer, er einen Sturmjäger. Der Rico, ich denke die ganze Zeit immer, wo an wen erinnert er mich? Wieso kommt der Rico mir so bekannt vor? Der sieht aus wie Angry Joe, Alter. Der Rico sieht aus wie Angry Joe. Ähm. Okay, was auf. Ich mach nochmal ganz kurz. Ich schau nochmal ganz kurz. Das ist wirklich ganz fürchterlich. Ich mach mal wieder FXAA. Ich weiß halt nicht, was ich hier machen soll. Ich hab... Ich müsste ein bisschen durchprobieren hier, theoretisch. Ähm. Ich lass hier mal ganz kurz auf 1. Anisotropis Level. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das besser aussieht. So, eskortiere Caesar. Aber womit? Soll ich jetzt zu Fuß? Willst du mich verarschen? Kann ich mich dranhängen? Und los! So. Jungs, die schwarze Hand hat Straßensperren errichtet. Seid vorsichtig. Werden wir auf uns schießen? Pass auf, wir können 16-fach machen, aber ganz ehrlich, ich bin nicht überzeugt davon, dass es besser aussieht. Ich mach jetzt mal 8-fach, nicht wegen Speed, sondern einfach nur wegen gucken, wie es aussieht. Äh, hast du jemals mechanisches Versagen gelesen? Willst du mir irgendwas sagen? Was? Nein, nein. Ist ein gutes Buch. Alles okay. Als ich für M-Savion geflogen bin, hab ich alle Flugzeuge von dem Start überprüft. Okay, Caesar. Ich war ein erstklassiger Pilot, aber wenn man bei einem Routineflug ein außerirdisches Raumschiff sieht und das meldet, aber keiner einem glaubt und man danach Umwege fliegt, um Fotos zu machen, aber trotzdem alle sagen, man sei verrückt, dann... Na ja. Dann fliegt man raus? Ja, dann fliegt man raus. Aber wenn wir den Tornado erwischen und das Raumschiff, das da drin ist, und wir der ganzen Welt gezeigt haben, dass Espinosa ein Außerirdischer ist, tja, dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Was, wenn er kein Außerirdischer ist? Ob es... Du wirst schon sehen. Rico, Caesar, wir haben Vorstellung mit Boden-Luft-Raketen entdeckt. Boah, ist das langsam. Was? Bleib einfach etwas zurück, Caesar. Ich kümmere mich um die Raketen. Boah, Dreh. Mach ich. Die Flugabwehrstellung. So, ich guck mal kurz, wo die Flugabwehrstellungen sind. Ja, die ist auch ne Flugabwehrstellung, hm? Die ist auch ne Flugabwehrstellung. So, wahrscheinlich da hinten. Oder? Drei Stück. Aber ist es nicht sehr weit jetzt? Oh, gut. Das war mal eins. Ey. Nein. Seh ich nicht. Bis dann. Vielleicht warte doch mal ein bisschen. Oh. Okay, dann. Verdammt. Boah, das ist so ätzig. Also diese Flieger mit den zwei Snipern, die sind echt immer. So, Muni. Ja, nice. Das kommt mir wie gelegen. Also erstmal natürlich. Ähm, der Weg ist weiß, Caesar. Ich versuche mal, ob ich mit dem Panzer durchkomme, ne? Wir sollen ja Caesar eskortieren und vielleicht kann man den Panzer brauchen. So, let's go. Feindliche Helis unterwegs zur Reposition. Oh, das war keine gute Idee. Grundgütiger. Sie sind hinter mir her. Wirklich? Caesar, hör zu. Flieg einfach weiter. Ich geb dir Deckung. Du schaffst das. Ja, wenn ich da jemals, wenn er nicht ganz so schnell wäre. Oh nein. Ähm. Mega realistisch. Auto night. Ganz großes deutsches Problem. Andere, die machen Kratzer und Sacken. Ich mach keine halben Sachen. Reif, da. Oh, 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 oh. Komm schon. Du näherst dich weiteren Raketenstellungen, Caesar. Verstanden. Geh in den Schwebeflug und warte, bis die Luft rein ist. Ähm. Okay, ich kümmere mich drum. Komm schon, komm schon, wir machen hier. Der ist fast so neuwertig. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Moment. Wir liegen unter den Angriffen. Wir geben sich zum Einsatzgebiet. Überraschend und unterwegs werden im Konto eintritt. Zivilisten, ganz ehrlich. Was soll ich da denn machen? So, wo kamen die Raketen gerade her? Ich hab mich doch gerade weggeballert da oben. Oh, ich sollte raus. Der Le... Oh, von mir. Ciao, Pansi. War schön mit dir. Pantis. So. Wo ist denn hier mal das Nächste? Oh, ja cool, danke. Sag mal. Fech gehabt. Sag mal, was ist denn da? Ach, schu? So. 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 Na, sicher. Äh, wo ist denn das letzte Ding dahin? Ach, hier. Oh, Moment. Oh, das ist nicht gut. Toll in der Kurve. Wir sollten jetzt erstmal Ruhe vor der schwarzen Hand haben. Dann ab noch Prise Auto. Das war gute Arbeit, Cesar. War es unsere? Sehr schön. Bringen wir diese Ausrüstung rein, damit du dich an die Arbeit machen kannst. Alles klar. Da vorne kommt noch irgendwas. Dann beachtet den entzückenden Springpuppen. Mein erster Stream bei Twitch, äh, war 2014 oder sogar, glaube ich, Ende 2013. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Wird er abgeballert? Nee, ne? Ich komme ja leider nicht rein. Warte. Die Fabrik wird auch uns, oder? Ja, geil. Ich wollte hier das Auto fahren. Du musst die Aufzugssequenz auslösen. Was muss ich? Ich muss nochmal hier rauskommen. Was war das denn? Was? 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 So. Ah, jetzt aber. Na in. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh, ja, du da hinten. Wieso brauchen wir für den Sturmjäger denn Alufolie? Ähm, Reptiloide benutzen für ihre Waffen bewiesenermaßen Gammastrahlen. Aber Alufolie nutzt nichts. Du benötigst mindestens fünf Zentimeter Blei bei Gammastrahlen. Oh. Okay. Zurück an die Arbeit, Leute. Sieht sehr gut aus. So sind die Heilwärm. Ist das Panzerglas? Ich hielt, dass wir angebracht, nachdem auf uns geschossen wurde. Wie viel PS? 625. Passiert das oft? Dass auf mich geschossen wird? Nicht wirklich. Ähm, ja. Ständig. Am besten, du gewöhnst dich einfach daran. Äh, und wie mach ich das? Keine Ahnung. Spiel öfter die Zielscheibe. Kein Kassettenbeck? Dachte, das wäre nicht so wichtig. Du kennst Musik also nicht so wichtig? Ich dachte mir, ein tornado-sicherer Sturmjäger wäre wichtiger. Ja, und natürlich ist Musik auch wichtig, sicher. Gut. Sag Bescheid, wenn er fertig ist, hm? Okay, ich baue noch ein Kassettendeck ein und übe schon mal als Zielscheibe. Das ist aussieht wie eine Mischung aus Danny Williams, Mr. Magnum. So, Windläufer der Sturmjäger. Alles klar, haben wir abgeschlossen. Ich freue mich. Ich sage, die Story-Missionen sind eher, sind halt da. Kann man ignorieren, aber darauf kam es ja bei Just Cause auch noch nie wirklich an. Was ich ein bisschen komisch finde, habe ich bei Just Cause 3 jetzt nicht in Erinnerung, dass die Rebellenarmee plötzlich so lauter Neonsachen hat und lalala und es muss unbedingt alles bunt sein und so. Das ist, theoretisch mag ich das gerne, also eigentlich. Aber es sieht immer alles so unglaublich dreckig bunt aus, so, 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 ja, nicht mal Revoluzzer bunt, sondern so gegen das System bunt, was natürlich auch passt, aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ist so komisch. Erinnert mich, das geht dann ein bisschen mehr Richtung Watch Dogs 2. Und Watch Dogs 2 war nun ja. So. Okay, das nächste Ding ist jetzt hier hinten. Windläuferablenkung, das können wir jetzt auch machen, weil wir da hinten alles befreit haben. Es ist so gut. Kann ich mir hier ein Helikopter mitnehmen? Hammer, das ist kein Helikopter. Ja, so hippiebunt, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist so, ich weiß nicht. Also kurze Frage, ich, ich frag mal einfach, wie wirkt denn das auf euch? Ich meine, das macht das Spiel jetzt nicht besser oder schlechter, um Gottes Willen. Ähm, aber wie wirkt denn sowas auf euch? Weil bei Watch Dogs 2, ich bin ganz ehrlich, meins war es halt nicht unbedingt. Ja, so Pseudocool. Ja, ja. Ähm, was war denn mit dem LKW gerade? Was war denn mit dem LKW? Die Bugs hingegen finde ich gut. Die mag ich gerne. Ich lass nix auf die Bugs hier kommen, weil die machen echt Spaß. Ich nehm mal den Kleinen hier hinten. Abfahrt. Ich weiß nicht, bei Second Sun fand ich es nicht so schlimm. Ähm, beim zweiten Second Sun, wie hieß denn das nochmal? Mit dem Mädel da irgendwie. Bei Second Sun war das aber nicht so wirklich. Da war es nicht so übertrieben, weißt du, was ich meine? Ich hab nur Angst, dass sich das in so eine Richtung entwickelt, so, dass es vielleicht zu generisch wird. Das wär nicht schön. Also unabhängig davon, wie gesagt, es macht natürlich immer noch Spaß. Auch trotz der blinkenden Haare und der komischen, ich weiß nicht, was da los ist. So. Hä, der ist schon vorher gestorben. Der ist auch geplatzt im Blut, aber das war ich nicht. Ihr habt das gesehen. Der ist vor mir geplatzt, schon bevor ich da war. Dann hab ich grad so ein bisschen an Taxi, Taxi. Wo wollen Sie hin, Monsieur? Einmal zum Flughafen. Sehr wohl. Wenn Sie sich bitte anschneiden würden. Oh, Entschuldigung. Hab grad nach vorne geguckt. Oh, Tunnel. Hatte ich auch noch nicht. Licht wäre schön. Ja, Licht wäre schön. Auch, also die Autos haben irgendwie Licht an, aber man sieht nicht wirklich was. Hier ist ihre Kotztüte. Ja, ja genau. Taxi, Taxi. Ist so gut einfach. Der erste Teil aber immer noch unübertroffen. Oh, Entschuldigung. Leicht, leichter Kratzer. Leichter Kratzer. Oh, jetzt werde ich unkonzentriert. Mit Tastatur, Autofahren ist immer so eine Sache. Nitro hab ich nicht, ne? Uh. Oh, ich bin falsch. Ciao. Habe ich irgendeine Ausfahrt nicht genommen? Wo muss ich lang? Oh, nicht schon wieder. Ich hasse das. Muss mir mal die Beine vertreten. So. Okay. Hier geht's weiter. Mach mal die Quest mal ein bisschen weiter. Also die Storyline. Schubraketen mal den... Hey, Rico. Sargento und sein Team müssen die Windkanonen in Nueva Boss aufbauen. Aber es gibt ein Problem. In der Stadt wimmelt es nur so vor Soldaten der schwarzen Hand. Wir brauchen eine Ablenkung. Begib dich nach Nueva Boss und finde einen Panzer der schwarzen Hand. Ich hab dir einen markiert. Hey, ich rede langer. Ich esse jetzt. Ich bin mit Hunger reden. Warum muss immer alles so bunt sein? Wie sieht dein Plan aus? Zuerst klauen wir den Panzer. Wenn die schwarze Hand nach ihm sucht, locken wir sie in einen Hinterhalt, damit Sargentos Team die Windkanonen bereit machen kann. Kein Problem. Hab den Panzer gefunden. Sehr gut. Bring den Panzer zu den folgenden Koordinaten. Moin, Freunde. Lass nochmal drüber reden. Flugzeug. Okay. Ähm. Guten Appetit. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm. 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 Wo muss ich hin? Da irgendwo. Okay. Ich würde die Muni gerne aufnehmen. Was soll das denn jetzt schon wieder? Hör mal auf sie schießen jetzt, Mann. Hab ihr empfindliches Gerät. Ja, mach ich. Hatte ich gerade gesagt, zieh deinen Po ein. Ist der böse? Wer ist böse? Ich bin sehr vorsichtig jetzt mit dem Gerät. Ja, das hat nämlich nur ein Begriff zur Haltbarkeit. Wie man sieht sie, die ist sehr empfindlich. Okay. Okay. Und? Und? Ja, die Unterstützung ist unterwegs. Habe ich ihn treffen? Was ist denn ein Helikopter? Ach da! Da ist wohl auch mal noch einer. Übersteuer. Und noch einer. Alter, was ist denn? Ich versuche mal jetzt einfach zu fahren. Ist mir sonst ein bisschen too much trouble hier. Boah! Da willst du sorgsam damit umgehen, weißt du? Ich mache hier gerade so einen schönen Schülerausflug. Leute, bitte! Ich bin da! Perfekt! Und jetzt? Alarmschufe halten die schwarze Hand ablenken. Hatte ich noch keine Alarmschufe? Ja. Suche läuft? Hallo hier! Ziel verloren! Mann, ich bin hier! Angriff abwehren! Wir haben hier wirklich ein Freitaktivität! So hoch! Ne Eilsuft! Oh oh! Hallo mein Freund! Boah, alter, alter, alter! Ja! Beim Rechner dreht grad ein bisschen durch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was unsere sind. Das sind unsere. Oh, das sind unsere. Oh, das sind unsere. Wir sind etwa zur Hälfte fertig. Beschäftigt sie noch etwas, dann haben wir sie gesichert. Okay. Bitte so, Leute! Hallo mein Freund! Ich weiß nicht, wo du bist. Aber ich liebe dich. Großer. Ich hoffe, das war nicht unser. Boah, alter, wie das. Wie viele von denen sind das denn? Die mögen ihre Panzer wirklich sehr. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die Kanonen sind einsatzbereit. Krakel. Heizt ihn ordentlich ein. Kriegschef meldet Einsatzbereitschaft. Wir nähern auf den Anruf. So, zehn Sekunden. Haben wir mal gut gehalten hier. Voll der Massensfriedhof einfach. Das ist unser. Der Panzer, man sieht es schon sehr intelligent. Moment. Das sollten die meisten von ihnen sein. Wir erledigen hier den Rest, Rico. Danke für deine Hilfe. Ja, sicherlich. Lass uns das nächste Mal was Schnelleres klauen. So, Windläufervorbereitung. Mögliche Bedrohung. Schau mir das mal an. Mögliche Bedrohung. Schau mir das mal an. Schau mir das mal an. So, das war aber Quest. Wir haben nichts freigeschaltet gerade. Und jetzt ist das nächste Ding da oben. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir nur noch. So. Da hin irgendwie. So. Ja, egal. War nicht übertrieben. War nur 30 Milliarden Fahrzeuge, Panzer, Helikopter, oder wie immer. Ich hätte nämlich noch mal Just Cause 3. Ich möchte einfach gar nicht wissen, was diese ganzen Diktatoren für ihre Militia zahlen müssen. Also Luftschiffe kannst du runterholen auf jeden Fall. Die explodieren halt auch. Einfach so ein bisschen fröhlich durch die Gegend. Weil das sind mit Identity immer noch nicht runterladbar, ne? Was soll ich denn dazu noch sagen? Was, was ist, was gibt's denn da noch, was ich, was ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich das jetzt entschuldigen soll. Das ist, äh, ja. Nun ja. So. War da gerade ein Blitzenvetter? Hab ich das richtig gesehen? Aber ich sag ja, die Bugs sind halt einfach geil. Und deswegen, ich mag halt auch die Bugs, also ich, wenn sie nicht Gamebreaking sind, ne? Und wenn sie das Spiel jetzt nicht wirklich, wenn's halt nicht dauernd auftritt. Ich mag auch die Bugs bei Bethesda, also bei Fallout 4 die Bugs, fand ich halt super. Bei Fallout 76 kann ich's nicht beurteilen, wie gesagt, das hab ich nicht lange genug gespielt. Nur mit euch im Stream und mit dem HBSQ und einmal in der Preview. Aber da, da fand ich's halt nicht so mega störend. Ähm. Aber hier, ganz ehrlich, ich find das so super. Diese übereifrige KI, die überall gegendonnert und alles kaputt macht. Aus Versehen. Es wirkt so unbeholfen. Aber dadurch einfach, es ist so ein bisschen Slapstick-mäßig. Mag ich gerne. Oh, Entschuldigung, hab ich das Chat gelesen. Okay. Aktualisiere die Steam-Seite von Identity jede Minute einmal. Okay. Aber sie warten wohl gerade auf Steam, dass das freigegeben wird. Aber das kann ja dauern, wie wir wissen. Hm. Ich weiß nicht, ob man den Tornado später kontrollieren können wird. Das weiß ich nicht. Für einen Fallout-Noob würde ich ehrlich gesagt Fallout 1 und 2 normalerweise empfehlen. Für einen Fallout-Noob würde ich eigentlich Fallout New Vegas empfehlen. Oder mit Fallout 3 anzufangen. Fallout 3 würde ich aber noch ein bisschen modden. Oh Gott. Hier ist aber düster. Fallout 3 würde ich noch ein bisschen modden. Rein grafisch auch. Ich bin so. 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 Ich würde mich hier eigentlich ein bisschen unwohl fühlen, wenn ich ehrlich bin. So, gucken wir mal ganz kurz. Bin in Position. Perfektes Timing. Ansem? Let's test. Ansem machen wir einen Test zu. Okay. Evakuiert die Stadt. Bin schon dabei. Cäsar, alles okay? Ja, bestens. Ich verfolge den Tornado. Der Sturmjäger läuft einwandfrei. Bin auf dem Weg nach hauwerer Bus. Oh, die armen Haare. Was war... Wir sehen uns. Hallo, Mauspfeil. Alter Freund. Das meine ich mit dem Hund. Hörst du das? Rico, die schwarze Hand ist hier. Rico! Wiederholen. Schwarze Hand hier. Mira, die schwarze Hand will die Kontrolle über die Windkanonen. Verdammte Scheiße. Wenn wir sie nicht zerstören, lenken sie den Tornado um und unser Plan ist futsch. Dann weiter zur Stadt. Ich kümmere mich um die Windkanonen. Alles klar auf Edimo. Das machen wir natürlich. Hallo, Mauspfeil. Gabriela Morales, die Kommandantin der schwarzen Hand, die Sochter, der ist... So, folgenden Wegpunkten zum Windkanonen. Ich bin unterwegs zu den Windkanonen. Mira, falls die schwarze Hand hier ist. Ja, sie wissen, was wir vorhaben. Du musst unsere Truppen warnen. Das wird ein ordentlicher Kampf werden. An alle Einheiten. Die schwarze Hand hat uns entdeckt. Tretet ihnen in den Arsch. Wow. Heftig. Heftig Anlage. Krass, Mira, krass. Das ist unser Gelände. Wir haben einen Eindringling? He? Das macht gar keinen Sinn, das zu sagen. Wie sind die Eindringlinge? He? Ich bin ein Ausdringling. Hier, guck mal, wie ich dringe. So, wo ist hier der... Wo ist der Granatwerfer? Da, ein Gegner! Da, danach! Hätte ich vielleicht das Vorhelfen machen sollen. Warte, ich mach mal kurz, Muni! Jo, warte kurz. Der ist auf unserer Seite. Hm. Hab eine Windkanone gefunden. Easy. Zerstöre als erstes die Verbrennungskammern an der Seite. An alle Einheiten. Position halten. Ist sie zerstört? Okay, warte. Warte mal kurz. Das hätten wir. Gut. Jetzt zerstör den hinteren Ansaugventilator. Dann ist die Windkanone unbrauchbar. So, warte. Mach ich gleich. Erstmal Muni. Muni ist mir sehr wichtig. Muni. Erstmal Muni. Muni ist mir sehr wichtig. Oh nein. Nein, ich hab keine... Eine weniger. Gut. Gut. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. So. Äh, die nächste ist wo... Da... Oh, oh, wo oben. Wo, wenn. Wie komm ich am schnellsten hoch? Geht's hier weiter? Ja, Schnauze. Ich muss mal gucken, ob ich hier rauskomme. Braucht man nicht. Okay, wo bist du denn, du kleiner Drecksack? Da oben. Ich seh dich doch rumpütteln. Auf wen schießt der? Ja, auf wen schießt du denn, hm? Ey, auf wen schießt du denn? Okay, gut. Mach ich mit. So, wir müssen raus. Wir müssen nach oben. Ich weiß noch nicht genau, wie wir da am besten hinkommen. Ich weiß nicht, wie wir da am besten. Ach, sind alle schon tot. Okay, schade. Ähm... Irgendwas rauscht hier im Mens. Kann ich nach oben gleiten? Ne, ne? Scheiße, scheiße auf euch, ganz ehrlich. Die alten Thief Dark Project Teile, oh puh, also wir haben so viel auf der To-Do-Liste, ich würde gerne auch ein paar Jahre machen Aber ja, Thief wäre auch noch so eine Sache, die ich echt gerne machen würde Ist natürlich sehr special interest und wäre wahrscheinlich auch im Grund-Retro-Channel dann eher zu Hause Mache ich das hier richtig, dass ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehe? Ist das nicht echt doof? Das sieht nicht so aus, als müssten wir nach oben, aber es sieht doch so aus, als müssen wir nach oben Ich muss wieder rein, oder? Jetzt geht's los! Hm Lass mich raten, da komm ich nicht rein Wo komm ich denn da hin? Hier Kann ich hier Na, die sind alle tot, das ist nicht so gut Ne, ne? Ne Das bringt's nicht, also wir müssen wieder zurück Okay I don't understand, where, where can I go there? Mein Weg nach oben war oben Ernsthaft? Ich, ich muss dich leider gleich verprügeln So, warte Ähm Das sind so wertvolle Tipps einfach, die ihr mir angedeihen lasst So Wie findet ihr eigentlich meine, äh, meine Landung? Meine Meinung finde ich natürlich immer gleich, ist ja klar Schicken sofort weitere Einheiten los Ich hab natürlich nur meinungslose Zombies als Zuschauer, das weiß man ja Ähm Deswegen mag auch keiner meiner Zuschauer zum Beispiel, äh, Pizza Ananas Mag keiner hier Weil niemand sich eine eigene Meinung bilden kann Das weiß man ja Aber wie kommen wir denn Hier waren wir vorhin halt auch schon, aber Ach, willst du mich verarschen? Ja moin Wir haben leider keine Panzerfaust mehr Auch Bestätigt, Eindringling ab im Gelände So komm, lass mal Mully sammeln gerade Ja, leider nicht geklappt Was? Was? Ich brauch die Muni Entschuldigung Okay, warte, ich probier mal Alternative Feuer Das geht Superbe So Das waren alle Kanonen auf dieser Seite Ja, ich weiß Da ist noch eine Windkanone auf der anderen Seite des Canyons Bin schon auf dem Weg Erledige zwei Windkanonen Oh, und jetzt erledige doch doch nochmal die anderen Windkanonen Okay, auf der anderen Seite des Canyons Ähm, komm ich da jetzt irgendwie anders raus? Lass mich raten, das ist genau das, wo wir gerade eben waren Gegenüber dem, gegenüberliebenden Mina Aber wie komm ich da denn jetzt hin, Mann? Komm ich jetzt da raus? Ist die Tür jetzt zufällig geöffnet? Jetzt ist die Tür geöffnet Ich muss mich veratmen, Junge, ich seh dich doch Ciao So Ich erwisch den Piloten von hier leider nicht Ich erwisch den Piloten von hier leider nicht Ich brauch das Ding Ehrlich gesagt brauch ich's überhaupt nicht Ciao Ciao Super butterweiche Landung wieder Super butterweich Toll Okay, erreiche den gegenüberliebenden Mineeingang Das ist nicht der hier, das ist, wo ist der dahin? Okay Äh, da muss ich ein bisschen fliegen Ich nehm die Abkürzung einfach hier Boah, wenn das wirklich, wenn das wirklich so ginge Und zwar schnell Wir müssen diesen Tornado irgendwie durch die Mine bringen Beall dich Danke, Selsa Zentrale Wir haben ein Eindringling auf dem Gelände Feinkontakt verstanden Feuer nach eigenem Ermitteln Ist schon Da ist schon einer Cool Na jetzt nicht mehr Auf wen schießen die? Wir haben hier ein Eindringling Warte nach Entschuldigung Zack Ja, was ist denn hier los Ja, wo kam das denn her? Oh, Munition Warte kurz Ah, geil So, wer hat Granaten geworfen Du warst es Nein So Der nächste Generator Hab die letzte Kanone gefunden Oh, weißt du Warte mal, warte mal Wo war... Wo war denn der jetzt nochmal? Da oben Da will ich nochmal kurz hin Die hole ich mir Ja, das ist gut Ja, das ist okay Das kann man hier nicht tun So, dankeschön Nah So, die Sardellen auf Pizza hab ich nie probiert, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Tati isst Sardellen, ich bin da glaube ich raus. So. Schafschützengewehr brauch ich nicht. Ich guck nur, ob ich noch Muni finde. Wo bist du, du Bastard? Ich glaub, sie mag mich. Was ich neck, das liebt sich. Wo bist du denn, du kleine dreckige Hube? Hm? Hure, Huri. Huri. Huri up, find me, quick. I need your loving. Huri. Huri. Ja, ich komm zu dir mein Engel. Komm, steh auf, wir wollen uns lieben. So. Bin mit der zusammen. Äh. Gut, ich geh wieder raus. Fahre den Sturmjäger. Bei Sturmjäger muss ich irgendwie, hört sich an wie so ne, ne Band oder ne Wurst. Ich weiß nicht genau. Ähm. Wo ist denn der Sturmjäger? Der Gegner hat Angriffe eingestellt. Halt er dir auf nach dem Ort. Das ist, ah, das ist die Quest. Was für ein Wind! Oh, das war keine gute Idee. Okay. Das war keine so gute Idee. Ich hoffe, ich komm. Mega realistisch. Der Wind hat uns abgefangen. Da ist der Sturmjäger. Okay. Kann ich, kann ich fahren. So. Okay, dann schauen wir mal, was das Ding so kann. Danke. Bleib so nah wie möglich am Tornado. Ich muss die nötigen Messungen durchführen. Okay. Dann mal los. Ist das ein Kassettendeck? Äh, ja. Ich hab ein Mixtape gemacht. Dann lass mal hören. Hau'ja. 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 Hau'ja! Da 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 da. Okay. Sehr gut. Tag undaki. Ach ja. Tag undaki. Tag undaki. Tag undaki. Tag undaki. Boah, die Brücke. Überhaupt nicht. Okay, wir müssen uns nicht übereilen, wir empfangen immer noch Daten. Ähm, tschüss. Ähm, tschüss. Hä, fahren, Mann! Oh, beruhigend. Ich hätte den nehmen sollen, ne? Oh, okay. So, wo muss ich hin? Andere Richtung. Okay, warte. Panzer steuert sich wieder sehr gut. Erreiche Aero-Porto. Uff. Ich hoffe, der Panzer kommt dran vorbei. Moin! Oh, Alter. Wieder weggeflogen jetzt gerade. Ja, ich glaube, die Gegner haben ein bisschen Spaß gerade. Das schön ist, die müssen uns ja eigentlich hinterher sporen. Oh, 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 ich muss weiter. Ist das unsere? Ich bin mir nicht ganz sicher. sie haben ein halbes dutzend kanon um den tornado dort festzuhalten aber du musst nur die zerstören die ihm den weg blockieren markier sie mir eine windkanone ausgeschaltet die gruppe wäre erledigt warte 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 ich drehe mich mal kurz in richtung ich will da nicht rein das flugzeug aber gerade segelflugzeug da das flugzeug heilige heilige ok alter wohl wieder bin ich allein gebucht war ab in den urlaub so wir müssen nach vorne irgendwie hin ah da vorne ist noch eine kanone übrig ok da hinten irgendwo so scheißsniper immer so warte alles klar der tornado ist wieder auf den weg richtung neuer boss ich mach mich auf den weg zum tower ok erreiche den torre warte 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 hat der tornado vergessen ich räum noch mal auf der panzer ist schon ein bisschen angeschlagen gerade so wir sind leider nicht ganz so schnell mit der kiste hier so ich so ich habe ich verdient habe ich verfahren das hier ist das reinste kriegsgebiet das hier ist eine landstraße junge ich bin in schwierigkeiten was ist los ich habe versucht eine straßensperre der schwarzen anzurechtlichen und äh naja jetzt bin ich umzingelt der sturmjäger hält erstmal aber ich komme also mal freunde ernsthaft ich will zu dem tornado her und dann nerven mich mal im ja wir haben hier mir wenn libro wir Oh, oh, wir brennen. Oh nein. Ah, ich dachte, wir schaffen es noch. Ich wollte gerade noch ein bisschen aufräumen und dann aussteigen. Du bist gestorben. Du bist gestorbst. Ich wollte gerade noch ein bisschen aufräumen und dann aussteigen, aber leider... Jetzt habe ich natürlich gar kein Auto. Ich bin in Schwierigkeiten. Ja. Cesar, was ist los? Ich habe versucht, eine Straßensperre der schwarzen Hand zu durchbrechen und, äh, naja, jetzt bin ich umzingelt. Der Sturmjäger hält erstmal, aber... Ich komme. Ich finde den Tornado immer noch geil. Der ist schon sehr beeindruckend. Das ist ein Helikopter. Ich gucke, ob ich später noch Panzerkriege irgendwo. Das mit dem Soundgekratzel finde ich noch nicht ganz optimal, ehrlich gesagt. Da kann man bestimmt auch was machen. Erreiche Cesar. Ah! Das mit dem Soundgekratz ist wirklich ganz grau noch gerade. Aber kannst du sagen, was du willst? So viel Zerstörung gab es da Just Cause noch nie. Das ist schon sehr beeindruckend. Hä? Der hat gerade mit einem Hits, hat er fast alles verloren. Wie soll ich denn... Wie soll ich denn das schaffen? Erreiche Cesar. Hast du das gesehen? Der Balken voll? Runter? Und... Hä? Ja, der Ton ist wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, was beim Ton los ist. Cesar, was ist los? Ich habe versucht, eine Straßensperre der schwarzen Hand zu nötigen und äh... Oh, das war eine schlechte Idee. Jetzt bin ich umzingelt. Der Sturmjäger hält erst mal, aber... Ähm, 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 ähm. Ich komme. Ja, ob das der Fall ist, weiß ich noch nicht genau. Oh nein. Das war keine gute Idee. Ich mache mal so. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, fuck. Knarzel, knarzel, knarzel. Wir können dem Sturm auch nicht entkommen, ne? Ach komm, ich versuche trotzdem mal rückzukommen. Boah, Alter, ich glaube, der Rechner ist auch gerade ein bisschen überfordert. Wie soll ich denn... Wie soll ich denn schnell genug zu ihm hinkommen, Mann? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich... Ich... Ich gewöhne mich langsam daran, beschossen zu werden. Bist ein echter Profi. Warte hier, ich erledige das. Warte nach. Ob der A-Gruz ziehen. Der lebt noch. Boah, Alter, ich kann fast gar nicht richtig spielen. Das war abgefahren. Hä? Ja, du machst dich sehr gut als Zielscheibe. Und jetzt zum Aussichtspunkt. Ja, ja. Ich will das Ufer aus der Nähe betrachten. Mira, Cesar ist gleich in Position. Gut. Ich auch. Du solltest möglichst weit oben sein. Die Show beginnt gleich. Oh Gott. Scheiße. Tore Spinoza ist Geschichte. Okay, haltet euch bereit. Aktiviere Kanonen. Jetzt. Windkanonen online. Es funktioniert. Gute Arbeit, Leute. Gute Arbeit. Nein. Diese Schufte. Die schwarze Hand greift an. Wir müssen die Windkanonen beschützen. Es sind einfach zu viele. Haltet durch. Ich schaffe das. Ich werde alle Windkanonen auf einmal beschützen. Ich bin Ricola Kreuzertucker. 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 Ich krieg das hin. Kreuzertucker ist auch schön. Ähm. Hallo, Mauspfeil. Also, ich habe keine Dropped Frames. Kein gar nichts. Wirklich. Also, ich habe auch kein... Also, hier... Ne? Hä? Willst du mich verarschen, Mann? Ich bin mir nicht sicher, ob er das schafft. Ha, 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 ha. Der Tornado ist jetzt ein F3. Puh. F3? Nein. So einen Taster habe ich auch. Lade nach. Verstärkung. Nicht jeder hat einen Wingsuit, okay? Da bist du ja. Da bist du ja. Da bist du Fallout-Fraulein, ma? Moin. Achso, der ist ja gar nicht lieb. So. Tornado wird gefeuert. Die Leichen, die weggezogen werden. Hupsi. Oh. Ich... Wie... 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 Wie bin ich dann unterwegs? Ich habe den Gleitschirm gemacht. Ich... Willst du mich verarschen? Der ist an... Am Hausrand ist ja gestolpert. Hä, was ist denn hier los? Der ist am fucking Hausrand. Gestolpert. Ich... Ich komme nicht hoch. Alter. Okay, wie komme ich da hoch? Ja, Siggi. Ja, Siggi. Ja, klar. Ist ja kein Problem, weil die einfach nur 50.000 Leute sind, Mann. Passt auf euch auf. Oh, Alter. Oh. Erstmal in so einem fucking Hausrand. Ein so... Weißt du... Das ist... So. So ist das. Das ist weniger als ein Bordstein. Und da stolpert er drüber mit seinem Wingsuit. Was für ein Penner. Ich habe noch nichts von dem Trupp im nächsten Turm gehört, Rico. Da ist nicht mal so ein... Bin unterwegs. Siehst du... Da! Da ist er gestolpert. Was für ein Wind! Mira? So. Verstärkung ist unser Weg. Ist mir lieber als... Andersrum. Lade nach. Moment. Okay. Ich brauche Muni. Ganz kurz. Muni, Muni. Muni, Muni. Muni, Muni. Unser Tornado ist jetzt in F4. Passt auf euch auf. Wie kommt die eigentlich hier hoch? Sag mal. Wer ballert denn hier schon wieder? Freundchen. Hm? Guck mal hier. Scheiße! Wie ist denn hier durchgekommen? Bei dem Tornado? Das ist schon ziemlich mitgenommen. Du musst sie schützen, Rico. Ach so. Ja, danke für den Hinweis. Okay. Wir übernehmen jetzt hier. Hm, klar. Rico, das Gebäude auf der anderen Seite des Platzes. Na, scheiße. Ich dachte schon, der Klatsch wieder dagegen. Nein, 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 nein! Hallo, ich bin hier drin gefangen. Hallo, kann ich bitte rauskommen? Alter, willst du dich verarschen, Mann? Brrrr! Wie kommen die eigentlich aufs Dach, Mann? Ja, deine Mutter ist fast erledigt. Ja, deine Mutter ist fast erledigt. Ja, natürlich. Der hat natürlich überlebt. Der überlebt ja alles. Okay. Ernsthaft? Boah, ich kotze ins Essen. Ich kotze einfach ins Essen. Wechsel bloß nicht die Bappe, wenn ich sage. Boah! Das Spiel ist gerade so laggy einfach. Also, ich erfinde das nicht. Das ist wirklich gerade, also streckenweise ist das so lahm einfach. Jetzt ist wieder schnell. Danke. Ich weiß nicht, wo das herkam. Kein Gehichte. Ich bin ja wieder ein Wutje, Mann. Das Ding ist groß genug! Höre ich öfter, danke. Das ist deine Chance. Es sollte gerade runtergehen zum Kern. Los, spring! Dann mal los. So, was? Erreiche das Auge des Sonados. Alles klar. Äh. Jetzt geht's los! Ähm. Wie soll ich denn da reinkommen? Der lässt mich ja nicht. Ich kann nur außer rumfliegen. Wie soll ich denn da reinkommen? Alter, ey. Ich kotze. Von oben! Oh, man sieht die Legs auch. Okay. Also, es steuert sich dann wirklich sehr viel langsamer. Die Reaktion vom Spiel ist plötzlich so lahmarschig. Du kannst es halt teilweise kaum noch kontrollieren. Dann mal los. Der Marker zeigt klar oben. Okay, aber nicht ganz. Nicht ganz. Oh mein Gott. Ich komm aber auch nicht rein. Jetzt. Jetzt. Ah, verstehe. Mirak. Mirak. Schau! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Riko. Mirak. Schau! auf dem Tornado-Kern. Wonach soll ich suchen? Nach einer Zugangstafel. Irgendwo beim hinteren Auslass. Mein lieber Freund. Einfach unglaublich. Leute, schaut euch das an. Keiner wollte mir glauben, aber ich habe Beweise. Beweise dafür, dass die Reptiloiden die Regierung unterwandert haben und Oskar Espinosa kommt aus dem Alpha-Drakonis-System. Kein Mensch hätte je erschaffen können. Ist das ein USB-Anschluss? Ist das ein USB-Anschluss? Welches Alien-Schiff hat denn ein USB-Anschluss? Sorry, Cesar. Das ist von Menschen gemacht. Aber... Espinosa ist vielleicht kein Echsenmensch. Reptiloid. Aber sein UFO hat viele hunderte Menschen getötet. Und jetzt wurde er entlarvt. Du hast eine echte Verschwörung aufgedeckt, Cesar. Hey, Leute. Das solltet ihr euch vielleicht ansehen. Was ist das? Oh, shit. Der Tornado-Kern war nicht das einzige, was beweglich ist. Das war nur ein Prototyp. Aber in Iapa wird noch ein weiteres, fortschrittlicheres Gerät gebaut. Kannst du damit den Verteidigungsknoten ausschalten? Und das haben die auf dem Kern, auf dem alten Kern, haben die das... Der Virus ist bereit. Müssen ihn nur abschicken. Worauf warten wir dann? Ich, äh... Darf ich ihn bitte schicken? Alter vor Schönheit. Die Haare, die Saarma. Die Haare, die Saarma. Hasta la vista, du irdisches Arschloch. Die haben wir ja schon gesehen, die Dinger. Oh, nice. Welcher Virus macht denn sowas? Den möchte ich mir immer nicht installieren. Upsi. Ähm. Ich hoffe, das war ein USB-C-Anschluss. So. Operation Windläufer abgeschlossen. Achso, das war das Gebäude, was hier mal stand, ne? Zum Glück haben wir uns das Feuer ja angeguckt. Gut. Windows Vista. Was? Kontrolliere den Tornado. Uuuuh. Kehre zu Zona 3 in der Region Laderas zu zurück, um den Tornado-Kern bei Bedarf zu aktivieren. Verwende den AR-Scan und folge den Wegpunkt zur Konsole. Aktiviere oder deaktiviere den Tornado-Kern per Knopfdruck. Ähm. Ich wollte gerade aufhören. Ähm. Den Tornado kontrollieren. Verwende den AR-Scan und folge dem Wegpunkt zur Konsole. Kehre zur Zona 3. Zona 3 in der Region Laderas-Sur zurück. Laderas-Sur. Toll, Trupps. Ich freue mich sehr. Hier können wir wieder was machen. Laderas-Sur. Laderas-Sur. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Hier. Zon-Tress. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo war denn Zon-Tress? Das war, war das das hier? Hm. Das ist echt. Hä, wie lange hat das denn jetzt gedauert? Ich habe gedrückt, der hat nicht reagiert, also bin ich zurückgerannt und dann erst hat er reagiert. Hä? Also an einigen Stellen ist das Spiel sehr laggy, aber es ist nicht der Rechner hier, der laggy ist. Also, es liegt nicht am Rechner, es ist nur das Spiel an sich, das laggy ist. Der Rechner hat keine Probleme, auch nicht mit Frames oder sonst irgendwas. Ich codiere hier nebenbei den Stream und die, die Aufnahme. Ähm, habe da gar keine Probleme. Auch die Kamera ruckelt ja nicht oder so, es ist wirklich nur das Spiel. Verstehe ich nicht ganz. Hm. Los Herroes. Los Herpes. Hm. Äh. Entschuldigung, ich lese gerade Chat. Äh. 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 Naja. Okay, der Weg wäre jetzt sehr, sehr, was? Überwachungsluftschiff. Toll, wollte ich gerade verfolgen, jetzt kann ich nicht mehr. Hör auf jetzt. Mach das weg. Ich wollte das Überwachungsluftschiff. Wo ist das Luftschiff? Motorradstand interessiert mich überhaupt nicht. Nein, also, ist das das Überwachungsluftschiff? Ich glaube, das wär's da hinten, ne? Das können wir vielleicht noch kurz mitnehmen. Aber ich würde dann, ich würde dann gleich mal gucken, was mit Identity ist. Ähm. Ob man da vielleicht schon Fortschritte erzielen kann, ob es eine Möglichkeit gibt oder so. Ja, wie gesagt, also, die, die Grafik kann ich, ich kann damit leben. Ich, ich verstehe es nicht ganz. Ist mir ein bisschen ein Rätsel. Komme ich da überhaupt hoch? Ne, ne? Äh. Nur, komme ich nicht. Verbindung unterbrochen ist aber egal. Also, der hat die Verbindung unterbrochen. Ich konnte aber weiterspielen. Das ist, glaube ich, Wurst. Wie komme ich denn jetzt zu dem Luftschifter? Oh, das ist auch bewacht von Drohnen. Die sind zu weit weg. Ich glaube, da komme ich, da komme ich so ohne weiteres nicht drauf. Ich könnte mir den Helikopter rufen. Identity hat Probleme mit dem Release, wird heute nicht mehr kommen. Okay. Gibt es hier auch den Wingstube mit Düsenantrieb? Weiß ich noch nicht. Kann sein, dass das kommt. Also, wir sind noch nicht so weit. Wir haben jetzt die ganze Zeit Gebiete gemacht, natürlich. Also, freigeschaltet. Ähm. Also, wenn Identity nicht kommt, die Frage ist, ich stelle die Option lags auf niedrig. Wenn Identity heute nicht mehr kommt, die Frage ist, spielen wir was anderes? Spielen wir oder machen wir hier noch ein paar Gebiete frei? Laut den Entwicklern liegt es an Steam, die geben das bestimmt nicht vom Montag frei. Heilige Scheiße. Ach, krass. Hu. Weiter. Okay. Okay. Okay, was anderes. Die meisten wünschen sich was anderes. Ich würde Just Cause aber ehrlich gesagt im Spiel, äh, im Stream noch weiterspielen. Nicht mehr heute, aber generell. Weil es macht schon Spaß. Und wir haben, okay, eine Sache muss ich noch machen. Und wir haben sehr viele, abgesehen natürlich von unseren kleinen, ärgerlichen Momenten, ähm, die gehören ja dazu. Ähm. Etwas unter anderer Identität. Wir haben doch gerade eben mehrfach gesagt, Identity kommt heute nicht mehr. Also, wir können nicht unter anderer Identität spielen heute leider. Würde ich gerne machen. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar andere Sachen. Glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Sag mal, hier kommt die Sonne ja auch durch den Berg. Das sind keine Godrays, aber hier kommt die Sonne auch durch den Berg. Was ist denn da aktuell gerade los, sag mal? So eine Verschwörung. Arschloch. Jetzt wollte ich... Was? Ich brauche Hilfe, bitte? Wir hätten das gesagt. Shit. Ich bin mit dem Ding schneller als Autos. Moin! Ja, was willst du sonst machen? Ganz normales Prollo-Treffen. Will er nicht loswerden? Ich bin mir nicht sicher. Warte, 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 warte. Geht's noch zum Tornado? Wir waren gerade... Was? Wir haben gerade die ganze Zeit... Hä? Wie geht's noch zum Tornado? Du bist doch gerade eben erst wieder reingekommen, oder? Wir haben gerade ungefähr 50 Stunden lang den Tornado haben wir gerade gemacht. Achso, oder meinst du zum Steuern jetzt? So, ähm, warte mal. Ich wollte gerade ganz kurz Zugmotor schub... Ich nehme die, dieses Ding hier, Konfiguration bearbeiten. Zugmotor... Aus. Schubrakete auch aus. Ähm, Luftheber hoch. Übrigens, ich steuere nicht. Der beschleunigt gerade von selber, und ich weiß nicht mehr warum. Ich mach das gerade nicht. Habe ich mal gebremst? Ich finde das schön, guck mal. Wir fahren so ein bisschen... Das ist wie so ein... Wie so ein Herbie-Ende. Wir fliegen so ein bisschen dem Sonnenuntergang... Äh, äh, ja. Reziprok. Pupen. Ja. Hm. Hm, 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 hm. Mein Onkel hat mit deinem Vater an Projekt IAPA gearbeitet. Wat? Wenn wir ihn in la Mazzmora finden... Wenn er noch am Leben ist, finde ich ihn Mira. Ne, das ist mir egal. du hast doch nichts dagegen oder ja erst sieben course just course wer rast denn hier wieder so warte mal ok ich würde ganz was probieren ich schaue nochmal vorsichtshalber auf die drei das ist c nur schubrakete so schubrakete an die räder geht nicht oder die verschwinden hier irgendwann wo könnte ich da mal die schuhe ist aber immer noch wegen kokos makron ich liebe kokos makron wo kann ich die anbringen die schubrakete ja geil man ich bringe immer ein bisschen seitlich an die beiden die handgelenkauflagen was auch die lichter und so schön von unten kriege ich nicht hin an die reifen wie gesagt die reifen platzen ja irgendwann und dann sind die weg so ich war bei jp ich habe mein wagen bisschen pimpen lassen ich liebe das das ist doch kein wunder das leute an ubus glauben das ist doch kein wunder das leute an ubus glauben alter das ist das beste einfach ich bin harry potter ich flieg jetzt nach hogwarts let's go yeah hogwarts wuuuuh Auf geht´s ded 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 du bist ein zauberer harry so also hihihihi alther ist es zu gut es is einfach so gut uiihihihihi es ist einfach so gut schade dass er sich dreht es is'n bisschen doof aber hey so wanne okay ich park jetzt mal ein freunde Beim dritten Mal ist es nicht mehr lustig, ich parke jetzt einfach mal ein Ich parke mal hier So Wenn man gerade aufkommt, dann ist das Auto hinterher noch heile Ich verstehe überhaupt nicht warum Es ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel Okay, wir müssen gleich mal gucken Wir müssen gleich mal gucken Wo wir die Sachen jetzt als nächstes dran machen Warte mal, ich mach die mal ab So, ich würde gerne mit dem Ballons was ausprobieren Das muss doch möglich sein Ähm, Luftheber Das ist der Luftheber Ähm, Konfiguration bearbeiten Hier ist aber automatisch Mach ich mal aus und hier mach ich mal drücken Ähm Und halten Pass auf, drücken Bei drücken machen wir ein Luftheber Hoch Und wenn wir halten Machen wir eine Schubrakete Die hat Mittel Ja, ich hoffe Mittel ist okay Und jetzt noch Und jetzt noch So Einmal drücken Ja Und halten Schubrakete Wuuu Okay, Schubrakete funktioniert nicht so richtig Boah Okay, das ist trotzdem schon geil Tja Dö, 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 dö Dö, 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 dö Dö, 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 dö Ach, ich kann die selber steuern Wenn ich F einfach halte Dann bleiben die so Und wenn ich loslasse Sind die sofort aus Okay Ja, dann Der Job ist einfacher als die meisten Aber immerhin durftest du eine coole Maske tragen Bitte sag mir, dass du eine dieser Masken getragen hast Nein, habe ich nicht In Solis stationierte Soldaten der schwarzen Hand haben damals keine Masken getragen Langweiligster Soldat der schwarzen Hand Masken im Inland zu tragen ist eine relativ neue Entwicklung Die ich etwas beunruhigend finde Ich finde die sehen damit echt fies aus Klar Aber warum sollte ein Soldat der schwarzen Hand sein Gesicht hier in Solis verstecken müssen? Warum verbergen sie ihre Identität? Das haben sie vermutlich einfach sofort In Auslandseinsätzen übernommen Sie wollten bei ihrer wohltätigen Arbeit nicht erkannt werden Das ist so wie wenn jemand anonym Spenden gibt Haha, ja Die jetzige Situation So Ja, kein Problem Wir können den Fall Durch diesen Haken einfach abbremsen So, na gut Haben wir noch ein bisschen rumgespielt Ähm, zumindest mit Ballons in den Himmel schicken Geht natürlich auch Ich wünsche, das wäre Tag Ist da gerade ein Auto runtergekommen? Ich weiß es nicht genau Gleich macht es Pum irgendwo Guck mal hier An den Kopf mache ich mal Ähm Wieso sind die denn verbunden? Ich habe glaube ich zwei erwischt gerade Tschüss Das hat nicht funktioniert Ii ein Hipster Tschüss Oh Ein fliegender Mensch D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Okay, Düse. Wuuuuh. Superman. Okay, das will ich bei mir auch machen. Ist, ist, ja, sie ist noch da. Da hinten. Da. Ich sehe es leuchten. Da ganz weit hinten. Da, da flog der gerade. Das ist voll geil. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Okay, hab es abgemacht. Mal gucken. Wenn es Tag wäre, wäre es natürlich viel ersichtlicher gerade. Das wäre viel cooler. Ich schaue nochmal kurz. So, warte. Es müsste hell sein irgendwie. Gibt es einen Modi, dass man hier heller machen kann? Hier, guck mal, der hat den Chat neulich Arschloch genannt. Da muss man nochmal. Achso, warte mal, warte mal. Der war das hier. Ich habe die gar nicht erkannt. Die sehen halt eh nicht aus. Oh, du hast ja was am Fuß, Junge. Oh, da würde ich mich aber operieren lassen. Hat jemand gerade Dickerchen gesagt? Ciao. Guck mal, die haben die Stadt geschmückt. Ich glaube, der Joker hat Geburtstag. Okay, let's go. Mal gucken, was passiert. Ehrlich gesagt, ich würde mich echt gerne selber abschießen. Tja, leider sind die Ballons jetzt weg. Oh, irgendwer ist gerade Boom gemacht. Hat jemand ein Motorrad hier? Ich will mal was probieren. Gibt es hier ein Boom? Ein Motorrad. Ein Po-Torrad. Gibt es hier ein Motorrad irgendwo? Okay, pass auf. Wenn wir, wenn wir jetzt, wir haben hier Luftheber und Schubrakete, ähm, wenn wir jetzt hier nur den Luftheber haben, keine Schubrakete. Das ist der Luftheber. Mods verfügbar. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie komme ich denn? Mods freischalten mit R. Ähm, Heliumfüllung. Wähle eine Gasfüllung. Helium explodiert, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Panzerung, empfindlich, lalala, Bewegung, maximale Flughöhe. Effekt bei maximaler Flughöhe, schweben oder platzen. Unbegrenzte Flughöhe. Okay. Okay. Wir haben hier auch bei der Schubrakete, haben wir noch Mods. Ähm. Ich würde da vielleicht nochmal ganz kurz... Was können wir denn bei der Schubrakete machen? Ausbrenn-Effekt. Deaktivieren und überladen. Und hier seitlich hoch. Kraftausrichtung. Lege fest, in welche Richtung die Schubraketen ausgerichtet sein können. Optionen unbegrenzt. Seitlich, hochseitlich. Ausbrenndauer. Beschleunigung. Passe die Beschleunigung der Schubraketen an. Optionen langsam, mittelschnell. Ausrichtung. Lege fest, in welche Richtung die Schubraketen bei Einsatz ausgerichtet sind. Optionen. Keine Änderungen zur Kamera. Weg von anderem Punkt. Heilige. Helium ist ein Edelgas und brennt nicht. Okay. Ja, dann aber, äh, Wasserstoff. Dann war es Wasserstoff. Entschuldigung. So. Okay. Dann. Ausgerichtet sein können. Unbegrenzt. Was heißt denn unbegrenzt? Schubraketen können alle Richtung Schub geben. Seitlich und hoch. Nur horizontal. Okay. Was ist seitlich und hoch? Ich dachte immer, die geben eh immer in die Richtung. Ich mach mal nur horizontal, ne? So, das heißt, wir können hier die Mods einstellen. Hier hab ich aber nicht 10 Meter gemacht. Ähm. Das sind die Schubraketen. Hoch. Luftheber auf A. A und C brauch ich jetzt. Und ein Auto. A, C und ein Auto. Moin. Lollo. Oh. Ähm. Kann die tote Frau bitte aus dem Auto gehen? Ich glaub, die hängt mit ihren Haaren in der Tür. Ähm. Kann die? Ähm. Das. Okay, sorry. Ich muss was probieren. Oh. 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 Na, die hat Spaß. Die hat Spaß, die Frau. Und stabile Haare. So. Oh. Juhu. Oh. Oh. Oh, sie ist abgefallen. Schade. Moment. Okay, wir müssen fliehen. Die kommen uns nicht hinterher, ne? Die kommen uns hinterher. Alles klar. Schade. Okay, warte. Hm. Leute ans Auto binden geht auch so, ne? Ich mein, man könnte es probieren, wenn man echt ein sadistisches Arschloch wäre. Boah, die Steuerung von dem Auto liegt nicht am Spiel, das liegt am Auto natürlich. Moin, Freunde. Wir haben das Ziel verloren. Er bitte befehle. Wir haben das Ziel verloren? Verstanden. Setze Verfolgung vorn. Kein Nitro. Muss ich jetzt hier zu mir nicht langen? Ich seh da was. Zentrale, das Ziel sitzt in einem Landfahrzeug. So. Nicht so nur ein schlimmes Örtchen hier. Ein ruhiges Fleckchen. Der hat gerade auf der Autobahn gewendet. Hast du gesehen? Ich glaube, es ist safe. Ich suche mal ganz kurz ein stilles Örtchen hier. Ja, ein ruhiges Fleckchen. Haben wir einen Rastplatz irgendwo? Ich will mal kurz rausfahren. Ich muss echt Pipi und ein Schnitzel essen. Ist wichtig. Und ein bisschen aus dem Fenster gucken und sagen, Ah, oh, oh, die Gegend, oh. Wir sollten öfter an Rastplätzen halten. Oh, oh, wie schön. Und es hat aber eine Wiedertur. Okay, warte. Ich seh hier gar nichts. Alter, der hat mich gerade voll ausmanövriert hier. Ich muss mal kurz rechts ran. Oh, Autos leider schon ein bisschen kaputt. So. Ah. Ah sind die Ballons, ne? Warte, ganz kurz. Das ist wichtig, dass ich mir das merke. Ähm. Der Luftheber ist auf F drücken. Und die Schubrakete ist auch auf drücken. Das ist nämlich falsch. Die muss auf F halten. So. Okay. Also. Ballonchen. Vorne ein. Das sind gar nicht die Ballonchen. Ah, C ist aktiviert. Okay, warte, warte, warte. Moin Heli. Also Ballonchen. Vorne ein. Hinten ein. Und hinten dann nochmal ne Düse. Pass auf. Vielleicht so. Okay. Ich steige ein. Ich drücke F. Und wir fliegen. Wuhu. Ja. Geil. Oh, wir fliegen unendlich hoch. Das hab ich vergessen. Wir fliegen jetzt hier unendlich hoch. Und ich drücke die Düse. Ja. Oh, Alter. Wie geil ist das denn? Oh Gott. Hat sich jeder... Oh, die Ballons haben sich gerade... Das ist nicht so gut. Das ist voll geil. Also eigentlich ist das überhaupt nicht gesund. Okay, wir haben alle... Wir haben auch die Düse verloren. Ja, ich glaube, wir sinken wieder. Erst dann ist es das Auto. Boah, wie cool. Ja, ich glaube, wir haben die Alte Range. Nächstes Mal bei Jung und Schön, Familienbande. Was hältst du davon, wenn wir in den Vergnügungspark gehen, Schatz? Sehr gern, aber ich kann nicht auf die Achterbahn. Ich bin schwanger. Wie kann das sein? Seit dem Grubenunglück bin ich doch unfruchtbar. Ich weiß, Schatz. Du bist nicht der Vater. Ich bin es. Gustavo! All das und mehr. Demnächst bei Jung und Schön. Was? Tiago und Santiago Show. Lächerlich. Bitte feuert uns. Tiago und Santiago. Jetzt noch 250% schonungsloser. Diesmal was tücheln, diesmal was tücheln, diesmal was tücheln. Ist es nicht wunderbar, dass wir diese modernste Technik verwenden? Hast du gesehen, wie ich gerade ausgestiegen bin? Hast du das gerade gesehen? Wie cool das einfach war. Wie ich kurz vor der Explosion ausgestiegen bin? Hautuschelabuschel? So. Verdammt, das Spiel macht echt Spaß. Ich hasse es. Ähm, ich geh mal raus. So, äh, verlassen. So. Ha, sonst komm ich gar nicht mehr raus. Die Motorleuchte? Wat, wat, wat? So. Oh Gott. Ich seh ein bisschen fällig aus inzwischen, ne? Ach, ich hab mich die ganze Zeit gesehen. Ähm. Fenster, äh, hier Fenster hervorschauen. Alles klar. Dann kann ich hier drauf gehen. Dann kann ich hier drauf gehen. Das ist alles noch ein bisschen ungewohnt für mich. Auch ohne den Monitor fehlt mir immer noch was. Ohne den, da oben, den Bildschirm, da fehlt mir noch was. Ach ja. Also, das wär sehr cool. Muss ich zugeben, die Grafik, ich versteh nicht, was los ist. Just Cause 3 hatte ich echt hübsch in Erinnerung. Ähm, aber das Spiel macht halt trotzdem uneingeschränkt Spaß. Immer noch. Just Cause 3 hat mir schon wahnsinnig Spaß gemacht. Und wie man merkt, oh nein, er hat nicht gespeichert. Braucht ich nicht, war ja autosave. Das hätte ich Gustavo niemals zugetraut. Hm, hm. Machen das die Teams, die Spiele testen? Ich will Spiele testen. Äh, spiel doch einmal Beta-Version und schick deine Tests ein. Es gibt auch ganze Firmen, glaube ich. Es gibt, glaube ich, ganze Firmen, die inzwischen Spiele testen. Grafik wird sicherlich noch gepatcht. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich hab keine Ahnung. Geht der Autosave, wenn das Auto explodiert? Ach, das waren ja gerade nur Spiele rein. Das gerade eben mussten wir nicht speichern. Hauptsache, die Missionen sind gespeichert. Das ist wichtig. So, was nun? Ich weiß noch nicht. Ich quatsche gerade erstmal ein bisschen. Wir können ja gleich mal gucken. Ich hab noch keine Ahnung. Ich kann ja, ich muss ja nicht da gucken. Ich kann ja auch hier gucken. Autosave. Hab ich zuerst nicht verstanden. Ich muss mir kurz eine Träne rauswischen. Das ist, äh... Das ist wirklich bitter. So, kommt jetzt noch was anderes? Ich weiß noch nicht genau. Ich wollte ja gerade... Ich wollte ja eigentlich... Äh, ich wollte ja eigentlich jetzt diese Infinity spielen. Aber leider wird das wohl nichts mehr. Thief-Simulator. Das würde ich gerne zwischendurch mal... Würde ich gerne zwischendurch mal machen. Ja, der Sound muss gepatcht werden. Wobei, ich glaube, das mit dem Sound ist ein anderes Problem. Ich glaube, das liegt nicht am Sound. Hum. Mhm. Hm. Oh. In Wien hat's geschneit. Ich bin so neidisch. Hm. Hm. Die Panne ist ja noch wach. Okay, pass auf. Hm. Mhm. 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 Folgendes. Mhm. 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 Das ist mein Jahres Tag. Deswegen... Mh. Werde ich dann wahrscheinlich wirklich gleich mit der Panne Serie gucken. Einfach mal. Ähm. Und dann lieber die Woche vielleicht nochmal streamen. Wenn ich's irgendwie einrichten kann. Ähm. Es wird nicht lange sein. Aber das wird zwischendurch vielleicht mal versuchen, so einen kleineren Stream zu machen. Sims 4 müsste ich mal wieder ne Runde aufnehmen. Zum Beispiel. Ähm. Das würde ich im Stream machen dann. Ähm. Das Einbrecher... Das Einbrecherspiel. Was? Hätten wir Wein? Hm. Ähm. Sag mal, Pan. Hatte ich nicht noch Weißwein? Den hab ich, glaub ich, nicht getrunken, oder? Ich glaube, den hab ich nicht getrunken. Hm. So. Und, äh, Identity. Würde ich auch gerne ausprobieren. Wenn das erst am Montag kommt. Also, angeblich arbeitet Valve hier dran. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwierig ist, weil Valve das ja schon seit 1000 Jahren macht mit 1000 Spielen. Ähm. Die müssten da eigentlich schon so ein bisschen Erfahrung haben, wie man Spiele released auf ihrer eigenen Plattform. Hm. Hm. Ich hab nix zu trinken. Doch, ich hab noch was zu trinken. Cool. So. Die Pan. Da war ich nicht dran. Also, falls noch einer ist, ich mag nur Rot. Die Pan trinkt auch Weißwein. Ich weiß das zufällig. Fingernägel schneiden. Ne, das ist immer ne Kraul. Das ist immer ne Kraulfingernägel. Damit muss immer ne Frau kraulen. Deswegen. Ähm. Wenn ich die ganz kurz schneide, kann ich weder die Nachbarskatze, noch die Frau kraulen. So. Aber ja, langsam werden die, langsam muss ich da wieder ran. Ja, die Pan muss mich immer schön saufen. Das ist halt normal. La la la. Hm, 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 hm. Wann geht eigentlich das Sims-LP weiter? Hab ja gesagt, wir können die Woche nochmal ne Runde streamen. Da würde ich Sims das, äh, Let's Play weiter aufnehmen. Ähm. Das war das Influencer-Pack nochmal ein bisschen austesten. Eigentlich müsste ich es ja auch einmal die Woche streamen, aber ich will das nicht als festen Termin machen. Verstehste? Weil das wieder so verpflichtend ist und da, dem will ich möglichst ein bisschen entgehen. Da entziehe ich mich ein bisschen. Ähm. Was? Ich glaub, ich glaub, die Pan hat schon ein bisschen. Die hat bestimmt schon, hat bestimmt schon den Met wieder ein bisschen. Wir haben so Honigmet. Der verschwindet auch immer von alleine. Der verdunstet immer, wenn ich nicht hingucke. Meistens so in den Abendstunden. Was wäre, wenn du jemanden untermieten würdest, der vor euch kochen würde? Ähm. Der Met ist schon leer. Okay, schreib jetzt bitte nochmal in den Chat. Ich bin keine Alkoholikerin. Der schöne Met. Weißt du? Ich hatte, ich hatte zwei, vielleicht zwei kleine Tässchen. So kleine. So ein bisschen Pfützchen drin. Das gibt's doch nicht. So, weißt du? Wenn wir Wein kaufen. Wenn wir Meht kaufen. Das ist doch unfassbar. Mir war so kalt. So. Ja, ja, natürlich. Komm, ich hol noch mal einen Kasten Küsti vom Kiosk. Kasten Küsti vom Kiosk. Die KKKK-Tage. Bist du bald wieder als Synchronsprecher unterwegs? Ja, im Dezember kommt ein Film, wo ich auch wieder synchron sprechen durfte. Da werde ich vielleicht auch mal was hochladen. Oh, da habe ich eine Idee, wie ich das mache. Oh, da habe ich eine Idee, wie ich das mache. Wenn die Frau friert, macht man nix, wa? So, hast du dir eigentlich noch ein Hähnchen gekauft beim Händelmann? Nee. Ich wollte, ich wäre ja gerne hingefahren, aber jetzt haben wir ja erstmal keine Karre mehr. Mh. Doof. Lieber hoffe es, das ist völlig richtig. Aber bei Twitch hast du mehr Vorteile davon, wenn ich ehrlich bin. Gib uns mal ein paar Infos zur Synchrorolle. Nee, darf ich noch nicht. Also ich muss mal gucken, ob ich das schon raushauen darf, die Infos. Da muss ich mal gucken. Ähm. Schauen wir mal. Boah, ich würde gerne, wenn wir den Weihnachtsstream machen, ehrlich gesagt, würde ich mit der Partner auch gerne Glühwein trinken im Stream. Das wäre irgendwie schön. So Kekse essen und Glühwein trinken. Hast du mit dem Steam Deck hinbekommen? Äh, das Problem ist ja nicht Steam Deck, das hatte ich ja schon mal im Laufen. Das Problem sind aber die mangelnden USB-Ports. Und mit der Weiche, ich habe hier so eine Weiche, da hängen gerade die Kopfhörer dran, äh, hat es nicht funktioniert. Was ist mit dem Auto passiert? Äh, Leasing ist ausgelaufen. Das Leasing ist genau gestern ausgelaufen. Wir mussten ihn gestern wieder abgeben. Und übernehmen wollte man nicht, wegen, ist halt ein Diesel und man weiß nicht genau, wie es mit Diesel weitergeht. Ja. Die Frage war das mit dem Untermieten. Achso, äh, nein. Nein, wir würden keinen Koch untermieten. Erstens, ähm, es wäre, ich weiß auch nicht, ob ich so der Au-Pair-Typ bin, weil ganz ehrlich, die Pan ist da genau wie ich. Wir mögen unsere Eingeigeltheit und es wäre merkwürdig. Also, wir hatten mal für zwei Wochen den Putz, die hier wohnen, das war okay. Ähm, aber so jemanden fest hier wohnen haben, wäre, glaube ich, weiß ich nicht. Wäre merkwürdig. Hm. Vor allen Dingen auch jemanden, den man nicht kennt, finde ich ja dann noch ein bisschen merkwürdiger. Und so schön ich auch Community treffen und alles sowas finde und auch auf der Games-Command alles, aber es wäre ganz komisch und das bitte nicht, bitte nicht falsch verstehen, jemanden aus der Community hier wohnen zu haben, weil wir ja, weil die Adresse ja geheim ist und auch geheim bleiben soll, weil das ja unser privater Rückzugsort ist. Man kann uns überall in der Öffentlichkeit, wo man uns sieht, ansprechen. Ähm, bei mir ist es so, egal wie scheiße ich aussehe, ich mache auch gern ein Foto, ne, also immer gerne. Ähm, ich sage einfach, bitte nicht veröffentlichen, so. Ähm, ähm, aber das wäre komisch, tatsächlich. Ja, eine Putzfrau hätte ich gerne, bin ich ganz ehrlich. Es wäre eine Grenzüberschreitung, Punkt. Ja, so, ja, so, das ist, glaube ich, die beste Bezeichnung dafür. Ähm, ja, eine Putzfrau hätte ich gerne, ich, oh Gott, wie viel Fenstermodi habe ich denn hier offen? Upsi, hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen. So. Gut, werdet ihr oft draußen angesprochen? Also, sagen wir mal so, gestern waren wir draußen, nach langer Zeit, wir waren mal wieder, waren wir beim Autohaus. Äh, im Autohaus kannten uns zwei Mitarbeiter, waren auch alle super lieb. Ähm, und, und, war's das? Ich weiß es gar nicht mehr. War's das schon? Hab ich irgendwas übersehen? Postboten, von Postboten wird man auch erkannt. Bei der einen Postbotin, ich weiß noch nicht genau, ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt, ähm, aber aus irgendeinem Grund, wusste dann, ihre Tochter, wer wir sind, aber ich weiß halt nicht, warum die Postbotin mit ihrer Tochter über uns gesprochen haben sollte. Ähm, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Kriegst du Lippenstift? Nein, ich habe durchblutete Lippen. Hm. Nehmt ihr auch Gäste aus Wien auf? Ja, wie gesagt, wir sind, äh, eigentlich, wir sind eine Jugendherberge. Hier kann jeder wohnen. Eine Ü40-Jugendherberge. So. Beim weihnachtlichen Griechen im deutschen Wirtshaus vielleicht? Nein, da waren nur sehr alte Leute. So. Also, dass, ähm, also, dass unsere, dass unsere Adresse quasi privat ist, das ist jetzt nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach nur deswegen, weil, äh, das halt unser, das ist wirklich unser Rückzugsort. Das Leben in der Öffentlichkeit, kann man ruhig so sagen, ne? Ist ein aufregendes Welches, ein sehr schnelllebiges Welches und vor allen Dingen ein sehr forderndes Welches. Ähm, und deswegen ist es immer sehr, sehr schön, wenn man einfach, wenn man sich zu Hause ein bisschen einigeln kann und sich da auch sicher fühlt. Und wenn diese Grenze verletzt wird, und das wurde sie zum Beispiel in unserer alten Wohnung, ähm, dann ist das nicht so geil. Und wir haben, wir haben wirklich schon viel getan dafür, dass die, dass die geheim ist und es gibt da trotzdem schon Leute, die die teilweise, also, die müssen sie schon sehr gestalkt haben und das finde ich dann nicht so geil, ehrlich gesagt. Bin ich nicht so begeistert von. Wieso? Wo wohnt ihr denn? So, also teilweise auch über Nachbarn zum Beispiel. Und dann sagst du natürlich, bitte nicht weitersagen. Nein, machen wir nicht. Na komm, ich sage, dir kann ich sagen, aber sag's nicht weiter. Und dann die nächste, ja komm, dir kann ich sagen, aber sag's nicht weiter. Wie es halt immer so ist. Ja, also das, ähm, ich glaube, also ich glaube, ich, also ich habe mich vom Gedanken, die paar noch nicht, ich habe mich vom Gedanken verabschiedet, dass es möglich ist, eine Adresse komplett geheim zu halten. Ich weiß, und wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel auch ein Haus kaufen, wenn wir mal endlich eins finden, ähm, dann wird es glaube ich noch ein bisschen schwieriger mit der Adresse. Ja. Stille Post. Ja, so, so ist es halt. Und das, zweigt sich halt immer weiter aus. Das muss nur einer zwei erzählen und die beiden dann wieder zwei und, ne, dann so. Zum Thema Med. Habt ihr schon mal Med-Bier getrunken? Auf der RPC? Die letzte Adresse von Tanzverbot wurde vom Paketzusteller veröffentlicht. Boah, das ist aber, das ist aber höchst asozial und außerdem würde der Paketzusteller, glaube ich, sein Schnell, sein Job so extrem schnell verlieren. Hm. Stefan Raab konnte es auch ohne Problem und zwar richtig extrem. Ja, Stefan Raab hat Leute verklagt. Hoffe es, Dankeschön. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte meine Zuschauer nicht verklagen. Das möchte ich nicht. Und vor allen Dingen, wir haben... Ja, ich kann mir Polizei oder eine Sicherheitsform auf die Tür stellen. Ja, genau. Da fühlt man sich noch viel besser. Das ist ja richtig schön. Nee, so schlimm ist es ja auch nicht. Um Gottes Willen. So schlimm ist es ja nicht. Und wie gesagt, Stefan Raab ist ja noch mal eine andere Hausnummer auch. Und bei Stefan Raab, wenn da irgendwer was veröffentlicht hat, da wurde halt sofort geklagt. Das ging sofort. Zack. Ratze, fatze. Und das will ich aber auch nicht. Und ganz kurz, nur um das klarzustellen, äh, ich verstehe das. Ich verurteile das nicht, was ich, dass Stefan Raab da geklagt hat. Verurteile ich überhaupt nicht. Verstehe das absolut. Und der hat es natürlich auch gemacht, um die Familie zu schützen. Polizei und Sicherheit ist für immer klar. Das ist Leben. Ja, hey. Morgen, Jungs. Wollt ihr Kaffee? Ähm. Und das Ding ist, ähm, wir haben ja auch, wir haben ja auch eine Adresse, eine offizielle Adresse haben wir, ja, wo man alle möglichen Sachen hinschicken kann. Ähm. Und das muss ja auch reichen. Kannst du mal Stefan Raab zu dir einladen? Ja, ich bin sicher, der Stefan, ähm, der, der Stefan, das ist ja wahrscheinlich seine Kragenweite. So, wa? Das ist ja, geh ich mal bei dem dicken alten Mann in den Keller. Jetzt habe ich es geschafft. Nach 20 Jahren TV Total und meinen Auftritten, nach meinen komplett ausverkauften Auftritten in der Kölner Arena, jetzt endlich habe ich es geschafft. Ich kann runter in den miefigen, verdunstelten Keller. So, das ist, endlich habe ich das Ziel meiner Reise erreicht. Da hat sich alles gelohnt. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, hier Privatadresse aus dem Impressum rauszuhalten, ohne dass man sich ein Büro mietet oder sich in einem Unternehmen anbindet? Nein, lieber Rummel. Leider nein. Das geht leider nicht. Hm. Es gibt genug Leute, die die Adresse nicht weitergeben würden. Keine Frage. Also, gar keine Frage. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber du weißt ja, wie das ist, ne? Wenn da halt, da ist halt der Kumpel und so. Ja, komm, knickknack. Ähm. Und da braucht noch einer sein. Raab hat sich doch auch mal lustig gemacht über das YouTube-Ding. Ähm. Ganz ehrlich, der Raab, wenn ich das persönlich nehmen würde, erstens, dann dürfte ich gar nicht hier sitzen und dann dürfte ich meine ganzen Witze über alles andere auch nicht machen. Ähm. Ich habe jetzt ja wieder gelernt, äh, ich bin transfeindlich, schwulenfeindlich, was war denn das alles noch? Ähm. Ich betreibe Ableism. Ja. Habe ich jetzt, habe ich jetzt wieder alles auf Twitter gelesen, was ich nicht alles wieder bin. Und, äh, Schwule, wie war das mit den Schwulen nochmal? Ich finde, dass alle Schwule, dass alle Schwule nur schwul sind, um damit, äh, was Besseres zu sein oder was Besonderes. Das ist genau meine Auffassung. Ja. Achso. Okay. Cool. Ja. Achso, ganz kurz zu Raab nochmal. Ähm. Raab hat sich über alles lustig gemacht. Natürlich macht er sich auch über YouTube lustig. Natürlich. Und ich muss mich echt, ganz kurz, deswegen eine Twitter-Sache, ich muss mich echt zurückhalten, da einfach nicht mehr zu antworten. Das ist mir einfach zu blöd. So. Du bist nicht transfeindlich, ich bin selbst Transgender und ich fühle, Moment, das läuft hier gerade noch durch, da kann ich, ich kann es gleich lesen, ich muss den Chat ein bisschen nach oben ziehen. Chat, ne? Chat ein bisschen nach oben ziehen. Moment. Mist, wo ist jetzt hin? Hm. Und hier fühle ich mich keinesfalls, lieber, lieber Dean Vincent, vielen Dank. Und glaub mir, tatsächlich, ähm, ich mach natürlich meine Sprüche über alles. Ja, ich mach über alles Sprüche, auch über mich selbst selbstständig. Ähm, aber ich finde sowas immer unglaublich, äh, interessant. Kann ich bestätigen, auch trans. Also ich finde, ich finde sowas immer interessant und ich bin nicht neugierig irgendwie, in dem Sinne von wegen, ähm, wie Kinder im Zoo, weißt du, und ich bin einfach, weil es einfach eine ganz andere Lebensweise ist, die ich vielleicht auch selber gar nicht nachvollziehen kann und wahrscheinlich auch ganz andere Problematiken, die ich gar nicht nachvollziehen kann, ähm, da hatte ich schon sehr viele interessante Gespräche. Aber trotzdem mach ich meine Witzchen natürlich immer. Ich bin hetero und fühle mich hier diskriminiert. Zurecht! Zurecht! So. Ach ja. Was geht da nicht auf Twitter gerade ab? Dieser Typ, der überall schreibt, dass er dich vernichten wird. Hä? Habe ich gar nicht mitbekommen. Wer denn? Also, den habe ich bestimmt auch an der Mute-Liste. So. Ich bin schwul und fühle mich total angegriffen von dir. Hey, Erik Range, wie kann man nur? Ach, der Steve schon wieder. Hi. Lange nicht, lange nicht gelesen. Also, wenn ich, wenn ich schwulen Witze mache, dann gelten die aber wirklich auch nur für Steve Rainer. Oder Rainer Steve. Äh, Reisner Steve. Entschuldigung. Und Wolki. Äh, Molki. Entschuldigung. Natürlich. Mh. Den haben wir heute gebannt, der hat danach einen neuen Account gemacht. Und er will mich vernichten? Also, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe das schon so oft auf Twitter gelesen. Und auf YouTube auch. Ach, vor allen Dingen, wenn ich noch Minecraft-Zeit war das ganz schlimm. Wenn so etwas heute mal vorkommt, ja. so. Also, also einfach am besten bei Twitter, bei Twitter, ist ein wichtiger Tipp, immer muten, nicht blocken. Selbst blocken ist ein Gewinn für solche Leute. Immer muten. Dann könnten, dann schreiben die immer ins Leere, ihr seht das nicht, die kriegen nie eine Antwort, nie eine Reaktion. Alles easy. Ich habe meine Mute-Liste, ist da inzwischen, und es gibt halt sehr, sehr viele, haha, ich bin transsexuell und diskriminiere Transgender. Kommt richtig gut. Erik, wann gehen wir unter Männern mal tanzen, Schnuggi? Lieber Sneaky, ähm, das muss ich zuerst mit dem Funk machen. Da wird richtig schön geschwurft. Mach schon, ich bin der Landfuhr. Tobio, Dankeschön. Hast du ein Spendenziel, wo du was machst, wie zum Beispiel Haare färben? Ja, ich habe dieses Jahr mit Brammen zusammen ein Spendenziel. Der Bram hat mich irgendwann besoffen angeschrieben, mit einer geilen Idee, habe ich sofort, naja, nüchtern zugesagt. Hast du schon mal Overwatch gespielt? Ähm, ja, aber ist nicht meins, weil Muri mitgespielt hat, und keine Chance. Glaubst du, YouTube hat noch eine Zukunft für dich? Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe vor drei Jahren gedacht, dass YouTube keine Zukunft für mich hat. Jetzt bin ich acht Jahre da. Bin immer noch da, habe meine eigene, besetze meine eigene Nische. Ähm, das Einzige, was bei mir Probleme macht, ist der Algorithmus, der aktuelle YouTube-Algorithmus, bevor sie wieder umstellen irgendwann. Ähm, aber da muss ich halt mein Programm ein bisschen umstellen. Da haben wir vorhin schon drüber geredet. Da müsste ich das Programm ein bisschen umstrukturieren, weil ich darf jetzt keine Let's Plays mehr machen, die nur wenigen gefallen. Ich muss jetzt, ja, dann verschiebe ich die eben in die Streams und lade die auf GronkTV hoch. Dann haben wir die trotzdem noch und auf dem Channel mache ich dann ein bisschen mehr Kacke. Wie früher. Und da habe ich ehrlich gesagt auch Bock drauf. So. Wirst du demnächst unabhängig von Friendly Fire für die Haare färben? Ich weiß nicht, ich fand es eigentlich ganz cool, als ich die oben blond hatte. Fand ich irgendwie ganz cool. Aber ich weiß nicht, wie das hier in der Kamera aussehen würde. Hm. Besorgen nicht die geringen Aufrufe? Nein. Also in der Gesamtheit sind die Aufrufe, die sind zwar auch runtergegangen, aber nicht bedrohlich viel. Ähm. Und momentan hat YouTube ja eh so ein paar Probleme. Einige Folgen bleiben bei 360p, einige Thumbnails werden nicht gespeichert, sau viele Sachen werden, wird die Musik geclaimt, obwohl da gar keine Musik drin ist in der Richtung. Also ganz andere Tracks, die überhaupt nicht vorkommen. Ähm. Ja. Inwiefern benachteiligt der Algorithmus dich denn? Ganz einfach. Ich habe momentan, also durch Red Dead und durch Assassin's Creed, was fast nicht geguckt wird, auf keinem Channel, ähm. Denkt YouTube, der YouTube-Algorithmus, oh Mensch, der Channel ist nicht interessant. Ja, dann zeige ich die anderen Videos aber auch niemanden mehr an. Schwierig. So. Deswegen würde ich Red Dead lieber auf, äh, auf den Stream verlegen. Gorondor, Dankeschön. Ja, ja, sparen für Friendly Fire. Immer schön für Friendly Fire sparen. Das finde ich gut. Hm, 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 hm. Oh Gott, der nächste, ja, nächsten Samstag. Die Begeisterung von YouTube ist bei mir aber auch irgendwie flöten gegangen. Jetzt nur noch Twitch nach der Arbeit. Ja, ich, ich bin, ich bin bei YouTube momentan auch so ein bisschen so, muss ich jetzt Red Dead gucken, um den Gronkh zu unterstützen? Nein, auf keinen Fall. Ich werde Red Dead aber und Assassin's Creed dann wahrscheinlich auf den Stream verlegen, so wie Just Cause heute. Und dann lieber ein paar Let's Tests machen auf dem Gronkh-Channel und dann vielleicht lieber ein paar Spiele spielen, die vielleicht nicht 200 Folgen lang gehen oder die vielleicht nicht 50.000 Mal auf YouTube vertreten sind wie Red Dead. Was wirklich jeder hochgeladen hat und jeder schon in Streams gesehen hat und sich deswegen auch gar nicht mehr für Let's Plays interessiert. Mir haben sie ein Video runtergenommen, weil angeblich Musik von Slayer drin war. Dabei war da gar keine Musik drin. Ja, sag ich doch. Bei mir hat genauso. Und ich krieg momentan täglich solche Mails. Und wenn ich widerspreche, dann kommt von irgendwas, was ich noch nie gehört habe und auch bei Google, ich finde immer Einspruch abgelehnt. Ach, naja. Gibt es dann einen Weg, Friendly Fire zu unterstützen, auch wenn man keinen Groschen zur Verfügung hat? Lieber Backstepper, gerne. Erzähle gerne Freunden davon und gerne zuschauen. Jeder View zählt. Ähm, auch wenn man nicht spenden kann, die Views sind immer gerne gesehen und natürlich auch die Mundpropaganda ist immer sehr gerne gesehen. Und auch ein Problem ist, dass im Weihnachtsgeschäft kommen so viele Spiele raus. So viele Spiele raus. Ähm, dann spielt es auch kein Skyrim mehr. Äh, der Gronkh-RPG und der Gronkh-Retro-Channel sind davon nicht betroffen. Nur der Gronkh-Haupt-Channel. Was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, momentan im Weihnachtsgeschäft kommen so viele Spiele raus, das kann auch, das kann weder irgendein normaler Mensch spielen, es ist überhaupt nicht möglich und ich kann es halt, ich kann es halt auch gar nicht aufnehmen, so viel ist es und es kann halt auch keiner gucken. Sind wir mal ehrlich. Ja, ich komme sofort. Oh, die Pan schläft fast ein. Steht da gerade so. Hm. Das wären ja lange Serien. Ich vermute, dass es mit der Zukunft seines Kanals war auf Artikel 13 bezogen. Ach so, da wollte ich euch ein, aah, da wollte ich euch einen Anwalt mal prüfen lassen, wie es aussieht, weil ich ja Fernsehsender bin. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mache das momentan so, ich habe noch nicht prüfen lassen, ich habe noch nicht angefragt, sollte ich mal langsam machen. Ähm, mein Plan ist folgender, ich lasse das durch den Anwalt prüfen, inwiefern ich davon betroffen bin. Wenn YouTube wirklich ganz closed, also ich rechne immer mit dem Worst Case, ja, wenn YouTube ganz closed, müsste ich bis dahin am besten schon eine Alternative in der Hinterhand haben. Und generell wäre es glaube ich nicht schlecht, eine Alternative zu YouTube in der Hintern zu haben. Hmm. Bringt es wenigstens etwas, um die YouTube-Videos zu gucken? Ne, noch schlimmer, da geht die Watchtime runter. Und das ist auch bei Red Dead vielleicht ein Fehler gewesen mit den Stundenfolgen. Wenn die Watchtime runtergeht, dann wird der Channel abgestraft. Es ist einfach, also wenn Leute jetzt nur ein Prozent vom Video gucken und dann gleich wieder weggehen, dann denkt YouTube, oh, die Scheiß-Videos, weg damit. Ähm, ja. Wo kommt dann Odyssey? Ja, momentan auf dem Hauptchannel. Allerdings ohne Thumbnails. Aber da ist ja der Korwin hoffentlich bald dran. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, YouTube finde ich halt sehr angenehm. Oder halt on demand. Nicht zwingend YouTube, aber on demand Videos zu produzieren, finde ich sehr angenehm, weil ich kann vorproduzieren und kann dann sagen, okay, pass auf, ich mach da zwei, drei Wochen Urlaub, hab vorproduziert, ähm, muss man sich vielleicht reinknien, pipapo, ähm, Gronkh, wieso fängst du riesige Games wie Just Cause, Assassin's Creed, etc. an, bevor du ältere Spiele wie Skyrim, etc. gespielt hast? Hä, was ist das für eine Frage? Weil ich nicht alles, weil ich sowieso nicht alles spielen kann und bei Skyrim hab ich was Besonderes vor. Heute kam keine Folge AC. Uh, da muss ich mal gucken. Ich hoffe, die sind nicht ausgelaufen, weil ich hab die anderen Folgen noch nicht synchronisiert. Okay, sind ausgelaufen. Ich weiß noch nicht, okay, dann weiß ich noch nicht genau, wie ich mit, äh, 30 Stunden asynchronen Folgen, wie ich das hinkriegen soll. Hmm. Also generell hab ich das Gefühl, dass Let's Plays bei YouTube nicht mehr so gern gesehen sind. Also von den Zuschauern her auf der einen Seite, aber auch gerade von YouTube werden die, glaube ich, immer mehr, ja. Junge, was laberst du eigentlich? Jetzt mal ganz ehrlich, Money makes the world, jeder weiß Bescheid. Ich sehe, Dark Lord hat das Leben begriffen. Komm, mach mal Pause, Dark Lord. Ähm. Ich sehe, du hast das Leben begriffen. Rede doch bitte erst über Geld, wenn du nicht mehr zu Hause wohnst. Das würde schon helfen. Wenn man sich ein bisschen auskennt. So. Du meinst, Stream kommt besser an. Das, ja, wie gesagt, also pass auf, bei YouTube, also on demand ist es so, ich kann vorproduzieren, kann drei Wochen in Urlaub und es laufen aber Folgen in der Zeit. Das heißt, ihr habt was in der Zeit. Wenn ich nur streame, dann ist es drei Wochen lang nichts. Verstehst du? Dann bin ich drei Wochen lang weg, dann kommt nichts Neues. Deswegen, ich weiß nicht, wenn Streamer Urlaub machen sind, ist es Ende, oder? Können Streamer Urlaub machen? Was mir bei YouTube schlicht fehlt, ist die Interaktion. Also ich finde Streams angenehmer. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht, ähm, ich weiß gar nicht, ob es anstrengender ist, weiß ich nicht. Hm. Hm, hm, hm. Was ist die beste Alternative zu YouTube? Wahrscheinlich eigene Seite. Aber wenn jeder seine eigene Seite macht, dann hast du natürlich keine Videodatenbank mehr, sondern, also die verteilt überall. Und das finde ich dann für Zuschauer, also, wenn Leute, also, ne, wenn ich jetzt meine Sachen nur auf einer eigenen Seite hochlade, dann ist das cool für Leute, die nur mich sehen wollen. Das hört sich, ich mag das nicht mal sagen, das hört sich arrogant an, aber die halt, ne, die gerne Gronkh gucken, sagen wir mal so, in der dritten Person von sich reden, ist auch ekelhaft. Ähm, aber Leute, die zum Beispiel auch gerne Pete's Meat gucken, die zum Beispiel gerne Currywurst gucken, die zum Beispiel gerne Pan gucken, wenn dann jeder seine eigene Seite hat, ähm, und dann ist die Frage, kann man das mobile gucken, dann musst du immer alles ansurfen, bla, bla, das wird dann, dann wird's, ich weiß nicht. Hm. Schade, es wird mir gescheit, oh, ich muss Widmy noch antworten. Oh, fuck, das hab ich vergessen. Die Mail ist untergege, die ist einfach, ach, kacke, der November hat mich fertig gemacht. Ich hatte nämlich Widmy angeschrieben, was sie jetzt mit dem Source von der, von der Seite machen. Und ich hab ne Antwort bekommen. Mit Smiley, das ist ein gutes Zeichen. Das Problem ist, dass es keine Alternative zu YouTube gibt, deshalb macht YouTube was sie wollen und nicht was die YouTuber wollen. Ja, das ist wahr. Und YouTube macht halt, das was Geld bringt und das was Geld bringt, ist quasi, RTL-Content. Hm. Wenn der Worst Case mit YouTube eintritt, würde ganz sicher eine Alternative kommen. Du kannst dich aber nicht einmal drauf ausruhen. Das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht sagen, ach, naja, wenn Artikel 13 kommt, ähm, ja, da wird schon sicher. Also, ich hab jetzt versucht, auf Archive hochzuladen, aber das ist ja auch keine Alternative. Das hab ich jetzt gemacht, um zu gucken, ob man das vielleicht archivieren kann, einfach seine eigenen Sachen da quasi für die Ewigkeit archivieren. Ähm, aber als, äh, zum Schauen ist es halt keine Alternative. Hmm. Dilletitit dilletitit Jo, alles klar. Tschüss! Okay, Freunde. Ne, wie Mio ist es auch nicht. Mal schauen. Also ich bin mal gespannt, wenn YouTube in Deutschland dicht machen würde, was ich nicht glaube. Ähm... Ob die dann nur Privatpersonen den Saft abdrehen? Hm. Wär schon interessant. Hast du eigentlich alle deine Let's Plays und Streams auf externer Platte oder so gesichert? Ja, auf dem NAS hier und noch auf dem File-Server in Frankfurt. Hattest du überlegt, vielleicht die Game Awards restreamen? Darf man die restreamen? Ich weiß gar nicht, was erlaubt ist. Ich glaube nicht. Vor allem die laufen ja auf YouTube und ich weiß nicht genau, ob ich die einfach auf... Die haben ja Exclusive Deal mit YouTube. Wenn ich auf Twitch restreame, ist das glaube ich ein leichtes Infringement. Ich weiß nicht genau. Schwierig. Ja. Darf man restreamen diesmal? Oh, okay. Wie groß ist dein File-Server? Äh, ich hab zwei. Einen für die ganzen Videos und einen für die ganzen anderen Kram wie Webdesigns, äh... Alle Fotos, alle Musik und also ne, wie man selber gemacht hat damals. Da ist so ein bisschen mein Leben archiviert sozusagen, digitalisiert. So, E3 wird wieder kommen? Bestimmt. So, Freunde. Ich kling mich mal aus. Wie gesagt, heute Jahrestag. Das heißt, ich werd mich jetzt zu meiner Frau gesellen. Ähm... Wir werden eine Serie gucken, bei der sie dann sofort einschlafen wird. Und dann lieg ich da alleine rum in einer unbequemen Position, damit sie bequem liegen kann. So, machen wir das. YouTube könnte sich das gar nicht leisten dicht zu machen. Naja, Europa dicht machen können die sich leisten. Gegen international sind wir in Europa eher so... Ja, kannst du nicht YouTube Deutschland kaufen und das selber betreiben? Ähm... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu zahlen ist. Aber YouTube Deutschland kaufen... Erstens gibt das Probleme mit YouTube international, auch namensrechtlich. Zwei... N-n-n-nein... Ich... Das ist einfach völlig... Das ist so völlig out of order. Das ist so... Man kann doch auch Trump kaufen. Kann man wirklich. Okay, war keine gute Idee. Ja... Ich habe gehört, dass EA bei der E3 2019 dabei sein wird. Ja, die machen mit Sicherheit auch ihr eigenes Ding. Die machen mit Sicherheit auch ihr eigenes Ding. Kannste davon ausgehen. Wie viel Terabyte hat dein Leben? Ähm... Weiß nicht, habe ich nicht gezählt, ehrlich gesagt. Bisschen ist das schon. Ist aber nicht up to date momentan mein Leben. So, Freunde. Ich sage Dankeschön. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass die normale YouTuber rauswerfen mit YouTube Premium versuchen, eine Plattform aller Netflix zu werden. Das ist eine Sache, die habe ich auch noch im Hinterkopf. Dass YouTube halt mehr in diese Richtung geht. Oder vielleicht auch versucht mehr... Ja, sowas wie Netflix. Ja. Ja, hast du ja gesagt. Genau das habe ich auch im Hinterkopf, dass das vielleicht passieren könnte. Mit YouTube Red, mit den eigenen Produktionen, mit YouTube Premium, mit den Filmen, die sie jetzt schon anbieten. Und vielleicht sowas wie... Vielleicht sowas wie... Wie heißen die nochmal? Ich vergesse das immer. Von den Öffentlichen, Rechtlichen. Hier in Deutschland. Funk. Genau, mit den Funkbeiträgen und sowas. Die von Herrn Bergmann gucke ich unheimlich gerne. So. Freunde, ich bin raus, Onkel Klaus. Ähm... Bei YouTube Premium mache ich aber nicht mit. Ne, ich auch nicht. Also, ich möchte gerne... Ich weiß, wir haben sowas wie Patreon laufen, ich weiß, wir haben hier Donations laufen und wir haben auch Subs laufen hier im Stream und so weiter. Weiß ich alles selber, aber... Ähm... Die Grundregel ist immer. Und an diese Grundregel möchte ich mich mal halten, dass nichts davon Pflicht ist. Es ist nichts davon Pflicht... Also man... Man soll nicht bezahlen müssen für irgendwas, sondern der Content muss immer frei bleiben. Alles, was ich mache, muss kostenlos für die Leute sein. Immer. Kostenlos erhältlich. Und nur, weil man sich irgendwas nicht leisten kann oder will, soll man dadurch keine Nachteile erhalten. So. Das möchte ich nämlich genauso... Äh... auch beibehalten. Und wenn YouTube nur noch Premium ist, dann muss ich mir eine Alternative suchen. Ich kann die Sachen da gerne hinstellen bei YouTube Premium, aber trotzdem möchte ich, dass die noch kostenfrei erreichbar sind. Anders geht's nicht. Würdest du denn mit YouTube weitermachen, wenn man als normaler Benutzer dafür bezahlen muss? Wie gesagt, äh... Ich würd's wahrscheinlich reinstellen. Ich würde wahrscheinlich auch drum gebeten werden, das trotzdem weiterhin zu machen. Nicht mal seitens YouTube, sondern bestimmt auch seitens einiger Zuschauer. Ähm... Aber ich würd's halt trotzdem... Ich würd eine Alternative suchen, wo ich das irgendwie kostenlos hochlade. Und wenn ich das parallel auf Archive mache oder auf einer eigenen Seite oder wo auch immer. Also das wär... das wär mir ähm... sehr wichtig. So. Jut! Jut! Ich kling mich aus! Micky Maus! So. Puh! Schon mal darüber nachgedacht. Dein Content unter einer Creative Commons Lizenz. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Lizenz ich bei meinem Content ausstellen darf oder sollte, weil ich spiele ja die Spiele von Publishern. Ich weiß nicht, ob ich das Recht dazu habe, zu entscheiden, unter welcher Lizenz das veröffentlicht wird. Weil das, was ich da mache, ist zwar mein eigenes Zutun mit dem Overlay der Moderation und des Spielens natürlich. Ähm... Aber trotzdem ist es ja nicht, es ist ja nicht 100% mein Content. Und wir sind ja trotzdem noch, ähm... Als Let's Player sind wir trotzdem noch, egal ob wir zusammengeschnittene Let's Plays machen, ob wir Best-ofs machen, ob wir nur Let's Plays machen oder was auch immer. Ähm... Wir sind ja trotzdem noch von den Publishern abhängig, ob wir das mögen oder nicht, von den Entwicklern, von den Publishern. Das ist ja immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Viele vergessen das. Was schade ist. So. Jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hätte gern noch Identity gespielt, aber ganz ehrlich, ich find's jetzt auch nicht so schlimm, dass ich ein bisschen Zeit mit meiner Frau verbringe. Ähm... Und dann sehen wir uns wahrscheinlich die Tage wieder. Spätestens nächsten Freitag, ich vermute mal zwischendurch aber nochmal. Bin ich fast sicher. Aber morgen leider nicht. Ich würde, ich hätte morgen gerne mit dem Funk, äh, Red Dead Online gespielt, aber leider. Ähm... Leider ist er Jahrestag. Doof. Und das Problem ist, ähm, wenn man sieben Frauen hat, dann hat man ja halt auch sieben Jahrestage im Jahr. Ähm, deswegen muss ich immer mal wieder gucken, ich muss halt gucken, dass die, ne, wann ich die getimt habe. Ähm, schwierig. Schwierig. So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Ähm, und ich guck mal ganz kurz, ich schalte mal eben hier rüber. Ich habe einen interessanten Effekt festgestellt. Guck mal, wenn ich jetzt aufs Ende gehe. Äh, wo ist denn das Ende jetzt? Ach, da unten. Wenn ich jetzt aufs Ende gehe, guck mal, wie das jetzt aussieht. Wie? Das Logo, das blinkt jetzt auch so lustig. Das habe ich im Intro so geändert, mit dem Filter, aber der Filter gilt für jede Szene. Ich finde das noch ein bisschen komisch bei OBS, dass der Filter nicht pro Szene gilt, sondern auf alle Szenen. Ich hoffe, das wird noch mal irgendwann geändert, dann kann man jetzt nämlich weh-h-h-h-hesentlich besser. Wat? Hihihi. Dr. Darklord schreibt gerade, Elflin. Ich wurde als öffentlich-rechtlicher Journalist einfach geblockt, ohne irgendwelche Hate Speech oder sonstiges. Bitte um Stellungnahme. Lieber öffentlich-rechtlicher Journalist, du hast geschrieben, Junge, was laberst du eigentlich jetzt mal ganz ehrlich? Money makes the world. Jeder weiß Bescheid. Guck mal, hier nochmal 10 Minuten. Du bist kein öffentlich-rechtlicher Journalist. Du bist offenbar jemand, der zuhause wohnt und jetzt noch große Fresse hat. Sei mir bitte nicht böse. Sei mir bitte nicht böse. Ähm. Ich könnte jetzt... Nee, komm, für den bleib' ich keine 10 Minuten mehr. Ähm. Das ist... Alter. Du bist mega Profi. So. Liebe Freunde. Entschuldigung. Ich sollte nicht lachen, aber das ist einfach so witzig. So. Liebe Freunde. Liebe öffentlich-rechtliche Journalisten, die ihr alle hier seid. Ich freu' mich, dass ihr da seid. Ähm. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ein wunderschönes Wochenende. Macht's euch richtig schön. Draußen ist grad sehr ungemütlich. Ähm. Wetter ist doof. Es regnet. Es ist kalt. Kuschelt euch ein bisschen zuhause ein übers Wochenende, wenn ihr die Möglichkeit habt. Guckst du noch in die Kamera? Ich hab wirklich grad noch in die Kamera geguckt. Ich hab wirklich grad noch in die Kamera geguckt. Und man hat's nicht gesehen, wo ich schon im Endbildschirm bin. Hab's aber vergessen. Aus der Gewohnheit einfach wieder direkt den Augenkontakt gesucht. So. Freunde. Viel, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel, vielen Dank fürs Unterstützen. Fürs Zahlreiche. Ganz, ganz lieben Dank. Und jetzt wispert er mir der Kritisierer. Äh. Liebe Elflin. Ganz ehrlich. Wenn, wenn der Typ noch weiter aufmuckt. Äh. Ganz ehrlich. Lieber, lieber öffentlich-rechtlicher Journalist. Wir machen hier Gebrauch von unserem Hausrecht. Ich wollt's nur sagen. So. Du wirst... So. Was los, Herr Elflin? Bitte um Stellungnahme zur Stellungnahme. Was ist das schön? Oh Mann, da will man gar nicht gehen. Ich will noch wissen, wie sich das entwickelt. Vielleicht gibt's ja bald einen Beitrag. So. Ach, Träumchen. So, Freunde. Ich sag mal... Ach so. Ich sag mal ganz lieben Dank. Aber ich hab ja noch ganz vergessen. Ähm. Wir haben ja... Wir haben ja... Wir haben ja... Ähm. Wir haben ja lizensierte Musik. Die können wir hier ja locker bringen. Und deswegen... Ich sag nochmal ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Unterstützen. Fürs zahlreiche Unterstützen. Und für die unglaublich... Ich weiß gar nicht, wie viele Gifts-Subs das heute waren. Also... Äh. Gut. Ganz lieben Dank. Ich schau mal, wo ist denn hier... Ach so, bei den Endscreens war das ja. Ich muss mir mal ne eigene Playlist dafür machen. So. Und wie immer... Unser Endlied... Ach, ich liebe es. Und es passt einfach so gut. So. Ja. So richtig öffentlich-rechtlich. Well here we are, living in the moment. Ah. And here we are, dreaming in the open. Dankeschön auch mal. Now look around, is this a new day? Lasst euch drücken! We start dreaming! No, we won't stop dreaming! Look ahead! We can see forever! You and me doing it together! As good, we're doing it together! Light it up! We can be a million stars! Look at us! Don't you see we've come so far? Yeah, we've come so far! Cause this is our world! And this is our time! And these are our plans! We're gonna let them shine! This is our place! In the human race! And we won't stop dreaming! No, we won't stop dreaming! Standing at the crossroads! Feeling how the wind blows! We can stall above the clouds! Every moment has a heartbeat! And every breath feeling so sweet! And who can say what happens now? Cause this is our world! This is our time! This is our time! These are our plans! We're gonna let them shine! This is our place! In the human race! In the human race! And we won't stop dreaming! Dreaming! No, We won't stop dreaming! No, We won't stop dreaming! We won´t stop dreaming We won´t stop dreaming Den mach ich mal gerade nicht So Ne das war der ne Der war von Just Cause Der war Just Cause Ok warte Aber hatten wir nicht noch einen? Pass auf Ich spoiler euch jetzt wirklich mal ganz kurz den Song den ich spielen will Wenn ich wirklich mal aufhöre Irgendwann kann ja passieren in 20 Jahren oder so Man weiß es nicht Ich hoffe ich habe noch die Möglichkeit mich zu verabschieden Bevor ich einfach irgendwann umfalle das wäre schön Und ich hatte immer gesagt das wäre der eine Song Aber der war´s gar nicht Pass auf ich zoome mal ganz kurz raus Ähm ich bin auch sofort fertig Ich glaube Mist welcher war denn das? Der war´s nicht Ich hatte sonst mal Blame it all on me gespielt Aber der war´s glaube ich nicht Der war´s nicht Shit der hier ist es Das ist der Song den spoiler ich jetzt einfach schon mal Ähm Den ich irgendwann spielen werde Wenn ich wirklich ganz aufhöre mit allem vielleicht Man weiß es nicht wenn ich das jemals schaffe Ähm das ist der Song dazu Und ich liebe den einfach Und ich liebe den einfach Dassel wie der Song- Saud criar Und ich liebe mich Und ich liebe den einfach zu machen And what's going on? There's something wrong. And it all started on, but it happened all before. And it all went to your hand, dear. I shine a light in my dark. Don't leave me alone. Every month is dark. Okay, Entschuldigung, ich brech das mal ganz kurz ab. Ich weiß, ich will euch so nicht so ans Wochenende entlassen. Da hast du recht. Ich lasse euch nicht so ans Wochenende. Ich finde den Song einfach nur so wahnsinnig schön. Aber auch so wahnsinnig schwer. Und ich habe gedacht, das mache ich. Den werde ich dann irgendwann, ne, so. Okay, oder vielleicht. Nee, auf der Beerdigung will ich was Lustiges haben. Da will ich was Lustiges haben. Zum Beispiel Change Your Life. Das ist so ein bisschen ironisch. Okay, jedenfalls ist noch lange hin. Ich habe nur gedacht, so. Irgendwie habe ich den Song gehört und dachte, das wäre es. Wir machen dann doch mal. Komm, hier. Machen wir lieber den. Okay, alle klar, let's go. Entschuldigung. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, endlich! Ach, ja, okay, wo bin ich stehen geblieben? Ach, hier, okay. Ähm, überrascht hob Steven eine Braue. Doch nicht etwa die Juliana Spencer, Countess of Bedworth? Da war ich schon. Da war ich schon. Okay, warte. Minette Kloves lächelte wissend, als sie Steven erblickte. Ich sehe schon, Sie haben noch etwas vor, meine Liebe, sie blinzelte Julie, Julie verschwörerisch zu. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag und tun Sie nichts, was ich nicht ebenfalls tun würde. Keine Sorge. Keine Sorge, erwiderte Julie lachend, ehe sie sich Steven zuwandte. Sie haben also bereits nach mir gesucht? Sehr schmeichelhaft, das muss ich schon sagen. Nun, sind wir verabredet, schon vergessen? Nun, wir sind verabredet, schon vergessen. Am besten, wir brechen dann auch gleich auf. Er nickte Mrs. Kloves knapp zu. Sie entschuldigen uns, Madam. Hm, ins Hotelfoyer. Wann ist denn hier mal wieder eine Bummszene, sag mal? Es ist schon... Sie schluckte es hinunter. Ach so, das ist was anderes, okay. Ähm. Ein wenig mulmig, das ist jetzt auch nicht. Da muss dann mal wieder Großteil meines Vermögens, eine Erbschaft, alles klar. Erschrocken, bis sie sich auf die Lippen. Auf welche, weiß man nicht genau. Diese Frau war eine Katze. Wahrscheinlich haarig und mit einem großen Arschloch, dass sie allen Leuten mal zudreht, wenn sie Leute ansprüht. Als Besitztümer. Ähm. Gut, rastlos wie ein Tiger im Kiel. So, hier sind aber keine... Hier sind aber... Ganz ehrlich, ich brauche ein neues Buch. Ich wollte hier gerade noch erotische Lektüre. Nervös befeuchtete Steven die Lippen. Hallo, Julie. Er war erschrocken darüber, wie belegt seine Stimme klang. Sie sehen heute Abend einfach hinreißen aus. Was? Okay, gut. Lies doch dieses Buch, da bist du wieder wach. Hier, da geht... Gleich ist der Sexszene, pass auf. Ähm. Er legt in den Arm um Julie. Er war verloren. Champagner. Easy Begriff, was sie tat. Stellen sie sich auf die Zehenspitze. Hauch dir ein, kust dir auf die Lippen. Das ist erotisch. Alles klar. Freunde, ich bin raus. Vielen, vielen Dank. Ähm. Vielen, vielen Dank. Und, äh, ja. Komm gut nach Hause. Wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns unter der Woche. Und spätestens am kommenden Samstag. Weil da ist Friendly Fire. Nicht am Freitag, sondern am Samstag. Da ist Friendly Fire 4. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin ein bisschen nervös. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, ja. Bis bald. Halt, ich mach mal Mikro aus jetzt hier. Schüt. Bum.